Das ist, denke ich, das berühmteste Buch von Robert Louis Stevenson, die Schatzinsel. Das Buch ist aufgeteilt in drei Bereiche. Der erste heißt Der alte Freibeuter und der beginnt mit dem ersten Kapitel, Der alte Seehund im Admiral Benbow. Gutsherr Trelawney, Dr. Livesey und die übrigen Herren haben mich gebeten, unsere Fahrt nach der Schatzinsel vom Anfang bis zum Ende zu beschreiben und dabei nichts zu verschweigen als die genaue Lage der Insel, und zwar auch dies nur deshalb, weil noch jetzt ungehobene Schätze dort vorhanden sind. So ergreife ich die Feder in diesem Jahre des Heils 1700 und versetze mich zurück in die Zeit, als mein Vater den Gasthof zum Admiral Benbow hielt und als der braungebrannte alte Seemann mit der Säbelnarbe im Gesicht zuerst unter unserem Dache Wohnung nahm. Ich erinnere mich, wie wenn es gestern gewesen wäre des Mannes, wie er in die Tür unseres Hauses hereinkam, während seine Schifferkiste ihm auf einem Schiebkarren nachgefahren wurde. Ein großer, starker, schwerer, nussbrauner Mann. Sein theriger Zopf hing ihm im Nacken über seinen fleckigen blauen Rock herunter. Seine Hände waren schwielig und rissig mit abgebrochenen, schwarzen Fingernägeln, und der Säbelschmiss, der sich über die eine Wange hinzog, war von schmutzig-weißer Farbe. Er sah sich im Schenkenzimmer um und pfiff dabei vor sich hin. Und dann stimmte er das alte Schifferlied an, das er später so oft sang. »Fünfzehn Mann, beides tut in Kiste, johoho, und ne Buddelbuddel rum!« In der zittrigen, hohen Stimme, die so klang, wie wenn eine Ankerwinde gedreht würde, dann schlug er mit einem Knüppel, so dick wie eine Handspeiche, gegen die Tür, und als mein Vater erschien, verlangte er barsch ein Glas Rum. Als dieses ihm gebracht worden war, trank er es langsam aus, wie ein Kenner mit der Zunge den Geschmack nachprüfend, und dabei sah er sich durch das Fenster die Strandklippen und unser Wirtsschild an. Und schließlich sagte er, »Das ist ne nette Bucht und ne angenehm gelegene Grockkneipe. Viel Gesellschaft, Maat!« Mein Vater sagte ihm, Gesellschaft käme leider nur sehr wenig. »So, na dann ist das die richtige Stelle für mich. Heda, hier, mein Mann!« rief er dem Mann zu, der den Handkarren schob. »Ladet mal meine Kiste ab und bringt sie nach oben. Hier will ich ein bisschen bleiben. Ich bin ein einfacher Mann, Rum und Speck und Eier. Weiter brauche ich nichts. Und außerdem die Klippe da draußen, um die Schiffe zu beobachten. Wie Sie mich nennen könnten. Käpt'n können Sie mich nennen. Ach so, ich sehe schon, worauf Sie hinaus wollen. Da!« Und er warf drei oder vier Goldstücke auf den Tisch. »Wenn ich das verzehrt habe, können Sie mir Bescheid sagen!« rief er, »und dabei sah er so stolz aus wie ein Admiral.« Und in der Tat, so schlecht seine Kleider waren und so gemein seine Sprechweise, er sah durchaus nicht wie ein Mann aus, der vor dem Mast fuhr, sondern war offenbar ein Steuermann oder ein Schiffer, der gewohnt war, dass man ihm gehorchte. Oder sonst gab's Prügel. Der Mann, der den Schiebkarren gefahren hatte, sagte uns, die Postkutsche hätte ihn am Tag vorher am Royal George abgesetzt. Er hätte sich erkundigt, was für Gasthöfe an der Küste wären, und als er gehört hätte, dass man unser Haus lobte und besonders, so vermute ich wenigstens, als man es ihm als einsam gelegen beschrieb, hätte er beschlossen, bei uns Aufenthalt zu nehmen. Und das war alles, was wir über unseren Gast erfahren konnten. Er war ein schweigsamer Mann. Den ganzen Tag lungerte er an der Bucht oder auf den Klippen herum und sah durch sein Messingfernrohr über See und Strand. Den ganzen Abend aber saß er in einer Ecke der Schenkstube, ganz dicht am Feuer, und trank Rum und Wasser und zwar eine sehr steife Mischung. Wenn jemand ihn anredete, antwortete er für gewöhnlich nicht, sondern sah nur plötzlich mit einem wütenden Blick auf und blies durch seine Nase wie durch ein Nebelhorn, und wir und unsere Besucher merkten bald, dass man ihn dann in Ruhe lassen musste. Jeden Tag, wenn er von seinen Gängen zurückkam, fragte er, ob Seeleute auf der Landstraße vorübergekommen wären. Anfangs dachten wir, er fragte, weil er sich nach Gesellschaft von Kameraden sehnte, schließlich aber merkten wir, dass er im Gegenteil es zu vermeiden wünschte. Wenn ein Seemann im Admiral Benbow einkehrte, wie es ab und zu geschah, wenn Leute auf der Küstenstraße nach Bristol gingen, so sah er sich ihn durch das verhängte Fensterchen an der Tür an, bevor er die Schenkstube betrat. Und wenn solch ein Seemann anwesend war, verhielt er sich immer mäuschenstill. Vor mir suchte er auch kein Geheimnis aus der Sache zu machen, sondern er beteiligte mich im Gegenteil gewissermaßen an seiner Unruhe. Er hatte mich nämlich eines Tages beiseite genommen und mir versprochen, er wolle mir am ersten jeden Monats ein silbernes Vierpenny-Stück geben, wenn ich bloß mein Wetterauge offenhalten wollte, nach einem Seemann mit nur einem Bein. Und wenn ich ihm, sobald der auftauchte, augenblicklich Bescheid geben wollte. Wenn nun der Monatserste da war und ich meinen Lohn von ihm verlangte, dann kam es oft genug vor, dass er nur die Nase blies und mich mit einem wütenden Blick ansah. Aber bevor die Woche zu Ende war, hatte er es sich jedes Mal besser überlegt. Er brachte mir das Vierpenny-Stück und wiederholte seinen Befehl, nach dem Seemann mit dem einen Bein Ausguck zu halten. Wie dieser Seemann mich in meinen Träumen verfolgte, brauche ich kaum zu sagen. In stürmischen Nächten, wenn der Wind die vier Ecken unseres Hauses schüttelte und die Brandung in der Bucht gegen die Klippen donnerte, sah ich ihn in tausend Gestalten und mit tausend teuflischen Gesichtern. Bald war das Bein am Knie abgenommen, bald dicht an der Hüfte. Dann wieder war er ein ungeheuerliches Geschöpf, das immer nur ein einziges Bein gehabt hatte, und zwar mitten unter dem Rumpf. Ihn zu sehen, wie er sprang und lief und mich über Gräben und Hecken verfolgte, das war für mich der fürchterlichste Nachtmahr. So musste ich eigentlich mein monatliches Vierpenny-Stück recht teuer bezahlen, denn ich bekam dafür diese grässlichen Traumgesichte in den Kauf. Wenn ich vor dem einbeinigen Seemann eine schreckliche Angst hatte, so hatte ich dafür vor dem Käpt'n selber weniger Furcht als andere, die ihn kannten. An manchen Abenden nahm er mehr Rum und Wasser zu sich, als sein Kopf vertragen konnte. Dann saß er zuweilen, ohne sich um irgendeinen Menschen zu bekümmern, und sang seine ruchlosen, alten, wilden Schifferlieder. Zuweilen aber bestellte er Runden und zwang die ganze zitternde Gesellschaft, seine Geschichten anzuhören oder als Chor in seine Lieder einzufallen. Oft zitterte das Haus von dem Johoho und dem Buddelbuddelrum. Alle Nachbarn stimmten aus voller Kehle ein, mit einer Todesangst im Leibe, und einer sang noch lauter als der andere, damit nur der Käpt'n keine Bemerkungen machte. Denn wenn er diese Anfälle hatte, war er der ungemütlichste Gesellschafter von der Welt. Dann schlug er mit der Faust auf den Tisch und gebot Ruhe. Wenn irgendeine Zwischenfrage gestellt wurde, regte er sich fürchterlich auf, manchmal aber noch mehr, wenn keine Frage gestellt wurde, weil er dann glaubte, die Gesellschaft hörte nicht auf seine Geschichte. An solchen Abenden durfte keiner die Schenkstube verlassen, bis er selber vom Trinken schläfrig geworden war und ins Bett taumelte. Am meisten Angst machte er den Leuten mit seinen Geschichten. Und fürchterliche Geschichten waren es allerdings, von Hängen über die Planke gehen lassen, von Stürmen auf hoher See und von den Schildkröteninseln und von wilden Gefechten und Taten und von Häfen in den westindischen Gewässern. Nach seinen eigenen Berichten mußte er unter den größten Verbrechern gelebt haben, die Gott jemals zur See gehen ließ, und die Worte, in denen er diese Geschichten erzählte, entsetzten unsere guten Landleute beinahe ebenso sehr wie die Verbrechen, von denen sie handelten. Mein Vater sagte fortwährend, unser Gasthof werde zugrunde gerichtet werden, denn die Leute würden bald nicht mehr kommen, um sich anschnauzen und niederducken zu lassen und dann mit zitternden Gebeinen zu Bett zu gehen. Aber ich glaubte, dass in Wirklichkeit seine Anwesenheit uns Vorteil brachte. Die Leute graulten sich allerdings, aber in der Rückerinnerung hatten sie die Geschichten eigentlich gern. Es war eine angenehme Aufregung in ihrem stillen Landleben. Unter den jüngeren Leuten gab es sogar eine Partei, die voll Bewunderung von ihm sprach. Sie nannten ihn »einen echten Seehund« und »eine richtige alte Teerjacke« und so ähnlich, und sagten, das wären gerade die Leute, die England so gefürchtet zur See machten. In einer Beziehung richtete allerdings der Käpt'n uns zugrunde. Er blieb eine Woche nach der anderen, sodass die Goldstücke, die er auf den Tisch geworfen hatte, längst verrechnet waren. Aber mein Vater konnte sich niemals ein Herz fassen und mehr Geld von ihm verlangen. Sobald er eine leichte Anspielung machte, blies der Käpt'n so laut durch die Nase, dass es beinahe ein Brüllen war und sah meinen Vater so wütend an, dass dieser die Schenkstube verließ. Ich habe ihn nach solcher Abweisung die Hände ringen sehen, und ich bin überzeugt, dass der Verdruss über seinen Gast und die Angst, worin er lebte, seinen allzu frühen, unglücklichen Tod sehr beschleunigt haben. Während der ganzen Zeit, dass der Käpt'n bei uns wohnte, trug er immer denselben Anzug. Niemals änderte er etwas daran. Nur einmal kaufte er Strümpfe von einem Hausierer. Als eine von den Krämpen seines Hutes sich losgelöst hatte und herunterhing, ließ er ihn so, wie er war, obwohl diese Krämpe ihn bei starkem Wind sehr belästigte. Ich sehe vor meinen Augen noch seinen Rock, auf den er selber oben in seinem Zimmer einen Flicken setzte, so oft er das für nötig hielt. Schließlich bestand der ganze Rock nur aus Flicken. Niemals schrieb er einen Brief, niemals empfing er einen. Er sprach mit keinem Menschen ein Wort, außer mit den Nachbarn, die zu uns in die Wirtschaft kamen, auch mit diesen gewöhnlich nur, wenn er zu viel rumgetrunken hatte. Seine große Schifferkiste hatte keiner von uns jemals offen gesehen. Nur ein einziges Mal wagte ein Mensch, ihm über den Mund zu fahren, und das geschah erst in der letzten Zeit, als mein Vater schon sehr krank und dem Tode nahe war. Dr. Livesee kam eines Nachmittags zu später Stunde, um noch nach dem Kranken zu sehen. Meine Mutter setzte ihm ein bisschen zu essen vor, und dann ging er in die Schenkstube, um eine Pfeife zu rauchen, bis sein Pferd vom Dorf zurückgebracht wurde, denn wir hatten im alten Admiral Benbow keine Stallung. Ich ging mit dem Doktor in die Schenkstube, und ich erinnere mich noch, dass mir der Unterschied zwischen dem sauberen, munteren Doktor mit seiner schneeweiß gepuderten Perücke, seinen hellen, schwarzen Augen und seinem liebenswürdigen Benehmen und den plumpen Landleuten auffiel, besonders aber der Gegensatz zu dem schmutzigen, zerlumpen alten Piraten, der stark angetrunken hinter seinem Tische saß und die Ellenbogen aufgestützt hatte, plötzlich begann er, der Käpt'n nämlich, sein ewiges Lied zu brüllen. »Fünfzehn Mann bei des Toten Kiste, ja, ho, ho, und ne Bodelbuddelrum!« »Suff und der Teufel holt denen den Rest, ja, ho, ho, und ne Bodelbuddelrum!« Anfangs hatte ich vermutet, des Toten Kiste sei die große Schifferkiste oben im Vorderzimmer, und ich hatte sie in meinen Träumen mit dem einbeinigen Schiffer in Verbindung gebracht. Inzwischen aber hatten wir alle schon längst aufgehört, auf sein Singen zu achten. An diesem Abend war das Lied nur dem Dr. Livesehn neu, und ich bemerkte, dass es auf ihn keinen angenehmen Eindruck machte, denn er sah einen Augenblick ganz ärgerlich aus, bevor er in seinem Gespräch mit dem alten Gärtner Taylor fortfuhr, mit dem er sich über ein neues Mittel gegen das Gliederreißen unterhielt. Der Käpt'n wurde bei seinem eigenen Lied lustig und schlug schließlich mit der Faust vor sich auf den Tisch. Wir alle wussten, dass er damit den Anwesenden schweigen befehlen wollte. Alle hörten sofort auf zu sprechen, mit Ausnahme des Dr. Livesee. Der sprach ruhig weiter, indem er zwischen jedem zweiten oder dritten Wort einen kurzen Zug aus seiner Pfeife tat. Eine Weile starrte der Käpt'n ihn an, schlug wieder mit der flachen Hand auf den Tisch, starrte ihn noch grimmiger an und schrie endlich mit einem gemeinen Fluch, »Stelle da unter Deck!« »Sagten Sie etwas zu mir, Herr?« sagte der Doktor. »Und als der Kerl mit einem neuen Fluch ihm sagte, das wäre allerdings der Fall,« antwortete der Arzt, »Ich habe Ihnen nur eins zu sagen, Herr, wenn Sie mit dem Rumtrinken so weitermachen, wird die Welt bald von einem sehr dreckigen Schuft befreit sein.« Die Wut des alten Burschen war schrecklich anzusehen. Er sprang auf, zog ein Matrosenklappmesser, öffnete es, schwang es auf der offenen Handfläche und drohte dem Doktor, »Er werde ihn an die Wand spießen!« Der aber rührte sich nicht einmal. Er sprach wie bisher über die Schulter weg zum Käpt'n und sagte mit der gleichen ruhigen Stimme, ziemlich laut, so daß alle im Zimmer ihn hören konnten, aber ganz gelassen, »Wenn Ihr nicht augenblicklich das Messer in die Tasche steckt, so gebe ich Euch mein Wort darauf. Nach der nächsten Gerichtssitzung hängt Ihr am Galgen.« Dann kreuzten ihre Blicke sich. Aber der Käpt'n gab bald klein bei, steckte seine Waffe ein und setzte sich wieder hin, wobei er wie ein geprügelter Hund knurrte. »Und nun noch eins, mein Mann«, fuhr der Doktor fort, »da ich jetzt weiß, dass solch ein Bursche in meinem Bezirk ist, so könnt Ihr Euch darauf verlassen, daß ich Tag und Nacht ein Auge auf Euch haben werde. Ich bin nicht nur Arzt, ich bin auch Beamter, und wenn ich auch nur die leiseste Beschwerde über Euch höre, wär's auch bloß wegen einer Unhöflichkeit wie heute Abend, so werde ich dafür zu sorgen wissen, daß man Euch an dem Kragen nimmt und abschiebt. Und damit genug.« Bald darauf wurde Dr. Liveseys Pferd gebracht, und er ritt ab. Der Käpt'n aber war an diesem Abend still und tat noch viele Abende hinterher den Mund nicht auf. Zweites Kapitel Der schwarze Hund erscheint und verschwindet wieder Nicht lange Zeit nach diesem Auftritt trat das erste von den geheimnisvollen Ereignissen ein, die uns schließlich den Käpt'n vom Halse schafften, wenn auch nicht seine Angelegenheiten, wie der Leser sehen wird. Es war ein bitterkalter Winter, mit lang andauernden harten Frösten und schweren Stürmen, und es war von Anfang an klar, daß mein armer Vater wenig Aussicht hatte, den Frühling noch zu erleben. Er wurde mit jedem Tag schwächer, und meine Mutter und ich hatten den ganzen Betrieb der Wirtschaft zu besorgen. So hatten wir immer viel zu tun und konnten uns um unseren unangenehmen Gast wenig kümmern. Es war in einem Januarmorgen, zu sehr früher Stunde. Das Wetter war beißend kalt, die ganze Bucht war grau vom Raureif, die Sonne stand noch niedrig und berührte nur eben die Hükelspitzen und schien weit über das Meer hinaus. Der Käpt'n war früher als gewöhnlich aufgestanden und nach dem Strand hinuntergegangen. Sein Stutzzäbel schwang unter den breiten Schößen seines blauen Rockes hin und her. Sein Messingfernrohr hatte er unter die Achsel geklemmt, den Hut in den Nacken zurückgeschoben. Sein Atem hing wie ein Rauchstreifen hinter ihm, wie er so mit langen Schritten dahin ging, und der letzte Ton, den ich von ihm hörte, als er um den großen Felsen bog, war ein lautes, entrüstetes Schnauben, wie wenn er immer noch an den Dr. Livesee dächte. Mutter war oben bei Vater, und ich war dabei, den Frühstückstisch zu decken, damit er bei der Rückkehr alles fertig fände, da ging die Tür zur Schenkstube auf, und herein trat ein Mann, den ich nie in meinem Leben gesehen hatte. Er war ein Kerl mit blassem, käsigem Gesicht, an der linken Hand fehlten ihm zwei Finger, und obgleich er einen Stutzzäbel trug, sah er nicht gerade nach einem großen Fechter aus. Ich war immer auf dem Ausguck nach Seeleuten, einerlei, ob mit einem Bein oder mit Zweien, und ich erinnere mich noch heute, dass der Mann mir sofort verdächtig vorkam. Er sah nicht schiffermäßig aus, und trotzdem hatte er etwas von der See an sich. Ich fragte ihn, was er wünschte, und er sagte, er wolle ein Glas Rum nehmen. Als ich aber hinausgehen wollte, um das Getränk zu holen, setzte er sich auf einen Tisch und winkte mir, ich möchte näher kommen. Ich blieb aber mit meinem Wischtuch in der Hand stehen, wo ich war. Da sagte er, »Komm doch her, Jüngchen, komm doch mal näher!« Ich trat einen Schritt näher an ihn heran. »Ist der Tisch hier für meinen Mart Bill gedeckt?«, fragte er und sah mich dabei lauernd an. Ich sagte ihm, »Seinen Mart Bill kenne ich nicht, und der Tisch sei für jemand gedeckt, der in unserem Hause wohne und den wir den Käpt'n nannten.« »Na«, sagte er, »mein Mart Bill wird sich wohl Käpt'n nennen lassen. Das sollte mich gar nicht wundern. Er hat einen Schmiss auf der einen Backe, und ein mächtig netter Kerl ist der, mein Mart Bill, besonders beim Trinken. Wir wollen mal annehmen, euer Käpt'n hat einen Schmiss auf der Backe, und was meinst du, wir wollen mal annehmen, er hat ihn auf der rechten Backe? »Aha! Siehst du, ich sagte es dir ja. Na, ist also mein Mart Bill hier im Hause?« Ich sagte ihm, er sei ausgegangen. »Wohin denn, Junkchen? Welchen Weg ist er gegangen?« Ich zeigte ihm den Felsen und sagte ihm, dass der Käpt'n jedenfalls bald nach Hause kommen werde, und beantwortete ihm noch ein paar andere Fragen. Schließlich sagte er, »Na, dann wird mein Mart Bill sich freuen wie über ein Glas rum.« Der Gesichtsausdruck, mit dem er diese Worte sprach, war durchaus nicht angenehm, und ich hatte meine besonderen Gründe anzunehmen, dass der Fremde sich irrte, selbst wenn seine Worte aufrichtig gemeint wären, aber ich dachte, das ging mich ja nichts an, außerdem war es schwierig zu entscheiden, was da zu tun sei. Der Fremde hielt sich fortwährend dicht bei der Haustür auf und guckte alle Augenblicke um die Ecke, wie eine Katze, die auf einem Haus lauert. Einmal ging ich selber auf die Straße hinaus, aber er rief mich sofort zurück, und als ich nicht schnell genug folgte, verzerrte sich sein käsiges Gesicht auf eine ganz fürchterliche Weise, und mit einem Fluch, der mir Angst machte, befahl er mir, sofort ins Haus zu gehen. Als ich aber wieder drinnen war, benahm er sich wie vorher, halb spöttisch, halb schmeichlerisch, klopfte mir auf die Schulter und sagte, »Ich sei ein guter Junge, und er möchte mich riesig gerne leiden.« »Ich habe selber einen Jungen«, sagte er, »der sieht dir so ähnlich wie ein Ei dem anderen und ist so recht mein Stolz. Aber die Hauptsache für Jungs ist Gehorchen, Gehorsam, Jungchen. Na, wenn du mit Bill zusammen auf See gewesen wärst, dann hättest du nicht hier gestanden und dir was zweimal sagen lassen, glaub mir das. Das gab's bei Bill nicht, und das gibt's auch bei denen nicht, die mit ihm gefahren sind, und sieh mal an, da kommt ja mein Mat Bill mit einem Fernrohr unterm Arm der gute alte Kerl. Da wollen wir beide mal in die Schenkstube gehen, Jungchen, und uns hinter die Tür stellen, und wollen Bill ein bisschen überraschen, die gute alte Seele.« Mit diesen Worten ging der Fremde mit mir in die Schenkstube zurück und ließ mich hinter ihm in die Ecke treten, so dass wir beide hinter der geöffneten Tür verborgen waren. Ich fühlte mich sehr unbehaglich und unruhig, wie man sich wohl denken kann, und meine Angst wurde dadurch noch größer, dass der Fremde offenbar selber Furcht hatte. Er machte den Griff seines Stutzsäbels frei und lockerte die Klinge in der Scheide, und während der ganzen Zeit, dass wir dastanden und warteten, schluckte er fortwährend, als ob er einen Kloß in der Kehle hätte, wie man zu sagen fliegt. Endlich trat der Käpt'n ein, schlug die Tür hinter sich zu, ohne nach rechts oder nach links zu sehen, und ging quer durch das Zimmer an den Tisch, auf dem das Frühstück für ihn bereitstand. »Bill«, sagte der Fremde mit einer Stimme, der ich deutlich anmerkte, dass er alle Kraft aufgeboten hatte, sie recht laut und kühn zu machen. Der Käpt'n drehte sich auf dem Absatz herum und sah uns an. Alle braune Farbe war aus seinem Antlitz gewichen, und sogar seine Nase war blau. Er sah aus wie ein Mensch, der einen Gespenst erblickt, oder den Teufel, oder sogar noch etwas Schlimmeres, wenn es das gibt, und auf mein Wort, es tat mir leid, wie ich ihn plötzlich so alt und krank aussehend fand. »Na du, Bill, du kennst mich doch, du kennst doch gewiss, einen alten Schiffsmaat, Bill«, sagte der Fremde. Der Käpt'n riß den Mund auf, wie wenn er nach Luft schnappen müsste, und rief, »Du schwarzer Hund, wer denn sonst?«, antwortete der andere, der sich offenbar etwas behaglicher zu fühlen begann. »Der schwarze Hund, immer noch der Alte, ist nun hier, um seinen alten Schiffskumpan Bill im Admiral Benbow zu besuchen, oh Bill, Bill. Wir haben was durchgemacht, wir zwei, seitdem ich die beiden Greifer verlor.« Dabei hält er die verstümmelte Hand in die Höhe. »Na, dann hör mal zu,« sagte der Käpt'n, »du hast mich gestellt, hier bin ich, also mal los, was willst du?« »Das seht ihr ähnlich, Bill«, antwortete der schwarze Hund, »bist immer noch der Alte, Billi. Hier mir ein Glas Rum geben lassen, von dem lieben Junkchen hier, der so nett ist, und dann wollen wir uns hinsetzen, wenn's dir recht ist, und wollen ein vernünftiges Wort miteinander schnacken, als richtige alte Schiffskameraden.« Als ich mit dem Rum wieder hereinkam, saßen sie schon an des Käpt'ns Frühstückstisch einander gegenüber, der schwarze Hund nach der Türe zu, und etwas seitlings auf seinem Stuhl, sodass er, wie mir vorkam, das eine Auge auf seinem alten Schiffskumpan und das andere auf seiner Rückzugslinie hatte. Er befahl mir, hinauszugehen und die Tür weit offen zu lassen. »Durch Schlüsselloch gucken gibt's bei mir nicht, Junkchen,« sagte er. Ich ließ die beiden miteinander sitzen und zog mich in den Zapfraum zurück. Obgleich ich mir natürlich alle Mühe gab, etwas zu hören, konnte ich lange Zeit weiter nichts hören, als ein leises Gemurmel. Schließlich aber begannen die Stimmen lauter zu werden, und ich konnte ab und zu ein paar Worte vom Käpt'n verstehen, meistens Flüche. »Nein, nein, 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 damit basta!«, sprie er einmal. Und ein anderes Mal. »Wenn's zum Baumeln kommt, sollen alle baumeln, das sag ich!« Dann aber gab es ganz plötzlich einen furchtbaren Ausbruch von Flüchen und anderen Geräuschen. Stühle und Tische fielen um. Es folgte ein Klirren von Stahl und dann ein Schmerzensschrei. Und im nächsten Augenblick sah ich den schwarzen Hund in voller Flucht und den Käpt'n scharf hinter ihm her, beide mit gezogenen Stutzsäbeln, dem schwarzen Hund aber strömte Blut von der linken Schulter herunter. Unmittelbar vor der Tür führte der Käpt'n noch einen letzten, furchtbaren Streich nach dem Fliehenden. Sicherlich hätte der Hieb ihm den Garaus gemacht, wenn er nicht von dem großen Gasthofsschild des Admiral Benbow aufgefangen worden wäre. Man kann die Spur noch bis auf den heutigen Tag an der unteren Leiste des Rahmens sehen. Mit diesem Hieb war das Gefecht aus. Kaum war der schwarze Hund auf der Straße, so entwickelte er trotz seiner Wunde eine ungeheure Geschwindigkeit und war in einer halben Minute jenseits der Höhe verschwunden. Der Käpt'n aber starrte wie geistesabwesend auf das Schild. Dann fuhr er sich ein paar Mal mit der Hand über die Augen und schließlich ging er in das Haus zurück und sagte zu mir, »Jim, rum!« Und als er diese Worte sprach, taumelte er hin und her und musste sich mit der einen Hand gegen die Wand stürzen. »Sinnen Sie verwundet?« schrie ich. »Rum!« sagte er noch einmal. »Ich muss fort von hier! Rum!« »Rum!« Ich lief schnell, welchen zu holen, aber ich war von all diesen Vorgängen ganz verstört und zerbrach ein Glas und konnte den Zapfen nicht richtig aufdrehen und während ich mir noch damit zu tun machte, hörte ich im Schenkzimmer einen schweren Fall. Und als ich hineinrannte, sah ich den Käpt'n, solange er war, auf dem Fußboden liegen. In demselben Augenblick kam meine Mutter, die das Geschrei und der Lärm des Kampfes aufgeschreckt hatten, die Treppe heruntergelaufen, um mir zu helfen. Mit vereinten Kräften hoben wir ihm den Kopf hoch. Er atmete sehr schwer und laut, aber seine Augen waren geschlossen und sein Gesicht war so blau-rot, dass es schrecklich anzusehen war. »Herrje, Herr Jemine!« schrie meine Mutter. »Was für eine Schande für unser Haus! Und auch dein armer Vater liegt krank zu Bett!« Wir hatten keine Ahnung, auf welche Weise wir dem Käpt'n helfen könnten. Wir dachten, er wäre in dem Gefecht mit dem Fremden tödlich verwundet worden. Ich brachte allerdings den Rum und versuchte ihm etwas davon einzuflößen, aber seine Zähne waren dicht geschlossen und seine Kinnbacken waren so hart wie Eisen. Wir fühlten uns ganz glücklich und erleichtert, als plötzlich die Tür aufging und Dr. Livesey eintrat, der seinen Besuch bei meinem Vater machen wollte. »Ach, Herr Doktor!« riefen wir. »Was sollen wir tun? Wo ist der verwundet?« »Verwundet?« »Papperlapapp«, sagte der Doktor. »Der ist nicht mehr verwundet als ihr oder ich. Der Mann hat einen Schlaganfall gehabt, wie ich es ihm vorher gesagt hatte. »Nun, Frau Hawkins, laufen Sie mal schnell nach oben zu Ihrem Mann, aber sagen Sie ihm, wenn irgend möglich, kein Wort von der Geschichte. Ich muss ja leider mein Bestes tun, dieses Kerls in jeder Beziehung wertloses Leben zu retten, und Jim wird so gut sein, mir eine Schüssel zu holen.« Als ich mit der Schüssel zurückkam, hatte der Doktor schon dem Käpt'n den Ärmel hochgestreift und seinen dicken, muskelkräftigen Arm entblößt, der an mehreren Stellen tätowiert war. »Gut Glück! Schöner Wind! Billy Bones, sein Liebchen!« Diese Inschriften waren sauber und deutlich auf dem Unterarm angebracht. Auf dem Oberarm aber in der Nähe der Schulter war ein Bild von einem Galgen, an dem ein Mensch hing, sehr hübsch und witzig ausgeführt, wie mir dünkte. »Prophetisch«, sagte der Doktor und tippte auf das Bild. »Und nun, Meister Billy Bones, wenn das euer Name ist, wollen wir uns mal die Farbe eures Blutes ansehen.« »Jim«, sagte er, »hast du Angst vor Blut?« »Nein, Herr Doktor?« »Na dann, halt mal die Schüssel.« Und mit diesen Worten nahm der Doktor seine Lanzette und öffnete eine Ader. Eine große Menge Blut wurde abgezapft, bevor der Käpt'n die Augen aufschlug und mit einem blöden Blick um sich sah. Zuerst erkannte er den Doktor und runzelte die Stirn. Dann fiel sein Blick auf mich, und er sah erleichtert aus. Plötzlich aber wechselte er die Farbe, versuchte sich aufzurichten und rief, »Wo ist der schwarze Hund?« »Hier ist kein schwarzer Hund«, sagte der Doktor, »außerdem, der euch im Nacken sitzt. Ihr habt zu viel rumgetrunken. Jetzt habt ihr einen Schlaganfall gehabt, genau wie ich es euch vorausgesagt habe. Ich habe euch aber, sehr gegen meinen eigenen Willen, noch einmal mit dem Kopfe voran aus dem Grabe herausgezogen. Nun, Herr Bones, so heiß ich nicht«, unterbrach der Käpt'n den Doktor, »ist mir wurscht«, antwortete der. »Ein alter Seeräuber, den ich kenne, heißt so, und ich nenne euch so der Kürze wegen, und was ich euch zu sagen habe, ist dies. Ein Glas Rum wird euch nicht umschmeißen. Aber wenn ihr eins trinkt, so werdet ihr noch eins nehmen, und wieder eins. Und ich setze meine Perücke zum Pfande. Wenn ihr das Rumtrinken nicht ganz und gar aufgebt, so sterbt ihr, versteht ihr das? Sterbt und geht dahin, wo ihr hingehört, wie der Mann in der Bibel. Nun, versucht mal aufzustehen. Ich will euch zu Bett bringen.« Mit großer Mühe gelang es uns beiden, dem Doktor und mir, den Käpt'n die Treppe hinaufzubringen und ihn auf sein Bett zu legen, wo ihm sofort der Kopf auf das Kissen sank, als ob er beinahe ohnmächtig wäre. »Also denkt daran«, sagte der Doktor, »ich wasche meine Hände in Unschuld. Das Wort Rum bedeutet für euch Tod.« Und damit ging er hinaus, um nach meinem Vater zu sehen. Er fasste mich am Arm und nahm mich mit hinaus. Und sobald er die Tür geschlossen hatte, sagte er zu mir, »das hat nichts zu bedeuten. Ich habe ihm genug Blut abgezapft, um ihn für eine Weile ruhig zu halten. Er sollte eine Woche im Bett liegen bleiben. Das ist das Beste für ihn und für euch. Aber wenn er noch einen Schlaganfall kriegt, so ist's aus mit ihm.« Drittes Kapitel Der schwarze Fleck So gegen die Mittagsstunde stand ich vor des Käpt'ns Türe mit einigen kühlenden Getränken und Medizinflaschen. Er lag noch so ziemlich in derselben Stellung, in der wir ihn verlassen hatten, nur hatte er sich etwas höher hinaufgeschoben. Er schien schwach, zugleich aber auch aufgeregt zu sein. »Jim«, sagte er zu mir, »du bist hier im Hause, der Einzige, der was taugt, und du weißt, ich bin immer gut zu dir gewesen. Kein Monat ist vergangen, ohne dass ich dir ein silbernes Vierpenny-Stück gegeben habe. Und nun, sieh mal, Mart, mir geht es verdammt schlecht, und ich bin von allen verlassen, und Jim, du wirst mir ein einziges Nöselchen rumbringen, nicht wahr? Das tust du doch, mein Junge.« »Der Doktor«, fing ich an, aber da fluchte er auf den Doktor, mit schwacher Stimme, aber es kam ihm vom Herzen. »Doktors sind alle Schwätzer! «, sagte er. »Und der Doktor da, boah! Was versteht der? Von See befahrenen Menschen! Ich bin an Stellen gewesen, da war es so heiß wie in der Hölle, und die Kameraden fielen rund um mich herum, wie die Fliegen vom gelben Hans. Und das Land da schwankte von Erdbeben, wie Meereswogen. Was weiß so ein Doktor von solchen Ländern? Und ich blieb am Leben, sag ich dir, und das machte der Rum. Der war für mich Essen und Trinken, und wir waren wie Mann und Frau. Und wenn ich nicht meinen Rum haben soll, dann bin ich ein armseliges, altes Wrack an einer Leeküste, und mein Blut kommt über dich, Jim, und über den Schwätzer da, den Doktor!« Jetzt kam wieder eine Reihe von Flüchen, und dann fing er noch einmal anzubetteln. »Sieh doch mal, Jim, wie mir die Finger zittern. Ich kann sie nicht stillhalten, kann es einfach nicht. Habe an diesem lieben Tag noch keinen Tropf gehabt. Der Doktor, da ist ein Schafskopf, sag ich dir. Wenn ich nicht einen Schluck rumkriege, dann kriege ich das graue Elend, habe es schon ein paar Mal gehabt. Ich sah den alten Flint in der Ecke da. Da hinter dir sah ich ihn klar und deutlich. Und wenn ich das graue Elend kriege, dann habe ich ein hartes Leben gehabt, und mir wird schlecht bei dem Gedanken. Der Doktor sagte mir ja selber, »Mein einziges Glas würde mir nicht schaden. Ich will dir eine goldene Guinea für ein Nöselchen geben.« Er wurde immer aufgeregter, und das machte mich unruhig meines Vaters wegen, mit dem es an diesem Tage sehr schlecht stand, und der Ruhe nötig hatte. Außerdem hatte ja der Doktor wirklich die Worte gesagt, die der Käpt'n mir anführte. Der Bestechungsversuch ärgerte mich allerdings. Aber ich sagte, »Ich brauche hier Geld nicht, bezahlen Sie nur, was Sie meinem Vater schuldig sind. Ich will Ihnen ein Glas holen, aber nicht mehr.« Als ich ihm das Glas rumbrachte, griff er gierig danach und trank es aus. Dann sagte er, »Ah, das tut wohl. Mir ist ganz gewiss schon etwas besser. Und dann hör mal, mein Jungkind, sagte der Doktor, wie lange ich hier in dieser alten Klappe liegen müsste?« »Wenigstens eine Woche.« »Alle Donner!« schrie der Käpt'n. Eine Woche! Das geht nicht. Inzwischen würden Sie mir den schwarzen Fleck bringen. Die Schweinehunde sind schon dabei, mir den Wind abzufangen, die Schweinehunde, die nicht sparsam umgehen können mit dem, was sie kriegten und jetzt klauen wollen, was einem anderen gehört. Benimmt ein ordentlicher Seemann sich so? Das möchte ich mal hören. Ich bin ein sparsamer Mensch. Ich habe niemals gutes Geld vergeudet, was ich mir verdient hatte. Ich habe auch noch nie welches verloren, und ich will auch jetzt wieder dafür sorgen, dass Sie sich den Mund wischen können. Vor denen habe ich keine Angst. Ich werde noch ein Segel aufsetzen, mein Jungkind, und Sie können mir nachflöten.« Während er diese Reden hielt, war er mit großer Mühe von seinem Bett aufgestanden. Er hielt sich mit einem Griff, das ich beinahe laut herausgeschrien hätte, an meiner Schulter fest, und ich merkte, dass seine Beine so schwer wie Blei sein mussten, denn er konnte sie kaum bewegen. Seine Worte an sich waren zwar sehr mutig, aber die schwache Stimme, in der er sie aussprach, bildete einen traurigen Gegensatz dazu. Als es ihm gelungen war, sich auf den Bettrand zu setzen, schwieg er einen Augenblick. Dann flüsterte er. »Der Doktor hat mich alle gemacht. Saust mir in den Ohren. Legt mich auf den Rücken.« Ich konnte ihm nicht viel helfen, denn ehe ich noch zugriff, war er schon wieder in seine frühere Lage zurückgesunken. Eine Weile lag er still da. Endlich sagte er, »Jim, du saßt heute den Seemann?« »Den schwarzen Hund?« »Ja, den schwarzen Hund. Der ist ein schlechter Kerl, aber die, die ihn angestiftet haben, sind noch schlimmer als er. Nun, wenn ich nicht auf irgendeine Weise von hier wegkommen kann, und wenn sie mir den schwarzen Fleck in die Hand drücken, dann merke dir, was ich dir jetzt sage. Sie sind hinter meiner alten Schifferkiste her. Nun nimmst du dir ein Pferd. Du kannst doch reiten, nicht wahr? Na also, du setzt dich auf ein Pferd und reitest zu, na, in Gottes Namen, zu dem ewigen Schwätzer, dem Doktor, und sagst ihm, er solle alle Mann auf Deck pfeifen, Behörden und solches Zeug, und soll sich längsseits vom Admiral Benbow legen, und er werde des alten Flint ganze Mannschaft fangen, groß und klein, alles, was noch davon übrig ist. Ich war erster Steuermann, ja, das war ich, dem alten Flint sein erster Steuermann, und ich bin der Einzige, der die Stelle kennt. Er gab es mir in Savanna, als er im Sterben lag, gerade wie ich jetzt, wie du siehst, aber du musst das nicht melden, bevor sie mir den schwarzen Fleck in die Hand geben, oder bevor du den schwarzen Hund wieder siehst, oder einen einbeinigen Seemann, Jim, diesen von allen. Aber was ist der schwarze Fleck, Käpt'n? sagte ich. Das ist deine Aufforderung, Maat. Ich will dir's erklären, wenn sie damit kommen, aber die Hauptsache ist, dass du dein Wetterauge offen hältst, Jim, und verhast dich darauf. Ich will mit dir teilen, Jim, halb und halb. Auf meine Ehre. Er fantasierte noch eine kleine Weile, und seine Stimme wurde immer schwächer. Dann gab ich ihm seine Medizin. Er schluckte sie hinunter, wie ein Kind, und bemerkte dazu, wenn jemals ein Seemann Medizin nötig hatte, dann bin ich das. Schließlich verfiel er in einen schweren, ohnmachtähnlichen Schlaf, und ich ließ ihn allein. Was ich getan haben würde, wenn alles gut gegangen wäre, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich würde ich die ganze Geschichte dem Doktor erzählt haben, denn ich hatte eine Todesangst. Es könnte dem Käpt'n leid tun, mir seine vertraulichen Eröffnungen gemacht zu haben, und er würde mich totschlagen. Es kam aber so, dass mein armer Vater an diesem selben Abend ganz plötzlich starb. Und da hatte ich keine Gedanken für etwas anderes. Unsere natürliche Trauer, die Beileidsbesuche der Nachbarn, die Anordnungen für das Begräbnis und dabei die ganze Arbeit in der Wirtschaft, die nebenbei versorgt werden musste, dies alles gab mir so viel zu tun, dass ich kaum Zeit hatte, an den Käpt'n zu denken, geschweige denn Angst vor ihm zu haben. Am nächsten Morgen kam er die Treppen herunter und nahm seine Mahlzeiten wie gewöhnlich ein. Er aß allerdings wenig, und ich fürchtete, er trank noch mehr rum als für gewöhnlich. Denn er ging dann einfach selber in den Zapfraum und bediente sich da und knurrte dabei und blies durch die Nase, und keiner von uns wagte ihm, den Weg zu kommen. Am Abend vor dem Begräbnis war er wie gewöhnlich betrunken, und es war fürchterlich, ihn in unserem Trauerhause sein scheußliches, altes Schifferlied brüllen zu hören. Aber so schwach er auch war, wir hatten alle eine Todesangst vor ihm. Und der Doktor war bei einem Schwerkranken, der viele Meilen entfernt wohnte und zu dem man ihn plötzlich gerufen hatte. Deshalb kam er nach meines Vaters Tod nicht ins Haus. Wie ich bereits sagte, war der Käpt'n schwach, ja, er schien sogar immer schwächer zu werden, statt wieder zu Kräften zu kommen. Er kletterte die Treppe hinauf und wieder herunter und ging aus der Schenkstube in den Zapfraum und wieder zurück, und manchmal steckte er seine Nase aus der Türe und schnüffelte in die Seeluft hinein, und dabei hielt er sich an den Wänden fest, um sich zu stützen, und keuchte laut und schnell, wie wenn er einen steilen Berg hinabginge. Niemals redete er mich an, und ich bin der Meinung, er hatte seine Mitteilungen so gut wie vergessen. Aber er brauste noch leichter auf als gewöhnlich und war in Anbetracht seiner körperlichen Schwäche heftiger denn je. Er hatte eine beunruhigende Manier, wenn er betrunken war, seinen kurzen Säbel zu ziehen und die blanke Waffe vor sich auf den Tisch zu legen. Trotz alledem aber kümmerte er sich weniger als sonst um die Leute und war allem Anschein nach mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt. Einmal stimmte er zu unserer großen Überraschung eine ganz, ganz neue Melodie an, ein altmodisches Liebeslied, das er wahrscheinlich in seinen Jugendjahren gekannt hatte, bevor er zur See gegangen war. So gingen die Dinge ihren Gang, aber am Tage nach dem Begräbnis gegen drei Uhr an einem bitterkalten, nebligen Nachmittag stand ich einen Augenblick vor der Tür, voll von traurigen Gedanken an meinen Vater. Da sah ich einen Mann langsam auf der Straße näher kommen. Er war offenbar blind, denn er tastete mit einem Stock vor sich her und trug einen breiten, grünen Schirm über Augen und Nase. Sein Rücken war gekrümmt, entweder vom Alter oder von Schwäche, und er trug einen großen, alten, zerlumpten Schiffermantel mit einer Kapuze. Nie in meinem Leben hatte ich eine so fürchterlich aussehende Gestalt erblickt. Dicht vor unserem Gasthof blieb er stehen und sagte in einem eigentümlich singenden Ton, wie wenn er in die Luft hinein spräche, »Will ein freundlicher Mensch so gut sein, einem armen, blinden Bescheid zu sagen? der das kostbare Augenlicht in tapferer Verteidigung seines Vaterlandes England verloren hat. Gott schütze König Georg!« Und würde er ihm Bescheid sagen, in welcher Gegend des Landes er wohl in diesem Augenblick sein mag? »Ihr seid beim Admiral Benbow an der Blackhill-Bucht, mein guter Mann«, sagte ich. »Ich höre eine Stimme«, sagte der Blinde. »Eine junge Stimme? Wollt ihr mir eure Hand geben, mein gütiger junger Freund, und mich hineinführen?« Ich streckte meine Hand aus, und dieses gräuliche, blinde Geschöpf mit der sanften Stimme packte sie und hielt sie wie in einem Schraubstock. Ich bekam einen solchen Schreck, dass ich meine Hand losreißen wollte, aber der Blinde zog mich mit einer einzigen Armbewegung dicht an sich heran und sagte, »Nun, mein Junge, bring mich zum Käpt'n!« »Herr«, rief ich, »auf mein Wort, das wage ich nicht!« »Oh«, sagte er spöttisch, »wenn's weiter nichts ist, führ mich sofort hinein, sonst brech ich dir deinen Arm!« Und bei diesen Worten gab er mir einen Druck, als ich laut aufschrie. »Herr, ich wage es um euretwillen nicht, der Käpt'n ist nicht mehr, wie er früher war, er sitzt mit gezogenem Säbel an seinem Tisch, ein anderer Herr, ach was Marsch!« unterbrach er mich. Ich hatte niemals eine so grausame, kalte, unangenehme Stimme gehört, wie die dieses Blinden. Sie machte mir noch mehr Angst, als der Schmerz von seinem Handdruck. Darum gehorchte ich ihm sofort und ging mit ihm in die Tür hinein und nach der Schenkstube, wo unser alter Freibeuter saß, der vom Rumhalb benebelt war. Der Blinde hielt sich dicht an mich, ohne seine eiserne Faust von mir abzulassen und sagte, »Führe mich dicht an ihn heran! Und wenn ich gerade vor ihm stehe, dann sage, hier ist dein Freund von euch! Wenn du das nicht tust, dann tue ich was anderes!« Und damit gab er mir wieder einen Druck, dass ich dachte, ich würde ohnmächtig. Ich hatte eine so fürchterliche Angst vor dem blinden Bettler, dass ich an meine Angst vor dem Käpt'n gar nicht dachte und als ich die Tür zur Schenkstube aufmachte, rief ich mit zitternder Stimme die Worte, die der Blinde mir befohlen hatte. Der arme Käpt'n blickte auf und auf den ersten Blick verschwand der Rumdunst aus seinem Kopf und er war vollständig nüchtern. In seinem Gesichtsausdruck lag nicht so sehr Furcht als tödliche Krankheit. Er machte eine Bewegung, wie wenn er aufstehen wollte, aber ich glaube, er hatte nicht mehr die Kraft genug in seinem Leibe. »Ach, Will, bleib ruhig sitzen!« sagte der Bettler. »Wenn ich auch nicht sehen kann, so kann ich dafür hören, wenn einer einen Finger rührt. Geschäft ist Geschäft! Strecke deine linke Hand aus, Junge, nimm seine linke Hand am Gelenk und bring sie an meine Rechte heran!« Wir gehorchten ihm beide auf den Buchstaben und ich sah, wie er mit der Hand, die den Stock hielt, etwas in des Käpt'ns Hand legte, die sich sofort schloss. »Ah! Das ist also abgemacht!« sagte der Blinde, und mit diesen Worten ließ er mich plötzlich los und lief mit unglaublicher Sicherheit aus der Schenkstube heraus und auf die Straße. Ich stand regungslos da und hörte, wie das Auftappen seines Stockes sich allmählich in der Ferne verlor. Es dauerte eine ziemliche Zeit, bis der Käpt'n und ich wieder zur Besinnung kamen, schließlich ließ ich sein Handgelenk los, das ich immer noch gehalten hatte, und er öffnete seine Faust beinahe in demselben Augenblick und warf einen scharfen Blick in die hohle Hand und rief. »Um zehn! Noch sechs Stunden! Dann wollen wir sie noch anführen!« Er sprang auf, aber in demselben Augenblick taumelte er, fuhr mit der Hand an seine Kehle, schwankte einen Augenblick hin und her und fiel dann, indem er einen solchen sonderbaren Ton ausstieß, seiner ganzen Länge nach auf den Fußboden. Ich lief sofort zu ihm und rief nach meiner Mutter, aber unsere Eile hatte kein Zweck mehr. Der Käpt'n hatte einen neuen Schlaganfall bekommen und war tot. Es ist merkwürdig. Ich hatte gewiss diesen Mann niemals geliebt, wenn er auch in der letzten Zeit mir Leid getan hatte, aber sobald ich sah, dass er tot war, brach ich in eine Flut von Tränen aus. Dies war der zweite Todesfall, den ich erlebte, und der Kummer um den ersten war noch frisch in meinem Herzen. Viertes Kapitel Die Schifferkiste Natürlich erzählte ich meiner Mutter sofort alles, was ich wusste und was ich ihr vielleicht schon längst hätte erzählen sollen. Wir erkannten sogleich, dass wir uns in einer schwierigen und gefährlichen Lage befanden. Ein Teil von dem Gelde des Käpt'ns, wenn er überhaupt welches hatte, gehörte ohne Zweifel uns, aber es war nicht wahrscheinlich, dass unseres Käpt'ns Schiffskumpane, von denen ich zwei Musterexemplare gesehen hatte, den schwarzen Hund und den blinden Bettler geneigt sein würden, ihre Beute herauszugeben, um damit die Schulden des Toten zu bezahlen. Wenn ich den Befehl des Käpt'ns befolgt hätte, mich sofort auf ein Pferd gesetzt und Dr. Livse geholt hätte, so wäre meine Mutter allein und ohne Schutz geblieben. Daran war natürlich nichts zu denken. Ebenso unmöglich erschien es uns beiden, noch viel länger im Hause zu bleiben. Wir erschraken, wenn nur eine Kohle in der Küche raschelte, ja sogar vor dem Ticken der Wanduhr. Unsere Ohren glaubten in der Nachbarschaft Schritte zu hören, die sich unserem Haus näherten. Auf dem Fußboden der Schenkstube lag der Leichnam des Käpt'ns und um ihn schwebte gewissermaßen die Gestalt des abscheulichen blinden Bettlers, der jeden Augenblick zurückkehren konnte. Fortwährend sträubten sich die Haare auf meinem Kopfe, und ich bekam eine Gänsehaut, wie man zu sagen fliegt. Jedenfalls mussten wir schnell zu irgendeinem Entschluss kommen und am Ende hielten wir es für das Beste, beide miteinander das Haus zu verlassen und in dem nahen Dorfe Hilfe zu suchen. Gesagt, getan, mit bloßen Köpfen liefen wir sofort in die Dämmerung hinaus und in den kalten Nebel hinein. Das Dörfchen lag nur wenige hundert Schritte von unserem Hause entfernt, obwohl man es vom Admiral Benbow aus nicht sehen konnte, denn es lag am anderen Ufer der nächsten Bucht. Besonders ermutigte mich der Gedanke, dass das Dorf in entgegengesetzter Richtung zu der lag, aus welcher der Blinde gekommen und wohin er vermutlich zurückgekehrt war. Wir waren nur wenige Minuten auf der Straße, obgleich wir einige Male stehen blieben, um eng aneinandergeschmickt zu lauschen, aber es war nichts Ungewöhnliches zu hören, nichts als das leise Plätschern der Wellen und das Krächzen der Krähen im Walde. Die Lichter waren schon angezündet, als wir das Dorf erreichten, und ich werde niemals vergessen, wie froh es mich machte, den gelben Schein in Türen und Fenstern zu sehen. Leider stellte sich heraus, dass wir dort nicht viel mehr Hilfe bekommen konnten. Man sollte meinen, die Leute hätten sich vor sich selber schämen müssen, aber es ist Tatsache. Keine Seele wollte mit uns nach dem Admiral Benbow zurückgehen. Je mehr wir von unseren Sorgen sprachen, desto fester klammerten sie sich an das Obdach ihrer Häuser, Männer sowohl wie Frauen und Kinder. Der Name des Käptens Flint, den ich früher niemals gehört hatte, war vielen von den Leuten gut genug bekannt und jagte ihnen große Furcht ein. Einige von den Männern, die jenseits unseres Hauses auf den Feldern gearbeitet hatten, erinnerten sich außerdem, verschiedene Fremde auf der Landstraße gesehen zu haben. Sie hatten sie für Schmuggler gehalten und waren deshalb aus Vorsicht nach Hause gegangen. Einer von ihnen hatte sogar einen kleinen Küstenschoner in der Bucht Kitzhole gesehen. Der bloße Gedanke, dass Kumpane von Käpten Flint in der Nähe waren, genügte, sie auf den Tod zu erschrecken. Kurz und gut, es waren zwar mehrere gern bereit, zum Dr. Livsey zu reiten, dessen Haus in einer anderen Richtung lag, aber keiner wollte uns helfen, unser Haus zu verteidigen. Man sagt, Feigheit sei ansteckend, andererseits ist es aber auch wahr, dass Zureden manchmal hilft. Darum hielt meine Mutter eine Ansprache an sie, als jeder sein Sprüchlein gesagt hatte. Sie erklärte, sie wolle kein Geld verlieren, da es ihrem vaterlosen Knaben gehöre. »Wenn keiner von euch den Mut hat,« sagte sie, »so haben Jim und ich ihn, wir gehen wieder dahin, von wo wir gekommen sind, und mögt ihr großen, waschlappigen, ängstlichen Männer euch schämen. Die Kiste wollen wir öffnen, und wenn es uns das Leben kosten sollte, und wenn ihr so gut sein wollt, Frau Crossley, so gebt mir euren Sack da, damit ich unser Geld hineintun kann, das uns von Rechts wegen gehört.« »Natürlich«, sagte ich, »ich wolle mit meiner Mutter gehen, und natürlich erhoben sie alle ein lautes Geschrei über unsere Tollkühnheit,« »aber das Ende vom Liede war, dass trotz alledem kein Mann uns begleiten wollte. Es war nichts weiter zu erreichen, als dass sie mir eine geladene Pistole gaben für den Fall, dass wir angegriffen würden, und dass sie uns versprachen, es sollten gesattelte Pferde bereitgehalten werden für den Fall, dass wir auf unserem Rückweg verfolgt würden. Außerdem sollte ein junger Bursche sofort zum Doktor reiten, um bewaffnete Hilfe herbeizuholen.« Mir klopfte das Herz, als wir beiden in der kalten Nacht auf dieses gefährliche Abenteuer auszogen. Der Vollmond ging eben auf und schien rötlich durch den oberen Rand des Nebels. Dies veranlasste uns zu besonderer Eile, denn es war klar, dass es taghell sein würde, bevor wir wieder zu Hause wären, so dass man uns sehen musste, wenn Beobachter aufgestellt waren, wie wir es von den Seeräubern wohl annehmen konnten. Wir schlichen uns geräuschlos und schnell an den Hecken entlang, doch sahen oder hörten wir nichts, was unsere Ängste vermehrte, bis, zu unserer großen Erleichterung, die Tür des Admiral Benbow sich hinter uns geschlossen hatte. Ich schob sofort den Riegel vor und wir standen keuchend, einen Augenblick im Dunkeln, ganz allein, im Hause mit der Leiche des Käptens. Dann holte meine Mutter eine Kerze aus dem Zapfraum und Hand in Hand gingen wir in die Schenkstube. Der Käpten lag so, wie wir ihn verlassen hatten, auf dem Rücken, die Augen weit offen, den einen Arm ausgestreckt. »Zieh den Fenstervorhang herunter, Jim!« flüsterte meine Mutter. »Sie könnten kommen und uns von draußen beobachten.« Als ich dies getan hatte, fuhr sie fort. »Und nun müssen wir den Schlüssel kriegen von dem da und wer ihn anrühren soll, das möchte ich wohl wissen.« Und sie stieß eine Art von Seufzer aus, als sie diese Worte sagte. Ich ließ mich sofort auf die Knie nieder. Auf dem Fußboden dicht neben der Hand des Käptens lag ein kleines, rundes Stück Papier, das auf der einen Seite geschwärzt war. Ich konnte nicht daran zweifeln, dass dies der schwarze Fleck sei, und als ich es ansah, stand auf der anderen Seite in sehr guter, deutlicher Handschrift die kurze Botschaft schwarzen. Du hast Zeit bis heute Abend zehn Uhr. Er hatte Zeit bis zehn, Mutter, sagte ich, und gerade in diesem Augenblick begann unsere alte Uhr zu schlagen. Das plötzliche Geräusch jagte uns einen furchtbaren Schrecken ein, aber es war eine gute Neuigkeit. Es war erst sechs Uhr. Nun, Jim, sagte meine Mutter, den Schlüssel. Ich suchte in allen seinen Taschen, ein paar kleine Münzen, einen Fingerhut, etwas Nähfaden, ein paar große Nadeln, ein Stück Kautabak, der an dem einen Ende abgebissen war, sein Schiffermesser mit dem gekrümmten Heft, ein Taschenkompass und eine Zunderdose. Das war alles, was sie enthielten, und ich begann, den Mut zu verlieren. »Vielleicht trägt, trägt den um den Hals,« sagte meine Mutter. Ich überwand meinen starken Widerwillen, öffnete sein Hemd am Halse und, richtig, an einem geteerten Bindfaden, den ich mit seinem eigenen Messer durchschnitt, fand wir den Schlüssel. Dieser glückliche Fund erfüllte uns mit Hoffnung, und wir liefen sofort, ohne eine Sekunde zu verlieren, nach der kleinen Stube hinauf, in der er so lange geschlafen hatte und wo seit dem Tage seiner Ankunft seine Kiste an der Wand gestanden hatte. Sie sah von außen genau wie jede andere Seemannskiste aus. Auf dem Deckel war mit einem glühenden Eisen der Buchstabe B eingebrannt, die Ecken waren etwas zerstoßen, wie wenn sie lange Dienste getan hätte und viel herumgeworfen worden wäre. »Gib mir den Schlüssel,« sagte meine Mutter. Das Schloss ging etwas schwer, aber im Nu hatte sie den Schlüssel umgedreht und den Deckel zurückgeschlagen. Ein starker Geruch von Tabak und Teer schlug uns entgegen, aber obenauf war nichts zu sehen als ein sehr guter Tuchanzug, der sauber gebürstet und sorgfältig zusammengelegt war. Die Kleider waren niemals getragen worden, wie meine Mutter mir sagte. Darunter aber lag ein Haufen von Gerümpel, ein Quadrant, ein Zinnkännchen, mehrere Stücke Tabak, zwei Paar sehr schöne Pistolen, ein Silberbarren, eine spanische Taschenuhr und einige andere Schmucksachen von geringem Wert und meistens von ausländischer Herkunft, ein paar Kompasse in Messinggehäusen und fünf oder sechs seltene westindische Muscheln. Ich habe später oft darüber nachgedacht, warum er wohl diese Muscheln in seinem Verbrecherleben überall mit sich herumgesteppt hätte. Wir hatten nichts von irgendwelchem Wert gefunden, außer dem Silber und den Schmucksachen und diese konnten uns alle nichts nützen. Unterhalb dieses Gerümpels lag ein alter Schiffermantel, der in mancher Sturmnacht von See salzweiß geworden war. Meine Mutter riß ihn ungeduldig heraus und da lag vor uns ein Bündel, das in Wachstuch eingewickelt war und dem Anschein nach Papier enthielt und daneben ein Leinenbeutel, der wie von Goldstücken klirrte, als meine Mutter ihn aufhob. Ich werde diesen Schurken zeigen, dass ich eine ehrliche Frau bin, sagte sie, ich nehme, was mir zukommt und nicht einen heller Meer, halte Frau Crossley's Beutel. Sie begann den Betrag der Rechnung des Käptens aus seinem Beutel in den hinein zu zählen, den ich hielt. Es war ein langwieriges schwieriges Geschäft, denn es waren Münzen von allen Größen und aus allen möglichen Ländern, Dublonen und Loussdors und Guini und Piaster und ich weiß nicht, was sonst noch, und sie lagen alle bunt durcheinander. Außerdem kamen Guini am seltensten vor, und nur mit diesen konnte meine Mutter ihre Rechnung machen. Als wir mit unserem Geschäft halbfertig waren, legte ich plötzlich meine Hand auf ihren Arm, denn ich hatte in der stillen, kalten Winterluft einen Ton gehört, bei dem mir das Herz in die Kehle kam, das Tapp-Tapp von dem Stock des Blinden auf der gefrorenen Landstraße. Es kam näher und immer näher, und wir saßen da und hielten den Atem an, dann gab es einen scharfen Schlag gegen die Haustür, und dann konnten wir hören, wie die Klinke gedreht wurde und wie der Riegel klirrte, offenbar versuchte der Kerl ins Haus zu kommen. Dann war es lange Zeit totenstill, drinnen und draußen, schließlich begann wieder das Tapp-Tapp und entfernte sich zu unserer unbeschreiblichen Freude und klang immer leiser, bis es endlich ganz aufhörte. Mutter, sagte ich, nimm das Ganze und lass uns gehen. Ich war überzeugt, dass die verriegelte Tür Verdacht erregt haben müsste und dass uns bald das ganze Hornissen Nest um die Ohren schwirren würde. Aber wie zufrieden war ich, dass ich die Tür verriegelt hatte, das kann niemand sich vorstellen, der diesen fürchterlichen Blinden nicht gesehen hat. Meine Mutter wollte jedoch, so groß auch ihre Furcht war, keinen heller mehr nehmen, als was ihr zukam. Sie wollte sich aber auch nicht mit weniger zufrieden geben, denn sie war eigensinnig. Sie sagte, es sei ja noch lange nicht sieben, sie kenne ihre Rechte und ihr Recht will sie haben. Sie stritt noch mit mir darüber, da hörten wir einen kurzen, leisen Pfiff, in ziemlich weiter Entfernung vom Berge her, das war für uns beide mehr als genug. Sie sprang auf und rief, ich will nehmen, was ich habe. Und ich will dies nehmen und die Rechnung ausgleichen, sagte ich und griff nach dem Wachstuch Paket. Im nächsten Augenblick tasteten wir beide uns im Dunkeln die Treppe hinunter, denn wir ließen die Kerze neben der leeren Kiste stehen und dann hatten wir schon die Tür geöffnet und waren in vollem Rückzug. Wir waren keine Sekunde zu früh gegangen, der Nebel zerteilte sich schnell, der Mond schien bereits ganz hell über die ganze Landschaft und nur gerade unten auf dem Grunde des Hohlweges und bei der Haustür unseres Admiral Benbow hing noch ein dünner Schleier, der die ersten Schritte Schall von Schritten mehrerer schnell laufender Menschen war bereits zu hören und als wir uns umsahen zeigte uns ein Licht das hin und her schwankte und schnell näher kam das einer von den Leuten eine Laterne trug Liebes Kind sagte meine Mutter plötzlich nimm das Geld und lauf mir wird übel da dachte ich jetzt sei es sicherlich mit uns beiden zu Ende wie verwünschte ich die Feigheit der Nachbarn wie tadelte ich meine arme Mutter wegen ihrer Ehrlichkeit und ihrer Geldgier wegen ihrer vorherigen Waghalsigkeit und jetzigen Schwäche zum Glück waren wir gerade an der kleinen Brücke ich führte sie die an allen Gliedern bebte bis an das Geländer und da stieß sie ein Seufzer aus und sank gegen meine Schulter ich weiß nicht woher ich die Kraft nahm und ich fürchte ich habe sie hart angefasst aber es gelang mir sie über den Ufer ran zu schleppen und noch ein Stückchen unter den Brücken bogen weiter konnte ich sie nicht bekommen denn die Brücke war zu niedrig so dass ich kriechen musste hier mussten wir bleiben meine Mutter lag kaum versteckt und wir waren noch in Höherweite vom Admiral Benbow Fünftes Kapitel Der Tod des Blinden Meine Neugierde muss wohl stärker gewesen sein als meine Furcht denn ich konnte nicht bleiben wo ich war sondern kroch wieder die Böschung hinauf wo ich meinen Kopf hinter einem Busch Heidekraut verbarg und dort aus konnte ich die Landstraße vor unserem Hause übersehen kaum lag ich in diesem Versteck da begannen auch meine Feinde schon sichtbar zu werden es waren sieben oder acht sie liefen schnell ihre Schritte klangen laut auf der Landstraße und der Mann mit der Laterne war den anderen um ein Stückchen voraus drei von ihnen liefen mit angefassten Händen und ich konnte trotzdem Nebel sehen dass der Mann in der Mitte der blinde Bettler war im nächsten Augenblick gab seine Stimme mir die Gewissheit dass meine Vermutung richtig gewesen war denn er schrie schlag die Tür ein jawohl hör antworteten zwei oder drei Stimmen und die ganze Bande stürmte auf den Admiral Benbow los der Laternenträger kam zuletzt dann konnte ich sehen wie sie still standen und hörte sie leise sprechen wie wenn sie überrascht wären dass sie die Tür offen fanden aber die Pause war nur kurz denn der Blinde gab sofort neue Befehle aus seine Stimme klang lauter und heller wie wenn er eifrig und wütend wäre hinein hinein brüllte er und fluchte über ihre Langsamkeit vier oder fünf von den Männern gehorchten ihm sofort zwei blieben bei dem schrecklichen Bettler auf der Straße es folgte eine Pause dann hörte ich einen Ausruf der Überraschung und dann brüllte eine Stimme aus dem Hause rief er ich hörte wie sie unsere alte Treppe hinauf polterten das ganze Haus muss davon gezittert haben gleich darauf kam wieder ein erstauntes Geschrei das Fenster in des Käptens Stube wurde aufgestoßen und eine Glasscheibe klirrte Kopf und Schultern eines Mannes der sich weit hinaus lehnte wurden im Mondschein sichtbar er rief zu dem blinden Bettler hinunter der immer noch auf der Straße stand sie sind uns zu voll gekommen sie haben die kiste schon um 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 gekehrt ist es da rollte das Geld ist da zum Geier mit dem Geld fluchte der Blinde ich meine ist Flins Schrift da wir sehen hier nichts davon antwortete der Mann von oben hier da hier unten ist Jan Bills Leib schrie der Blinde wieder hier rauf kam ein anderer von den Kerlen wahrscheinlich jener der unten geblieben war um des Käptens Leiche zu durchsuchen vor die Haustür und sagte Bill war schon durchsucht sie haben nichts übrig gelassen es sind die Leute von der Wirtschaft es ist der verdammte Bengel ich wollte ich hätte ihm das Lebenslicht ausgeblasen rief der blinde Puh sie waren gerade eben noch hier sie hatten die Tür verriegelt als auseinander und sucht sie stöbert das ganze Haus durch wiederholte Puh und schlug mit seinem Stock auf den Boden nun folgte ein großes Hallo durch unseren ganzen alten Gasthof schwere Stiefel trampelten auf und ab Tische und Stühle wurden umgeschmissen Türen eingetreten dass die ganzen Felsen davon wieder halten aber einer nach dem anderen kamen die Männer wieder heraus auf die Straße und erklärten und mich aufgeschreckt hatte als wir des toten Käptens Geld zählten es war wieder ebenso deutlich vernehmbar aber diesmal war es ein Doppelpfiff ich hatte gedacht es sei sozusagen die Trompete des Blinden durch die er seine Leute zum Sturm Angriff gesammelt hätte jetzt aber begriff ich dass es ein Signal von der Berges Höhe an der Dorfseite war und zwar wie aus der Wirkung auf die Freibeuter hervorging ein Warnungszeichen das Gefahr herannahe da pfeift Dirk wieder sagte einer von den Leuten zweimal wir werden ausreißen müssen Kameraden ausreißen Schafskampf schrieb Puh Dirk weint um Kopf und ein Feindling von Anfang an um den braucht euch nicht zu kümmern sie müssen ganz dicht bei sein sie können nicht weit gekommen sein ihr habt ja das Ding in der Hand sucht sie Diese Aufforderung schien einige Wirkung zu haben denn zwei von den Kerls begannen hier und da herum zu suchen aber sie waren nicht zurecht bei der Sache so kam es mir vor und dachten die ganze Zeit über halb und halb an ihre eigene Gefahr alle übrigen standen unentschlossen auf der Landstraße ihr habt tausende zum zugreifen ihr dummköpfe und ihr wisst nicht was ihr tun wollt einer der es wagte vor Bild zu treten und ich ich tat es ein blinder Mann und nun soll ich euretwegen alle meine Aussichten verlieren soll ein armer winselnder Bettler sein der kaum seinen Schluck rum hat während ich in einer Kutsche fahren könnte wenn ihr bloß so viel Schneid hättet wie ein Mehlbohm in einem Zwieback so würdet ihr sich jetzt noch fangen holste Hecker Po wir haben ja die Dublonen knurrte einer vielleicht haben sie das verdammte Ding versteckt sagte ein anderer nimm die Ginny und steht hier nicht herum euch zu streiten streiten war das rechte Wort denn Poes Ärger wurde infolge dieser Einwendungen so groß dass er seine Leidenschaft nicht mehr beherrschen konnte und trotz seiner Blindheit nach links und rechts auf sie los schlug und mehr als einmal verkündete mir ein dumpfer Ton dass er einen getroffen hatte die Leute dagegen schimpften wieder auf den blinden Kerl drohten ihm mit furchterlichen Flüchen und versuchten vergeblich den Stock zu packen um ihm denselben zu entwinden diese Balgerei war unsere Rettung denn während die Prügelei noch in vollem Gange war kam von der Höhe des Berges über dem Dorf Sornungssignal denn die Freibeuter machten sofort kehrt und liefen nach den verschiedensten Richtungen auseinander einer am Strande der Bucht entlang seewärts ein anderer schnur stracks den Berg hinauf und so weiter so dass in einer halben Minute von ihnen keine Spur mehr vorhanden war außer Puh wen hatten sie im Stich gelassen ob aus reiner Angst oder um sich wegen seiner Schimpfereien Kameraden schließlich geriet er in die falsche Richtung lief ein paar Schritte an mir vorbei nach dem Dorfe zu und schrie Johnny schwarzer Hund Dirk und was er sonst noch für Namen hatte ihr werdet doch den alten Puh nicht im Stich lassen Kameraden denkt an den alten Puh gerade in diesem Augenblick wurden die Pferde auf der Höhe sichtbar und vier oder fünf Reiter sprengten den Mondschein so dass er zu Fall kam aber er war in einer Sekunde wieder auf den Füßen und machte von neuem einen Sprung er war jedoch so verwirrt dass er geradezu in die Pferde hinein lief Der Reiter des vordersten Pferdes suchte ihn zu retten aber vergeblich Mit einem Schrei der laut durch die Nacht klang stürzte Puh zu Boden und die vier Hufe trampelten über seinen Leib hinweg Der Blinde fiel auf die Seite legte sich dann sacht auf sein Gesicht und rührte sich nicht mehr Ich sprang auf und rief die Reiter Sie hatten schon von selber voll entsetzt über den Unfall ihre Pferde angehalten und ich erkannte sofort wer sie waren Der eine war der junge Bursche der vom Dorf aus zum Dr. Livse geritten war die anderen und war deshalb auf dem Wege dorthin diesem Umstand verdanken meine Mutter und ich dass wir vom Tode errettet wurden Puh war tot Mause tot Meine Mutter trugen mir nach dem Dorf Etwas kaltes Wasser und Riechsalz brachten sie bald wieder zu sich und der Schreck hatte ihr nichts geschadet nur klagte sie unaufhörlich darüber dass sie nicht ihr ganzes Geld bekommen hätte Inzwischen ritt der Zollinspektor so schnell er konnte nach Kids Hole aber seine Leute mussten absteigen und sich im Finstern durch die Talschlucht tasten dabei ihre Pferde am Zügel führen und manchmal sogar wieder stützen dabei mussten sie fortwährend auf der Hut vor einem Hinterhalt sein es war also weiter nicht zu verwundern dass das Schiff schon unter Segel war als sie an der Bucht ankamen es war aber noch nicht weit draußen und er rief es an eine Stimme antwortete ihm er solle sich lieber nicht in den Mondschein zeigen sonst wände er etwas bleienden leib bekommen und gleichzeitig pfiff eine Kugel dicht an seinem Arm vorbei bald darauf segelte das Schiff um die Landspitze herum und verschwand Inspektor Danz stand da wie er sagte wie ein Fisch auf dem trocknen Sie sind uns ausgerückt und damit basta ich freue mich bloß dass ich noch dem Meister Poo auf die Hühner Augen getreten habe Inzwischen hatte er nämlich meine Geschichte gehört Ich ging mit ihm nach dem Admiral Benbow zurück Man kann sich kaum vorstellen in welchem Zustand von Verwüstung das Haus war sogar die Wand Uhr war von den Kerlen bei ihrem wütenden Such nach meiner Mutter und mir umgeworfen worden und obgleich außer dem Geldbeutel des Käptens und etwas Silbergeld aus der Tischlade nichts weggenommen war konnte ich doch sofort sehen dass wir zugrunde gerichtet waren Danz konnte die ganze Geschichte nicht begreifen Sie bekamen das Geld sagtest du doch Was suchten Sie dann Hawkins wahrscheinlich noch mehr Geld Nein Herr Inspektor ich glaube nach Geld suchten Sie nicht mehr ich glaube tatsächlich ich habe das was Sie suchten in meiner Brusttasche und wenn ich Ihnen die Wahrheit sagen soll so möchte ich es gerne in Sicherheit bringen gewiss mein Junge hast ganz recht ich will es an mich nehmen wenn du willst ich dachte vielleicht würde Dr. Livesey ganz recht und er brach er mich lachend vollkommen richtig Dr. Livesey ist ein Gentleman und ein königlicher Beamter und gut dass ich daran denke es ist wohl ebenso gut wenn ich selber zu ihm reite und ihm oder dem Squire Bericht mache Meister Pust und doch mal tot nicht dass es mir leid täte aber er ist doch tot siehst du und die Leute werden es an einem Zollbeamten seiner Majestät anzuhängen suchen wenn ihnen das irgend möglich ist weißt du was Hockens wenn du Lust hast nehme ich dich gleich mit ich dankte ihm herzlich für sein anerbieten und wir gingen miteinander nach dem Dorfe zu wo die Pferde warteten kaum hatte ich meiner Mutter mein Vorhaben mitgeteilt so saßen schon alle im Sattel Dogger sagte Inspektor Danz ihr habt einen guten Gaul lasst den Jungen bei euch hinten aufsitzen sobald ich aufgestiegen war und mich an Doggers Leibriemen festgehalten hatte gab der Inspektor Befehl zum Abmarsch und der kleine Zug machte sich im scharfen Trabe auf den Weg nach Dr. Livseys Haus Sechstes Kapitel Des Captains Papiere Wir ritten den ganzen Weg scharfen Trab bis wir vor Dr. Livseys Tür kamen Alle Fenster des Hauses waren dunkel Danz sagte mir ich möchte abspringen und klopfen und Dogger half mir beim Absteigen Die Tür wurde fast augenblicklich vom Dienstmädchen geöffnet Ist Dr. Livseys zu Hause fragte ich sie sagte nein er sei am Nachmittag nach Hause gekommen am Abend aber nach dem Schlosse hinauf gegangen um bei dem Squire zu essen und den Abend zu verbringen so gehen wir dahin Jungs sagte Danz diesmal stieg ich nicht wieder auf da die Entfernung nur kurz war sondern ich heb mich an Doggers Steigbügel Riemen fest und lief mit ihm bis ans Gebäude im Mondschein durch die Baumstämme des alten Parks schien hier stieg Inspektor Danz ab und ging mit mir in das Haus hinein das ihm sofort geöffnet wurde der Bediente führte uns durch einen mit matten belegten Gang in ein großes Bücherzimmer dessen Wände ringsum von Bücherschränken eingenommen waren auf denen verschiedene Büsten standen hier saßen Dr. Squire und Dr. Livsey mit ihrer Ich hatte den Squire noch niemals so in der Nähe gesehen Er war ein großer Mann über sechs Fuß hoch und entsprechend breit mit einem roten kühnen Gesicht dessen Farbe und Zügen man seine langen Reisen ansah Seine Augenbrauen waren sehr dunkel und zuckten oft so dass man unwillkürlich dachte er müsse ein temperamentvoller Mann sein nicht von böser aber von hitziger Gemütsart Kommen Sie nur herein aber freundlich Guten Abend Dance sagte der Doktor und nickte ihm zu und guten Abend auch dir Freund Jim was für ein guter Wind weht euch hierher Der Inspektor stand stramm und steif da und erzählte seine Geschichte wie eine auswendig gelernte Lektion Da hättet ihr sehen sollen wie die beiden Herren sich vorn über neigten und einander ansahen und vor Überraschung ihr Rauchen vergaßen Als sie hörten wie meine Mutter nach dem Admiral Benbow zurückgegangen war schlug Dr. Livese sich laut auf den Schenkel und der Squire rief Bravo und schlug seine lange Pfeife am Kamin in zwei Lange bevor der Inspektor fertig war Herr Trelawney so hieß der Squire wie der Leser sich erinnern wird von seinem Stuhl aufgesprungen und lief im Zimmer herum und der Doktor hatte wie wenn er auf diese Weise besser hören könnte seine gepuderte Perücke abgenommen so saß er da und sah wirklich sehr sonderbar aus mit seinem eigenen kurz geschnittenen schwarzen Haar Endlich war Danz mit seiner Geschichte fertig da sagte der Squire Herr Danz ihr seid ein ganz famoser Mensch und dass ihr diesen ekelhaften schmierigen Schuft niedergeritten habt sehe ich als eine gute Tat an hättet dieser junge Hawkins ist ein tüchtiger Bengel wie ich sehe Hawkins willst du mal die Glocke ziehen Herr Danz muss einen Krug Bier haben und der Doktor sagte zu mir also Jim du hast das Ding das die Kerle suchten nicht wahr hier ist es Doktor sagte ich und gab ihm das Wachstuch Paket der Doktor besah es sich von allen Seiten wie wenn es ihm Squire wenn Danz sein Bier getrunken hat muss er natürlich in seiner Majestät Dienst aber ich gedenke Jim Hawkins hier zu behalten er soll in meinem Hause schlafen und wenn es ihm recht ist mache ich den Vorschlag wir lassen die kalte Pastete hereinbringen und ihn hier zu Abend essen wie sie denken Hawkins hat sogar was besseres verdient als kalte Pastete so wurde dann eine große Tauben Pastete hereingebracht und auf einen Seitentisch gesetzt ich machte mich schnell über das Essen her denn ich war hungrig wie ein Wolf mittlerweile empfing Dr. Danz noch eine Menge Komplimente und schließlich entließen sie ihn und nun Squire sagte der Doktor und nun Livese sagte der Squire beide in einem Atem einer zur Zeit einer zur Zeit lachte Dr. Livese Sie haben doch wohl von diesem Flint gehört von ihm gehört rief der Squire von ihm gehört sagen sie er war der blutdürstigste Pirat der je zur See fuhr Blackbird war ein Kind im Vergleich mit Flint die Spanier hatten eine so fürchterliche Angst vor ihm dass ich wahrhaftig manchmal stolz darauf war dass Flint ein Engländer war ich habe mit diesen meinen Augen seine Top Segel auf der Höhe von Trinidad gesehen und der jämmerliche Milchsuppenkerl mit dem ich segelte kehrte um kehrte um Doktor ich fuhr nach Port of Spain zurück Nun ich habe selber von ihm gehört hier in England sagte der Doktor aber die Hauptsache ist hatte er Geld Geld rief der Squire haben sie nicht die Geschichte gehört worauf waren denn die Kerle aus wenn nicht auf Geld denen liegt doch bloß an dem Geld für was riskieren die ihre dreckigen Köpfe wenn nicht für Geld das werden wir ja dann bald wissen antwortete der Doktor aber sie sind ja so verdammt hitzköpfig und schreien gleich los dass ich kein Wort sagen kann was ich wissen wollte ist dies angenommen ich habe hier in meiner Tasche etwas was uns auf die Spur bringen kann an welchem Ort er seinen Schatz vergraben hat wird dieser Schatz groß sein groß Doktor rief der Squire ich will ihnen was sagen wenn wir auf der Spur sind von der sie sprechen rüste ich in Bristol ein Schiff aus und nehme sie und Hawkins mit und den Schatz will ich haben und wenn ich ein Jahr danach suchen soll schön sagte der Doktor nun dann wollen wir wenn es Jim recht ist das Paket öffnen und er legte es vor sich auf den Tisch das Wachstuch war zusammengenäht und der Doktor musste sein Besteck aus der Tasche nehmen um die Nähte mit seiner medizinischen Schere aufzutrennen das Päckchen enthielt zweierlei ein Buch und ein versiegeltes Papier zu allererst wollen wir uns mal das Buch ansehen bemerkte der Doktor der Squire und ich sahen ihm über die Schultern als er es öffnete denn Doktor Livese hatte mir freundlich gewinkt von dem Seitentisch an dem ich gesessen hatte zu ihm zu kommen und mich an dem Vergnügen der Untersuchung zu beteiligen auf der ersten Seite befanden sich nur ein paar Kritzeleien wie einer sie mit der Feder macht um sich zu üben oder weil er Langeweile hat einer von den Sätzen lautete genauso wie die tätowierte Inschrift auf des Käptens Arm Billy Bones sein Liebchen Kerner stand da Mr. W. Bones Steuermann kein Rum mehr vor Palm Key kriegte er's außerdem allerlei Schnörkel und einzelne Wörter die zum größten Teil unverständlich waren ich muss so ungelkürlich bei mir denken wer es wohl gewesen sein möchte der es kriegte und was das für ein es war dass er kriegte höchstwahrscheinlich ein Messer in den Rücken hieraus ist nicht viel zu entnehmen sagt der Dr. Livese und schlug das Blatt um die nächsten zehn oder zwölf Seiten enthielten eine merkwürdige Reihenfolge von Eintragungen am einen Ende der Zeile stand ein Datum und an dem anderen eine Geldsumme wie in einem gewöhnlichen Kontobuch aber statt geschriebener Erklärungen stand zwischen den beiden Aufzeichnungen nur eine verschieden große Anzahl von Kreuzen so war zum Beispiel am 12. Juni 1746 offenbar ein Betrag von 70 Pfund Sterling irgendjemandem gut geschrieben als Erklärung wofür waren aber nur sechs Kreuze verzeichnet zu einen wenigen Fällen war allerdings eine Ortsbestimmung beigefügt zum Beispiel Höhe von Karakas oder es war auch nur eine Länge und Breite eingetragen zum Beispiel 62 Grad 17 und so weiter Die Eintragungen erstreckten sich über beinahe 20 Jahre die einzelnen Beträge wurden immer größer und zum Schluss war nach fünf oder sechsmaligem falschem Zusammenzählen eine Endsumme hingeschrieben und dieser waren die Worte beigefügt Bones sein Anteil Darauf kann ich mir keinen Vers machen sagte Dr. Livesey Die Geschichte ist so klar wie Kloßbrühe rief der Squire Dies ist das Kassenbuch des schwarzherzigen Schurken Diese Kreuze stehen an Stelle der Namen von Schiffen oder Städten die sie versenkten oder plünderten Die Geldbeträge sind die Anteile des Schuftes und wo er fürchtete es könnte eine Zweideutigkeit entstehen da fügte er etwas zur Erklärung hinzu hier zum Beispiel Höhe von Caracas verstehen sie da wurde irgendein unglückliches Schiff in der Nähe dieser Küste genommen Gott sei den armen Seelen gnädig die es bemannten sie sind längst zu Korallen geworden Richtig sagte der Doktor sehen sie mal wie gut es ist ein reisender zu sein richtig und die Beträge wachsen wie sie sehen je höher er im Range steigt In dem Büchlein stand außerdem nicht viel mehr als ein paar Eintragungen von Hafennamen auf den weißen Blättern am Ende des Bandes und eine Tabelle um französisches englisches und spanisches Geld umzurechnen Ein betriebsamer Mann rief der Doktor er ließ sich nicht betrügen und nun zu dem Papier sagte der Squire das Papier war an verschiedenen Stellen versiegelt und als Petschaft hatte dazu ein Fingerhut gedient vielleicht eben der Fingerhut der sich in des Käptens Taschen gefunden hatte der Doktor löste die Siegel mit großer Sorgfalt und aus dem Umschlag fiel eine Karte von einer Insel mit Angaben von Länge und Breite von Tiefenlotungen Namen von Bergen Buchten und Flussmündungen und überhaupt von allen Einzelheiten die notwendig sein konnten um ein Schiff auf sicheren Ankergrund an eine Küste zu bringen Die Insel war ungefähr neun Meilen lang und fünf Meilen breit von Gestalt ungefähr wie ein aufrecht stehender dicker Drache Sie hatte zwei schöne sichere Häfen und ein Berg im mittleren Teil der Insel war als das Fernrohr bezeichnet Verschiedene Zusätze waren offenbar in späterer Zeit gemacht darunter vor allen Dingen drei Kreuze mit roter Tinte zwei im nördlichen Teil der Insel eins im südwestlichen und neben diesem letzteren stand mit derselben roten Tinte in sauberer kleiner Handschrift die von des Käptens zitternden Buchstaben sehr verschieden war der Satz geschrieben hier der Hauptteil des Schatzes Auf der Rückseite der Karte hatte dieselbe Hand folgende Weisungen geschrieben Großer Baum Staffel des Fernrohrs Nord Nord Ost bei Nord Skelettinsel Ost Süd Ost bei Ost Zehn Fuß Das Barren Silber ist in der nördlichen Grube Du findest es am Abhang des östlichen Gipfels Zehn Faden südlich von der schwarzen Klippe dieser gegenüber Die Waffen sind gleich in dem Sandhügel zu finden Nord Nord Ost bei Nord vom Vorsprung an der Flussmündung dann östlich und ein Viertel nördlich J Punkt F Das war alles aber so kurz und für mich Unverständliches war der Squire und Dr. Livesey waren ganz entzückt darüber Livesey sagte der Squire Sie werden diese erbärmliche Praxis sofort aufgeben Morgen fahre ich nach Bristol In Zeit von drei Wochen in zwei Wochen in zehn Tagen haben wir das beste Schiff Doktor und die beste Mannschaft in ganz England Hawkins kommt als Kajuts Junge mit Du wirst einen famosen Kajuts Doktor ich bin Admiral wir nehmen Redroth Joyce und Hunter mit wir werden günstige Winde haben eine schnelle Überfahrt und nicht die geringste Schwierigkeit die Stelle zu finden und dann gibt's Geld scheffelweise genug um sich darauf zu wälzen und Ginny zum Fenster hinaus zu werfen wenn sie Lust haben Trelawney sagte der Doktor ich will mit Ihnen gehen Jim kommt auch mit dafür stehe ich ein und er wird bei der Unternehmung von Nutzen sein nur vor einem einzigen Mann habe ich Angst und wer ist das rief der Squire wie heißt der Hund Doktor Sie sind es antwortete der Doktor denn Sie können ihren Mund nicht halten wir sind nicht die Einzigen die etwas von diesem Papier wissen diese Kerle die heute Abend den Angriff auf den Admiral Benbow machten waren ganz gewiss mutige verzweifelte Burschen und die übrigen die auf dem Mewer an Bord waren und ganz sicher noch andere die nicht weit sind die werden alle miteinander durch dick und dünn gehen um das Geld zu kriegen deshalb darf keiner von uns allein sein bis wir in See stechen Jim und ich werden in der Zwischenzeit beisammen bleiben sie nehmen Joyce und Hunter mit wenn sie nach Bristol fahren und vom ersten bis zum letzten Augenblick darf keiner von uns ein Wort von unserem Fund verlauten lassen sie sie treffen immer den Nagel auf den Kopf ich werde stumm sein wie das Grab hier beginnt der zweite Abschnitt des Buches der Schiffskoch und damit kommt das siebte Kapitel ich gehe nach Bristol bis wir segelfertig waren dauerte es länger als der Squire Six vorgestellt hatte und keiner von unseren Plänen konnte so ausgeführt werden wie wir es uns ursprünglich gedacht hatten nicht einmal des Doktors Absicht mich bei sich zu behalten bis wir nach Bristol gehen konnten Dr. Liffsey musste nach London reisen um einen Arzt zu finden der seine Praxis übernehme der Squire war in Bristol eifrig an der Arbeit und ich hielt mich im Schloss unter der Obhut des alten Försters Redroth auf ich war beinahe ein Gefangener aber voll von Träumen von der Seefahrt und von allerlei entzückenden Vorstellungen von Wunderinseln und Abenteuern stundenlang beschäftigte ich mich in Gedanken mit der Karte der Insel deren ich mich in allen Einzelheiten erinnerte wenn ich im Zimmer des alten Redroth am Kaminfeuer saß näherte ich mich in meinen Gedanken der Insel aus allen möglichen Himmelsrichtungen ich durchforschte ihre ganze Oberfläche tausendmal stieg ich auf den hohen Berg hinauf der das Fernrohr genannt wurde und hatte von dessen Gipfel die wunderbarste und abwechslungsreichste Aussicht Zuweilen wimmelte die Insel von Wilden mit denen wir kämpften zuweilen von gefährlichen Raubtieren die uns verfolgten aber in allen meinen Träumen begegnete mir nichts so seltsames und tragisches wie später in der abenteuerlichen Wirklichkeit so vergingen die Wochen bis eines schönen Tages ein Brief an Dr. Livese ankam dessen Aufschrift den Zusatz trug im Falle seiner Abwesenheit von Tom Redroth oder dem jungen Hawkins zu öffnen Diesen Befehl folgend fanden wir oder vielmehr fand ich denn der Förster konnte geschriebene Schrift nicht gut lesen sondern nur gedrucktes folgende wichtige Nachrichten Gasthof zum Anker Bristol 1. März 1700 Lieber Livesee da ich nicht weiß ob sie auf dem Schloss oder noch in London sind schicke ich diesen Brief in doppelter Ausfertigung nach beiden Orten Das Schiff ist gekauft und ausgerüstet es liegt seefertig vor Anker einen famoseren Schoner können sie sich gar nicht vorstellen ein Kind könnte ihn steuern 200 Tonnen Name Hispaniola ich bekam ihn durch meinen alten Freund Blendly der mir die ganze Zeit in liebenswürdigster Weise zur Hand gegangen ist der wundervolle alte Bursche hat für meine Zwecke tatsächlich wie ein Sklave geschuftet und ich kann wohl sagen dasselbe taten alle und jeder in Bristol sobald sie Wind davon kriegt nach welchem Hafen wir segelten nämlich auf die Schatz suche Redworth sagte ich indem ich meine Vorlesung unterbrach das wird Herrn Dr. Livese nicht gefallen der Squire hat also doch geplaudert und wer hätte denn dazu ein besseres Recht als er rumte der Förster es wäre ja ein schöner Quatsch wenn mein Squire nicht reden dürfte weil es dem Dr. Livese nicht passt infolge dieser Bemerkung unterließ ich jeden weiteren Kommentar und las den Brief ohne Unterbrechung bis zum Ende Bladley selber fand die Hispaniola und bekam sie durch seine außerordentliche Geschicklichkeit für ein Ei und ein Butterbrot gewisse Leute in Bristol haben merkwürdige Vorurteile gegen Bladley sie reden überall davon dieser ehrliche Mensch wäre für Geld zu allem fähig die Hispaniola hätte ihm selber gehört und er hätte sie mir zu einem lächerlich hohen Preis verkauft sind ganz offenbar Verleumdungen die Güte des Schiffes wagt übrigens keiner von ihnen zu bestreiten so weit ging also alles gut die Arbeitsleute Zimmerleute und so weiter die das Schiffe ausrüsten sollten waren allerdings zum Verzweifeln saumselig aber mit der Zeit wurde das besser meine große Sorge war die Mannschaft ich wollte zwanzig Mann haben nämlich für den Fall dass wir mit eingeborenen Piraten oder den ekligen Franzosen zu tun kriegen und ich hatte eine Teufelsarbeit auch bloß ein halbes Dutzend aufzutreiben bis ein außerordentlicher Glücks Zufall mir gerade den Mann zuführte den ich brauchte ich stand am Dock und kam durch reinen Zufall mit ihm ins Jetzt hätte er eine Gast Wirtschaft kenne alle Seeleute in ganz Bristol hätte in der Landluft seine Gesundheit verloren und suchte eine gute Stelle als Schiffskoch um wieder auf See zu kommen Er wäre an dem Morgen so sagte er nach dem Dock hinunter gehumpelt um mal wieder Salzwasser in die Nase zu kriegen Seine Erzählung rührte mich ganz außerordentlich es wäre ihnen ebenso gegangen und rein aus Mitleid nahm ich ihn auf der Stelle als Schiffskoch an Long John Silver wird er genannt und hat ein Bein verloren aber das war in meinen Augen nur eine Empfehlung für ihn denn er verlor es im Dienste seines Landes unter dem unsterblichen Hawk er hat keine Pension Livsi in was für einer abscheulichen Zeit leben wir doch nun lieber Doktor ich dachte ich hätte nur einen Koch gefunden aber in Wirklichkeit hatte ich eine ganze Schiffsmannschaft entdeckt Silver und ich bekamen in ein paar Tagen eine Mannschaft von den wundervollsten alten Teerjacken zusammen die man sich nur denken kann nicht gerade schön anzusehen aber Kerle mit Gesichtern dass man auf den ersten Blick merkt sie nehmen es mit dem Teufel auf ich versichere ihnen wir könnten uns mit wieder vom Halse er machte mir sofort klar dass sie gerade solche Süßwassermatrosen wären wie wir sie bei einer so bedeutenden Unternehmung nicht gut brauchen könnten ich erfreue mich der prächtigsten Gesundheit und der besten Laune esse wie ein Scheunendrescher schlafe wie ein Stück Holz trotzdem habe ich keine wahre Freude bis ich meine alten Tierjacken auf Deck herumtrampeln höre auf in See Hol der Teufel den Schatz die Herrlichkeit der See hat mir ganz den Kopf verdreht also Livesee kommen Sie mit extra Post verlieren Sie keine Stunde wenn Sie mich lieb haben lassen Sie den jungen Hawkins sofort zu seiner Mutter gehen um Abschied von ihr zu nehmen Redroth soll aufpassen dass er nicht schwatzt und dann sollen beide so schnell wie möglich nach Bristol kommen John Trelawney Nachschrift Ich erzähle Ihnen noch nicht dass Blendley der übrigens ein zweites Schiff hinter uns her schicken soll wenn wir Ende August nicht wieder zurück sind einen ausgezeichneten Menschen als Schiffer für uns gefunden hat leider ein etwas unbeholfener Mensch im Benehmen aber sonst in jeder anderen Hinsicht ein Schatz Long John Silver entdeckte einen ganz ausgezeichneten Steuermann einen gewissen Arrow Ich habe einen Bootsmann der die Pfeifensignale kennt Lefsey So wird es also an Bord des guten Schiffes Hispaniola wie auf einem Kriegsschiff hergehen Ich vergaß Ihnen mitzuteilen dass Silver ein bemittelter Mann ist ich weiß aus eigener Kenntnis dass er ein Bankguthaben hat das noch niemals überzogen wurde er lässt die Gastwirtschaft während seiner Abwesenheit von seiner Frau führen und da sie eine Mulattin ist so dürfen ein paar alte Junggesellen wie Sie und ich die Vermutung haben dass ebenso sehr die Frau wie sein Gesundheits Zustand ihn veranlassen wieder in die Fremde zu gehen zweite Nachschrift Hawkins kann eine Nacht bei seiner Mutter bleiben Man kann sich vorstellen in welche Aufregung dieser Brief mich versetzte Ich war vor Wonne halb außer mir und wenn ich jemals einen Mann verachtete so war es der alte Tom Redroth der immer nur brummen und wehklagen konnte jeder von den Unterförstern wäre gerne an seiner Stelle mitgegangen aber der Squire hat es nun einmal bestellt und des Squires Wunsch galt bei ihnen allen als Gesetz außer dem alten Redroth würde niemand auch nur gewagt haben eine Bemerkung zu machen Am nächsten Morgen machten er und ich uns zu Fuß nach dem Admiral Benbow auf den Weg und da fand ich meine Mutter in guter Gesundheit und Laune der Käpt'n der uns so lange zur Last gewesen war an einen Ort gegangen von wo aus die Bösen keinen Menschen mehr ärgern können der Squire hatte alles wieder instand setzen lassen die Schenkstube und das Wirtsschild waren auf seine Kosten frisch gemalt und er hatte auch einigen neuen Hausrat besorgt vor allen Dingen einen schönen Lehnstuhl für Mutter im Zapfraum außerdem hatte er ihr einen Lehrjungen geschickt so dass sie während meiner Abwesenheit nicht ohne Hilfe war als ich diesen Jungen sah begriff ich zum ersten Male meine Lage bis dahin hatte ich immer nur an die Abenteuer gedacht die mir bevorstanden niemals an die Heimat die ich verließ und als ich jetzt diesen tölpelhaften fremden Jungen sah der an meiner Stadt bei meiner Mutter bleiben sollte da weinte ich zum ersten Mal heiße Tränen ich fürchte ich habe den Jungen behandelt wie einen Hund denn da er mit der neuen Arbeit nicht Bescheid wusste so hatte ich hundert Anlässe ihn zurecht zu weisen und aus zu schelten und ich ließ mir diese Gelegenheit nicht entgehen die Nacht verging und am nächsten Tage nach dem Mittagessen und ich uns wieder auf den Weg ich nahm Abschied von Mutter nicht mehr ganz so lieb war einer meiner letzten Gedanken galt dem Käpten der so oft mit seinem dreieckigen Hut dem Säbel schmiss auf der Backe und mit seinem alten Messing fernrohr den Strand entlang gegangen war im nächsten Augenblick waren wir um die Ecke gebogen und mein Elternhaus lag hinter mir in der Dämmerung nahm die Postkutsche uns beim Royal George auf ich war Anfang an öfters eingenickt sein schließlich aber auf der Fahrt über Berg und Tal wie ein Stück Holz geschlafen haben denn von dem häufigen Pferdewechsel habe ich nichts gemerkt und ich wurde schließlich von einem Rippenstoß aufgeweckt und als ich die Augen aufschlug fand ich dass wir vor einem großen Gebäude in der Straße einer Stadt hielten und dass es schon seit langer Zeit heller einem Gasthof ganz unten am Dock um die Arbeiten an seinem Schoner beaufsichtigen zu können dorthin hatten wir nun zu gehen und unser Weg führte zu meinem großen Entzücken an den Kargen vorbei wo ich eine große Menge Schiffe von allen Größen und Takelungen und Nationen sah auf dem einen Schiff sangen Matrosen bei ihrer Arbeit auf einem anderen hingen Menschen hoch über meinem Kopf an Tauen als ob ich noch niemals in der Nähe der See gewesen wäre die Mischung von Teer und Salzwasser Geruch war für mich etwas Neues ich sah die wunderbarsten Schiffsabzeichen die alle schon weit über dem Ozean gewesen waren außerdem sah ich viele alte Seeleute mit Ohrringen mit lockigen Backenbärten und teerigen Zöpfen und mit ihrem plumpen schwankenden Gange und wenn ich ebenso viele See zur See in einem Schoner mit einem Bootsmann der Pfeifensignale geben konnte und mit bezopften singenden Matrosen zur See nach einer unbekannten Insel um dort vergrabene Schätze zu suchen während ich mich noch mit diesem köstlichen Traum beschäftigte standen wir plötzlich vor einem großen Gasthof und trafen Squire Trelawney der vollständig wie ein Seeoffizier angezogen war in einem derben blauen Tuchanzug er trat aus der Tür mit einem Lächeln auf seinem Gesicht und mit einer wundervollen Nachahmung des Seemanns Ganges da seid ihr ja rief er und der Doktor kam gestern Abend von London an bravo die Schiffsgesellschaft ist beisammen und vollzählig oh Squire rief ich wann segeln wir segeln sagte er morgen segeln wir achtes Kapitel die Wirtschaft zum Fernrohr als ich gefrühstückt hatte gab der Squire mir einen Zettel für John Silver Gastwirtschaft zum Fernrohr und sagte mir ich könnte das Haus leicht finden denn ich brauchte bloß an den Docks entlang zu gehen und mich nach einer kleinen Taverne umzusehen die als Zeichen ein großes Messingfernrohr hätte überglücklich über diese Gelegenheit noch mehr Schiffe und Matrosen zu sehen machte ich mich auf den Weg ich kam durch ein großes Gedränge von Menschen und Karren und Warenballen denn die Tätigkeit an den Docks war um diese Stunde auf ihrem Höhepunkt schließlich fand ich denn auch die mir genannte Taverne es war eine recht saubere Wirtschaft das Schild war frisch gemalt vor den Fenstern hingen hübsche rote Gardinen der Fußboden war mit reinem weißen Sand bestreut die Schenke lag zwischen zwei Straßen und hatte einen Eingang von jeder derselben so dass es in dem großen niedrigen Schenckzimmer ziemlich hell war trotz den dichten Wolken von Tabaks Qualm die Gäste waren fast lauter Seeleute und sie sprachen so laut dass ich an der Tür stehen blieb und beinahe Angst hatte einzutreten während ich wartete kam aus einem Nebenzimmer ein Mann heraus und ich sah auf den ersten Blick dass dies Long John wunderbarer Geschicklichkeit handhabte und an der er herumhüpfte wie ein Vogel er war sehr groß und stark mit einem Gesicht so groß wie ein Schinken dieses Gesicht war hässlich und blass aber von klugem und lächelndem Ausdruck er schien wirklich in sehr lustiger Laune zu sein er pfiff vor sich hin wie er sich so zwischen den Tischen bewegte und die besonders beliebten Gäste mit einem Scherz Wort oder mit einem Schlag auf die Schulter begrüßte nun hatte ich um die Wahrheit zu sagen gleich bei der ersten Erwähnung Long John Silvers in Squire Trelawneys Brief innerlich gefürchtet er könnte jener einbeinige Seemann sein nachdem ich vom alten Admiral Benbow so lange Zeit ausgeguckt hatte aber ein einziger Blick auf den Mann vor mir genügte ich hatte den Käpt'n gesehen und den schwarzen Hund und den blinden Bettler Puh und ich glaubte zu wissen wie ein Pirat aussehe jedenfalls nach meiner Meinung ganz anders als dieser reichlich freundliche Schenkwirt ich bekam sofort neuen Mut trat über die Schwelle und ging stracks auf den Mann los der auf seine Krücke gelehnt dastand und mit einem Gast sich unterhielt ich hielt ihm den Zettel hin und fragte Herr Silver jawohl als er aber den Brief des Squire sah schien es ihm ordentlich einen Ruck zu geben er gab mir die Hand und sagte ganz laut verstehe du bist unser neuer Kajuts Junge freut mich dich zu sehen und er gab mir einen festen Händedruck gerade in diesem Augenblick stand einer von den Gästen plötzlich auf und lief aus der Tür diese befand sich ganz in seiner Nähe und er war sofort auf der Straße verschwunden aber seine Eile war mir aufgefallen und ich erkannte ihn auf den ersten Blick es war der Mann mit dem käsigen Gesicht der zuerst in den Admiral Benbow gekommen war und dem die beiden Finger fehlten oh rief ich haltet ihn das ist der schwarze Hund wer ist darauf gebe ich keinen Pfefferling rief Silver aber er hat seine Zeche nicht bezahlt Harry lauf ihm nach und halt ihn fest einer von den anderen Gästen der ebenfalls ganz nah bei der Tür saß sprang auf und machte sich zur Verfolgung auf und wenn er der Admiral Hawk wäre seine Zeche soll er bezahlen rief Silver dann ließ er meine Hand los und fragte wer sagtest du dass er wäre der schwarze was Hund Herr Silver sagte ich hat Herr Trelawney ihn nicht von den Piraten erzählt er war einer von ihnen so rief Silver in meinem Hause Ben lauf und hilf Harry so war das einer von diesen Kerls hört mal Morgan ihr habt ja wohl mit ihm getrunken kommt mal her der Mann den er Morgan nannte ein alter grauhaariger Matrose mit einem Mahagoni roten Gesicht kam mit einer ziemlich dämlichen Miene heran indem er seinen Prim im Munde herumrollte na Morgan sagte Long John sehr ernst ihr habt doch wohl nie in eurem Leben früher diesen schwarzen schwarzen Hund gesehen nicht wahr gewiss nicht her sagte Morgan mit einem Kratzfuß ihr kanntet doch seinen Namen nicht oder nein her beim heiligen Donnerwetter Tom Morgan da könnt ihr euch freuen rief der Wirt hättet ihr verlassen und was sagt er denn zu euch das weiß ich nicht mehr so recht herr antwortete Morgan habt ihr einen Kopf auf euren Schultern oder ist das ein verdammtes kalbsgegröse rief Long John weiß ich nicht mehr recht vielleicht wisst ihr auch nicht mehr so recht mit wem ihr überhaupt gesprochen habt aber sind euch mal wovon hat er denn geplappert reißen kapitänische raus damit was was denn wir sprachen vom Kielholen antwortete Morgan von Kielholen ah ne das war ja eine recht passende Unterhaltung gottverdamm ich setzt euch mal wieder hin ihr seid ein Schafskopf während Morgan wieder auf seinen Stuhl los steuerte flüsterte Silver mir in vertraulichem Ton durch den ich mich sehr geschmeichelt fühlte ins Ohr Tom Morgan ist ein ganz braver Kerl bloß ein fürchterlicher Döskopf aber nun fuhr er laut fort lasst mich doch mal nachdenken schwarzer und nein den Namen kenne ich nicht ganz gewiss nicht aber mir ist doch so ich hab den Kerl mal gesehen er kam manchmal mit einem blinden Bettler zu mir ja das tat er das tat er darauf können sie sich verlassen sagte ich ich habe auch den blinden Mann gekannt Puh war sein Name richtig rief Silver jetzt ganz aufgeregt Puh das war sein Name ganz gewiss der Kerl sah wie ein Haifisch aus wahrhaftig aber wenn wir diesen schwarzen Hund zu fassen kriegen dann wird der Käpt'n Trelawney Augen machen Ben ist ein guter Läufer da sind wenig Seeleute die besser laufen können als Ben der muss ihn einen holen Hand über Hand Gott verdamm ich von Kiel holen sprach er ach ne den will ich Kiel holen die ganze Zeit über während er diese Sätze hervor stieß humpelte er auf seiner Krücke in der Schenkstube herum schlug alle Augenblicke mit der flachen Hand auf einen Tisch und war offenbar so aufgeregt dass einen Richter in Old Bailey oder einen Polizisten von Bow Street von seiner Unschuld überzeugt haben würde mein Verdacht war wieder rege geworden als sich den schwarzen Hund im Fernrohr wieder gefunden hatte und ich beobachtete den Schiffskoch sehr scharf aber er war für mich ein zu fixer Schauspieler und ein zu abgefeimter Schlaukopf und als nach einiger Zeit die beiden Matrosen ganz außer Atem zurückkamen und meldeten sie hätten in einem Gedränge die Spur verloren und wären selber für Spitzbuben ausgescholten worden da hätte ich mich ohne Bedenken für Long John Silvers Unschuld verbirgt Sieh mal Hawkins sagte er zu mir es ist doch ein verdammt hartes Ding für einen Mann wie mich wenn sowas passiert nicht war da ist Captain Trelawney was sollt davon denken hier sitzt der verdammte Sohn von einem Holländer in meinem eigenen Haus und trinkt von meinem eigenen Rom hier kommst du zu mir rein und sagst mir es gerade auf den Kopf zu und hier lasse ich ihn vor meinen eigenen Augen uns allen durch die Lappen gehen na Hawkins tu mir den Gefallen und stelle dem Käpt'n die Geschichte ins richtige Licht du bist ja mein Junge das ist richtig aber du bist helle wie ein Dreier Licht das habe ich gleich gesehen als du in die Tür kamst die Sache ist doch so was konnte ich tun mit diesem alten Stück Holz worauf ich rum humble als ich noch ein Kriegstüchtiger Sargent bei den Seesoldaten war da hätte ich ihn bald beim Wickel gehabt und da hätte er meine Fäuste kennengelernt aber jetzt plötzlich schwieg er und sein Unterkiefer fiel herunter wie wenn ihm auf einmal etwas eingefallen war die Zeche rief er drei lagen rum Herr Jemini Gottverdamm ich habe ich richtig die Zeche vergessen und er fiel auf eine Bank und lachte dass ihm die Tränen über die Backen liefen unwillkürlich musste ich mit lachen und so lachten wir beide immer von frischem dass die ganze Schenksstube dröhnte Herrgott noch mal was für ein großartiges Seekalb ich bin sagte er und wischte sich die Backen ab du und ich wir zwei beiden müssen uns gut vertragen Hawkins denn meiner Seel ich hab mich benommen wie ein Schiffsjunge aber hör Dorni gehen und diese Geschichte von dem schwarzen Hund melden denn sieh mal junge Hawkins die Geschichte ist ernst und wir beiden haben da nicht gerade gut abgeschnitten wie ich wohl sagen darf der Meinung bist du auch sagst du nein helle waren wir alle beide nicht aber hol der Teufel meine Knöpfe der Streich mit meiner Zeche der war nicht schlecht und er begann wieder zu lachen Auf unserem kleinen Spaziergang die Karrienen lang zeigte er sich als ein sehr unterhaltsamer Gesellschafter er erzählte mir allerlei über die verschiedenen Schiffe an denen wir vorbeikamen über ihre Tagelungen ihre Nationalitäten ihren Tonnengehalt wie das ein Schiff abgeladen werde jenes andere Ladung annehme ein drittes sich sehfertig mache und dabei erzählte er ab und zu eine kleine Geschichte von Schiffen oder Schiffern oder konnte ich begann zu sehen dass dieser Mann einer von den besten Schiffsmarten war die einer finden konnte als wir in den Gasthof kamen saßen der Squire und Dr. Livese beisammen und tranken einen Topf Bitterbier mit einer gerösteten Brotscheibe drin um sich etwas zu stärken bevor sie an Bord des Schoners gingen den sie besichtigen wollten Long John erzählte die Geschichte vom Schwarzen Hund von Anfang bis zum Ende sehr lebhaft und vollkommen der Wahrheit gemäß so war es nicht so war es Hawkins sagte er alle Augenblicke und ich konnte ihm jedes Mal bestätigen dass es wirklich so gewesen war die beiden Herren bedauerten dass der schwarze Hund entwischt war aber wir waren alle derselben Meinung nämlich dass dabei dann eben nichts mehr zu machen sei und nachdem die Herren ihm ihre Zufriedenheit ausgesprochen hatten nahm Long John wieder seine Krücke unter die Achsel und empfahl sich und heute Nachmittag um vier alle Mann an Bord rief der Squire ihm nach jawohl Herr rief der Koch vom Gang zurück na Squire sagte Dr. Livesey ich habe im Allgemeinen nicht viel Vertrauen zu ihren Entdeckungen aber das will ich Ihnen sagen dieser John Silver gefällt mir der Mann ist einfach großartig erklärte der Squire eifrig und nun fuhr der Dr. Ford darf Jim wohl mit uns an Bord kommen nicht wahr natürlich darf er das sagte der Squire nimm deinen Hut wir wollen uns das Schiff besehen 9. Kapitel Pulver und Waffen Die Hispaniola lag ein ziemliches Stück draußen und wir kamen unter dem Bugspriet und hinter dem Heck zu manches anderen Schiffes vorbei manchmal berührte der Kiel unseres Bootes ihre Ankertaue und manchmal fuhren wir unter solchen durch schließlich aber lagen wir neben dem Schoner und wurden als wir an Bord kamen vom Steuermann Herrn Arrow empfangen und begrüßt einem braungebrannten alten Schiffer mit Ringen in den Ohren und mit einem schielenden Auge der Squire und er waren offenbar gute Freunde ich bemerkte jedoch bald dass zwischen Herrn Trelawney und dem Käpten nicht das gleiche Verhältnis bestand der Käpten war ein Mann mit scharfem Blick der mit allem an Bord unzufrieden zu sein schien was er uns übrigens bald selber sagen sollte denn wir waren kaum in die Kajüte hinunter gegangen so folgte uns ein Matrose und sagte Captain Smollett Herr wünscht mit Ihnen zu sprechen ich stehe dem Käpten stets zu Diensten lasst ihn hereinkommen sagte der Squire der Käpten der seinem Boten gefolgt war trat sofort ein und machte die Tür hinter sich zu nun Käpten Smollett was haben sie zu sagen ist doch alles in Ordnung hoffe ich alles schiffsgemäß und seefertig scha scha Herr sagte der Käpten ich glaube es ist wohl besser wenn ich ganz offen spreche selbst auf die Gefahr hin dass sie mir das übel nehmen mir gefällt diese Kreuzer Fahrt nicht mir gefallen die Leute nicht und mir gefällt mein Steuermann nicht das ist kurz und bündig vielleicht Herr gefällt Ihnen auch das Schiff nicht fragte der Squire sehr ärgerlich wie ich sehen konnte darüber kann ich nicht sagen Herr denn ich habe den Schoner noch nicht versucht sagte der Käpten es scheint ein schneidiges Schiff zu sein mehr kann ich nicht sagen vielleicht Herr gefällt Ihnen auch Ihr Auftrag gebe nicht sagte der Squire aber hier griff Dr. Liv sie ein und sagte halt mal halt solche Fragen haben weiter keinen Zweck als dass sie Unfrieden stiften der Käpten hat entweder zu viel oder zu wenig gesagt und ich muss ihm erklären dass ich von ihm Näheres über den Sinn seiner Worte zu hören wünsche Sie sagen diese Kreuzerfahrt gefällt Ihnen nicht nun warum denn nicht ich war Herr wie wir das nennen auf versiegelte Order angenommen vor dem Mast mehr davon weiß als ich selber das nenne ich nicht anständig nun tun sie das nein sagte dr livsy das finde ich auch nicht so dann erfahre ich dass wir auf Schatzsuche gehen das heißt ich erfahre das von meinen eigenen Leuten nun Schatzsuchen ist ein kitzliges Geschäft Fahrten hinter Schätzen her gefallen mir überhaupt nicht am wenigsten aber wenn sie geheim gehalten werden Papagei fragte der Squire das ist so eine Redensart sagte der Käpt'n ich will damit sagen es wird darüber geplappert und ich bin der Meinung von ihnen meine Herren weiß keiner worum es geht aber ich will ihnen sagen was ich davon denke es geht um Leben und Tod und zwar scharf auf der Kante das ist alles klar und wie ich glaube vollkommen richtig antwortete Dr Livsey wir nehmen das Wagnis auf uns aber wir sind nicht so unwissend wie sie von uns glauben zweitens sagen sie die Mannschaft gefällt ihnen nicht sind es keine guten Seeleute sie gefallen mir nicht her antwortete der Käpt'n aber ich bin der Meinung eigentlich hätte ich meine eigenen Leute mir selber aussuchen sollen vielleicht haben sie da recht erwiderte der Doktor vielleicht hätte mein Freund sie hinzuziehen sollen aber wenn er ihnen dabei überhaupt zu nahe getreten ist so ist das ohne Absicht geschehen drittens Herr Arrow gefällt ihnen nicht nein Herr ich glaube er ist ein guter Seemann aber er lässt sich der Mannschaft gegenüber zu sehr gehen um ein guter Offizier sein zu können ein Steuermann sollte sich für sich halten sollte nicht mit den Leuten vor dem Mast trinken wollen na was ist denn das lange und kurze davon Captain fragte der Doktor sagen sie uns was sie eigentlich wollen nun dann also meine Herren sind sie entschlossen diese Fahrt zu unternehmen wie eisend rief der Squire gut sie haben mit großer Geduld Dinge von mir angehört die ich nicht beweisen konnte lassen sie mich bitte ihnen noch ein paar Worte mehr sagen die Leute sind gerade dabei das nun sie haben mir einen guten Platz unter der Kajüte warum die Waffen und das Pulver nicht dorthin bringen das ist der erste Punkt dann haben sie vier von ihren eigenen Leuten mit gebracht und wie ich höre sollen einige von diesen in der Vorderback schlafen warum wollen sie sie nicht neben der Kajüte schlafen lassen das ist der zweite Punkt sonst noch etwas fragte Herr nur Doktor zu ich will ihnen sagen was ich selber gehört habe fuhr der Käpt'n fort sie haben eine Karte von einer Insel auf dieser Karte befinden sich Kreuze um die Stellen anzuzeigen wo Schätze vergraben sind und die Insel liegt und nannte er ganz genau Länge und Breite das habe ich niemals einer Menschenseele gesagt rief der Squire die Mannschaft weiß es Herr antwortete der Käpt'n Livsay dann müssen sie oder Hawkins es gesagt haben rief der Squire es kommt nicht viel darauf an wer es gewesen ist antwortete der Doktor und ich konnte wohl sehen dass weder er noch der Käpt'n großen Wert auf Herrn Trelawneys Beteuerungen legte auch ich tat das sicherlich nicht denn er war wirklich überaus rätselig aber in diesem Falle glaube ich sprach er diese Karte hat aber ich mache es ausdrücklich zur Bedingung dass sie sogar vor mir und Arrow geheim gehalten wird sonst müsste ich sie bitten zurücktreten zu dürfen ich verstehe sagte der Doktor sie wünschen dass wir diese Sache geheim halten dass wir aus dem hinteren Teil des Schiffes eine Art Festung machen die mit den eigenen Leuten meines Freundes bemannt ist und wo alle Waffen und der ganze Pulver Vorrat des Schiffes sich befinden mit anderen Worten sie befürchten eine Meuterei Herr Doktor sagte der Käpt'n ich habe nicht die Absicht sie zu beleidigen aber ich erkläre ihnen sie haben kein Recht mir Worte den Mund zu legen die ich nicht gesprochen habe kein Captain Herr Doktor hätte das Recht überhaupt in See zu gehen wenn er tatsächliche Gründe hätte so ehrlich das weiß ich nicht aber ich bin verantwortlich für die Sicherheit des Schiffes und für das Leben von Mann und Maus an Bord ich sehe Dinge vorgehen die nach meiner Meinung nicht ganz richtig sind und ich bitte sie gewisse Vorsichtsmaßregeln zu treffen oder mich von meiner Stellung zurücktreten zu lassen und das ist alles Captain Smollett begann der Doktor mit einem Lächeln haben sie vielleicht einmal die Kajüte traten hatten sie mehr im Sinn darauf würde ich meine Perücke wetten Doktor sagte der Captain sie sind ein kluger Mann als ich eintrat hatte ich die Absicht meine Entlassung zu verlangen ich dachte nicht dass Herr Terlawney auch nur ein Wort von mir anhören werde das hätte ich auch nicht getan rief der Squire wäre Liv sie nicht hier gewesen ich hätte sie zum Kuckuck geschickt aber nun habe ich sie ja nun einmal angehört ich will tun was sie wünschen aber ich sage ihnen offen es gefällt mir nicht von ihnen das können sie halten wie sie wollen Herr Trelawney sagte der Captain sie werden finden dass ich meine Pflicht tue und damit empfahl er sich Trelawney sagte der Doktor entgegen allen meinen Erwartungen glaube ich es ist ihnen gelungen zwei ehrliche Männer an Bord zu bekommen diesen Mann und John Silver da gebe ich ihnen recht rief der Squire aber dieser unerträgliche Schwätzer nein ich erkläre ihnen ich halte sein Benehmen für unmännlich unseemännisch und geradezu unenglisch na wir werden sehen sagte der Doktor als wir wieder auf Deck kamen hatten die Leute bereits angefangen die Waffen und das Pulver umzupacken sie sangen bei ihrer Arbeit und der Käpt'n und Steuermann Arrow standen dabei und beaufsichtigten sie die neue Anordnung war ganz nach meinem Sinne der ganze Schoner war umgepackt am Stern waren sechs Kojen eingerichtet die früher zum Schlafraum der Mannschaft gehört hatten und diese Kojen waren mit der Kompüse und Arrow Hunter Joyce und der Doktor und der Squire diese sechs Kojen haben sollten jetzt wurde bestimmt dass Redroth und ich zwei davon bekommen sollten während Arrow und der Käpt'n auf Deck in der sogenannten Hundehütte schlafen sollten die umso viel höher gemacht wurde dass man sie beinahe eine Deckshütte nennen konnte natürlich war sie trotzdem noch sehr niedrig aber sie bot Platz genug um zwei Hängematten anzubringen diese Anordnung schien auch dem Steuermann zu gefallen auch er hatte vielleicht seine Zweifel in Bezug auf die Mannschaft gehabt aber hierüber kann ich nur eine Vermutung aussprechen denn wir hatten wie man bald hören wird nicht lange Gelegenheit seine Ansichten zu vernehmen wir waren alle tüchtig an der Arbeit das Pulver und die Kojen an ihren neuen Platz zu bringen als die letzten ein paar Leute und mit ihnen Long John in einem Hafenboot ankamen der Koch kletterte so gewandt wie ein Affe an der Schiffswand herauf und sobald er sah was auf Deck vorging rief er oh Jungs was ist das wir packen das Pulver um Jack antwortete einer hallo gott verdammt rief Long John wenn wir das tun versäumen wir die Morgenflut mein Befehl sagte der Käpt'n kurz angebunden ihr könnt hinunter gehen mein Mann die Mann wird Abendessen nötig haben jawohl herr antwortete der Koch legte die Hand an den Hut und verschwand sofort nach seiner Kombüse das ist ein guter Mann Käpt'n sagte der Doktor sehr wahrscheinlich Herr Doktor antwortete Käpt'n Smollett fix Leute fix rief er den Leuten zu die das Pulver umpackten plötzlich bemerkte Neumpfünder da rief er Heda du Schiffsjunge fort da geh zum Koch und mach dir was zu schaffen während ich schnell nach der Kombüse lief hörte ich ihn ganz laut zum Doktor sagen Günstlinge will ich auf meinem Schiff nicht haben ich kann versichern ich war vollständig der Meinung des Squires und hasste den Käpt'n von ganz im Herzen Zehntes Kapitel Die Seefahrt Den ganzen Tag hatten wir viel zu tun alles richtig zu verstauen ganze Boote voll von des Squires Freunden wie Herr Blendley und so weiter kamen an Bord um ihm gute Reise und baldige Heimkehr zu wünschen Im Admiral Benbow hatten wir niemals an einem Abend auch nur halb so viel zu tun gehabt und ich war hundemüde als kurz vor der Dämmerung der Bootsmann pfiff und die Mannschaft an die Ankerwinde trat aber wäre ich noch einmal so müde gewesen so wäre ich doch nicht von Decke gegangen alles war für mich so neu und merkwürdig die kurzen Befehle der schrille klang der pfeife die eile womit die Leute im trüben licht der schiff laternen an ihre plätze eilten na barbecue stimme uns ein lied an rief eine stimme das alte schrie ein anderer jawohl jungen sagte long john der mit seiner krücke unter dem arm dabei stand und sofort stimmte er die weise und die worte an die ich so gut kannte 15 Mann bei des toten Kist und die ganze Mannschaft fiel im Chor ein und beim dritten ho warfen sie sich mit Macht auf das Gangspill trotz der Aufregung des Augenblicks fühlte ich mich im Nu wieder in den alten Admiral Benbow zurückversetzt und es war mir wie wenn ich die Stimme des Käptens aus dem Chor heraushörte aber bald war der Anker über Wasser bald hing er triefend am Bug bald begannen die Segel sich zu blähen und Land und Schiffe glitten zu beiden Seiten an uns vorüber und bevor ich mich hinlegen konnte um ein Stündchen Schlaf zu erwischen hatte die Hispaniola ihre Fahrt nach der Schatzinsel begonnen ich will diese Fahrt nicht in all ihren Einzelheiten beschreiben sie ging gut von statten das Schiff erwies sich als ein guter Segler die Leute waren tüchtige Matrosen und der Käpt'n verstand seine Sache aber bevor wir an der Schatzinsel anlegten ereignete sich allerlei was ich hier mitteilen muss vor allen Dingen zeigte der Steuermann Arrow sich noch schlimmer als der Käpt'n gefürchtet hatte er hatte keine Gewalt über die Mannschaft und die Leute sprangen mit ihm um wie sie Lust hatten aber das war noch nicht und anderen Anzeichen von Betrunkenheit auf Deck zu erscheinen wieder und wieder wurde er mit Schimpf und Schande in seine Koje geschickt manchmal fiel er und verletzte sich dabei manchmal lag er den ganzen Tag in seiner kleinen Koje an der einen Seite der Deckshütte manchmal war er einen Tag oder sogar zwei beinahe nüchtern und versah seinen Dienst wenigstens leidlich dabei konnten wir niemals herausbringen woher er den Brandbein bekam es war unser Schiffsgeheimnis wir mochten noch so scharf aufpassen es gelang uns nicht dies Geheimnis aufzuklären fragte man ihn gerade ins Gesicht so lachte er nur wenn er betrunken war und wenn er nüchtern war behauptete er feierlich er trinke niemals einen Tropfen außer Wasser er war nicht nur als Offizier nicht zu gebrauchen und übte nicht nur einen schlechten Einfluß auf die Leute aus sondern es war auch klar dass er bei solcher Lebensweise nicht lange mehr leben konnte daher war kein Mensch sonderlich überrascht oder auch nur betrübt als er in einer dunklen Nacht bei schwerem Seegang vollständig verschwand und nicht mehr gesehen wurde über Bord sagte der Käpt'n nun meine Herren das erspart uns die Verlegenheit ihnen einen von den Matrosen zu dieser Stelle zu befördern der Bootsmann Hiob Andersen schien sich von allen an Bord noch am besten dazu zu eignen er behielt zwar seinen Rang aber er hatte gewissermaßen den Dienst als Steuermann Herr Trelawney war viel zur See gefahren und seine Kenntnisse machten ihn sehr nützlich denn bei gutem Wetter hielt er oft eine Wache Der Schaluppmeister Israel Hans war ein sorgsamer besonnener und erfahrener alter Seemann den man im Notfall so ziemlich alles anvertrauen konnte er war sehr befreundet mit Long John Silver und so bringt mich die Erwähnung seines Namens ganz naturgemäß darauf hier von unserem Schiffskoch zu sprechen Barbecue wie die Leute ihn nannten Seitdem er an Bord war trug er seine Krücke an einem Bindfaden um den Hals um beide Hände möglichst frei zu haben es war wirklich der Mühe wert ihm zu sehen wie er das Fußende seiner Krücke gegen einen Balken stemmte sich auf diese Weise stützte und jeder Bewegung des Schiffes nachgebend seine Kocherei so flink und gewand besorgte wie wenn er auf festem Land gewesen wäre noch merkwürdiger war es anzusehen wie er im schwersten Sturmwetter überdeck ging er hatte sich ein paar Tauringe an geeigneten Stellen angebracht um über die weitesten Zwischenräume hinüber zu kommen Long Johns Ohrringe wurden sie genannt mit deren Hilfe bewegte er sich von einer Stelle zur anderen indem er sich bald auf seine Krücke stemmte bald diese an dem Bindfaden hinter sich her schleppte und das machte er so schnell wie irgendein anderer Mensch laufen konnte trotzdem sprachen einige von den Leuten die schon früher mit ihm zur See gefahren waren oftmals davon wie jammer schade es doch sei dass der Mann in solchem Zustand sich befinde er ist kein gewöhnlicher Mensch unser Barbecue sagte der Schaluppmeister eines Tages zu mir er hat in seinen jungen Tagen was in der Schule gelernt und kann wie ein Buch sprechen wenn er Lust hat und mutig ist er ein Löwe ist nicht zu vergleichen mit Long John ich habe gesehen wie er vier Mann packte und mit den Köpfen zusammen stieß dabei war er unbewaffnet die ganze Mannschaft achtete ihn und gehorchte ihm sogar er hatte eine besondere Art mit jedem zu sprechen und jedem einzelnen ganz besonders gefällig zu sein zu mir war er unablässig freundlich er freute sich immer wenn ich zu ihm in seine Kombüse kam der so sauber hielt wie eine neue Schüssel die Pfannen hingen blank geputzt an ihren Haken und in der einen Ecke saß sein Papagei in einem Käfig komm rein Hawkins sagt er oftmals komm und erzähl dir ein bisschen mit John bist mir sicher immer willkommen mein Sohn setz dich und höre was es Neues gibt hier ist Käpt'n Flint und prophezeit unserer Reise Erfolg nicht wahr Käpt'n und der Papagei schrie dann mit großer Zungenfertigkeit Piasta 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 bis John sein Taschentuch über den Käfig warf da sie mal sagt er dann dieser Vogel der ist vielleicht zweihundert Jahre alt Hawkins sie leben beinahe ewig und wenn einer mehr Ruchlosigkeiten gesehen hat dann muss das der Teufel selber sein der Vogel ist mit England gefahren mit dem großen Käpt'n England dem Piraten er ist auf Madagaskar gewesen und auf Malabar und in Suriname und Providence und Portobello er war dabei als die gescheiterten Silberschiffe wieder aufgefischt wurden da hat er dieses Geplapper von den Piastern gelernt und das ist wohl kein Wunder 350.000 waren Hawkins er war dabei als der Vizekönig von ist möchtest du denken er wäre unschuldig wie ein kleines Kind aber du hast Pulver gerochen nicht wahr Käpt'n mach dass du weiter kommst reischte der Papagei tja er ist ein hübsches Kerlchen sagte der Koch und gab ihm ein Stück Zucker aus der Tasche und dann hackte der Vogel gegen die Stäbe des Käfigs und fluchte dabei so gräulich wie man sich das blaue vom Himmel herunter und hat dabei keine Ahnung was er sagt darauf kannst du dich verlassen er würde ebenso fluchen wenn er mit einem Kaplan zusammen wäre und würde denken es sei bloß eine gemütliche Unterhaltung und dabei tippte John sich an die Stirn und machte dazu ein so frommes Gesicht dass ich überzeugt war er sei der beste Mensch auf der Welt während dieser ganzen Zeit standen der Squire und Käpt'n Smollett immer noch auf sehr gespanntem Fuß zueinander der Squire machte gar keinen Hehl daraus dass er von dem Käpt'n gering dachte der Käpt'n seinerseits sprach nur wenn er angeredet wurde und dann waren seine Antworten scharf und kurz und trocken niemals ein Wort zu viel wenn er in die Ecke getrieben wurde gab er zu er scheine in Bezug auf die Mannschaft sich geirrt zu haben einige von ihnen seien wirklich flotte Matrosen und alle hätten sich ziemlich gut benommen in das Schiff war er geradezu verliebt oftmals sagte er sie liegt einen Strich näher am Wind als wenn ich von dem Mann noch ein bisschen mehr kriege pflegte er zu sagen dann gehe ich in die Luft wir hatten zuweilen schweres Wetter aber dabei zeigten sich die großartigen Eigenschaften der Hispanioler nur umso besser alle Leute an Bord schienen recht zufrieden zu sein und sie hätten allerdings von Natur sehr unzufriedene Menschen sein müssen wenn es anders der Fall gewesen wäre denn ich in der Woche gab es Pudding zum Beispiel wenn der Squire hörte dass einer von den Leuten Geburtstag hätte und eine Tonne voll von Äpfeln stand offen auf dem Mitteldeck so dass jeder nur zuzulangen brauchte wenn er Lust hatte hab noch nie gehört dass so was gut getan hätte sagte der Kapitän zu Dr. Livese verwöhnst du die Matrosen machst du Teufel aus ihnen sagt das Sprichwort und das ist auch meine Meinung indessen tat die Apfeltonne doch etwas Gutes wie man hören wird denn wäre die nicht gewesen so hätten wir keine Warnung bekommen und wären vielleicht alle meuchlerisch ermordet worden und das kam so wir waren vor den Passat Winden gefahren um auf die Luftseite der von uns gesuchten Insel zu kommen deutlicher darf ich mich nicht ausdrücken und hielten jetzt Tag und Nacht scharfen Ausguck nach unserem Ziel nach allen Berechnungen mussten wir am letzten Tage unserer Ausreise sein wahrscheinlich noch in der Nacht oder jedenfalls vor dem nächsten Mittag mussten wir die Schatzinsel sichten wir steuerten nach Süd Südwest hatten eine steife Brise im Stern und eine ruhige See Die Hispaniola fuhr ihren sicheren Kurs und tauchte ab und zu ihr Bugspriet ein daß eine Sprühwelle über sie wegging alles ging gut von statten und alle Leute waren in bester Stimmung weil wir jetzt dem Ende des ersten Teiles unseres Abenteuers nahe waren Als ich gleich nach Sonnenuntergang mit aller meiner Arbeit fertig war und nach meiner Koje ging da fiel mir ein dass ich wohl Lust auf einen Apfel hätte Ich lief auf Deck Die Leute und das war der einzige Ton der zu hören war außer dem Klatschen der Wellen gegen den Bug und die Seiten des Schiffes Ich stieg in die Apfel Tonne hinein und fand daß kaum noch ein Apfel übrig war aber ich hockte mich im Dunkeln hin und da muß mich das Klatschen des Wassers und die wiegende Bewegung des Schiffes wohl schläfrig gemacht haben Ich war entweder schon eingeschlafen oder war jedenfalls dicht davor als plötzlich ein Mensch sich schwer gegen das Fass setzte die Tonne schwankte als er seinen Rücken anlehnte und ich wollte gerade aufspringen da begann der Mann zu sprechen Es war Silvers Stimme und bevor ich ein Dutzend Worte gehört hatte hätte ich nicht um die ganze Welt mich sehen lassen sondern ich hockte da in meinem Fass und horchte vor Angst und Neugierde zitternd denn dieses Dutzend Worte zeigte mir dass das Leben aller ehrlichen Menschen an Bord von mir allein abhing Elftes Kapitel Was ich in der Apfel Tonne hörte Ich Gott bewahre Flint war Käpt'n Ich war Schiemann Trotz meinem Holzbein Von derselben Breitseite Die mir mein Bein wegriss Verlor der alte Puh seine Gucker der Doktor der mich amputierte war ein großartiger Arzt auf Hochschulen gewesen und alles was man haben wollte Latein Eimerweise und was nicht alles aber er wurde gehängt wie ein Hund und an der Sonne getrocknet wie die übrigen in Corso Castle Es waren Roberts seine Leute die da baumelten und das kam davon dass sie die Namen von ihren Schiffen änderten Royal Fortune und so weiter wie ein Schiff mal getauft ist so lasst es weiter heißen das sage ich so war es mit der Kassandra die uns alle heil und gesund von Malabar nach Hause brachte als England den Vizekönig von Indien gefangen hatte so war es mit dem alten Walross Flint's altem Schiff das sah ich ganz schlipperig vom roten Blut und mit Gold beladen bis zum sinken rief eine andere Stimme offenbar voll von Bewunderung ich erkannte den jüngsten Matrosen den wir an Bord hatten der war doch der großartigste Kerl von allen der Flint Davis war auch ein Mann das will ich meinen sagte Silver ich bin allerdings niemals mit ihm gefahren ich war erst bei England und dann bei Flint und damit ist meine Geschichte aus und nun bin ich hier auf meine eigene Rechnung sozusagen 900 Pfund legte ich auf die Kante die verdiente ich unter England und dann 2000 das war mein Anteil als ich bei Flint war das ist gar nicht so schlecht für einen Mann vormast und sie liegen alle sicher in der Bank dass man Geld verdient tut es noch nicht allein man muss es auch zu sparen wissen glaubt mir das wo Englands Leute jetzt sind das weiß ich nicht wo Flints Leute die meisten von ihm sind hier an Bord und sind froh dass sie ihr Futter haben und mancher von ihnen hat vorher betteln müssen der alte Puh der seine Augen verloren hatte der gab 1200 Pfund in einem Jahr aus wie ein Lord im Parlament hätte sich was schämen sollen wo er jetzt ist tot ist er hungert er bettelte und stahl und schnitt kehlen ab und bei alledem hat er gehungert gottverdammig ja viel gutes kommt schließlich nicht dabei heraus sagte der junge Matrose für dummköpfe allerdings nicht darauf kannst du dich verlassen nicht bloß nicht viel sondern gar nichts rief silver aber nun hör mal jung bist du ja freilich aber du bist helle wie ein dreier Licht das man kann sich vorstellen was ich dabei fühlte als ich den fürchterlichen alten schurken zu einem anderen genau dieselben schmeichelhaften worte sagen hörte mit denen er mich angeredet hatte ich glaube wäre ich dazu imstande gewesen ich hätte ihn auf der Stelle durch die Apfeltonne hindurch getötet mittlerweile sprach er weiter ohne eine Ahnung zu haben dass ein Mensch ihm zuhörte mit den Gentlemen des Glücks ist es so sie haben ein hartes Leben und riskieren den Strick aber sie essen und trinken wie Kampfhähne und wenn eine Kreuzfahrt zu Ende ist dann haben sie hunderte von Pfunden Sterling in ihrer Tasche statt ein paar hundert Pfennigen das meiste geht für rum drauf und lustiges Leben und dann gehen sie wieder zur See und haben bloß das Hemd auf dem Leibe aber das ist nicht meine Art ich lege alles auf die Kante ein bisschen hierhin und ein bisschen dahin und ja nicht so viel auf eine Stelle damit es keinen Verdacht gibt ich habe meine 50 Jahre auf dem Buckel verstehst du sobald ich von dieser Fahrt zurück bin spiele ich den feinen Mann und bleibe einer ist doch höchste Zeit meinst du aber ich habe die ganze Zeit gut gelebt habe mir niemals etwas abgehen lassen was mein Herz begehrte und habe alle meine Lebtage sanft geschlafen und lecker gegessen außer wenn ich auf See war und wie fing ich an vor dem Mast genau wie du und ja sagte der andere aber alle die anderen haben doch jetzt kein Geld mehr nicht war und wo ist dein Geld du darfst dich doch in Bristol nachher nicht mehr sehen lassen wo glaubst du wohl wo mein Geld ist fragte Silver höhnisch in Bristol bei Banken und sonst wo antwortete sein Kamerad da war es sagte der Koch da war es als wir den Anker lichteten aber jetzt hat meine alte Dern das Ganze und das Fernro ist verkauft Wirtschaft und Ausrüstung und Kundschaft denn ich traue dir aber es würde die anderen Kameraden eifersüchtig machen und kannst du dich denn auf deine Frau verlassen fragte der andere glücks gentleman antwortete der Koch trauen für gewöhnlich wenig einander und da haben sie auch recht verlass dich darauf aber ich habe so was besonderes an mir weißt du wenn einer sonst auch nicht so ganz zuverlässig ist ich meine einer der Angst vor Flint aber Flint selber hatte Angst vor mir hatte Angst vor mir und war stolz auf mich das war die schlimmste Bande auf der ganzen See Flints Leute der Teufel selber hätte Angst gehabt mit ihnen in See zu gehen na ich sag dir prahlen ist sonst nicht meine Art und du siehst selber was für ein netter Kamerad ich bin aber als ich Schiemann war da waren rief der Junge die Geschichte gefiel mir eigentlich ganz und gar nicht bis ich dieses Gespräch mit dir hatte aber hier ist jetzt meine Hand drauf und ein braver Junge warst du und helle bist du auch antwortete der Silver und sie schüttelten sich so ernstlich die Hände dass die ganze Apfeltonne zitterte oder einen schöneren Kopf für einen Glücks Gentleman haben meine Augen nie gesehen ich begann mittlerweile ihre Ausdrücke zu verstehen unter einem Glücks Gentleman verstanden sie offenbar nicht mehr noch weniger als einen gemeinen Piraten und die kleine Szene die ich belauscht hatte war der letzte Akt der Verführung eines von den ehrlichen Matrosen vielleicht des letzten solchen der noch an Bord war aber in dieser Hinsicht sollte ich bald Gewissheit haben denn Silver stieß einen leisen Pfiff Silver ich wusste dass Dick unser sein würde antwortete die Stimme des Schaluppmeisters Israel Hans Dick ist ja doch kein Schafskopf bei diesen Worten spuckte er seinen Tabaksaft aus aber hör mal fuhr er fort ich möchte das wissen Barbecue wie lange soll das noch so weiter gehen ich habe von Captain Smollett nun bald genug gehabt er hat mich noch lange geschurigelt zum Donner nochmal ich will jetzt seine Kajüte haben ich will ihre eingemachten Sachen haben und ihren Wein und so weiter Israel sagte Silver dein Kopf ist nicht viel wert ist es nie gewesen aber du kannst wohl hören denke ich deine Ohren sind wenigstens groß genug dazu na hör mal was ich dir sage du bleibst vorn bei uns anderen schlafen und arbeitest und sprichst vernünftig und bleibst nüchtern bis ich das losungswort gebe und darauf kannst du dich verlassen mein Sohn nun ich sag ja auch nicht dass ich das nicht will nicht wahr ich frage bloß wann weiter frage ich nichts wann Gott verdamm ich rief Selva na wenn du es durchaus wissen willst so will ich dir sagen wann es sein soll so spät wie ich es irgend machen kann da hast du deine antwort auf die frage wann da ist ein seemann erster güte captain smollett der dies verdammte schiffe und segelt da ist dieser squire und der doktor mit einer karte und so weiter ich weiß auch nicht wo der kram liegt nicht wahr du weißt es auch nicht na also ich meine dieser squire und dieser doktor sollen das zeug finden und sollen uns helfen es nun wir sind doch lauter seeleute hier an bord soll ich meinen sagte der junge dick wir sind alle leute vor dem mast meinst du schnauzte silver ihn an wir können einen kurs steuern aber wer soll den kurs angeben darüber kommt ihr herren alle zu fall vom ersten bis zum letzten wenn es nach dir ginge sollte Captain smollett uns mindestens bis in die Passat winde zurückbringen dann hätten wir keine verdammten rechenfehler oder einen löffel voll wasser täglich aber ich kenne eure sorte ich will mit ihnen noch auf der insel schluss machen sobald der plunder an bord ist aber jammerschade ist es aber ihr seid ja nicht zufrieden bis ihr besoffen seid hol mich der geier tut mir das herz mit solchen leuten wie ihr zu segeln mal sagte long john rief israel wer hat ihr denn was getan na wie viele große schiffe meint ihr habe ich entern sehen und wie manchen fixen kerl habe ich in der sonne am galgen trocknen sehen rief silver und alles wegen dieses mal schnell man schnell man schnell versteht ihr mich ich habe allerlei auf see gesehen das will ich meinen wenn ihr nur den richtigen kurs steuert und euch stramm vorm wind haltet ihr könntet als seine leute in kutschen fahren jawohl aber fällt euch gar nicht ein ich kenne euch ihr wollt morgen euren mund voll rum haben und wenn es zum galgen geht das weiß jeder dass du so eine art von pasta bist john aber da sind die anderen die ebenso gut wie du eine sache deichseln können sagte israel sie waren gerne ein bisschen lustig naja sie waren eben nicht so langweilig und so trocken sondern wollten mal eben ihren jux haben als lustige kerls einer wie der andere so sagte silver na und wo sind sie nun puh war einer von der sort und er starb als bettler flint war auch einer und er starb in savannah am rum und sie waren eine famose bande gewiss das waren sie bloß wo sind sie aber fragte dick wenn wir sie nun auf den rücken legen was sollen wir dann eigentlich mit ihnen anfangen das ist der rechte man für mich rief der koch scheinbar vor bewunderung das nenne ich geschäft na was meint er wohl sie an land auszusetzen so hätte england es gemacht oder sie abzustechen wie Schweine das wäre flints art gewesen und billy bei er weiß es jetzt das lange und das breite davon und wenn je ein wüster kerl zu hafen gekommen ist so war billy es da hast du recht sagte silver wüst war er unfix aber nun hör mal zu ich bin ein netter kerl ich bin ein richtiger gentleman sagst du aber diesmal ist es ernst Pflicht ist Pflicht kameraden ich gebe meine stimme ab tot wenn ich aber wenn die Zeit da ist dann marsch mit ihnen schon rief der schaluppmeister du bist ein Mann das wirst du sagen israel wenn es soweit ist sagte silver für mich verlange ich bloß eins ich verlange diesen trelawney dem will ich wenn ich die kraft gehabt hätte wäre ich aus der tonne gesprungen und davon gelaufen aber mir versagten die glieder ebenso wie mein mut ich hörte wie dick aufstand dann aber hielt offenbar einer ihn zurück und ich hörte israels stimme der ausrief oh lass das doch was willst du mit dem faden zeug schon lass uns einen guten schluck rum haben dick sagte silver ich habe ich ein zeichen gemacht hier ist der schlüssel du füllst ein kännchen und bringst es ran so sehr ich auch in angst war so musste ich doch unwillkürlich bei mir denken dass offenbar auf diesem wege der steuermann arrow den brandwein bekommen hatte der sein tot wurde dick war nur eine kleine weile fort und während seiner abwesenheit flüsterte israel die ganze zeit über dem koch und den anderen will kein einziger mehr mit uns gehen es waren also noch einige treue leute an bord als dick zurück kam nahm einer nach dem anderen von dem trio das kennchen und brachte einen spruch aus gut glück sagte der eine der andere sagte das bring ich dem alten flint und silver selbst machte eine Art von vers dies auf uns selber und haltet euch steifenden Haufen Geld und was Gutes in Bauch gerade in diesem Augenblick fiel ein heller Schein in die Tonne und als ich aufblickte fand ich dass der Mond aufgegangen war und den Hauptmast versilberte und weiß auf das Fox segel schien und beinahe in dem selben Augenblick rief der Mann am Ausguck Land Zwölftes Kapitel Kriegsrat Ich hörte ein lautes Getrappel von Füßen auf dem Deck Ich hörte wie Leute von der Kajüte und von der Vorderback auf Deck stürzten Im Nu sprang ich aus meiner Tonne heraus duckte mich hinter das Fox Segel schlich mich nach dem Stern zurück und kam gerade in dem Augenblick auf das freie Deck als Hunter und Dr. Livsi nach dem Bug spriet liefen Dort war schon die ganze Schiffsmannschaft versammelt Beinahe Meilen voneinander entfernt sein mochten und hinter einem von ihnen einen dritten höheren Berg dessen Gipfel noch vom Nebel bedeckt war Alle drei Berge waren von scharf umrissen kegelförmiger Gestalt So viel sah ich beinahe wie in einem Traum denn ich hatte mich noch nicht von der grässlichen Angst erholt die ich ein paar Minuten vorher ausgestanden hatte Die Hispaniola war ein paar Striche Nähe an den Wind gelegt worden und segelte jetzt einen solchen Kurs dass sie gerade um die Ostspitze der Insel herum fahren musste als alle Segel gerefft waren sagte der Käpt'n Nun Leute hat einer von euch das Land da vor uns schon einmal gesehen Das habe ich Herr sagte Silver Ich habe hier mit einem Kauffahrer Wasser eingenommen Ich führ als Koch mit Der Ankergrund ist wohl auf der Südseite hinter einer kleinen Insel denke ich mir sagte der Käpt'n Jawohl Herr das ist die sogenannte Skelettinsel Die Hauptinsel war früher ein Lieblingsplatz der Piraten und einer den wir an Bord hatten kannte alle die Namen die sie den einzelnen Plätzen gegeben hatten Den Berg da nach Norden zu nennen sie den Fock Mastberg Drei Berge laufen in einer Reihe von Norden nach Süden Fock Haupt und Besan Mastberg Herr aber den Haupt Mastberg das ist der große da mit der Wolke oben drauf den nannten sie für gewöhnlich das Fernrohr weil sie da oben gewöhnlich einen Ausguck hielten während sie auf dem Anker Grund lagen und ihr Schiff ausputzten denn das taten sie immer auf der Stelle Herr bitte um Verzeihung Ich hab hier Ich erkannte aber gleich an dem neuen Aussehen des Papiers dass ihm eine Enttäuschung bevorstände Es war nicht die Karte die wir in Billy Bones Seekiste gefunden hatten sondern eine genaue Kopie auf welcher alles vollständig angegeben war Namen und Höhen und Tiefen Lotungen mit der einzigen Ausnahme dass die roten Kreuze und die handschriftlichen Erläuterungen fehlten So groß sein Ärger gewesen sein zu lassen Jawohl Jawohl Herr sagte er Freilich ist das die Stelle und sehr sauber aufgezeichnet Ich möchte wohl wissen wer das hat machen können Die Piraten waren wohl zu unwissend dazu sollte ich meinen da steht Captain Kitz Ankergrund Genau der Name den mein Schiffsmaat der Stelle gab Ein starker Strom läuft an der Küste nach Süden und dann wieder an der West Küste hinauf nach Norden Das war recht von Ihnen Herr Captain den Wind abzukneifen und auf die Wetterseite der Insel zu halten Wenigstens haben sie die Absicht gehabt hier vor Anker zu gehen und das Schiff auszuputzen denn dafür gibt es keine bessere Stelle in diesen ganzen Gewässern Dank euch mein Mann sagte der Captain Smollett Ich werde euch später bitten uns an die Hand zu gehen Ihr könnt auf mich zuging Allerdings wusste er sicherlich nicht dass ich sein Gespräch bei der Apfeltonne belauscht hatte aber ich hatte einen solchen Abscheu vor seiner Grausamkeit Falschheit und Gefährlichkeit dass ich kaum einen Schauder unterdrücken konnte als er die Hand auf meinen Arm legte und zu mir sagte Ei das ist ein famoser Ort für einen Jungen der mal an Land gehen möchte da wirst du baden und wirst auf Bäume klettern und wirst Ziegen jagen ja und wirst selber wie eine Ziege auf die Berge da klettern wahrhaftig der Anblick macht mich wieder jung ich vergaß beinahe mein Holzbein es ist ein angenehmes Ding jung zu sein und zehn zehn zu haben darauf kannst du dich verlassen wenn du gerne mal eine kleine Streif unternehmen möchtest so frag nur den alten schon und er wird dir einen Happenpappen zurecht machen den du mitnehmen kannst er schlug mir in der freundschaftlichsten weise auf die Schulter und rumpelte dann davon in seine Kombüse hinunter Captain Smollett der Squire und Dr. Livese standen auf dem Quarterdeck beisammen und unterhielten sich miteinander und so dringlich es auch war dass ich ihnen meine Geschichte erzählte so durfte ich doch nicht offen an sie herantreten und sie unterbrechen während ich noch darüber nachdachte wie ich eine glaubhafte Entschuldigung finden konnte rief Dr. Livese mich zu sich heran er hatte seine Pfeife unten gelassen und da er ohne Tabak nicht leben konnte so wollte er sie sich von mir heraufholen lassen aber sobald ich so nahe bei ihm war dass ich mit ihm sprechen konnte ohne von anderen gehört zu werden brach ich in die worte aus Herr Doktor lassen sie mich sprechen veranlassen sie den Käpten und den Squire mit ihnen in die Kajüte hinunter zu gehen und lassen sie mich dann aus irgendeinem Vorwande rufen ich habe fürchterliche Neuigkeiten für sie der Doktor wurde ein bisschen blass fand aber sofort seine Selbstbeherrschung wieder und sagte laut danke Jim das war alles was ich wissen wollte wie wenn er mich nach etwas gefragt hätte damit drehte er sich auf dem Absatz herum und trat wieder zu den beiden anderen Herren heran sie sprachen eine kurze Weile miteinander und ob gleich keiner von ihnen eine Bewegung der Überraschung machte oder seine Stimme erhob oder auch nur vor sich hin pfiff so war und alle Leute wurden auf Deck gepfiffen dann sagte Captain Smollett jungen ich habe euch ein Wort zu sagen dieses land das wir gesichtet haben ist der Ort nach dem wir segeln Herr Trelawney der ein sehr freigiebiger Herr ist wie wir alle wissen hat mich eben gefragt wie ihr euch benommen habt und da ich ihm sagen konnte dass jeder man an Bord oben und unten seine Pflicht getan hätte so wie ich es gar nicht besser verlangen könnte na so gehen er und ich und der Doktor jetzt in die Kajüte hinunter um auf euer Wohl und gut Glück zu trinken und euch soll Grog ausgeteilt werden um auf unser Wohl und Glück zu trinken ich will euch sagen wie ich das finde ich finde es fein und wenn ihr so denkt wie ich so werdet ihr jetzt ein gutes Seemannshurra ausbringen auf den Herrn der sich so benimmt das Hurra wurde gerufen das war ja auch selbstverständlich aber es klang so laut und herzlich dass ich gestehen muss ich konnte kaum glauben dass diese selben Leute nach unserem Blut trachteten noch ein Hurra für Käpt'n Smollett rief Long John als das erste Hurra verklungen war auch dieses wurde laut und kräftig ausgebracht dann ging die drei Herren in die Kajüte hinunter und es dauerte nicht lange so kam Bescheid dass Jim Hawkins kommen solle ich fand alle drei um den Tisch herum sitzen auf dem eine Flasche spanischer Wein und einige Rosinen standen der Doktor rauchte heftig und hatte seine Perücke auf dem Schoß liegen dies war wie ich wusste ein Zeichen dass er aufgeregt war das Fenster im Stern stand offen denn es war eine warme Nacht und man konnte den Mond auf das Kielwasser des Schiffes scheinen sehen Nun Hawkins sagte der Squire du hast etwas zu sagen heraus damit ich tat nach seinem Befehl und erzählte so gut wie möglich Silvers Gespräch mit den beiden Matrosen in allen Einzelheiten keiner unterbrach mich bis ich fertig war und keiner von den dreien machte auch nur eine Bewegung aber sie sahen mich alle vom ersten bis zum letzten Wort unverwandt an dann sagte Dr. Livesey Jim nimm dir einen Stuhl und sie ließen mich an ihrer Seite am Tisch sitzen schenkt mir ein Glas Wein ein gaben mir ein paar Hände voll Rosinen und tranken alle drei Einer nach dem anderen und jeder mit einer Verbeugung auf meine Gesundheit und dankt mir für mein Glück und meinen Mut dann sagte der Squire und Captain sie haben recht gehabt und ich hatte unrecht ich erkläre mich selber für einen Esel und ich erwarte ihre Befehle sie waren kein größerer Esel als ich Herr Trelawney antwortete der Captain ich habe nie davon gehört dass eine Mannschaft an Meuterei gedacht hat ohne dass konnte aber diese Mannschaft hat mich geschlagen mit ihrer Erlaubnis Captain sagte der Doktor es war dieser Silver ein ganz außerordentlicher Mann der sich außerordentlich gut ausnehmen würde wenn er an einer Reihe hänge Doktor antwortete der Captain aber dies ist lauter Gerede das zu nichts führt ich sehe hier drei oder vier Dinge die mit Herrn Trelawneys Erlaubnis ich nennen möchte Sie sind der Captain Bewegung also erstens begann Smollett wir müssen weitergehen weil wir nicht zurück können wenn ich den Befehl gebe wieder umzukehren würden sie sofort losbrechen zweitens wir haben Zeit vor uns wenigstens so lange bis dieser Schatz gefunden ist drittens es sind noch treue Leute da nun meine Herren zu schlägen kommt es früher oder später doch darum schlage ich vor die Gelegenheit an der Stirnlocke zu fassen wie man zu sagen pflegt um selber eines schönen Tages los zu schlagen wenn sie es am wenigsten erwarten ich nehme an dass wir auf ihre eigenen bedienten die sie von hause mitgebracht haben uns verlassen können wie auf mich selber erklärte der squire das sind drei berechnete der Captain dazu wir selber das macht sieben Hawkins hier mit gerechnet wie steht es mit den ehrlichen silver geriet nein antwortete der squire hans war einer von meinen ich dachte dem hans hätte ich trauen können bemerkte der Captain und dass das alles engländer sind brach der squire los herrgott noch mal ich hätte Lust das ganze Schiff in die Luft fliegen zu lassen nun meine Herren sagte der Captain ich kann nicht viel Gutes sagen wir müssen abwarten wenn es ihnen recht ist und scharf aufpassen ich weiß wohl das ist für einen menschen eine schwere aufgabe es wäre angenehmer einfach los zu schlagen aber das geht nun einmal nicht anders bis wir nicht unsere Leute kennen ruhig liegen bleiben und auf den rechten Wind warten das ist meine Meinung von der Sache Jim hier kann uns mehr helfen als irgendein anderer die Leute haben kein Misstrauen gegen ihn und Jim ist ein aufgeweckter Junge Horgens ich habe kolossales Vertrauen zu dir rief der Squire diese Bemerkungen freuten mich nicht denn ich fühlte mich vollständig hilflos und doch fügte es durch eine merkwürdige Reihe von Umständen sich so dass die Rettung sich nur durch mich fand einst weilen stand es so so viel wir auch reden mochten von den 26 waren es nur 7 auf die wir uns verlassen konnten so auf unserer Seite den 19 auf der anderen gegenüber standen hier beginnt der dritte teil des Buches die schatzinsel und er heißt mein abenteuer an land und das mit dem 13 kapitel der anfang meines land abenteuers als ich am nächsten morgen auf deck kam sah die insel ganz anders aus obwohl es jetzt vollkommen windstill war hatten wir doch während der nacht eine gute Strecke zurückgelegt jetzt lagen wir in der kante ungefähr eine halbe meile südöstlich von der flachen ostküste graugrüne wälder wälder bedeckten einen großen teil des bodens diese gleichmäßige färbung war allerdings durch streifen gelben sandes in dem niedrigen teil der insel unterbrochen sowie durch viele große bäume dem anschein nach nadelholz die über die wälder empor ragten manche einzelnen manche in kleinen gruppen aber die allgemeine färbung war eintönig und trübe über den wäldern erhoben die berge sich als nackte felsen diese waren alle von seltsamer form und das fernrohr das um drei oder vierhundert fuß über die anderen empor ragte war zugleich auch in bezug auf die gestalt am sonderbarsten denn der berg fiel beinah auf allen seiten steil ab und war an der spitze plötzlich scharf abgebrochen wie ein Sockel für ein Denkmal die Hispaniola schwankte in der Dünung des Ozeans das Steuerruder schlug hin und her und das ganze Schiff stöhnte und ächzte ich musste mich fest an das bollwerk anklammern und mir wurde schwarz vor den Augen denn obgleich ich unterwegs leidlich seefest war so konnte ich mich doch niemals daran gewöhnen so auf einer Stelle still zu liegen und wie eine Flasche herumgerollt zu werden besonders morgens auf nüchternen Magen fühlte ich mich immer übel vielleicht war es dieses Unwohlsein vielleicht war es auch der Anblick der Insel mit ihren grauen trübseligen Wäldern und den wilden Felsenbergen und der Brandung die schäumend sich an der steilen Küste brach und deren Donnern ich hörte obgleich die Sonne hell und warm schien und die Strandvögel rings um uns herum fischten und schrien und obgleich man hätte meinen sollen jeder wäre gern an Land gegangen nachdem er so lange auf See gewesen war so sank mir doch das Herz in die Stiefel wie man zu sagen pflegt und bei dem ersten Blick hasste ich den bloßen Gedanken an diese Schatz Insel Wir hatten eine harte Morgenarbeit vor uns denn da es vollkommen windstill war so mussten die Boote ausgesetzt und bemannt werden um das Schiff Ich ging als Freiwilliger in eins der Boote wo ich natürlich nichts zu tun hatte Die Hitze war fürchterlich drückend und die Leute schimpften mächtig bei ihrer Arbeit Anderson hatte den Befehl über mein Boot und schimpfte so laut wie die schlimmsten anstatt seine Leute in Zucht zu halten Ah sagte er mit einem Fluch Es ist ja nicht für ewig Ich hielt dies für ein sehr schlimmes Während der ganzen Fahrt stand Long John neben dem Mann am Steuerruder auf dem Schiff und gab die Richtung an Er kannte das Fahrwasser wie seine Handfläche und obgleich der Mann der die Tiefen lotete überall mehr Wasser fand als auf der Karte angegeben war brauchte John sich niemals auch nur einen Augenblick zu besinnen Die Ebbe bringt einen starken Strom sagte er und diese Fahrtrinne ist hier sozusagen mit dem Spaten ausgegraben Wir machten genau an der Stelle Halt wo auf der Karte der Anker eingezeichnet war ungefähr eine Drittel Meile von beiden Küsten entfernt von der der Hauptinsel auf der einen Seite von der Skelettinsel auf der anderen Der Boden war reiner Sand Als unser Anker in das Wasser plumpste erhoben sich Wolken von Vögeln flatternd und kreischend über die Wälder aber in weniger als einer Minute auf allen Seiten von Land umschlossen und lag in Wäldern vergraben deren Bäume bis unmittelbar an die Hochwassermarke herankamen Der Strand war beinahe ganz flach und die Berggipfel standen in der Ferne wie ein Amphitheater einer hier einer dort Zwei kleine Flüsse oder besser gesagt zwei Sümpfe ergossen sich in diesen Teich wie man das Gewässer nennen konnte und das Laubwerk an diesem Teil des Strandes hatte eine Art von giftgrüner Farbe vom Schiff aus konnten wir weder vom Hause noch von den Palisaden Werken etwas sehen denn beide lagen vollständig in den Bäumen verborgen hätten wir nicht die Karte in unserer Kajüte gehabt so hätten wir glauben können wir seien die Ersten die jemals an dieser Stelle ankerten seitdem die Insel aus dem Meere aufgetaucht Ein eigentümlicher Geruch hing über dem Ankerplatz wie von vermodernden Blättern und faulem Holz Ich bemerkte wie der Doktor fortwährend schnüffelte wie einer der ein faules Ei riecht Vom Schatz suchen verstehe ich nichts sagte er Aber ich will meine Perücke darauf verwetten dass hier Fieber ist Wenn die Haltung der Leute in den Booten schon unruhigend gewesen war so wurde sie tatsächlich bedrohlich als sie wieder an Bord gekommen waren Sie lagen auf dem Deck herum und schimpften untereinander Der geringste Befehl wurde mit düsteren Blicken entgegengenommen und wurde widerwillig und nachlässig ausgeführt Selbst die ehrlichen Leute mussten davon angesteckt sein Denn keiner an Bord macht es besser als die anderen Es war klar und deutlich dass Meuterei wie eine Gewitterwolke über uns in der Luft hing Aber nicht nur wir von der Kriuten Partei bemerkten die Gefahr Long John war eifrig an der Arbeit ging von einer Gruppe zur anderen und gab überall guten Rat Kein Mensch hätte ein besseres Beispiel geben können Er überbot sich selber an Bereitwilligkeit und Höflichkeit Für alle hatte er ein freundliches Lächeln Wenn ein Befehl gegeben wurde war Augenblicklich wie wenn er auf diese Weise das Missvergnügen der anderen verbergen wollte Von allen trüben Vorzeichen dieses trüben Nachmittags erschien diese offenbare Ängstlichkeit des langen John als das Schlimmste Wir hielten in der Kajüte Kriegsrat Herr Trelawney sagte der Käpt'n Wenn ich noch einen Befehl riskiere wird die ganze Mannschaft über uns herfallen Sie sehen selber wie es steht Ich bekomme eine grobe Antwort nicht wahr Nun wenn ich darauf ein Wort sage kommt es ihm nur zum Schlage Tue ich das nicht so wird Silver begreifen dass ich eine bestimmte Absicht dabei habe und dann sind wir ebenso weit Wir haben jetzt einen einzigen Menschen auf den wir uns verlassen können Und wer ist das Silver Herr Trelawney antwortete der Käpt'n Er ist so ängstlich wie Sie und ist darauf bedacht dass alles seinen ruhigen Gang geht Die augenblickliche Stimmung der Leute ist nur eine kleine Verdrießlichkeit Die wird er ihnen bald ausreden wenn er nur eine Möglichkeit dazu hat Und darum schlage ich vor dass wir ihm diese Möglichkeit gewähren Lassen sie uns der Mannschaft erlauben heute Nachmittag an Land zu gehen Wenn sie alle gehen Nun dann können wir das Schiff verteidigen wenn keiner von ihnen gehen will dann wehren wir uns in der Kajüte und Gott möge das Recht beschützen Wenn aber einige gehen glauben sie meinen Worten so wird Silver sie so sanft wie Lämmer an Bord zurück bringen Es wurde beschlossen diesen Rat zu befolgen Alle sicheren Leute bekamen geladene Pistolen Hunter Joyce und Redrath wurden ins Vertrauen gezogen Sie nahmen die Nachricht mit Jungens sagte er Wir haben einen heißen Tag gehabt und sind alle müde und nicht in Stimmung Eine kleine Fahrt an Land wird keinem was schaden Die Boote sind noch zu Wasser Ihr könnt die Gigs nehmen und wer von euch Luft hat kann für den Nachmittag an Land gehen Eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang werde ich den Bergen in der Ferne wieder halte sodass die Vögel wieder aufflogen und um den Ankerplatz herum flatterten Der Käpt'n war zu klug um ihnen im Wege zu stehen Er verschwand sofort in der Kajüte und überdies es Silver alle Anordnungen für den Ausflug zu treffen und ich glaube es war gut dass er das tat Wäre er auf Deck geblieben so hätte er nicht länger so tun können wie wenn er die Lage der Dinge nicht begriffe das war so klar wie der Tag Silver war der Käpt'n und eine verdammt rebellische Mannschaft hatte er unter sich die ehrlichen Leute und es stellte sich wie ich sehen sollte bald heraus dass solche an Baut waren müssen sehr dumm gewesen sein oder vielleicht lag die Sache so dass alle Leute von dem Beispiel der Rädelsführer angesteckt waren einige mehr andere weniger ein paar aber die im Grunde gute Leute waren konnten nicht weiter gebracht werden solche Leute können wohl verdrießlich sein weil ihnen die Arbeit nicht passt es ist aber doch eine ganz andere Sache ein Schiff mit Gewalt zu nehmen und eine ganze Anzahl unschuldiger Menschen zu ermorden endlich war die Gesellschaft zum Aufbruch bereit sechs Leute wollten an Bord bleiben den ersten von den eigentlich verrückten Einfällen die so viel dazu beitrugen unser Leben zu retten wenn sechs Leute von Silver zurückgelassen wurden so war es klar dass die anderen 13 nicht das Schiff mit Gewalt angreifen konnten und da nur sechs zurück blieben so war ebenfalls klar dass die Kajüten Partei für den Augenblick einer Hilfe nicht bedurfte so kam ich auf den Gedanken mit an Land zu gehen im Nu hatte ich mich an der Schiffswand heruntergelassen und im Vorderteil des nächsten Bootes zusammengekauert und beinahe in demselben Augenblick stieß es ab nein niemand achtete auf mich nur der Mann der zunächst am Bug ruderte sagte zu mir bist du das Jim duck deinen Kopf runter aber Silver blickte vom anderen Boot scharf herüber und rief ob ich drin sei und von diesem Augenblick an begann es mir leid zu tun dass ich mich auf das Abenteuer eingelassen hatte die Mannschaften der beiden Boote ruderten um die Wette wer zuerst an Land sei aber das Boot worin ich war war dem anderen etwas voraus und da es zugleich auch leichter und besser bemannt war so gewann ich einen weiten Vorsprung es war schon zwischen ein paar Bäumen am Strand auf den Sand gelaufen und ich hatte einen Ast ergriffen und mir einen Schwung gegeben der mich in das nächste Dickicht brachte als Silver mit seinen Leuten noch mindestens um hundert Schritte vom Ufer entfernt war Jim Jim hörte ich ihn rufen aber man kann sich wohl denken dass ich auf sein Geschrei nicht achtete springend und mich duckend und durch die Büsche brechend lief ich immer gerade aus immer meiner Nase nach bis ich nicht entwischt zu sein dass ich mit einem gewissen Behagen mich auf dieser merkwürdigen Insel umsah ich war zuerst über eine sumpfige Wiese gekommen die von Binsen Weiden und seltsamen ausländischen Sumpfgewächsen eingefasst war und ich befand mich jetzt auf dem Saum eines welligen Sandstrichs der sich ungefähr eine Meile weit hinzog auf diesem Sande wuchsen ein paar Fichten und zahlreiche knorrige Bäume die eine gewisse Ähnlichkeit mit Eichen hatten aber von blassem Lau bewahren wie Weiden jenseits dieses offenen Landes erhob sich einer der Berge mit zwei zackigen Felsspitzen die in der Sonne strahlten ich fühlte zum ersten Mal in meinem Leben den Genuss einer Entdeckungsreise die Insel war unbewohnt meine Schiffskameraden hatte ich hinter mir gelassen und rings um mich herum waren nur Tiere und Vögel ich streifte nach allen Seiten durch die Bäume hier und da wuchsen blühende Pflanzen die mir unbekannt waren hier und da sah ich Schlangen und eine von diesen erhob ihren Kopf von einem Felsblock und zischte mich an sie machte dabei ein Geräusch das ungefähr wie das Schnurren eines Kreisels klang ich hatte damals noch keine Ahnung dass es eine gefährliche Giftschlange war nämlich eine Klapperschlange dann kam ich in ein weites Dickicht dieser eichenartigen Bäume wie ich später hörte nennt man sie lebens oder immergrüne Eichen sie wuchsen auf dem Sande wie Brombeeren ihre Zweige waren ineinander verflochten und das Laub bildete ein dichtes Dach dieses Dickicht erstreckte sich von der Höhe eines der Sandhügel herab und die Büsche wurden allmählich immer größer bis sie den Rand einer breiten mit Rohr bewachsenen Fenne erreichten durch die der eine der von mir erwähnten kleinen Flüsse nach der Ankerstelle floss die Marsch Fenne dampfte in der heißen Sonne und die Umrisse des Fernrohrs erschienen hinter einem zitternden Dunstschleier plötzlich begann in den Binsen sich etwas zu regen eine wilde Ente flog quäkend auf eine andere folgte ihr und eine dichte Wolke von Vögeln die schreiend in der Luft ihre Kreise zogen ich nahm sofort an dass einige von meinen Schiffskameraden sich dem Rande der Fenne näherten ich hatte mich auch nicht geirrt denn bald hörte ich in der Ferne die leisen Töne einer menschlichen Stimme die allmählich lauter wurde und näher kam ich geriet in große Furcht und kroch unter den nächsten sprach wieder die erste Stimme die ich jetzt als die des langen John erkannte und sprach eine ganze Weile nur ab und zu durch eine kurze Zwischenbemerkung des anderen unterbrochen aus dem Klang der Stimmen konnte ich schließen dass sie über ernste Dinge verhandelten sie schienen sogar beinahe zornig zu sein indessen konnte ich etwas bestimmtes nicht unterscheiden schließlich kam es mir vor wie wenn die Sprechenden eine Pause machten vielleicht hatten sie sich sogar auf den Boden gesetzt denn sie kamen nicht nur nicht mehr näher sondern auch die Vögel wurden allmählich ruhiger und ließen sich wieder auf die sumpfige Wiese nieder und jetzt begann ich zu fühlen dass ich meine Aufgabe vernachlässigte denn da ich nun einmal so waghalsig gewesen war mit diesen verzweifelten Burschen an Land zu gehen so musste ich zum mindesten herauszubekommen versuchen welche Anschläge sie hatten es war also ganz einfach meine Pflicht mich so nahe wie möglich an sie heranzumachen und zu diesem Zwecke konnte das Gestrüpp mir gut als Hinterhalt dienen die Richtung in der die Sprechenden sich befanden konnte ich ziemlich genau abschätzen nicht nur nach dem Klang ihrer Stimmen sondern auch nach dem Betragen näherte ich mich ihnen langsam aber unablässig schließlich hob ich den Kopf spähte durch eine Öffnung im Laub und sah deutlich eine kleine grün bewachsene Mulde neben der Fenne hinunter hier standen einige Bäume dicht beieinander und unter ihnen waren Long John Silver und einer von der Mannschaft in einem eifrigen Gespräch begriffen der Sonnenschein fiel prall auf sie Silver hatte seinen Hut neben sich auf den Erdboden geworfen und sein breites glatt rasiertes blondes Gesicht das in der Hitze von Schweiß glänzte sah dem anderen mit einem bittenden Ausdruck in die Augen Mart hörte ich ihn sagen es ist ja nur weil du in meinen Augen wie echter Goldstaub bist wie Goldstaub sag ich dir wenn mir nicht so viel an dir läge glaubst du denn ich hätte mir die Mühe genommen dich zu warnen es ist nun mal soweit dabei kannst du nichts machen und kannst nichts daran ändern ich spreche ja bloß zu dir weil ich deinen Hals retten will und wenn einer von den wilden unter uns etwas davon wüsste wo wäre ich da ja sage mir wo wäre ich da Silver sagte der andere und ich bemerkte dass er nicht nur rot im Gesicht war sondern auch so heiser wie eine Krähe sprach und dass seine Stimme zitterte Silver sagte er du bist ein alter Mann und du bist ein ehrlicher Kerl oder giltst wenigstens dafür und außerdem hast doch Geld was eine Masse armer Matrosen nicht haben und du bist mutig und ich müsste mich sehr irren und willst du mir sagen du hättest dich verführen lassen von diesen jämmerlichen Kerlen du doch nicht so wahr Gott mich sieht lieber wollte ich meine Hand verlieren wenn ich gegen meine Pflicht und Schuldigkeit handle und in diesem Augenblicke wurde er plötzlich von einem Lärm unterbrochen ich hatte einen von den ehrlichen Leuten gefunden nun hier in diesem selben Augenblick kam etwas Neues von einem Anderen in der Ferne jenseits der Mastfenne erhob sich plötzlich ein lauter Schrei wie von einem zornigen Mann und dann gleich darauf ein anderer Schrei und dann ein einziges geressliches langgezogenes Schreien Die Felswände des Fernrohrs warfen den Widerhall ein Dutzend Mal zurück Der ganze Schwarm der Sumpfvögel erhob sich wieder mit einem gleichzeitigen Flügelschlagen in solcher Menge dass der Himmel verfinstert wurde und jener Todesschrei war längst verklungen Randung ließ sich in der Nachmittagshitze hören Tom war bei dem Schrei aufgesprungen wie ein Pferd das die Sporen fühlt aber Silver hatte nicht mit der Wimper gezuckt er blieb ruhig stehen sich leicht auf seine Krücke lehnend und beobachtete seinen Kameraden wie eine zum Sprung bereite Schlange da streckte der Matrose die Hand aus und sagte John Hände weg rief Silver meinetwegen John Silver sagte der andere nur ein schwarzes Gewissen kann dir Angst vor mir machen aber um Gottes Willen sag mir was war das das erwiderte Silver er lächelte dabei aber mit einem ganz besonders listigen Ausdruck seine Augen sahen in dem großen Gesicht so klein wie Nadelköpfe aus aber sie funkelten wie Glasscherben das ich nehme an das wird Alan sein da fuhr der arme Tom auf wie ein Held und rief Alan wer möge seine arme Seele Ruhe haben wie ein braver Seemann sie verdient und du John Silver lange bist du mein Mat gewesen aber mein Mat bist du nicht mehr wenn ich sterben soll wie ein Hund so will ich für meine Pflicht sterben ihr habt Alan ermordet nicht schlag auch mich tot wenn du kannst tu es nur mit griff John nach einem Baum Ast riss die Krücke aus seiner Achselhöhle heraus und wirbelte das furchtbare Wurfgeschoss durch die Luft es traf den armen Tom mit der Spitze mitten auf den Rücken zwischen die Schulterblätter seine Hände flogen in die Luft er stöhnte kurz auf und fiel auf sein Gesicht ob er schwer oder leicht verletzt war hat nie ein Mensch sagen können nach dem Klang zu urteilen wurde wahrscheinlich sein Rückgrat sofort gebrochen jedenfalls hatte er keine Zeit zur Besinnung zu kommen schnell wie ein Affe auch ohne seine Krücke war Silver im nächsten Augenblick über ihm und hatte zweimal sein Messer bis ans Heft in den wehrlosen Leib gestoßen ich konnte von meinem Versteck aus ihn laut kreuchen hören während er zustieß ich weiß nicht so recht was eigentlich eine Ohnmacht ist aber das weiß ich für den nächsten kurzen Augenblick schwand die ganze Welt um mich herum wie in einem wirbelnden Nebel Silver und die Vögel und der hohe Fernrohrberg ging vor meinen Augen um und um Kopf über Kopf unter und in meinen Ohren war es wie wenn unzählige Glocken klingelten und ferne Stimmen riefen als ich wieder zu mir kam hatte das Scheusal sich aufgerafft und stand aufrecht die Krücke unter dem Arm und den Hut auf dem Kopf unmittelbar vor ihm lag Tom bewegungslos auf dem Grase aber der Mörder kümmerte sich um ihn nicht im geringsten sondern reinigte sein blutiges Messer indem er es mit einem Grasbüschel abwischte sonst war alles unverändert die Sonne schien noch immer erbarmungslos heiß glauben daß hier unmittelbar vor meinen Augen wirklich ein Mord geschehen war daß ein Menschenleben grausam zum Ende gebracht worden war aber jetzt steckte John die Hand in die Tasche zog eine Bootsmann Pfeife heraus und blies darauf verschiedene Signale die weit durch die heiße Luft klangen ich konnte natürlich nicht sagen was das Signal bedeutete aber es erweckte augenblicklich alle meine Ängste von Neuem es würden noch mehr herankommen ich konnte entdeckt werden zwei von den ehrlichen Leuten hatten sie bereits erschlagen konnte nach Tom und Alan nicht ich als Nächster an der Reihe sein ich machte mich sofort aus den Ranken los und begann so schnell und so leise wie nur möglich nach dem lichtern Teil des Waldes zurück zu kriechen während ich dies tat hörte ich wie zwischen dem alten Seeräuber und seinen Kameraden Rufe gewechselt wurden und diese gefahrvollen Klänge liehen mir Flügel sobald ich aus dem Dickicht heraus war lief ich so schnell wie ich noch niemals in meinem Leben gelaufen war in welche Richtung ich lief darum bekümmerte ich mich wenig solange ich mich nur von den Mördern entfernte während ich lief wurde meine Angst immer größer bis sie schließlich beinahe zu einer Art von Wahnsinn stieg konnte ein Mensch so rettungslos verloren sein wie ich wie durfte ich es wagen nach dem abfeuern des kanonenschusses zu den Booten hinunter zu gehen unter diese Teufel deren Hände noch von dem Blute ihre Opfer rauchten würde nicht der Erste der mich sähe mir den Hals umdrehen wie einem Kramitzvogel würde nicht meine Abwesenheit an und für sich schon ihnen ein Beweis sein dass ich mich fürchtete also irgendetwas wissen musste ich dachte es ist alles aus leb wohl hispanola leb wohl squire doktor und captain ich hatte keine anderen aussichten mehr als entweder zu verhungern oder von den Händen der Meuterer zu sterben während all diese Gedanken mir durch den Kopf gingen lief ich wie gesagt immer weiter schon war ich ohne zu wissen wie dicht an den fuß des niedrigen berges mit den beiden gipfeln gekommen und damit in einen teil der insel wo die lebenseichen weiter auseinander standen und an wuchs und größe mehr wie waldbäume aussahen zwischen ihnen wuchsen einzelne fichten die vielleicht 50 fuß vielleicht sogar 70 hoch sein mochten auch die luft war frischer als unten bei den Sumpfwiesen und hier ließ ein neuer Mann von dem abhang des berges der hier steil und felsig war löste sich ein kiesel und fiel rasselnd und mehrere male aufschlagend durch die bäume ich wandte triebmäßig meine augen nach dieser richtung und sah eine gestalt die mit großer schnelligkeit hinter den stamm einer fichte sprang was es war ein bär oder ein mensch oder ein affe das konnte ich durchaus nicht sagen es schien mir etwas dunkles und zottiges zu sein mehr wusste ich nicht aber der schreck vor dieser neuen erscheinung war so groß dass ich stehen blieb ich war jetzt so schien es von beiden seiten abgeschnitten hinter mir die mörder vor mir dieses huschende unbestimmte wesen und auf der Stelle begann ich die mir bekannten Gefahren den mir unbekannten vorzuziehen sogar ich drehte mich auf dem absatz um warf einen schnellen blick über meine schulter zurück und begann in der richtung auf die boote zurück zu laufen sofort erschien die gestalt wieder machte einen weiten bogen und begann mir den weg abzuschneiden ich war sehr müde aber wäre ich auch ganz frisch gewesen so sah ich doch bald dass es ein vergebliches unterfangen für mich war es an schnelligkeit mit einem solchen gegner aufzunehmen von baum zu baum huschte das geschöpf mit der schnelligkeit eines hirsches es lief wie ein mensch auf zwei beinen aber ganz anders als irgendein mensch den ich je gesehen hatte denn es bückte sich dabei beinahe zur erde aber ein mensch war es daran konnte ich nicht länger zweifeln mir fielen die Geschichten ein die ich von menschenfressern gehört hatte ich wollte um hilfe schreien aber die bloße tatsache dass es ein mensch war wenn auch ein wilder hatte mich etwas beruhigt und im gleichen verhältnis begann meine furcht vor silver wieder aufzuleben ich stand daher still und sah mich um ob nicht irgendwelche rettung möglich sei und als ich darüber nachdachte fiel mir plötzlich ein dass ich eine Pistole bei mir hatte sobald ich wusste dass ich nicht wehrlos war glühte in meinem herzen auch wieder mut auf ich beschloss es mit diesem inselmenschen aufzunehmen und ging schnell auf ihn los er hatte sich inzwischen wieder hinter einem baumstamm versteckt aber er musste mich genau beobachtet haben denn sobald ich mich in seine Richtung bewegte erschien er wieder und ging mir einen Schritt entgegen dann zögerte er sprang zurück und ging wieder vorwärts und schließlich warf er sich zu meiner verwunderung und verwirrung auf die knie und streckte mir flehend seine gefalteten hände entgegen infolgedessen blieb ich wieder stehen und fragte wer seid ihr ben gun antwortete er und seine stimme klang heiser und ungeschickt und wenn in einem verrosteten schloss ein schlüssel herumgedreht wird ich bin der arme ben gun ja und ich habe seit drei jahren mit keinem christen menschen gesprochen ich konnte jetzt sehen dass er ein weißer war wie ich selbst und seine gesichtszüge waren sogar hübsch von natur aber seine haut war an allen bloßen stellen von der sonne verbrannt sogar seine lippen waren schwarz und seine blauen Augen sahen ganz sonderbar in diesem dunklen Gesicht aus so zerlummt wie er war hatte ich noch keinen Bettler in der Wirklichkeit oder im Traume gesehen er war mit fetzen von alten schiffssegeln und matrosenröcken bekleidet und dieses außerordentliche flickwerk wurde durch alle nur denkbaren befestigungsmittel zusammengehalten messing knöpfe bindfaden enden und dünne zweige um den leib trug er einen alten ledergürtel mit einem messingschloss und dies war drei jahre rief ich habt ihr schiffbruch erlitten nein mart sagte er maroniert ich hatte das wort gehört und wusste dass es eine furchtbare strafe bedeutete die von den freibeutern ziemlich häufig angewandt wurde der missetäter wird mit etwas pulver und schrot an irgendeiner einsamen öden insel ausgesetzt vor drei jahren wurde ich maroniert fuhr er fort und habe seitdem von ziegen und bären und austern gelebt wo ein mann ist sag ich da kann einer auch leben aber mart mein herz sehnt sich nach christlichem essen hast du nicht zufällig ein stück käse bei dir nein ach manche lange nacht habe ich von käse geträumt besonders von geröstetem und dann wachte ich wieder auf und war hier auf der Insel wenn ich wieder an Bord kommen kann Stoff meine Jacke befühlt meine Hände gestreichelt nach meinen Stiefeln gesehen und überhaupt ein kindisches Vergnügen an der Gegenwart eines Mitmenschen gezeigt aber bei meinen letzten Worten wurde er anscheinend misstrauisch er machte ein schlaues Gesicht und fragte du sagtest wenn du wieder an Bord kommen kannst nun wer kann dich daran hindern du nicht das weiß ich wohl war meine Antwort hast du recht rief er nun wie heißt du denn eigentlich Mart Jim 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 wiederholte er mein Name gefiel ihm augenscheinlich na Jim nun hör mal ich habe wüst gelebt du würdest dich schämen wenn ich dir davon erzählte zum Beispiel wenn du mich so ansiehst so würdest du wohl nicht denken dass ich eine fromme Mutter gehabt habe allerdings eigentlich nicht antwortete ich na ja aber ich hatte höflicher frommer Junge und konnte meinen Katechismus herunterrasseln so schnell dass kein Wort vom anderen zu unterscheiden war so weit bin ich nun herunter gekommen Jim und ich fing an mit Murmelspielen auf dem Kirchhof damit fing es an aber es blieb nicht dabei und meine Mutter sagte es mir voraus prophezeite wie alles kommen würde jawohl das tat sie aber die Vorsehung die hat mich auf diese Insel hier gebracht ich habe es mir alles durchdacht auf diese einsamen Insel hier und ich bin nun wieder fromm geworden rumtrinken damit fängst du mich nicht mehr bloß einen Fingerhut voll auf gut Glück natürlich den will ich haben sobald ich die erste Gelegenheit habe ich werde gewiss ein guter Mensch sein und ich sehe auch den guten Weg vor mir und Jim dabei sah er und dieses Gefühl muss wohl auf meinem Gesicht zu lesen gewesen sein denn er wiederholte ganz aufgeregt seine Behauptung reich reich sag ich dir und ich will dir was sagen ich will einen Mann aus dir machen Jim oh Jim du wirst deinen Stern dafür segnen dass du der erste warst der mich gefunden plötzlich aber kam ein Schatten über sein Gesicht er packte meine Hand mit einem festen Griff und hielt mir drohend den Zeigefinger vor die Augen und fragte Jim jetzt sag mir die Wahrheit das ist doch nicht Flints Schiff da hatte ich eine glückliche Eingebung ich begann zu glauben dass ich einen Verbündeten gefunden hätte und antwortete ihm ohne zögern es ist nicht Flints Schiff und Flint ist tot aber ich will dir die Wahrheit sagen wie du es von mir Nein Silver fragte ich richtig Silver das war sein Name er ist der Koch und außerdem der Rädels Führer er hielt mich immer noch beim Handgelenk fest und als ich diese Worte gesagt hatte drehte er mir beinah den Arm um und sagte wenn Long John dich geschickt hat bin ich so gut wie geliefert das weiß ich aber was meinst du wohl was ich mit dir machen werde und die schwierige Lage in der wir uns befinden er hörte mich mit gespannter Aufmerksamkeit an und als ich fertig war tätschelte er mir die Backe und sagte du bist ein guter Junge Jim und ihr seid alle in der Klemme nicht wahr setzt nur euer Vertrauen auf Ben Gun ist der Mann dies zu machen und sag mal würdest du es für wahrscheinlich halten dass euer ihm der Squire sei der anständigste und freigiebigste Mann von der Welt ah ja aber siehst du antwortete Ben Gun ich meinte damit nicht dass er mich zum Torwächter macht und mir eine Livree geben sollte und so weiter daran liegt mir nichts Jim was ich meine ist dies würde er wohl von dem gelde das jetzt schon so gut wie mein ist mir was abgeben sagen wir vielleicht 1000 Pfund Sterling ich bin überzeugt das wird er tun es war überhaupt schon bestimmt dass alle Leute einen Anteil bekommen sollten und freie Überfahrt nach Hause fügte er hinzu indem er ein ganz besonders pfiffiges Gesicht machte oh rief ich der Squire ist ein Gentleman außerdem wenn wir die anderen loswerden brauchen wir dich ja damit wir das Schiff nach Hause bringen können richtig ja dazu hättet ihr mich nötig und er schien sich sehr erleichtert zu fühlen nach einer kurzen Pause fuhr er fort nun Jim ich will dir was sagen so viel will ich dir sagen und nicht mehr ich war auf Flins Schiff als er den Schatz vergrub er und sechs Mann sechs starke Seeleute sie waren nahezu eine Woche an Land und wir lagen die ganze Zeit verankert das alte Walross eines schönen Tages geht das Signal hoch und da kommt Flynn ganz allein in einem Boot und um den Kopf ein blaues Tuch gebunden die Sonne ging gerade auf und tot blass sah er aus Captain Flint aber er war da verstehst du und alle sechs waren tot tot und begraben wie er es gemacht hatte es konnte keiner von uns an Bord heraus bringen er hatte gefochten und gemordet und plötzlich zugeschlagen wahrscheinlich er allein gegen sechs Billy Bones war der Steuermann Long John der war Skimann sie fragten ihn wo der Schatz wäre oh rief er ihr könnt ihr an Land gehen wenn ihr Lust habt und könnt da bleiben sagte er aber das Schiff das segelt gleich wieder aus um mehr zu holen beim Donner nochmal ja das sagte er vor drei Jahren war ich auf einem anderen Schiff und wir kriegten diese Insel in Sicht da ist Flints Schatz lasst uns landen und ihn suchen dem Captain gefiel das nicht aber meine Messmate waren alle miteinander dafür und wir landeten zwölf Tage lang suchten sie danach und jeden Tag schimpften sie fürchterlich auf mich bis eines schönen Morgens alle miteinander wieder an Bord gingen du Benjamin Gunn sagten sie kriegst eine Muskete sagten sie und einen Spaten und eine Hacke du kannst hier bleiben und für dich alleine Flints Geld finden sagten sie Jim drei Jahre bin ich hier gewesen und von dem Tag an bis heute habe ich kein mundvoll christliches Essen gehabt aber trotz alledem sehe ich aus wie ein gewöhnlicher Matrose nein sagst du und ich war es auch nicht sage ich und bei diesen Worten zwinkerte er mir zu und drückte mir das Handgelenk zusammen dann fuhr er fort sag bloß diese Worte zu deinem Squire Jim er war es auch nicht das sind genau die Worte die du sagen musst drei Jahre war er der Herr auf dieser Insel bei Tag und Nacht in Regen und Sonnenschein und manchmal dachte er vielleicht an ein Gebet sagst du und manchmal dachte er vielleicht an seine alte Mutter sagst du ob sie wohl noch am Leben wäre aber der größte Teil von Gans Zeit so musst du sagen der größte Teil von seiner Zeit ging auf was anderes drauf und dann gibst ihm einen kleinen Wink wie ich jetzt dir und dabei zwinkerte er mir wieder sehr vertraulich zu und dann fuhr er fort dann kommt die Hauptsache dann sagst du dies dann ist ein guter Mensch so musst du sagen und er hat viel mehr zu vertrauen viel mehr vergiss nicht das zu sagen zu einem Gentleman der als Gentleman geboren ist als zu diesem Glücks Gentleman wie er selber einer gewesen ist höre sagte ich ich verstehe kein Wort von dem was du da sagst aber ist ja auch ganz einerlei denn wie soll ich an Bord kommen da liegt der Hund begraben da hast du recht aber ich hab da ein Boot das ich mit meinen eigenen zwei Händen mir gemacht habe ich habe es unter der weißen Klippe wenn es zum schlimmsten kommt könnten wir es damit versuchen sobald es dunkel geworden ist rief er plötzlich was ist das denn gerade in diesem Augenblick obgleich bis zum Sonnenuntergang noch mindestens eine Stunde war donnerte ein Kanonenschuss der alle Echos der Insel erweckte das Gefecht hat begonnen rief ich komm mit und ich begann nach dem Ankerplatz hinunter zu laufen alle meine Ängste waren vergessen dicht an meiner Seite trabte leichtfüßig der ausgesetzte Matrose in seinem Ziegenfell links sagte er halt dich links Mart Jim fix unter die Bäume da schoss sich meine erste Ziege sie kommen jetzt nicht mehr hier heruntersitzen alle oben auf den Bergen aus Angst vor Benjamin Gunn und da ist der Friedhof siehst du die Grabhügel hierher kam ich ab und zu und betete wenn ich dachte es könnte wohl wieder ein Sonntag sein es ist ja eigentlich keine Kirche aber es kam mir doch feierlicher vor und dann nicht war Ben Gunn hatte es ein bisschen knapp keinen passt da nicht mal eine Bibel und eine Flagge verstehst du so plapperte er immer zu während ich rannte so schnell ich konnte natürlich bekam er keine Antworten aber er erwartete auch keine dem Kanonenschuss folgte nach einem ziemlich langen Zeitraum eine Salve Kleingewehrfeuer wieder gab es eine Pause und dann sah ich eine Viertelmeile von mir entfernt die englische Flagge über der Doktor setzt die Erzählung fort wie das Schiff aufgegeben wurde es war ungefähr halb zwei Uhr drei Glasen wie die Schiffer sagen als die beiden Boote von der Hispaniola an Land fuhren der Käpt'n der Squire und ich besprachen den Stand der Dinge in der Kajüte wäre nur eine Mütze voll Wind da gewesen so wären wir über die sechs Meuterer her gefallen die man bei uns an Bord gelassen hatte hätten die Kabel gekappt und wären in See gegangen aber es fehlte uns gänzlich an Wind und um unsere Hilflosigkeit noch zu vermehren kam Hunter in die Kajüte herunter und brachte die Nachricht Jim Hawkins sei heimlich in eins der Boote geschlüpft und mit den übrigen an Land gegangen wir zweifelten keinen Augenblick an Jim Hawkins aber wir waren wegen seiner Sicherheit besorgt bei der Gemütsverfassung in der die Leute sich befanden war es ziemlich wahrscheinlich dass wir den Jungen niemals wiedersehen würden wir liefen auf Deck das Pech war in den Fugen geschmolzen und warf Blasen der faulige Geruch in der Luft machte mir übel wenn es jemals irgendwo nach Fieber und Ruhe gerochen hatte so war es auf diesem schrecklichen Land sahen wir die Giggs festmachen dicht an der Stelle wo der Fluss mündet in jedem Boot saß ein Mann der eine Pfifftin Lilla Bolero dieses tatenlose Warten fiel auf die Nerven und es wurde beschlossen dass Hunter und ich in der Jolle an Land gehen sollten um Kundschaft einzuziehen die Boote der Meuterer waren weiter abwärts nach rechts zugelandet aber Hunter und sich befinden musste die beiden Matrosen die als Wachen an den Booten zurückgeblieben waren schienen verdutzt zu sein als wir plötzlich auftauchten das Lilla Bolero pfeifen hörte auf und ich konnte sehen wie die beiden sich darüber stritten was sie tun sollten wären sie zu Silver gegangen um ihm Meldung zu machen so wäre vielleicht alles ganz anders gekommen aber sie hatten vermutlich ihre Befehle und beschlossen daher ruhig sitzen zu bleiben und sich wieder mit Lilla Bolero zu unterhalten das ufer machte einen kleinen vorsprung und ich steuerte so dass ich diesen zwischen uns und die beiden Leute brachte wir waren noch nicht gelandet da hatten wir schon die Gigs aus dem Gesicht verloren ich sprang an Land und rannte so schnell wie ich es bei der Hitze wagen konnte der Kühlung schritt gemacht da traf ich auf das Pfahlwerk dieses war folgendermaßen beschaffen eine Süßwasserquelle entsprang dicht hinter dem Gipfel eines kleinen Hügels auf diesem Hügel hatten die Piraten ein starkes Blockhaus erbaut das auch die Quelle mit einschloss es war so groß dass es im Notfall ungefähr 40 Mann fassen konnte und war auf allen Seiten mit Schießscharten für Musketen versehen rund um Festigung durch ein sechs Fuß hohes Pfahlwerk ohne eine Tür oder sonstige Öffnung vervollständigt es war zu stark um es ohne Zeitverlust und Arbeit zu zerstören und zugleich standen die Pfähle zu weit auseinander um etwaigen Belagerern Deckung zu gewähren die Leute im Blockhaus hatten sie vor ihren Gewehren sie standen ruhig in Deckung und schossen die anderen wie Rebhühner ab alles was sie brauchten ein gutes Wachehalten und Proviant denn wenn sie nicht vollständig überrumpelt wurden konnten sie ihre Festung gegen ein Regiment verteidigen besonders erfreulich war mir die Quelle denn wenn auch die Kajüte der Hispaniola ein leicht zu verteidigender Posten war da wir über reichliche Waffen und Munition verfügten genug zu essen und ausgezeichnete Weine hatten so war doch eins übersehen worden wir hatten kein Wasser gerade als ich hierüber nachdachte gällte über die ganze Insel hin der Todesschrei eines Menschen für mich war dies nichts Neues ich habe unter seiner königlichen Hoheit dem Herzog von Cumberland gedient und bin selber bei Fontenay verwundet worden aber als ich diesen Schrei hörte da stand mir das Herz still Jim Hawkins ist hin war mein erster Gedanke es ist etwas wert ein alter Soldat gewesen zu sein aber es ist noch mehr wert ein Arzt zu sein da ist keine Zeit lange zu fackeln und so war ich sofort entschlossen lief ohne eine Sekunde zu verlieren wieder an den Strand hinunter und sprang in die Jolle zum Glück war Hunter ein guter Ruderer das Boot flog nur so durch das Wasser und lag gleich darauf neben der Hispaniola und im Nu die gute Seele und einem von den sechs Leuten auf dem Vorderdeck war wohl nicht viel besser zumute Da ist einer sagte Captain Smollett indem er mit einem Kopfnicken uns den Mann bezeichnete dem so etwas noch neu ist er fiel beinahe in Ohnmacht doktor als er den Schrei hörte wir brauchen den Mann nur noch mal anzutippen und er kommt zu uns herüber Ich setzte dem Captain meinen Plan auseinander und wir verabredeten alle Einzelheiten der Ausführung Den alten Redruth stellten wir in dem schmalen Gang zwischen der Kajüte und dem Vorderdeck auf und gaben ihm drei oder vier geladene Musketen sowie zu seinem Schutz eine Matratze Hunter brachte das Boot unter die Heckpforte und Joyce und ich machten uns sofort an die Arbeit es mit Pulversäckchen Musketen Pökelfleischtonnen Zwiebacksäcken einem Fässchen Kognak und meinem unschätzbaren Medizinkasten zu beladen Mittlerweile blieben der Squire und der Kapitän auf Deck und der Letztere rief den Schaluppmeister an der den Befehl über die anderen Meuterer hatte Hört mal Hans sagte er Wir sind hier zwei jeder mit einem paar Pistolen Wenn irgendeiner von euch Sechsen ein Signal gibt gleichgültig welches der ist ein toter Mann Sie bekamen keinen kleinen Schreck nachdem sie sich einen Augenblick beraten hatten sprang sie alle miteinander die Leiter in den vorderen Schiffsraum hinunter ohne Zweifel glaubten sie sie könnten uns auf diesem Wege in den Rücken kommen als sie aber sahen dass Redworth in dem schmalen Gang auf sie wartete kehrten sie sofort um und gleich darauf tauchte wieder ein Kopf aus der Luke auf Kopf weg du Hund schrie der Käpt'n der Kopf duckte sich sofort wieder runter und wir hörten eine ganze Zeit lang nichts mehr von diesen sechs nicht eben tapferen Matrosen inzwischen hatten wir unsere Sachen kunterbunt in die Jolle hineingeworfen und das Boot so schwer beladen wie wir es wagen durften Joyce und ich stiegen durch die Sternfort Luke ins Boot und Verstummte wieder und kurz bevor wir an der kleinen Land zogen ist sie außer Sicht verloren sprang einer von ihnen an Land und verschwand ich dachte einen Augenblick daran meinen Plan zu ändern und ihre Boote zu zerstören aber ich fürchtete Silver und die anderen könnten ganz in der Nähe sein und so könnten wir alles verlieren weil wir zu viel versuchten bald waren wir wieder an derselben Stelle gelandet und begannen das Blockhaus zu verproviantieren den ersten Gang machten wir alle drei schwer beladen wir warfen unsere Sachen einfach über das Pfahlwerk hinüber und ließen Joyce zu ihrer Bewachung zurück das war allerdings ein einziger Mann aber er hatte ein halbes Dutzend geladener Musketen Hunter und ich gingen nach der Jolle zurück und bepackten uns wieder wie vorher so arbeiteten wir ohne Ruhepause und ohne uns nur ein einziges Mal zu verschnaufen bis die ganze Ladung hinüber gebracht war hierauf bezogen die beiden Diener ihren Posten im Blockhaus ich aber ruderte mit aller Macht nach der Hispaniola hinüber dass wir es wagten noch eine zweite Bootsladung hinüber zu schaffen mag kühner erscheinen als es in Wirklichkeit war die und wir waren überzeugt dass wir mindestens ein halbes Dutzend von ihnen außer Gefecht setzen könnten bevor sie in Pistolenschuss weite kämen Der Squire erwartete mich an der Sternluke Alle seine Schwäche war verflogen Er fing das Tau auf das ich ihm zuwarf und machte es fest und dann beluden wir das Boot so schnell wie wenn es um unser Leben ginge gepökeltes Schweinefleisch Pulver und Schiffs Zwieback war die Ladung außerdem nahmen wir nur je eine Muskete und je einen Stutzzäbel für den Squire und mich und Redworth und den Käpten mit die übrigen Waffen und den Rest des Pulvers warfen wir über Bord in dritthalb Faden tiefes Wasser Wir konnten den blanken Stahl auf dem reinen Sandboden tief unter uns gleich uns dies die Beruhigung gab dass Joyce und Hunter in Sicherheit waren denn sie befanden sich ein gutes Stück weiter nach Osten zu so war es doch für uns eine dringende Aufforderung uns aufzumachen Redworth zog sich von seinem Posten im Verbindungsgang zurück und sprang in das Boot das wir hierauf an die Gilling heranbrachten damit Captain Smollett bequemer einsteigen konnte bevor er aber dies tat rief er nun Leute hört ihr mich vom Vorderschiff kam keine Antwort ich meine dich Abram Grey immer noch keine Antwort Grey rief Smollett noch lauter ich verlasse jetzt das Schiff und ich befehle euch eurem Captain zu folgen ich weiß ihr seid im Grunde ein braver Mann und ich bin auch überzeugt kein einziger von euch allen ist in Wirklichkeit so schlecht wie er sich stellt ich halte meine Uhr hier in der Hand ich gebe euch 30 Sekunden Zeit zu mir zu kommen einen Augenblick war alles still kommt mein braver Junge fuhr der Captain fort wir sind euch nicht so lange ich riskiere mit jeder Sekunde mein Leben und das dieser guten Herren hier plötzlich hörten wir ein Gebalge einen Lärm von Faustschlägen und heraus sprang Abraham Grey mit einem Messerschnitt auf der Wange und lief zum Käpten herüber wie ein Hund dem sein Herr gepfiffen hatte und sagte ich halte zu ihnen her im nächsten Augenblick waren er und der Käpten zu uns ins Boot gesprungen wir stießen ab und fuhren davon vom Schiff waren wir also herunter aber wir waren noch nicht an Land und erst recht nicht in unserem Pfahlwerk 17. Kapitel Fortsetzung der Erzählung des Doktors Die letzte Fahrt der Jolle Diese fünfte Überfahrt war ganz verschieden von allen anderen Erstens war unsere kleine Nussschale von einem Boot weit über ihre Tragkraft beladen Fünf erwachsene Männer waren überhaupt schon mehr als die Jolle eigentlich tragen konnte zumal da drei von ihnen Trelawney Redworth und der Käpten mehr als sechs Fuß hoch waren Hierzu kam noch das Pulver das Schweinefleisch über wenn auch nicht viel hinein lief aber meine Hose und meine Rock Schöße waren klitschnass bevor wir hundert Yards zurückgelegt hatten Der Käpten ließ uns so sitzen dass das Boot besser im Gleichgewicht war Trotzdem wagten wir kaum zu atmen Außerdem wurde der Ebb Strom jetzt stärker Eine kräftige Strömung ging nach Westen durch das Wasserbecken und dann südwärts nach dem engen aber war dass wir aus unserem richtigen Kurs kamen und über unsere eigentliche Landungsstelle hinaus abgetrieben wurden wenn wir uns von der Strömung mitnehmen ließen mussten wir dicht neben den Giggs landen wo jeden Augenblick die Piraten erscheinen konnten Ich kann nicht auf das Pfahlwerk zu halten Captain sagte ich zu Smollett Ich steuerte während er und Redworth die noch frisch bei Kräften waren die Riemen führten Der App Strom treibt uns fortwährend ab Könnten Sie vielleicht etwas stärker rudern Nicht ohne dass uns das Boot voll läuft sagte er Sie müssen dicht heran halten Doktor wenn Sie so gut sein wollen immer dicht heran bis Sie sehen dass wir der Strömung Herr werden Ich versuchte es und fand bald dass der App Strom uns nach Westen riss wenn ich nicht genau nach Osten steuerte das war aber im rechten Winkel in der Richtung in der wir fahren mussten Auf diese Weise kommen wir nie und nimmer an Land sagte ich Wenn es der einzige mögliche Kurs ist Doktor so müssen wir ihn eben steuern antwortete der Käpt'n Wir müssen gegen den Strom halten sehen Sie wenn wir einmal liebwärts von dem Land dann ist es schwer zu sagen dicht am Strand wieder zurückfahren Der Strom ist schon weniger Herr sagte der Matrose Grey der vorn am Bug saß Sie können hier ein bisschen mehr freien Weg geben Dank euch mein Mann sagte ich ganz ruhig wie wenn gar nichts vorgefallen wäre denn wir waren still schweigend alle darüber einig ihn wie unseres gleichen zu behandeln Plötzlich stieß der Käpt'n einen Ruf aus und es kam mir sagte ich denn ich war überzeugt dass er an ein Bombardement des Pfahlwerks dachte Sie können die Kanone unmöglich an Land schaffen und selbst wenn Ihnen das gelänge könnten Sie sie doch nicht durch den Wald schleppen Sehen Sie sich um Doktor antwortete der Käpt'n Wir hatten den langen Neunpfünder ganz und gar vergessen und sahen jetzt auf einmal zu unserem Entsetzen dass die fünf Halunken eifrig beschäftigt waren der Kanone die Jacke auszuziehen wie man die starke Segelleinwand nennt mit der sie während der Fahrt zugedeckt ist und es war nicht nur das sondern in dem selben Augenblick fiel mir ein dass wir die Vollkugeln und das Pulver für die Kanone zurückgelassen hatten Ein einziger Streich mit der Axt musste die Munition in Besitz Alle Gefahr zum Trotz lenkten wir das Boot schnurstracks auf den Landungsplatz zu Wir waren mittlerweile so weit aus der Strömung herausgekommen dass das Boot selbst trotz unserem naturgemäß sehr langsamen Rudern genug Steuerfahrt hatte und ich konnte gerade auf das Ziel los halten Aber das Schlimmste dabei war dass wir bei dem jetzigen Kurse der Hispaniola unsere Breitseite anstatt unseres Sterns zutreten Brandweinsgesicht Israel Hans eine Vollkugel auf das Deck warf Wer ist der beste Schütze fragte der Kapitän Herr Trelawney ohne allen Zweifel sagte ich Herr Trelawney wollen Sie mir bitte einen von diesen Leuten wegputzen wenn möglich Hans sagte der Kapitän Trelawney war kalt wie Stahl er sah nach dem Zündkraut seines Gewehrs Aber sagte mit der Flinte Herr rief der Kapitän sonst Der Squire erhob seine Muskete Das Rudern hörte auf und wir beugten uns nach der anderen Seite hinüber um das Gleichgewicht herzustellen dies alles wurde so genau gemacht dass kein Tropfen Wasser ins Boot kam Die Meuterer hatten unterdessen die Kanone auf ihrem Pfosten herum gedreht Hans der mit dem Wischer bei der Mündung stand war infolgedessen am wenigsten gedeckt Aber wir hatten kein Glück denn gerade in dem Augenblick als Trelawney feuerte bückte Hans sich Die Kugel pfiff über ihn hinweg und es fiel einer von den anderen vieren Auf den Schrei den er ausstieß antworteten nicht nur seine Kameraden an Bord sondern auch zahlreiche Stimmen vom Strande und als ich nach jener Richtung lugte sah ich wie die Piraten truppweise zwischen den Bäumen hervorkamen und in ihre Boote sprangen Jetzt kommen die Gigs Captain rief ich Dann nur einfach gerade aus schrie der Captain Es darf uns nicht mehr darauf ankommen ob wir Wasser zum Captain Die Mannschaft des anderen Bootes geht wahrscheinlich den Strand entlang um uns abzuschneiden Das wird ihnen Schweiß kosten Doktor antwortete der Captain Sie wissen wie schlecht zu Fuß Hans Mart zu Land ist Nein die machen uns hier keine Sorgen wohl aber die Vollkugel der Kanone Zimmer Kegelspiel My Lady Kammerjungfer könnte ja nicht vorbeischießen Sagen Sie uns Squire sobald Sie die Lunte sehen Wir werden dann rückwärts ruhen Mittlerweile waren wir für ein so schwer beladenes Boot ziemlich schnell vorwärts gekommen und es war dabei nur wenig Wasser ins Boot gelaufen Wir waren jetzt dicht an unserem Ziel 30 oder 40 Ruderschläge mussten uns an Land bringen Denn die Ebbe hatte bereits einen schmalen Sandstreifen unterhalb der Bäume freigelegt Der Ebbstrom der uns in so unangenehmer Weise dürfte sagte der Käpt'n würde ich einen Augenblick halten und noch einen weg putzen Aber es war klar dass die Meuterer sich durch nichts aufhalten lassen wollten Sie hatten sich nach ihrem gefallenen Kameraden nicht einmal umgesehen Obgleich er nicht tot war Denn ich sah wie er von der Kanone weg zu kriechen versuchte Fertig rief der Squire Halt rief der Käpt'n schnell wie Kanone Dies war der erste Schuss den Jim hörte Denn der Knall von dem Mosketenschuss des Squires hatte ihn nicht erreicht Wie die Kugel flog konnte keiner von uns genau sagen Aber ich denke mir sie muss über unsere Köpfe hinweg geflogen sein und der Luftdruck den sie verursachte mag wohl zu unserem Missgeschick beigetragen haben Jedenfalls sank das Boot den Stern voran in drei Fuß tiefes Wasser Der Käpt'n und ich blieben einander gegenüber auf unseren Füßen stehen Die anderen drei kamen mit dem ganzen Körper ins Wasser und schnauften und sprudelten als sie wieder auftauchten Dies hatte nicht viel zu bedeuten Kein Leben war verloren gegangen und wir konnten in Sicherheit an den Strand warten Aber alle unsere Vorräte lagen im Wasser und was noch schlimmer war Von den fünf Musketen waren nur noch zwei brauchbar Die meinige hatte ich sozusagen triebmäßig über den Kopf gehalten Der Käpt'n hatte seine Büchse an einem Riemen über der Schulter getragen und zwar als ein kluger Mann mit dem Schloss nach oben Die anderen drei Musketen waren völlig nass geworden als das Boot versank Unsere Sorgen wurden noch dadurch vermehrt dass wir bereits Stimmen im Walde am Strand sondern wir mussten auch noch befürchten dass Hunter und Joyce vielleicht nicht so kaltblütig sein würden standzuhalten wenn sie von einem halben Dutzend Piraten angegriffen würden Hunter war allerdings zuverlässig das wussten wir mit Joyce aber war es zweifelhaft er war ein freundlicher höflicher Mann ein guter Bedienter der zuverlässig einen Rock sauber ausbürstete aber nicht eigentlich ein Kriegsmann mit ganzen Mundvorrats und Pulvers ließen wir hinter uns 18. Kapitel Fortsetzung der Erzählung des Doktors der Ausgang des Gefechtes am ersten Tage wir liefen so schnell wie möglich durch das schmale Stück Wald das uns vom Pfahlwerk trennte und bei jedem Schritt den wir machten klangen die Stimmen der Meuterer näher bald konnten wir ihre eiligen Schritte hören und das Knacken der Zweige wenn sie ich begann zu merken dass wir ein ernstliches Gefecht haben würden sah nach dem Zündkraut meiner Muskete und sagte Captain Trelawney ist ein sicherer Schütze geben sie ihm ihr Gewehr sein eigenes ist unbrauchbar sie tauschten ihre Gewehre aus und Trelawney der sich die ganze Zeit über sehr ruhig und kaltblütig benommen hatte blieb einen Augenblick stehen um nachzusehen ob das Gewehr vollkommen in Ordnung sei da ich bemerkte dass Grey unbewaffnet war gab ich ihm meinen Stutzsäbel es tat uns allen vom Herzen gut zu sehen wie er in die Hand spuckte seine Augenbrauen zusammenzog und die Klinge durch die Luft pfeifen ließ wir sahen an jeder Muskel seines Körpers klar und deutlich dass unser neuer Waffengefährte sein Salz wert war 40 Schritte weiter kamen wir an den Waldsaum und sahen das Pfahlwerk gerade vor uns liegen wir erreichten die Umzäunung ungefähr in der Mitte der Südseite und fast in dem selben Augenblick erschienen sieben Meuterer an ihrer Spitze der Bootsmann Heob Anderson in vollem Lauf an der Südwestecke sie prallten zurück wie wenn unsere Anwesenheit überraschte und bevor sie zur Besinnung kamen hatten nicht nur der Squire und ich sondern auch Hunter und Joyce im Blockhause Zeit genug um zu feuern die vier Schüsse kamen nicht als Salve sondern plackerten etwas aber sie erfüllten ihren Zweck einer von den Feinden stürzte zu Boden und die übrigen kehrten sofort um und verschwanden unter den Bäumen nachdem wir wieder geladen hatten gingen wir an der Außenseite der Palisade entlang um nach dem gefallenen Feinde zu sehen er war mausetot durchs Herz geschossen wir frohlockten über unseren guten Erfolg da krachte gerade in demselben Augenblick ein Pistolenschuss aus dem Gebüsch eine Kugel pfiff dicht an meinem Ohr vorüber und der arme Redroth taumelte und fiel der Länge nach zu Boden der Squire sowohl wie ich erwiderten den Schuss da wir aber kein Ziel sahen so vergeudeten wir wahrscheinlich nur unser Pulver hierauf luden wir wieder unsere Gewehre und wandten unsere Aufmerksamkeit dem armen Tom zu der Captain und Gray waren schon dabei ihn zu untersuchen und ich sah mit einem halben Blick dass Mann der viel Blut verlor ins Block Haus der arme alte Bursche er hatte vom ersten Beginn unserer Schwierigkeiten bis zu diesem Augenblick da wir ihn im Block Haus zum Sterben niederlegten kein Wort von Überraschung Klage Furcht oder auch nur Zustimmung geäußert wie ein Trojaner hatte er seinen Posten hinter der Matratze in dem schmalen Gang behauptet er hatte jeden Befehl schweigend hartnäckig und genau ausgeführt er war zwanzig Jahre älter als der älteste von uns und nun musste dieser brummige aber treue und nützliche alte Diener für uns sterben der Squire fiel neben ihm auf die Knie nieder und küsste seine Hand und weinte dabei wie ein Kind muss ich gehen Herr Doktor fragte Tom Tom mein Mann sagte ich ihr geht heim ich wollte ich hätte ihn mit meiner Blinte erst einen aufbrennen können antwortete er Tom sagte der Squire sag mir dass er mir vergebt wollt ihr das tun wäre das respektvoll Squire war seine Antwort indessen so sei es Amen nach einem kurzen Schweigen sagte er nach seiner Meinung solle wohl einer von uns ein Gebet lesen es ist mal der Brauch so Herr sagte er wie wenn er um Entschuldigung zu bitten hätte nicht lange darauf verschied er ohne noch ein Wort zu sprechen unterdessen hatte der Käpt'n dessen Taschen wie mir bereits aufgefallen war merkwürdig bepackt waren eine große Menge verschiedener Gegenstände hervorgeholt die britische Flagge eine Bibel ein Knäuel ziemlich dicken Bindfaden Tinte Federn das Logbuch und mehrere Pfundpakete Tabak er hatte innerhalb der Einzäunung einen ziemlich langen Fichtenstamm gefunden dessen Zweige bereits abgehackt waren diesen richtete er mit Hunters Hilfe an der Ecke des Blockhauses auf wo die Baumstämme im rechten Winkel aufeinander stießen dann kletterte er auf das Dach und zog mit eigener Hand die englischen Farben auf diese Handlungen schienen sein Herz sehr zu erleichtern er betrat wieder das Blockhaus und begann unsere Vorräte aufzuzeichnen wie wenn es sonst nichts auf der Welt gäbe bei alledem hatte er sich auch um Tom gekümmert und sobald alles vorüber war trat er mit einer zweiten Flagge heran und breitete diese ehrfurchtsvoll über die Leiche aus dann schüttelte er dem Squire die Hand und sagte nehmen sie sich nicht so sehr zu herzen ihm ist wohl um einen Mann der vor seinem Pflicht für seinen Käpten und seine Herren gestorben ist brauchen wir keine Sorge zu haben dass er nicht in den Himmel kommt das ist vielleicht nach der Glaubenslehre nicht richtig aber es ist Tatsache hierauf zog er mich beiseite und sagte dr Livesey in wie viele Wochen erwarten sie und der Squire die Ankunft des zweiten Schiffes das uns nachgesandt werden sollte ich sagte ihm es handelt sich dabei nicht um Wochen sondern um Monate erst wenn wir gegen Ende August nicht zurück wären sollte Blendley das zweite Schiff schicken um nach uns zu suchen aber weder früher noch später sie können es sich also selber ausrechnen sagte ich ja antwortete der Käpt'n und kratzte sich den Kopf und wenn ich noch so sehr auf die Güte der Vorsehung rechne Doktor möchte ich sagen wir sind in einer ziemlich ekligen Klemme wieso es ist ja schade Doktor dass wir die zweite Bootsladung verloren haben antwortete der Käpt'n mit unserem so gut ist diesen Esser weniger zu haben und mit diesen Worten zeigte er auf den Leichnam unter der Flagge gerade in diesem Augenblick flog sausend eine Vollkugel hoch über das Dach des Blockhauses hinweg und schlug weiter hinter uns in den Wald ein der Käpt'n pulvert nur los ihr habt jetzt schon wenig genug Pulver meine Jungens der zweite Schuss war besser gezielt die warf eine Sandwolke auf richtete aber sonst keinen Schaden an Käpt'n sagte der Squire das Haus ist vom Schiff aus vollständig unsichtbar es muss die Flagge sein wonach sie zielen wäre es nicht weiser sie einzuziehen meine Flagge streichen rief der Käpt'n nein Herr das tue ich nicht und ich glaube wir alle waren seiner Meinung sobald er diese Worte gesprochen hatte denn es war nicht nur eine Äußerung kräftigen Seemannsmutes sondern es war auch politisch klug denn die Flagge zeigte unseren Feinden dass wir ihre Kanonade verachteten den ganzen Abend donnerten sie mit ihrer Kanone eine Vollkugel nach der anderen flog über uns hinweg oder war zu kurz gezielt oder wirbelte in der Umzäunung den Sand auf sie mussten aber so hoch im Bogen schießen dass die Kugel sich unschädlich in den weichen Sand einbohrte wir brauchten kein Abprallen der Kugel zu fürchten eine schlug allerdings durch das Dach des Blockhauses und fuhr durch den Fußboden wieder heraus aber wir gewöhnten uns bald an den Spaß und kümmerten uns so wenig darum wie wenn Cricket gespielt würde ein gutes hat das alles bemerkte der Käpt'n der Wald zwischen uns und dem Strand ist wahrscheinlich vom Feinde nicht besetzt die Ebbe ist mittlerweile ein gutes Stück zurück gegangen wahrscheinlich liegen unsere Vorräte jetzt nicht mehr im Wasser freiwillige Vorräte um das Pökel Fleisch zu holen Gray und Hunter waren die ersten die vortraten gut bewaffnet schlichen sie sich aus dem Pfahlwerk heraus aber ihr Unternehmen erwies sich als unausführbar die Meuterer waren kühner als wir geglaubt hatten oder sie hatten mehr Vertrauen zu Israels Schießkunst denn vier oder fünf von ihnen waren emsig beschäftigt unsere Vorräte wegzuschleppen und warteten mit ihnen bis zu einer der Gigs die ganz in der Nähe lag und ab und zu mit einem Ruderschlag sich gegen die Strömung hielt Silver saß hinten und führte das Kommando und jeder einzelne von ihnen war jetzt mit einer Muskete versehen die sie aus irgendeinem geheimen Magazin genommen haben mussten der Käpt'n setzte sich an sein Logbuch und begann seine Eintragungen folgendermaßen Alexander Smollett Schiffer David Livesey Schiffarzt Abraham Gray Zimmermann Smart John Trelawney Eigentümer John Hunter und Richard Joyce Diener des Eigentümers keine Seeleute dies sind alle die von der Schiffsgesellschaft treu geblieben sind sie kamen mit Vorräten für zehn Tage bei knappen Rationen heute an Land und zogen auf dem Blockhaus der Schatzinsel die englische Flagge auf Thomas Redworth Diener des Eigentümers Förster von den Meuterern erschossen James Hawkins Cajuts Junge in dem selben Augenblick dachte ich bei mir selber wie es wohl dem armen Jim Hawkins gegangen ist da wurde auf der Landseite des Blockhauses gerufen einer ruft uns an sagte Hunter der die Wache hatte Doktor Squire Captain Hallo Hunter seid ihr das rief es draußen und ich lief an die Tür und kam gerade noch zur rechten Zeit um Jim Hawkins heil und gesund über die Palisaden klettern zu sehen neunzehntes Kapitel Jim Hawkins nimmt die Erzählung wieder auf die Garnison im Pfahlberg sobald Ben Gunn die britische Flagge sah lieb er stehen zupfte mich am Arm und setzte sich nieder nun sagte er das sind ja deine Freunde es ist wohl wahrscheinlicher dass es die Mäuterer sind antwortete ich das rief er oh an einem solchen Ort wie hier wohin niemals ein Mensch außer dem Glücks Gentleman kommt würde Silver den Jolly Roger hissen darauf kannst du dich verlassen nein das sind deine Freunde es hat Hiebe gegeben und ich denke mir deine Freunde haben die Oberhand behalten und hier sind sie nun an Land in dem hat ein Köpfchen während ich der rum gewesen hätte niemals seines gleichen gehabt er hatte vor keinem Menschen Angst der Flint nur der Silver der Silver war so schlau nun ja das kann sein meinetwegen sagte ich umso mehr Grund dass ich mich beeile zu meinen Freunden zu kommen nein Mart nur nicht so eilig du bist ein guter Junge daran zweifle ich nicht aber du bist doch zu denen du gehst rum reißt bin ich erst muss ich deinen Gentleman sehen der als Gentleman geboren war und muss sein Ehrenwort haben und vergiss meine Worte nicht man immer mit vertrauen so musstet zu ihm sagen man immer mit vertrauen und dabei kannst du ihn ja mal zwicken und wirklich zwickte er mich in dem selben Augenblick zum dritten Mal in den Arm und machte dabei wieder das schlaue Gesicht und wenn Ben Gun gebraucht wird dann weißt du wo du ihn finden kannst Jim gerade da wo du ihn heute fandest und wer kommt der soll was weiß es in der hand haben und er soll allein kommen und dann noch eins du musst sagen Ben kann sagst du hat seine bestimmten Gründe schön ich glaube ich verstehe dich du hast irgendeinen Vorschlag zu machen und möchtest den Squire oder den Doktor sehen und du bist an der Stelle zu finden wo ich dich zuerst traf ist das alles und wann meinst du noch sagte Ben von ungefähr mittags bis sechs glasen gut dann kann ich wo gehen du wirst doch nicht vergessen fragte er ängstlich man immer vertrauen und seine besonderen Gründe so musst du sagen seine besonderen Gründe das fest und fuhr fort und Jim solltest du selber sehen so wirst du doch Ben Gun nicht verraten nein sagst du keine vier Pferde würden es aus dir heraus ziehen und wenn die Piraten sich am Strande lagern Jim was würdest du dazu sagen wenn es morgen früh Witwen gäbe hier wurde er durch einen lauten Knall unterbrochen und eine Kanonenkugel sauste durch die Bäume riss Äste herunter und schlug in den Sand ein keine hundert Schritte von der Stelle wo wir standen und sprachen im nächsten Augenblick waren wir beide in verschiedene Richtungen davongelaufen eine Viertelstunde lang donnerte ein Schuss nach dem anderen über die Insel Kanonen Kugeln fuhren krachend durch die Bäume ich lief von einem Versteck zum anderen fortwährend von diesen schrecklichen Wurf aufgeschossen verfolgt wenigstens kam es mir so vor aber gegen Ende des Bombardements war ich doch wieder etwas zuversichtlicher geworden obgleich ich mich noch immer nicht in die Nähe des Pfahlwerks wagen durfte wo die Kugeln am häufigsten einschlugen nachdem ich einen Umweg in östliche Richtung gemacht hatte kroch ich schließlich wieder unter die Bäume am Strand die Sonne war eben unter the Seeprise rauschte durch das Laub des Waldes und kräuselte die graue Oberfläche des Ankerplatzes die Ebbe hatte große Fortschritte gemacht und weite Strecken Land lagen frei nach der Hitze des Tages war die Luft kühl geworden und ich fühlte ihre Kälte durch meine Jacke hindurch die Hispaniola lag immer noch an derselben Stelle vor Anker aber von der Spitze ihres Hauptmastes flatterte der Jolly Roger die schwarze Seeräuber Flagge während ich hinübersah kam wieder ein roter Blitz der Kanone und ein Knall der von den Bergen wieder hallte und eine Vollkugel tanzte durch die Luft es war der letzte Schuss der Kanonade ich lag noch eine Weile in meinem Versteck und beobachtete das Streiten der Meuterer nach dem sie den Angriff eingestellt hatten ein paar Leute schlugen mit Beilen auf einen Gegenstand los der am Strande in der Nähe des Pfahlwerks lag wie ich später entdeckte war es die unglückselige Jolle in der Ferne dicht an der Flussmündung loderte ein großes Feuer dessen rote Glut durch die Bäume schien und zwischen dieser Stelle und dem Schiff fuhr eine der Gigs fortwährend hin und her die Matrosen die ich zuletzt so verdrießlich gesehen hatte jauchzten beim Rudern wie die Kinder aber in ihren Stimmen war ein Klang der auf rum schließen ließ nach einiger Zeit dachte ich es möchte wohl gut sein wenn ich wieder nach dem Pfahlwerk zurück ginge ich befand mich ziemlich weit unten auf der niedrigen sandigen Landzunge die den Ankerplatz nach Osten zu abschließt und bei halber Ebbe mit der Skelettinsel in Verbindung steht als ich aufstand sah ich ein Stück weiter die Landzunge hinunter aus einem niedrigen Gebüsch einen einzelnen Felsen aufsteigen der mir durch seine weiße Farbe auffiel ich dachte mir dies könnte wohl die weiße Klippe sein von welcher Ben Gunn gesprochen hatte und dass ich wüsste wo ich zu suchen hätte ich schlich mich nun durch den Wald bis ich wieder die Landseite des Pfahlwerks erreicht hatte und wurde bald von meinen treuen Kameraden willkommen zusammengeheißen schnell hatte ich meine Geschichte erzählt und dann begann ich mich umzusehen das Blockhaus war aus unbehaunen Fichtenstämmen erbaut Dach Wände und Fußboden dieser letztere befand sich an verschiedenen Stellen einen oder anderthalb Fuß hoch über dem Sand Grunde an der Tür war ein Vorbau und an dieser Stelle ergoss eine kleine Quelle sich in einen recht eigentümlichen Behälter es war nämlich weiter nichts als ein großer eiserner Schiffskessel dessen Boden herausgeschlagen war und den man in den Sand eingelassen hatte im Hause war nicht viel mehr vorhanden als die kahlen Wände aber in der einen Ecke lag ein Stein der als Herd benutzt wurde und auf diesem stand ein rostiger eiserner Korb in welchem das Holz brannte die Abhänge des Hügels und der ganze Innenraum des Pfahlwerks waren gelichtet worden und mit den gefällten Bäumen hatte man das Blockhaus erbaut an den Stümpfen konnten wir noch sehen was für ein schöner hoher Wald hier zerstört worden war ein großer Teil des Erdreichs war vom Regen hinweg gewaschen worden nachdem die Bäume es nicht mehr zusammen hielten nur wo das Bächlein von dem Kessel aus über den Abhang floss war in dem dürren der auf der Landseite aus lauter Fichten bestand nach der Seeseite zu aber stark mit Lebenseichen gemischt war die kalte Abendbrise von der ich sprach pfiff durch jede Ritze des ungefügen Gebäudes und wehte fort während feinen Sand herein der den Fußboden bedeckte Sand hatten wir in den Augen Sand in den Zähnen Sand in unserem Abendessen und auf dem Grunde des Kessels tanzte in dem Quellwassersand dass es genau aussah wie eine Mehlsuppe die zu kochen beginnt unser Schornstein bildete ein viereckiges Loch im Dach nur ein kleiner Teil des Rauches zog durch dieses ab der Rest erfüllte das ganze Haus sodass wir fortwährend husten und uns die Augen wischen mussten hierzu kam noch das Grey der neue Mann das Gesicht verbunden hatte er hatte bei steif und starr unter dem Union Jack wenn wir nichts getan hätten würden wir die Nerven verloren haben aber Captain Smollett war nicht der Mann der solche Unvernünftigkeit zulässt die ganze Mannschaft wurde aufgerufen und von ihm in Wachen eingeteilt der Doktor Grey und ich bildeten die eine Wache der Squire Hunter und Joyce die andere so müde wir alle waren wurden doch zwei ausgeschickt um Brennholz zu holen zwei andere mussten ein Grab für Redworth machen der Doktor wurde zum Koch ernannt ich wurde als Schildwache an die Tür gestellt und der Käpt'n selber ging von einem zum anderen sprach uns Mut ein und legte mit Hand an wo es nötig war von Zeit zu Zeit kam der Doktor an die Tür um ein wenig frische Luft zu schöpfen und seine Augen zu kühlen und wenn ich so etwas sage so will dies etwas heißen ein anderes Mal kam er und war eine Weile still dann legte er den Kopf auf die eine Seite sah mich an und fragte ist dieser Ben Gunn ein vernünftiger Mensch ich weiß es nicht Herr Doktor ich bin nicht ganz sicher ob er seinen Verstand hat wenn in dieser Beziehung irgendein Zweifel besteht so hat er ihn antwortete der Doktor ein Mensch der drei Jahre lang auf einer unbewohnten Insel gewesen ist und an seinen Nägeln gekaut hat Jim der kann nicht so vernünftig erscheinen wie du oder ich das kann man nicht erwarten es liegt nicht in der menschlichen Natur sagtest du nicht etwas davon dass er besondere Lust hätte etwas zu essen ich glaube Käse jawohl der Doktor Käse ach Jim kannst du sehen dass es manchmal zu etwas gut ist wenn ein Mensch wert auf gutes Essen liegt du hast doch mal meine Schnupftabaksdose gesehen nicht wahr aber du hast mich niemals schnupfen sehen der Grund davon ist der dass ich in meiner Dose keinen Schnupftabak sondern immer ein Stück Parmesankäse bei mir trage das ist ein Käse der in Italien gemacht wird sehr nah ist doch sein Grab herum eine Menge Fichtenholz war in das Blockhaus gebracht worden aber nach des Käptens Meinung noch lange nicht genug er schüttelte den Kopf und sagte wir müssten uns am nächsten Morgen fleißiger dazu halten nachdem wir unser Pökelfleisch gegessen und jeder ein gutes steifes Glas Grock getrunken hatte setzten die drei Anführer sich in eine Ecke zusammen um unsere Aussichten zu besprechen wie mir scheint Hilfe kommen konnte sie waren darüber einig dass unsere beste Hoffnung darin bestände die Piraten einzeln abzuschießen bis sie entweder ihre Segelstrichen oder mit der Hispaniola davon segelten ihre Zahl war bereits von 19 auf 15 herunter gebracht zwei andere waren verwundet und einer davon der Mann den der Squire neben der Kanone getroffen hatte zumindest schwer verwundet wenn nicht gar tot so oft wir Gelegenheit hatten einen Schuss auf sie zu tun sollten wir sie benutzen dabei aber äußerst vorsichtig sein uns nicht selber auszusetzen außerdem hatten wir noch zwei gute Verbündete den Rum und das Klima was den Rum anbetrifft so konnten wir die Meuterer bis spät in die Nacht singen hören obwohl wir ungefähr eine halbe Meile entfernt waren und in Bezug auf das Klima erklärte der Doktor er wolle seine Perücke zum Pfande setzen dass die Hälfte von ihnen vor Ablauf einer Woche auf dem Rücken liegen würde denn ihr Lager befände sich in der sumpfigen Marsch und sie hätten keine Arzneien darum werden sie wenn sie nicht vorher alle tot geschossen sind froh sein mit dem Schoner abzuschieben es ist immerhin ein Schiff und sie können ihr Piratenleben wieder beginnen nehme an das erste Schiff das ich in meinem Leben verloren habe sagte Captain Smollett ich war todmüde wie man sich vorstellen kann trotzdem wälzte ich mich noch lange schlaflos auf meinem Lager aber als ich endlich einschlief da schlief ich auch wie ein Stück Holz die übrigen waren längst aufgestanden hatten schon gefrühstückt und den Brennholzhaufen um die Hälfte der Menge vermehrt als sich von einem Geräusch und lautem Rufen aufgeweckt wurde ein Parlamentär hörte ich irgendeinen sagen und gleich darauf setzte er mit einem Ausruf der Überraschung hinzu Silver Silver in eigener Person da sprang ich auf rieb mir den Schlaf aus den Augen und lief an eine Schießscharte an der Wand 20. Kapitel Silver als Tuch der andere kein geringerer als Silver selbst stand ruhig neben ihm es war noch recht früh und es war der kälteste Morgen den ich jemals im Freien verbracht habe eine Kälte die mir durch Mark und Bein drang der Himmel droben war klar und wolkenlos und die Wipfel der Bäume leuchteten rosig in der Sonne aber die Stelle wo Silver mit seinem Begleiter stand Sumpf heraufgekrochen war die Kälte und dieser Nebel redeten eine deutliche Sprache sie bewiesen dass diese Insel ein trübseliger Aufenthalt sein musste offenbar ein feuchter fieber ausdünstender ungesunder Ort bleibt im Hause Leute sagte der Käpten es ist zehn gegen eins zu wetten dass sie eine Hinterlist vorhaben dann rief er die Piraten an wer da steht oder wir schießen parlamentär rief Silver der Käpten stand im Vorbau deckte sich aber sorgfältig gegen einen Schuss aus dem Hinterhalt falls ein solcher etwa beabsichtigt sein sollte er wandte sich zu uns und sagte Doktors Wache zum Ausguck Dr. Livese übernehmen Sie Leute passt sorgfältig auf dann wandte er sich wieder zu den Meuterern und rief und was wollt ihr mit eurem parlamentär dieses mal antwortete der andere Mann Captain Silver Herr möchte an Bord kommen und über die Bedingungen verhandeln rief er Captain Silver kenne ich nicht wer ist das rief der Captain und wir konnten hören wie er leise vor sich hin sagte Captain sagte du liebe Güte das ist schnelle Beförderung Long John antwortete selbst ich Herr diese armen Jungen haben mich zu ihrem Captain gemacht nachdem sie Herr desertiert waren er legte einen besonderen Ton auf das Wort desertiert wir sind willens uns mit ihnen zu einigen wenn wir zu vernünftigen Bedingungen kommen können und ohne Widerwärtigkeiten ich verlange weiter nichts als ihr Wort Captain Smollett dass sie mich heil ein Gewehr abgefeuert wird mein Mann sagte Captain Smollett ich habe nicht das geringste Verlangen mit euch zu reden wenn ihr mit mir zu reden wünscht so könnt ihr kommen und damit fertig wenn es irgendeine Verräterei gibt so wird die auf eurer Seite sein und der Herr Gott mag ihm gnädig sein das genügt Captain rief Long John fröhlich ein Wort von ihnen genügt das war auch nicht zu verwundern denn des Käptains Antwort war sehr kavalier mäßig gewesen aber Silver lachte ihn laut aus und klopfte ihm auf den Rücken wie wenn es lächerlich gewesen wäre sich irgendwie zu beunruhigen dann trat er an die Palisaden heran schwang seine Krücke herüber und stieg mit großer Kraft und Gewandtheit über den Zaun auf dessen anderer Seite er Wohlbehalten ankam ich will gestehen dass ich von den Vorgängen zu sehr in Anspruch genommen war um hier als Schildwache auch nur das geringste nützen zu können ich hatte meine Schießscharte an der Ostwand verlassen und war hinter den Käpt'n gekrochen der sich jetzt auf die Schwelle gesetzt hatte er stützte seine Ellbogen auf die Knie seinen Kopf auf die Hände und sah auf die Quelle die aus dem alten eisernen Kessel über den Sand sprudelte und pfiff vor sich hin die Melodie kommt jungens und der ns silver hatte eine harte Arbeit den abhang hinauf zu kommen zwischen den dicken baumstümpfen und in dem losen sand des steilen hügels war er mit seiner Krücke so hilflos wie ein steuerloses Schiff aber er quälte sich tapfer ab ohne ein Wort zu sagen und stand vor dem Käpt'n den er mit großem Anstand begrüßte er hatte seinen besten Anzug angezogen einen ungeheuer großer blauer rock mit unzähligen Messingknöpfen ging ihm bis zu den Knien herunter ein Dreimaster der mit schöner Goldspitze besetzt war saß ihm auf dem Hinterkopf so da seid ihr ja mein Mann sagte der Käpt'n in dem er aufblickte es ist wohl am besten wenn ihr Platz nehmt sie wollen mich nicht hereinkommen lassen sagte Long John in vorwurfsvollem tone es ist ganz gewiss ein verdammt kalter Morgen her so im freien auf dem Sande zu sitzen wenn es euch genügt hätte ein ehrlicher Mann zu bleiben hättet ihr in eurer Kombüse sitzen können ihr seid selber schuld ihr seid entweder mein Schiffskoch und als solcher wurdet ihr anständig behandelt oder ihr seid Captain Silver ein gemeiner Meuterer und Seeräuber und dann könnt ihr euch hängen lassen so schön Captain antwortete der Schiffskoch indem er sich auf den Sand setzte wie ihm befohlen war sie werden mir die Hand reichen müssen damit ich wieder hochkomme das ist alles ein recht nettes Plätzchen haben sie hier ah da ist Jim recht schönen guten Morgen Jim Doktor ihr ergebener Diener na da sitzen ja alle beisammen wie eine glückliche Familie sozusagen wenn ihr mir etwas zu sagen habt mein Mann so ist es besser gesagt es sagte der Captain da haben sie recht Captain Smollett antwortete Silver Pflicht ist Pflicht ganz gewiss na nun hören sie mal da haben sie gestern Abend einen guten Streich gemacht ich glaube nicht dass es ein guter Streich war einige von ihnen sind ja recht fix mit einer Handspeiche und ich will auch nicht leugnen dass einige von meinen Leuten einen kleinen Schrecken bekamen vielleicht bekamen sie alle einen vielleicht bekam ich selber einen Schrecken vielleicht ist das der Grund warum ich hier bin um über ihre Bedingungen zu sprechen aber merken sie sich das Captain ich werde das nicht zum zweiten mal tun zum Donnerwetter nochmal wir werden einen Postendienst einrichten müssen und ein bisschen sparsamer mit dem rum umgehen vielleicht denken sie wir hätten alle einen kleinen sitzen gehabt aber ich sage ihnen ich war nüchtern ich war bloß hundemüde wenn ich eine Sekunde früher aufgewacht wäre hätte ich sie dabei abgefasst er war noch nicht tot als ich zu ihm kam nun sagte Captain Smollett vollkommen gleichgültig und kalt jedes Wort das Silver sagte war für den Captain ein Rätsel aber das hätte seinem Ton kein Mensch anmerken können übrigens begann mir eine Ahnung aufzugehen wenn ganz letzte Worte kamen mir in den Sinn ich begann zu vermuten dass er den Piraten einen Besuch abgestattet hatte während sie alle betrunken um ihr Feuer herum lagen und ich rechnete mir mit Vergnügen Schatz haben und wir kriegen ihn das ist für uns die Hauptsache sie möchten ebenso gerne ihr Leben retten denke ich mir und das ist für sie die Hauptsache sie haben eine Karte nicht wahr das mag wohl sein antwortete der Captain oh sie haben eine das weiß ich sie brauchen nicht so kurz angebunden zu sein das hat nicht den geringsten zweck darauf können sie sich verlassen was ich meine ist dies wir wollen ihre Karte haben nun ich habe gegen sie selber niemals etwas gehabt euer reden hat bei mir gar keinen zweck mein Mann unterbrach ihn der Captain wir wissen ganz genau was ihr zu tun beabsichtigt und wir machen uns nichts draus denn jetzt seht mal könnt ihr es nicht tun und der Captain sah ihn dabei ganz ruhig an und stopfte sich eine Pfeife wenn aber grey rief silver laut still davon rief smollett grey hat mir nichts gesagt und ich habe ihn nichts gefragt und ich will euch was sagen ehe ich das täte wollte ich lieber euch und ihn und die ganze insel in die luft fliegen sehen also hier rüber wisst ihr nun bescheid mein Mann dieser kleine Zornausbruch schien silver etwas abzukühlen vorher hatte er sich beleidigt gestellt aber jetzt nahm er sich zusammen und sagte das kann ich mir wohl denken ich habe nicht darüber zu urteilen was nach der Meinung solcher Herren wie sie schiffsrecht ist oder nicht und da ich sehe dass sie eine pfeife rauchen wollen so will ich frei sein des gleichen zu tun und er stopfte sich eine pfeife und zündete sie an so saßen die beiden Männer eine ganze Weile schweigend da und rauchten zuweilen sahen sie einander ins Gesicht zuweilen drückten sie ihren Tabak nieder zuweilen beugten sie sich vor um auszuspucken es war so gut wie eine Theatervorstellung ihnen zuzusehen na also fing endlich Silver wieder an die Sache ist so sie geben uns die Karte damit wir den Schatz kriegen können und schießen keine armen Matrosen mehr tot und schneiden ihnen nicht mehr die Kehle ab während sie schlafen also das ist ihre Leistung und dafür stellen wir ihnen folgendes zur Wahl entweder kommen sie zu uns an Bord sobald der Schatz auf dem Schiff ist dann gebe ich ihnen mein Afidafi auf mein Ehrenwort sie irgendwo wo sie Lust haben heil und gesund an Land zu setzen oder wenn ihnen das nicht passt weil einige von meinen Leuten etwas rau sind und eine alte Rechnung mit ihnen haben von wegen früheren Anschnauzens dann können sie auch hier bleiben wir wollen alle Vorräte mit ihnen teilen Mann für Mann und ich gebe ihnen meine Afidafi wie vorher das erste Schiff das ich treffe anzurufen und hierher zu schicken um sie aufzunehmen nun sie werden zugeben dass das ein Wort ist etwas besseres können alle Captain Smollett stand auf und klopfte seine Pfeife in seine linke Handfläche aus ist das alles sagte er mein allerletztes Wort zum Donner antwortete John weisen sie es zurück so werden sie von mir nichts mehr zu sehen kriegen außer Musketenkugeln sehr schön sagte der Captain jetzt sollt ihr hören was ich euch zu sagen habe wenn ihr einer nach dem anderen einzeln unbewaffnet hier herauf kommt so will ich mich verpflichten euch damit ihr vor dem Gerichtshof kommt wollt ihr das nicht mein name ist Alexander Smollett ich habe hier meines Königs Flagge gehisst und ich will euch alle zum Teufel schicken ihr könnt den Schatz nicht finden ihr könnt das Schiff nicht segeln unter euch ist kein einziger im Stande das Schiff zu führen ihr könnt es im Kampf nicht mit uns aufnehmen den Grey hier konnten fünf von euch nicht halten euer Schiff liegt fest Meister Silver ihr liegt an einer Liegküste und das werdet ihr bald herausfinden hier stehe ich und sage euch das und dies sind die letzten guten Worte die ihr von mir kriegt denn so wahr ein Gott im Himmel ist ich will euch eine Kugel in euren Wands jagen wenn ich euch noch einmal sehe Marsch mein Junge hinaus hier bitte Hand über Hand und ein bisschen fix Silvers Gesicht war zum Malen vor Wut quollen ihm die Augen aus dem Kopf er klopfte seine Pfeife aus und schrie reichen sie mir der Hand dass ich aufstehen kann ich denke nicht daran antwortete der Käpt'n wer will mir aufhelfen wollte er keiner von uns rührte sich die furchterlichsten Flüche brüllend kroch Silver über den Sand bis er an den Vorbau kam und sich an diesem aufrichten konnte er stützte sich auf seine Krücke dann spie er in die Quelle und rief da so denke ich von euch bevor eine Stunde vorüber ist will ich euch in eurem Blockhaus ausräuchern lacht nur zum Donner lacht nur bevor eine Stunde vorüber ist werden andere Leute lachen dann werden die 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 glücklichen sein und mit einem letzten fürchterlichen Fluch humpelte er davon und schleppte sich durch den Sand den Abhang hinunter der Mann mit der weißen Flagge half ihm nach vier oder fünf vergeblichen Versuchen über die Palisade hinüber und einen Augenblick später waren beide zwischen den Bäumen verschwunden 21. Kapitel Der Angriff Sobald Silber verschwand wandte der Käpt'n der ihn scharf beobachtet hatte sich dem Inneren des Hauses zu und fand keinen einzigen von uns außer Grey auf seinem Posten Es war das erste Mal dass wir ihn wirklich zornig sahen Auf eure Posten rollte er und dann als wir alle an unsere Plätze zurück geschlichen sagte er Grey ich will euren Namen ins Logbuch eintragen ihr seid zu eurer Pflicht und Schuldigkeit gestanden wie ein echter Seemann Herr Trelawney ich wundere mich über Sie Doktor ich glaubte sie hätten des Königs Rock getragen wenn sie auf diese Weise bei Fontenay ihren Dienst versahen Herr so wären sie besser in ihrem Bett geblieben wir von des Doktors Wache standen alle wieder an unseren Schießscharten die übrigen luden eifrig die überzähligen Musketen und jeder hatte wie man sich denken kann einen roten Kopf und einen Floh im Ohr wie man zu sagen pflegt Der Käpt'n sah eine Weile schweigend zu Dann nahm er das Wort und sagte Jungens ich habe dem Silver eine Breitseite gegeben Ich schoss absichtlich mit Brandkugeln und bevor eine Stunde rum ist werden sie zu entern versuchen wie er ganz richtig gesagt hat An Zahl sind sie uns überlegen geringsten Zweifel daran dass wir sie verdreschen können wenn ihr nur wollt Hierauf machte er die Runde und sah dass alles zum Gefecht klar war Auf den beiden schmalen Seiten des Hauses nach Osten und nach Westen zu waren nur zwei Schießscharten auf der Südseite die den Vorbau hatte ebenfalls zwei auf der Nordseite aber waren fünf Wir sieben Mann verfügten über rund 20 Musketen das Brennholz war zu vier Haufen aufgeschichtet die sozusagen Tische bildeten einen vor der Mitte jeder Wand und auf jedem dieser Tische lagen vier geladene Musketen nebst einiger Reserve Munition in Reichweite der Verteidiger in der Mitte jedes Tisches lagen die Stutzzäbel bereit Löscht das Feuer aus sagte der Käpt'n Die Kälte hat aufgehört und wir dürfen keinen Rauch in die Augen bekommen Herr Trelawney trug mit eigenen Händen den eisernen Feuerbehälter hinaus und die glühenden Kohlen wurden draußen in dem Sande ausgelöscht Hawkins hat doch nicht gefrühstückt nimm dir etwas Hawkins aber geh sofort auf deinen Posten zurück und iss es dort sagte Käpt'n Smollett nun ein bisschen fix Jim du wirst es nötig haben bevor du fertig bist Hunter gib jedem ein Glas Brandwein während das Getränk verteilt wurde machte der Käpt'n sich seinen Verteidigungsplan zurecht Sie Doktor werden die Tür übernehmen sagte er geben Sie sich ja keine Blöße sondern halten Sie sich drinnen und feuern Sie durch den Vorbau Hunter ihr übernehmt die Ostseite Joyce ihr kommt hierhin nach Westen Herr Trelawney Sie sind der beste Schütze Sie und Grey werden die Lange Nordseite übernehmen mit den fünf Schießscharten auf dieser Seite ist die Gefahr wenn sie an uns herankommen könnten und durch unsere eigenen Schießscharten auf uns feuerten dann sähe die Sache dreckig für uns aus Hawkins du und ich wir kommen als Schützen nicht sehr in Betracht wir werden die abgeschossenen Musketen laden und überall zur Hand gehen wo es nötig ist Die Kälte hatte Münste ein bald war der Sand glühend heiß und das Harz im Holz des Blockhauses begann zu schmelzen Jacken und Röcke wurden abgeworfen die Hemden am Halse geöffnet und die Ärmel bis an die Achseln aufgestreift und jeder stand an seinem Posten fieberhaft glühend von der Hitze und von der Erwartung Eine Stunde verging »Hol sie der Teufel« sagte der »Dies ist so langweilig wie in den Doldrums Grey pfeift mal nach einem Wind« Aber gerade in diesem Augenblick kam das erste Anzeichen des Angriffs »Verzeihen Sie Herr« sagte Joyce »Wenn ich irgendeinen sehe soll ich dann feuern? »Das sag ich euch ja« rief der Captain »Dank ihn Herr« antwortete Joyce mit derselben ruhigen Höflichkeit Eine Zeit lang erfolgte nichts Aber die Augen an und spitzten die Ohren Die Schützen hielten ihre Musketen schussfertig in der Hand und der Captain stand mit sehr fest geschlossenen Lippen und gerunzelter Stirn mitten im Blockhaus So vergingen einige Sekunden Da legte Joyce plötzlich seine Muskete an und feuerte Der Knall war noch nicht verklungen So antwortete schon von draußen eine rollende Salve Schuss folgte auf Schuss wie einzige Drang durch die Wände und als der Rauch sich wieder verzogen hatte sah die Umfehlung mit dem Walde rings umso ruhig und leer aus wie zuvor kein Busch bewegte sich kein Aufblitzen eines Musketenlaufs verriet die Anwesenheit unserer Feinde Habt ihr einen Mann getroffen fragte der Captain Nein Herr antwortete Joyce Ich glaube nicht Wenigstens gut dass ihr die Wahrheit sagt Murmelte Captain Smollett Lade sein Gewehr Hawkins Wie viele waren nach ihrer Meinung auf ihrer Seite Doktor Das kann ich nicht genau sagen sagte Dr. Livese Auf dieser Seite wurden drei Schüsse abgefeuert Ich sah es dreimal aufblitzen Zwei Blitze waren dicht beieinander Der dritte war nach Westen zu Drei Und wie viel auf ihrer Seite Trelawney Aber diese Frage war nicht so leicht zu beantworten Auf der Nordseite waren viele Schüsse gefallen Nach Desquires Berechnung Sieben nach Greys Meinung Acht oder Neun Von Westen oder Osten war nur hier ein einziger Schuss gefallen Hieraus ging klar hervor dass der Angriff von der Nordseite kommen würde Und dass wir auf den drei anderen Seiten nur durch einen Scheinangriff beschäftigt werden sollten Aber Captain Smollett änderte trotzdem nichts an seinen Anordnungen Er meinte Wenn es den Meuterern gelänge über die Lichtung zu kommen würden sie jede unbesetzte Schießscharte benutzen um uns wie Ratten in unserer eigenen Festung niederzuschießen Übrigens hatten wir nicht mehr viel Zeit darüber nachzudenken Plötzlich brach mit einem lauten Hurra ein kleines Häuflein der Piraten aus dem Walde an der Nordseite hervor und lief stracks auf die Palisaden los In dem selben Augenblick wurde vom Wald aus das Feuer wieder eröffnet Eine Büchsenkugel pfiffed durch die Eingangstür und zerschmetterte des Doktors Muskete Die Angreifer kletterten mit affenartiger Behändigkeit über den Zaun Der Squire und Grey feuerten jeder mehrere Male Drei von den Mäuterern fielen Einer auf der Lichtung Zwei stürzten von dem Zaun nach der Außenseite herab Aber von diesen war der eine offenbar nicht ernstlich verwundet Denn er war ihm nur wieder auf den Füßen und verschwand sofort unter den Bäumen Zwei hatten in den Sand gebissen Einer war geflohen Vieren war es geglückt in unsere Verteidigungswerke einzudringen während aus ihrer Deckung im Walde sieben oder acht Piraten von denen augenscheinlich jeder mit mehreren Musketen versehen war ein lebhaftes jedoch unwirksames Feuer gegen das Blockhaus unterhielten Die vier die über den Zaun gekommen waren rannten mit Geschrei auf das Haus los und die Leute unter den Bäumen erwiderten das Geschrei um ihre Kameraden zu ermutigen Mehrere Schüsse wurden abgefeuert aber unsere Schützen waren zu hastig und hatten wahrscheinlich niemand getroffen Im Nu waren die vier Piraten den Hügel hinaufgerannt und fielen über uns her An der mittleren Schießscharte erschien der Kopf des Bootmanns Hiob Anderson Auf sie alle Mann brüllte er mit Donnerstimme In dem selben Augenblick packte ein anderer Pirat Hunters Muskete an der Mündung riss sie ihm aus der Hand zog sie durch die Schießscharte heraus und streckte mit einem Kolbenschlag den armen Burschen zu Boden Unterdessen war ein dritter Pirat um das Haus herum gelaufen Er schien plötzlich an der Eingangstür und fiel mit seinem kurzen Säbel über den Doktor her Unsere Lage hatte sich völlig verändert Einen Augenblick vorher feuerten wir aus der Deckung auf einen Feind der unseren Schüssen bloßgestellt war jetzt aber lagen wir ohne Deckung und konnten keinen Schlag erwidern Das Blockhaus war voll von Pulverdampf und diesem Umstand verdankten wir unsere verhältnismäßige Sicherheit Geschrei und Getümmel aufblitzen und Knall von Pistolenschüssen und ein lautes Stöhnen klang mir in den Ohren auf Jungs packt sie draußen an nehmt die Säbel rief der anderen der gleichzeitig nach einer Waffe griff einen Schnitt über die Finger knöchel den ich aber kaum fühlte ich sprang aus der Türe in den hellen Sonnenschein hinaus irgendeiner lief dicht hinter mir ich wusste nicht wer gerade vor mir verfolgte der Doktor seinen Angreifer den Berg hinunter gerade als ich hinsah schlug er ihm die Parade durch und der Mann stürzte mit einer großen klaffenden Wunde über das ganze Gesicht zu Boden und streckte alle Viere von sich ums Haus herum ums Haus herum jungen ums Haus herum schrie der Käpt'n und ich bemerkte trotzdem Getümmel dass seine Stimme einen merkwürdigen Klang hatte mechanisch gehorchte ich wandte mich nach Osten und lief mit geschwungenem Säbel um die Ecke des Hauses herum im nächsten Augenblick sah ich mich Anderson gegenüber er brüllte laut auf und seine Klinge die über dem Kopf schwang blitzte in der Sonne ich hatte keine Zeit mich zu fürchten da aber der Schlag nicht sofort fiel sprang ich ihm nur zur Seite glitt in dem losen Sand aus und rollte den Abhang hinunter als ich aus der Tür gesprungen war kletterten die anderen Meuterer bereits auf die Palisaden hinauf um uns den Garaus zu machen einer von ihnen ein Bursche mit einer roten Nachtmütze auf dem Kopf der seinen Stutzsebel zwischen den Zähnen hielt war sogar schon oben und hatte das eine Bein auf der Innenseite nun alles ging so ungeheuer schnell dass alles sich noch in derselben Stellung befand als ich wieder auf meinen Füßen war der Kerl mit der roten Nachtmütze war immer erst halb über den Zaun hinüber und ein anderer streckte gerade seinen Kopf für die Palisaden indessen in diesem Nu war der Kampf schon vorüber und der Sieg war unser Gray der mir auf dem Fuße gefolgt war hatte den großen Bootsmann niedergeschlagen bevor dieser Zeit hatte seine Klinge wieder hoch zu bringen ein anderer Pirat war an einer Schießscharte erschossen worden als er gerade in das Blockhaus hineinfeuerte er lag im Todeskampf die rauchende Pistole noch in der Hand einen dritten hatte der Doktor wie ich gesehen hatte mit einem Hiebe niedergestreckt von den Vieren die über die Palisaden geklettert waren blieb nur ein einziger übrig und dieser der seinen Säbel verloren hatte kletterte jetzt in Todesangst wieder über die Pfähle schießt schießt aus dem Haus verschwand mit den übrigen im Walde binnen drei Sekunden blieben von den Angreifern nur die fünf Gefallenen zurück vier auf der Innenseite eine auf der Außenseite der Palisade der Doktor Gray und ich rannten im vollen Lauf nach dem Blockhaus um Deckung zu suchen die Überlebenden mussten bald wieder unter den Bäumen sein wo sie ihre Musketen zurückgelassen hatten und das Feuer konnte jeden Augenblick wieder eröffnet werden der Rauch hatte sich inzwischen aus dem Blockhaus einigermaßen verzogen und wir sahen auf den ersten Blick welchen Preis wir für den Sieg bezahlt hatten Hunter lag betäubt neben seiner Schießscharte Joyce lag an der seinigen er war durch den Kopf geschossen und rührte sich nicht mehr in der Mitte des Raumes stützte der Squire den Captain einer war so bleich wie der andere der Captain ist verwundet sagte Herr Trelawney sind sie davon fragte Smollett alle die es konnten das können sie glauben antwortete der Doktor aber fünf von ihnen werden niemals wiederkommen fünf rief der Captain das ist besser fünf gegen drei so bleiben wir vier gegen neun das ist für uns ein besseres Verhältnis als am Anfang damals waren wir sieben gegen neunzehn oder glaubten wenigstens dass das Verhältnis so stehe und das war für unsere Rechnung ebenso schlimm Übrigens waren die Meuterer bald nur noch acht an der Zahl denn der Mann den Herr Trelawney bei der Kanone auf Deck des Schoners niedergeschossen hatte starb an demselben Abend an seiner Wunde aber dies war natürlich der Partei im Blockhaus damals noch nicht bekannt sondern stellte sich erst später heraus Kapitel 22 der Beginn meines Seeabenteuers Die Meuterer kamen nicht wieder es fiel nicht einmal mehr ein Schuss aus dem Walde sie hatten ihre Ration für den Tag bekommen wie der Käpt'n sich ausdrückte so hatten wir Ruhe in unserem Blockhaus und konnten nach den Verwundeten sehen und etwas zum Essen zurecht machen der Squire und ich kochten draußen im Freien trotz der Gefahr und selbst draußen wussten wir vor Entsetzen über das laute Stöhnen der Patienten die der Doktor unter den Händen hatte kaum was wir taten von den acht Männern die im Gefecht gefallen waren atmeten nur noch drei der eine Pirat der an der Schießscharte verwundet worden war Hunter und Captain Smollett und von diesen waren die beiden ersten so gut wie tot der Meuterer starb unter des Doktors Messer und Hunter kam trotz allen unseren Bemühungen auf dieser Welt nicht mehr zum Bewusstsein er lag noch den ganzen Tag und röchelte schwer wie damals zu Hause im Admiral Benbow der alte Seeräuber als er seinen Schlaganfall bekam Hunters Brustkorb war von dem Kolbenschlag eingedrückt worden und bei dem Sturz hatte er einen Schädelbruch erlitten und die folgende Nacht ging er ohne noch ein Zeichen zu geben oder ein Wort zu sprechen zu seinem Schöpfer ein Die Wunden des Käptens waren schwer aber nicht lebensgefährlich es war kein edler Teil tödlich verletzt Andersons Kugel den Hiob hatte zuerst auf ihn geschossen hatte das Schulterblatt zerschmettert und die Lunge gestreift aber nicht gefährlich der zweite Schuss hatte nur einige Muskeln in der Wade zerrissen der Doktor sagte er werde bestimmt mit dem Leben davon kommen aber er dürfe noch wochenlang weder gehen noch seinen Arm bewegen ja wenn möglich solle er kein Wort sprechen mein eigener schmiss über die finger knöchel war bloß ein flohstich dr Dr. Livseek klebte ein Pflaster darüber und zupfte mich noch obendrein an den Ohren nach dem Essen setzten der Squire und der Doktor sich zum Käpten um mit ihm zu beratschlagen als sie sich ausgesprochen hatten war es kurz nach zwölf Uhr da griff der Doktor nach Hut und Pistolen schnallte einen Säbel um steckte die Karte in seine Tasche und schulterte eine Muskete dann kletterte er an der Nordseite über die Palisade und ging mit schnellen Schritten in den Wald Gray und ich saßen am anderen Ende des Blockhauses beisammen um unsere Offiziere nicht in ihrem Gespräch zu stören als nun der Doktor in dieser Ausrüstung verschwand nahm Gray seine Pfeife aus dem Mund und vergaß vor Erstaunen sie wieder hinein zu stecken hol Es wäre von uns wohl der Letzte dem das passieren würde denke ich na Schiffsmart vielleicht ist er nicht verrückt aber wenn es nicht ist merke auf meine Worte so bin ich es denke mir antwortete ich der Doktor hat seine Idee und wenn ich mich nicht irre ist er jetzt ausgegangen um Ben Garn zu treffen wie sie später herausstellte hatte ich recht aber im Hause war eine Hitze zum und damit hatte ich durchaus nicht so recht ich begann nämlich den Doktor zu beneiden der im kühlen Schatten des Waldes unter dem Gesang der Vögel und in dem würzigen Harzduft der Fichten spazieren ginge während ich hier in der Hitze rösten würde und meine Kleider blieben an dem heißen Harz hängen und rings um mich herum war so viel Blut und so viele arme Leichen lagen überall herum dass ich einen Ekel vor dem Platz bekam während ich das Blockhaus aufwusch und dann die Essgeräte reinigte wurden dieser Ekel und dieser Neid immer stärker in mir da ich gerade bei einem Sack mit Zwiebecken stand und niemand auf mich achtete so tat ich den ersten Schritt zu meiner Flucht und füllte beide Taschen meiner Jacke mit Zwieback meinetwegen mag man sagen dass ich ein Narr war und ganz gewiss stand ich im Begriff eine Törrichte und mehr als tollkühne Handlung zu begehen aber ich war entschlossen dabei alle Vorsicht anzuwenden die mir zu Gebote stände sollte mir irgendetwas zustoßen so würden diese Zwiebecke mich zumindest bis zum nächsten Tag vor Hunger bewahren so dann nahm ich mir ein paar Pistolen und da ich bereits einen Pulverhorn und Kugeln hatte so fühlte ich mich mit Waffen wohl versehen der Plan den ich in meinem Kopf hatte war an und für sich nicht schlecht ich wollte nach der sandigen Landzunge hinunter gehen die den Ankerplatz nach Osten gegen die offene See abschließt wollte den weißen Felsen aufsuchen den ich am Abend vorher bemerkt hatte und mich vergewissern ob Ben Gunn an dieser Stelle sein Boot versteckt hatte oder nicht das war wohl der Mühe wert wie ich auch jetzt noch glaube da ich aber sicher war dass man mir nicht erlauben würde das Pfahlwerk zu verlassen so bestand mein Plan zunächst nur darin mich auf Französisch zu empfehlen und hinaus zu schlüpfen wenn niemand auf mich acht gäbe und das war so Unrecht von mir dass meine ganze Handlungsweise dadurch schlecht wurde aber ich war nur ein Knabe und hatte es mir nun einmal in den Kopf gesetzt nun es fügte sich so dass ich eine wundervolle Gelegenheit fand der Squire und Gray waren damit beschäftigt den Käpten zu verbinden die Küste war klar und ich kletterte über die Pfähle und sprang in den dichtesten Wald hinein und bevor meine Abwesenheit bemerkt wurde befand ich mich außer Rufweite meiner Kameraden dies war meine zweite Torheit und die war viel schlimmer als die erste denn es blieben nur zwei gesunde Menschen zur Bewachung des Hauses zurück aber wie die erste Dummheit als ich mit den Meuterern an Land gefahren war half auch diese zweite dazu uns alle zu retten ich lief strax nach der Ostküste der Insel denn ich hatte mich entschlossen auf der Seeseite der Landzunge am Strande entlang zu gehen um jede Möglichkeit zu vermeiden dass ich vom Ankerplatz her bemerkt werden könnte es war schon spät am Nachmittag aber immer noch warm und sonnig während ich durch den Hochwald ging konnte ich in der Ferne vor mir nicht nur das unausgesetzte Donnern der Brandung hören sondern ein gewisses Rauschen und und ein paar Schritte weiterhin kam ich an den offenen Rand des Waldes und sah die See blau in der Sonne glänzend vor mir liegen und die Brandung schleuderte ihren Schaum über den Strand ich habe rund um die ganze Schatzinsel herum niemals die See ganz ruhig gesehen die Sonne konnte am Himmel glühen die Luft ganz regungslos sein die Oberfläche des Meeres glatt und blau und trotzdem rollten diese großen Wogen unaufhörlich an der ganzen Küste entlang und ich glaube es gibt auf der ganzen Insel kaum eine Stelle wo einer das Tosen der Brandung nicht hören könnte ich ging frohen Mutes an der Brandung entlang bis ich glaubte weit genug nach Süden gekommen zu sein da ging ich in ein dichtes Gebüsch in Deckung und kroch vorsichtig bis zur Höhe der Landzunge hinauf hinter mir lag die offene See vor mir der Anker Grund die Seebrise hatte bereits aufgehört wie wenn sie durch ihre außergewöhnliche Heftigkeit sich umso schneller ausgeblasen hätte ihr war ein leichter veränderlicher Wind von Süden und Südosten her gefolgt der große Nebelschwaden vor sich her trieb und der Anker Grund auf der Leeseite der Skelettinsel lag still und bleigrau da wie an dem Tage als wir zuerst eingefahren waren die Hispaniola spiegelte sich auf der glatten Fläche von der Wasserlinie bis zur Mastspitze an der der Jolly Roger schlaff herabhing an der Linkseite des Schiffes lag eine von den Gigs auf deren Heckbank Silver saß ihn konnte ich stets erkennen während ein paar von den Piraten sich über das Bollwerk des Schiffes lehnten einer von ihnen trug eine rote Mütze es war derselbe Schurke den ich ein paar Stunden vorher rüttlings auf den Palisaden hatte sitzen sehen offenbar sprachen sie miteinander und lachten doch konnte ich in der Entfernung die mehr als eine Meile betrug natürlich kein Wort von ihrem Gespräch hören plötzlich begann ein entsetzliches unirdisches Kreischen ich bekam einen fürchterlichen Schreck doch fiel mir gleich darauf ein dass es Silvers Papagei Captain Flint sein müßte ich glaubte sogar den Vogel an seinem bunten Gefieder zu erkennen wie er auf dem Handgelenk seines Herrn saß bald darauf stieß die Gick ab und ruderte nach dem Strande zu und der Mann mit der roten Mütze und sein Kamerad gingen die Kajütstreppe hinunter gerade zur selben Zeit war die Sonne hinter dem Fernrohr noch an diesem Abend finden wollte die weiße Klippe die ich deutlich durch das Gebüsch sehen konnte war noch ungefähr eine Achtel Meile weiter draußen auf der Land Zunge und ich brauchte ziemlich lange Zeit an sie heranzukommen da ich mich durch die Büsche schleichen und oft genug auf allen Vieren kriechen musste es war beinahe finstere Nacht als meine Hände den rauen Felsen berührten unmittelbar unter demselben befand sich eine ganz kleine grüne Rasenmulde deren Ränder von etwa knietiefem unterholz bedeckt waren das an dieser Stelle sehr reichlich wuchs und mitten in der Mulde sah ich richtig ein kleines Zelt aus Ziegenfällen ähnlich wie die Zelte mit denen die Zigeuner in England herum ziehen ich sprang in die Mulde hinab hob die Seitenwand des Zeltes hoch und sah Ben Gans Boot eine richtige Hausarbeit ein plumper Rahmen von Zähem Holz der mit Ziegenfällen überzogen war die Haare waren nach außen gekehrt das Ding war winzig klein selbst für einen Knaben wie mich und ich konnte mir kaum vorstellen dass es einen ausgewachsenen Mann hätte tragen können es hatte eine einzige Ruderbank in der Mitte eine Art Sperrholz im Bug und als Fortbewegungsmittel ein Doppelruder ich hatte damals noch kein Korbbot gesehen wie die alten Britannier sie machten seitdem habe ich eins gesehen und kann von Ben Gans Boot keine bessere Vorstellung geben als indem ich sage dass es aussah wie das erste und unbeholfenste Korbbot das ein Mensch geschaffen hat aber den Hauptvorzug eines solchen Korbbotes oder Korakels besaß es allerdings es war außerordentlich leicht und tragbar da ich nun das Boot gefunden hatte so möchte man vielleicht denken ich wäre jetzt lange genug von meinem Posten fortgeblieben aber mittlerweile war ich auf eine andere Idee gekommen die mir so ungeheuer verlockt schien dass ich glaube ich würde sie ausgeführt haben selbst wenn Captain Smollett es mir ausdrücklich verboten hätte ich wollte im Schutze der Dunkelheit mit meinem Korakel an die Hispaniola heranfahren ihr Ankertau durchschneiden und sie auf den Strand gehen lassen wo sie Lust hatte ich war fest überzeugt dass die Meuterer nachdem sie am Morgen ihre blutigen Schläge erhalten hatten keinen sehnlicheren Wunsch hatten als Anker zu lichten und in See zu stechen und dies zu verhindern schien mir eine großartige Heldentat zu sein da ich jetzt gesehen hatte dass ihre Wache auf dem Schiff kein Boot zur Verfügung hatte so glaubte ich es sei kein großes Wagnis ihnen diesen Streich zu spielen so setzte ich mich denn nieder um die völlige Finsternis abzuwarten und aß mich tüchtig an meinen Zwiebecken satt es war eine Nacht wie ich sie mir unter tausend Nächten für mein Vorhaben nicht besser geeignet hätte denken können der Nebel hatte jetzt den ganzen Himmel überzogen als Rakel auf meine Schulter nahm und mich aus der kleinen Mulde heraustastete wo ich meine Abendmahlzeit verzehrt hatte waren auf dem ganzen Ankergrunde nur zwei Punkte sichtbar der eine war das große Feuer am Strande an welchem die von uns geschlagenen Piraten lagen und ein wildes Zechtgelage hielten der andere ein winziges Licht fünktchen in der schwarzen Finsternis zeigte die Lage des verankerten Schiffes an die Hispaniola hatte sich in der Ebb Strömung gedreht so dass ihr Bug jetzt mir zugekehrt war das einzige Licht an Bord brannte in der Kajüte und was ich sah war nur ein Widerschein des hellen Lichtes das aus der Sternluge herausfunkelte die Ebbe hatte schon seit geraumer Zeit eingesetzt und ich musste über einen breiten Streifen sumpfigen Sandes warten indem ich mehrere Male bis über die Knöchel einsank bevor ich das Wasser erreichte ich wartete noch ein kleines Stückchen in die See hinaus und es gelang mir mit einer gewissen Kraft Anstrengung mein Korakel so auf das Wasser zu setzen dass es auf seinem Kiel schwamm 23. Kapitel Die Ebb Strömung Das Korakel war wie ich reichlich erfahren sollte bevor ich mit ihm fertig war ein sehr wasserfestes Boot für einen Menschen von meiner Größe und von meinem Gewicht Es war leicht und hielt sich gut auf dem Wasser aber es war ein höchst eigensinniges Fahrzeug das schwer zu lenken war Man konnte es anfangen wie man wollte das Korakel trieb immer nach Lee ab und sich fortwährend im Kreise zu drehen war sein Lieblings Manöver Sogar Ben Gun hat zugegeben sein Korakel sei eben ein etwas sonderbares Boot bis man mit ihm Bescheid wüsste Jedenfalls wusste ich nicht mit ihm Bescheid Es drehte sich nach allen Richtungen nur nicht nach der in die ich es bringen musste die meiste Zeit fuhren wir mit der Breitseite nach vorne und ich bin fest überzeugt dass ich niemals das Schiff erreicht haben würde wenn die Ebb Strömung mir nicht geholfen hätte zu meinem guten Glück brachte sie mich auf den rechten Weg auf den ich mit allem meinem Paddeln nicht gekommen wäre und auf einmal lag die Hispaniola mitten in meinem Kurs so dass ich sie kaum verfehlen konnte zuerst tauchte sie vor mir auf wie etwas das noch schwärzer war als die Finsternis hierauf begannen ihre Spieren und ihr Rumpf Gestalt anzunehmen und gleich darauf denn je weiter ich kam desto schneller wurde die Ebb Strömung lag ich vor ihrer Reling und kriegte das Ankertau zu fassen dieses war so straff gespannt wie eine Bogensehne so stark zog die Hispaniola an ihrem Anker rings um ihren Rumpf herum blubberte es in der Finsternis dass es sich anhörte wie ein murmelnder Gebirgsbach ein einziger Schnitt mit meinem Matrosenmesser und die Hispaniola musste von dem Strom abtreiben so weit war alles schön in Ordnung aber plötzlich fiel mir ein dass ein straff gespanntes Ankertau ungefähr so gefährlich ist wie ein ausschlagendes Pferd wenn ich so toll kühn war die Hispaniola von ihrem Anker los zu schneiden so war zehn gegen eins darauf zu wetten dass ich mitsamt meinem Korakel einen Purzelbaum durch die Luft schlagen würde infolgedessen hütete ich mich wohl das Ankertau zu kappen und wenn das Glück mich nicht wiederum ganz besonders begünstigt hätte so hätte ich mein Vorhaben aufgeben müssen aber der leichte Wind der anfangs aus Süden und Südosten geweht hatte schlug nach dem Anbruch der Nacht in einen Südwester um während ich noch darüber nachdachte was ich tun sollte kam plötzlich ein Wind stoß packte die meine Hand tauchte für eine Sekunde in das Wasser hinein da entschloss ich mich sofort holte mein Matrosenmesser aus der Tasche öffnete es mit meinen Zähnen und schnitt einen Strang des Ankertaus nach dem anderen durch bis das Schiff nur noch von zwei Strängen gehalten wurde dann blieb ich ruhig liegen um abzuwarten und diese beiden letzten Stränge erst durchzuschneiden wenn die ganzen Zeit hatte ich von der Kajüte her laute Stimmen gehört aber die Wahrheit zu sagen ich war so vollständig mit anderen Gedanken beschäftigt gewesen dass ich kaum darauf geachtet hatte da ich jetzt aber nichts anderes zu tun hatte so begann ich etwas schärfer hinzuhören an der Stimme erkannte ich dass der eine von den Piraten der Schaluppmeister Israel Henz war der früher Flints Kanonier gewesen war der andere war natürlich mein Freund mit der roten Nachtmütze die beiden Leute waren offenbar schwer betrunken aber sie tranken immer noch weiter denn während ich lauschte öffnete einer von ihnen mit trunkenem Geschrei die Sternluke und warf etwas hinaus ohne Zweifel eine leere Flasche aber sie waren nicht nur bezecht sondern offenbar auch in einem wütenden Streit begriffen es Streit für kurze Zeit wieder beigelegt die schimpfenden Stimmen wurden leiser bis die nächste Krise kam die dann auch wieder ergebnislos verlief am Strande konnte ich das große Lagerfeuer brennen sehen dessen warmer Schein durch die Bäume fiel irgendeiner von den Piraten sang ein altes Matrosenlied nach einer schleppenden Melodie mit einem langen Schnörkel am Ende jedes Verses ein endloses Lied das nur aufhörte wenn der Sänger schließlich die Geduld verlor ich hatte es während der Überfahrt mehr als einmal gehört und erinnerte mich noch an die Worte nur ein einziger am Leben blieb von 75 Mann ich dachte so bei mir selber es sei eigentlich ein recht trübseliges Lied für eine Gesellschaft die am Morgen so furchtbare Verluste gehabt hatte aber diese Piraten waren nach allem was ich gesehen hatte so gefühllos wie das Meer über das sie fuhren endlich kam die Brise der Schoner kam im Dunkel näher an mich heran ich fühlte das Kabel wieder schlaff werden und schlug mit einem kräftigen Hieb die beiden letzten Stränge durch der Ebbstrom trieb mich beinahe augenblicklich über das Buch der Hispaniola gleichzeitig begann der Schoner sich langsam um da ich fand dass ich das Korakel nicht vom Schiff losbringen konnte so suchte ich jetzt an den Stern der Hispaniola heranzukommen endlich war ich aus meiner gefährlichen Nachbarschaft heraus aber gerade als ich zum letzten Mal abstoßen wollte berührten meine Hände ein dünnes Tau das über die Stern Schanz Brüstung der Hispaniola herunter hing augenblicklich packte ich gierde die Oberhand zu gewinnen und ich beschloss mal durch das Kajütenfenster hinein zu sehen ich zog mich mit den Händen an dem Tau hoch und als ich nahe genug zu sein glaubte wagte ich es einen halben Klimpzug zu machen so dass ich die Decke und ein Stück von dem Inneren der Kajüte übersehen konnte mittlerweile glitten der Schoner und sein kleiner Begleiter wenn die unzähligen kleinen Wellen unablässig gegen die Planken anklatschen und erst als sich mein Auge über die Fensterbrüstung erhob konnte ich begreifen warum die beiden Wachposten nichts gemerkt hatten aber ein einziger Blick genügte mir übrigens durfte ich auch nur diesen einzigen Blick wagen da das Korakel unter mir meinen Füßen kein Halt bot dieser Blick zeigte mir Hans mit seinem Kameraden in einem Kampf auf Leben und Tod sie hielten sich gegenseitig an der Kehle gepackt ich sprang in mein Korbbot und setzte mich auf die Ruderbank es war höchste Zeit denn ich wäre beinahe an dem Boot vorbeigesprungen ich konnte in dem kurzen Augenblick weiter nichts sehen als diese beiden wütenden purpur roten Gesichter unter der qualmenden Lampe ich schloss meine Augen damit sie sich wieder an die Finsternis gewöhnten die endlose Schifferballade war schließlich doch zu Ende gekommen und die ganze so stark gelichtete Gesellschaft am Lagerfeuer hatte wieder das Lied angestimmt das ich so oft gehört hatte 15 Mann beides toten Kist Joho und ne Buddel Buddel rum Suff und der Teufel holt den Rest Joho und ne Buddel Buddel rum Ich musste unwillkürlich denken wie eifrig gerade in diesem Augenblick Suff und der Teufel in der Kajüte beschäftigt waren da überraschte mich plötzlich eine scharfe Wendung des Korakels das Boot drehte sich um sich selbst und schien dann einen anderen Kuss einzuschlagen die Geschwindigkeit war inzwischen außerordentlich gestiegen ich schlug sofort meine Augen auf rund um mich herum waren kleine Kräuselwellen die ein scharfes ihre Spieren in der Finsternis der Nacht sich ein wenig bewegen ja als ich lecker hinsah überzeugte ich mich dass auch das Schiff sich nach Süden herum drehte ich war auf einen Blick über meine Schulter und mein Herz schlug gegen die Rippen unmittelbar hinter mir war die Glut des Lagerfeuers die Strömung hatte eine Wendung in einem rechten Winkel gemacht und ihr waren der große Schoner und das kleine hüpfende Korakel gefolgt in immer schnellerer Fahrt bewegte die Hispaniola sich durch den engen Sund und nach der offenen See hinaus plötzlich machte die Hispaniola vor mir wieder eine scharfe Wendung vielleicht 20 Grad und in dem selben Augenblick hörte ich von Bord her einen Schrei nach dem anderen ich konnte schwere Seemannsstiefel die Kajütstreppe hinaufstampfen hören und wusste nun dass die beiden Trunkenbolde endlich in ihrem Zank aufgehört und das Unglück bemerkt hatten das über sie hereingebrochen war ich legte mich flach auf den Boden des armen Bootes und empfahl in einem frommen Gebet meine Seele ihrem Schöpfer ich war überzeugt dass am Ausgang der engen Meeresstraße Schiff und Boot in eine wilde Brandung hineingeraten doch nicht im Stande meinem herannahenden Schicksal ins Gesicht zu sehen so muss ich stundenlang gelegen haben ständig von den Wogen hin und her geworfen alle Augenblicke von einer Sprühwelle durchnässt und in steter Erwartung des Todes von der nächsten Woge allmählich überwältigte mich die Müdigkeit trotz meiner Todesangst kam eine Art von Betäubung über mich bis ich schließlich einschlief da lag ich in meinem von den Wellen hin und her geschleuderten Korakel und träumte von der Heimat und dem alten Admiral Benbow 24. Kapitel Die Irrfahrt des Korakels Es war heller Tag als ich erwachte und mich an dem Südwestende der Schatzinsel auf den Wogen sah Die Sonne war aufgegangen befand sich aber noch hinter der gewaltigen Felsmasse des Fernrohrs das auf dieser Seite mit furchtbar steilen Wänden beinahe bis an das Meer heranreichte Die beiden anderen großen Berge der Insel sah ich ganz nahe Ich war kaum eine Viertel Meile nach der See hinaus und dachte sofort daran mich an das Land heranzupaddeln Diesen Gedanken gab ich aber bald auf Die Brandung tobte furchtbar zwischen den Felsblöcken die von den Bergen herab an den Strand gerollt waren Von Sekunde zu Sekunde prallte schäumend eine Riesenwoge gegen die Klippen an und ich sah dass ich an dieser Küste zerschmettert werden musste wenn ich mich heran wagte Aber das war noch nicht alles Auf flachen Fels Vorsprüngen sah ich ungeheuer große schleimige Ungeheuer kriechen Weichschnecken von unglaublicher Größe mindestens 40 bis 50 an der Zahl deren bellendes Geheul den Widerhall der Felsen weckte Ich habe später erfahren dass es Seelöwen waren vollkommen harmlose Tiere aber der Anblick dieser Ungeheuer in Verbindung mit der tosenden Brandung war mehr als genug um mich von einem Landungsversuch an dieser Stelle abzuhalten Lieber wollte ich auf dem Wasser verhungern als es mit solchen Gefahren aufnehmen Übrigens hatte ich noch eine andere und bessere Aussicht auf Rettung vor mir Nach Norden zu erstreckt sich eine lange ebene Fläche die bei tiefem Wasserstande einen Streifen gelben Sandes zutage treten lässt und noch weiter nördlich davon befindet sich ein anderes Vorgebirge das Waldkap wie es auf der Karte bezeichnet war mit hohen grünen Fichten die bis an den Strand heran reichten ich erinnerte mich was Silver von der Strömung gesagt hatte die längst der ganzen Westküste der Schatzinsel nach Norden fließt da ich an meiner Lage erkannte dass ich bereits in diese Strömung hineingeraten war so zog ich es vor alle meine Kraft auf einen Versuch zu verwenden das freundliche aussehende Waldkap zu erreichen ich befand mich in einer großen sanften Dünung da der Wind beständig und dicht stark nach Süden blies so fand kein Kampf zwischen ihm und der Strömung statt und die Wogen hoben und senkten sich ohne sich zu brechen wäre es anders gewesen so hätte ich längst umkommen müssen aber unter diesen günstigen Umständen erwies mein kleines leichtes Boot sich als überraschend sicher ich lag immer noch auf dem Boden ausgestreckt und wenn ich einmal ein Auge über das Dollbord hob sah ich oft eine gewaltige blaue Höhe dicht über mir aber das Korakel machte nur einen kleinen Sprung tanzte wie auf Sprungfedern und glitt auf der anderen Seite leicht wie ein Wasservogel in das Wellental hinab nach einer kleinen Weile wurde ich sehr kühn und richtete mich auf um meine Geschicklichkeit im Paddeln zu versuchen aber selbst eine kleine Veränderung in der Verteilung des Gewichts macht für ein Korakel sehr viel aus kaum hatte ich die Bewegung gemacht so gab das Boot sofort seine sanfte hüpfende Bewegung auf und fuhr in einen so steilen Wellenabgrund hinunter das mir schwindelig wurde dann bohrte es seinen Bug tief in die Seite der nächsten Woge dass das Wasser um mich herum spritzte ich wurde völlig durchnässt und bekam einen großen Schrecken sofort nahm ich meine alte Lage auf dem Boden des Bootes wieder ein woraufhin das Korakel offenbar wieder zur Besinnung kam und mich so sachte wie zuvor durch die Wellen trug es war klar dass man es nicht stören durfte da ich aber auf diese Weise den Kurs meines Bootes nicht lenken konnte was für eine Hoffnung blieb mir dann noch das Land zu erreichen ich begann eine entsetzliche Furcht zu bekommen aber ich hielt trotzdem noch meinen Kopf oben zunächst schöpfte ich mit Anwendung aller Vorsicht das Wasser aus dem Korakel mit Hilfe meiner Mütze aus dann blinzelte ich wieder über das Dollboard hinüber und fing an darüber nachzudenken wie mein Boot es anfinge so ruhig durch die hohen Wogen zu schlüpfen ich fand dass jede Woge keineswegs ein großer glatter Berg ist wie es vom Lande oder vom Deck eines Schiffes aus den Anschein hat sondern dass eine ruhige Dünung genau einer Reihe von Hügeln auf dem trockenen Lande gleicht wo es Höhen und Tiefen gibt wenn das Korakel sich selber überlassen wurde suchte Es ist klar dass ich ruhig liegen bleiben muss und das Gleichgewicht nicht stören darf ebenso klar ist es aber dass ich mit dem Paddelruder von Zeit zu Zeit und an geeigneten Stellen dem Boot einen kleinen Stoß geben könnte der es dem Lande näher bringt gedacht getan ich stützte mich auf die Ellenbogen und tat ab und zu einen Schlag der das Boot der Küste näher brachte es war eine sehr ermüdende und langwierige Arbeit aber ich gewann sichtbar Raum als wir uns dem Wald kap näherten sah ich zwar dass ich dieses auf keinen Fall erreichen konnte aber doch mehrere hundert Ellen weiter nach Osten gekommen war ich befand mich in der Tat dicht am Lande ich konnte die kühlen grünen Baumwipfel sehen wie sie in der Brise schwankten und ich war überzeugt dass Glut von oben die tausendfache Widerspiegelung ihrer Strahlen von den Wellen das Meerwasser das auf meiner Haut trocknete so dass sogar meine Lippen mit einer Salzgruste überzogen waren alle diese Umstände im Verein machten dass mir die Kehle brannte und der Kopf schmerzte der Anblick der so nahen Bäume hatte mich beinahe krank vor Sehnsucht gemacht aber die Strömung hatte mich bald an der Spitze vorbeigetragen und als ich wieder in das offene Wasser hinaus kam hatte ich einen Anblick der meinen Gedanken eine ganz neue Richtung gab gerade vor mir keine halbe Meile entfernt sah ich die Hispaniola unter Segel ich war sofort überzeugt dass die Piraten mich jetzt fangen würden aber infolge des Wassermangels war mir so schlimm zumute dass ich kaum wusste ob diese Gedanken mich freuten oder fuhr unter ihrem Hauptsegel und zwei Klüver Segeln und die schöne weiße Leinwand glänzte in der Sonne wie Schnee oder wie Silber als ich den Schoner zuerst erblickte waren alle Segeln gebläht er fuhr ungefähr nordwestlich und ich nahm an dass die beiden Leute an Bord um die Insel nach dem Ankergrund zurückfahren wollten plötzlich begann das Schiff immer mehr nach Westen abzufallen so ungeschickte Kerle sagte ich vor mich hin sie müssen immer noch betrunken wie Tümpelkröten sein und ich dachte wie Käpt'n Smollett sie an die Arbeit gebracht haben würde mittlerweile fiel der Schoner allmählich wieder ab dann blähten die Segel sich wieder das Schiff lief ein paar Minuten in schneller Fahrt fuhr dann in den Wind hinein und stand still dies wiederholte sich immer und immer wieder hin und her den Mast klatschte mir wurde klar dass niemand steuerte aber wenn es so war wo waren dann die beiden Piraten ich dachte mir sie müssten entweder sinnlos betrunken sein oder das Schiff verlassen haben und wenn ich vielleicht an Bord gelangen könnte wäre ich möglicherweise im Stande das Schiff dem Käpt'n zurück zu bringen die Strömung trug Korakel und Schoner mit gleicher Geschwindigkeit südwärts aber die Hispaniola segelte so wild hin und her und blieb wenn sie wieder in den Wind hinein fuhr jedes Mal so lange auf einem Fleck dass sie sicherlich nicht vorwärts kam wenn sie nicht sogar zurückgetrieben wurde ich war sicher dass ich sie einholen könnte wenn ich es nur wagen dürfte mich aufrecht zu setzen und zu paddeln der Plan hatte etwas abenteuerliches Ansicht das mich begeisterte und der Gedanke an die Wassertonne neben der Vorderkajüte verdoppelte meinen wachsenden Mut ich setzte mich aufrecht und wurde sofort von einer neuen Sprühwelle begrüßt aber diesmal ließ ich mich dadurch nicht abschrecken sondern begann mit aller Kraft und Vorsicht mich an die steuerlose Hispaniola heranzupaddeln einmal schlug eine so schwere Sturzsee in mein Boot dass ich halt machen und das Wasser ausschöpfen musste das Herz klopfte mir dabei wie einem Vogel aber allmählich gewöhnte ich mich an die Lage und lenkte mein Korakel so geschickt durch die Wellen dass nur ab und zu ein Wogenschlag seinen Bug traf und mir den Schaum ins Gesicht warf ich kam jetzt dem Schoner schnell näher ich konnte den Messingbeschlag an der Ruderpenne sehen wenn diese hin und her geworfen wurde auf Deck war immer noch keine Menschenseele zu erblicken ich konnte nichts anderes annehmen als dass das Schiff verlassen war wenn nicht so lagen wahrscheinlich die beiden Leute betrunken in der Kajüte dann konnte ich sie vielleicht überwältigen und hatte das Schiff zu meiner Verfügung seit einiger Zeit hatte der Schoner das schlimmste abfiel füllten die Segel sich zum Teil und dadurch kam er wieder im Nu gerade in den Wind dies war für mich am aller schlimmsten denn so hilflos das Schiff in dieser Lage aussah die Segel krachten wie Kanonenschüsse und auf dem Verdeck rollten die Blöcke hin und her so lief es trotzdem von mir weg nicht nur mit der Geschwindigkeit der Strömung sondern auch mit der ganzen Abdrift die naturgemäß groß war aber endlich kam eine Aussicht auf Erfolg für mich der Wind setzte mehrere Sekunden lang aus und durch die Wirkung der Strömung drehte sich die Hispanioler um sich selber ich sah endlich ihren Stern in dem das Kajüttenfenster immer noch weit offen stand die Lampe über dem Tisch brannte in den hellen Tag hinein das Hauptsegel hing schlaff herunter Anstrengung dem Schiff näher zu kommen ich war keine hundert Jards mehr von ihm entfernt da kam wieder ein Windstoß die Segel füllten sich und die Hispaniola flog wie eine Schwalbe in die Wogen mein erstes Gefühl war Verzweiflung mein zweites war Freude denn der Schoner drehte sich herum bis er mir die Breitseite zugedreht hatte drehte sich noch weiter herum bis in meinem kleinen Korakel und dann begann ich plötzlich zu begreifen ich hatte kaum noch Zeit zu denken kaum Zeit zu handeln und mein Leben zu retten ich war oben auf einer Woge als der Schoner die nächste Woge hinauf schwebte das Bugsbriet befand sich über meinem Kopf ich sprang auf und in die Höhe und trat dabei das Korakel unter Wasser mit der einen Hand erfasste ich den Klüferbaum während mein Fuß zwischen Stag und Brasse einen Halt fand während ich noch keuchend so hing verkündete ein dumpfer Schlag mir dass der Schoner über das Korakel hinweg gesegelt war und dass ich mich jetzt ohne jede Möglichkeit eines Rückzugs auf der Hispaniola befand Kapitel 25 Ich hole den Jolly Roger herunter Ich hatte mich kaum auf das Neuengang mit einem Knall wie wenn eine Kanone abgeschossen würde Der Schoner zitterte von dem Gegenstoß bis an den Kiel hinab Im nächsten Augenblick aber während die anderen Segel noch gefüllt waren klatschte das Klüversegel wieder zurück und hing leer herab Dies hätte mich beinahe in die See geworfen aber jetzt verlor ich keine Zeit mehr sondern kroch am Bugsbriet entlang und warf mich kopfüber auf das Deck herab Ich befand mich auf der Leeseite des Vorderkastells und das Hauptsegel das noch gefüllt war versperrte mir den Ausblick auf einen Teil des Achterdecks Keine Menschenseele war zu sehen Die Planken die seit dem Ausbruch der Meuterei nicht aufgewaschen waren trugen die Spuren vieler Füße und eine leere Flasche mit abgebrochenem Hals rollte wie ein lebendes Wesen in den Speigarten hin und her Plötzlich kamen die Hispaniola gerade in den Wind Die Klüversegel hinter mir krachten laut Das Steuerruder schlug zur Seite Das ganze Schiff stöhnte und ächzte laut und in demselben Augenblick schwang der Giekbaum sich über das Deck hinüber und ich erblickte die Leeseite des Achterdecks Ja, da waren die beiden Wächter Rotmütze lag auf seinem Rücken steif wie eine Hansbarke mit ausgestreckten Armen wie ein Kruzifix Zwischen den offenen Lippen waren die weißen Zähne zu sehen Israel Hans saß an das Bollwerk angelehnt Sein Kinn war auf die Brust gesunken Seine Hände lagen flach auf dem Deck Sein Gesicht war unter der gegerbten Haut so weiß wie ein Talt Licht Eine Weile bäumte das Schiff sich wie ein störrisches Pferd Die Segel füllten sich bald auf dem einen Gang bald auf einem anderen und der Geckbaum schwang hin und her dass der Mast laut stöhnte Ab und zu kam eine Sprühwelle über die Schanzkleidung und der Bug des Schiffes schlug mit einem dumpfen Schlag gegen die Dünung an Es war eben ein großer Unterschied zwischen diesem großen aufgetagelten Schoner und meinem kleinen leichten Korakel das jetzt auf dem Meeresgrund lag Bei jedem und dass seine fest aufeinander gebissenen Zähne immerzu aus dem halboffenen Munde hervorgrenzten und bei jedem Aufbäumen des Schiffes schien auch Hans immer mehr in sich zusammen zu sinken und über das Deck herunter zu gleiten Seine Füße spreizten sich mehr auseinander und der ganze Körper glitt allmählich nach dem Stern abwärts so dass ich allmählich immer weniger von seinem Gesicht sehen konnte und schließlich nur noch sein Ohr und die eine Hälfte seines geringelten Backenbartes für mich sichtbar blieb gleichzeitig bemerkte ich rund um beide Piraten herum dunkle Blutflecken auf den Planken so dass sie schließlich annahm sie hätten sich gegenseitig in ihrer trunkenen Wut getötet während ich auf diese Weise mich umblickte und Vermutungen nachhing drehte in einem ruhigen Augenblick als das Schiff nicht schwankte Israel Haines sich halb herum und rutschte mit einem leisen Stöhnen in die Stellung zurück in der ich ihn zuerst erblickt hatte dieses Stöhnen das ein Zeichen von Schmerz und großer Schwäche war und der Anblick seiner schlaff herunterhängenden Kinnlade tat mir herzlich leid als ich mich aber erinnerte wie gemein und blutdurstig er gesprochen hatte als ich in der Apfeltonne saß da verschwand alles Mitleid aus meinem Herzen ich ging nach dem Achterdeck und als ich den Hauptmast erreicht hatte sagte ich ironisch melde mich an Bord Herr Haines er machte erstaunte Augen aber er war viel zu schwach um seine Verwunderung auszusprechen mit Mühe brachte er nur ein einziges Wort hervor Brandwein mir dünkte es sei keine Zeit mehr zu verlieren ich schlüpfte unter dem Gickbaum durch als er sich wieder über das Deck bewegte lief nach Achtern und über die Kajütstreppe in die Kajüte hinunter In dieser herrschte eine Unordnung wie man sich kaum vorstellen kann Die Meuterer hatten alle verschlossenen Behälter erbrochen um nach der Karte zu suchen Der Fußboden war hoch mit Schlamm bedeckt den die Kerlern ihren Stiefeln von der sumpfigen Erde vom Lagerfeuer mitgebracht hatten Die Vertäfelung der Kajüte die sauber in Weiß gemalt gewesen war mit goldenen Randleisten trug die Abdrücke schmutziger Finger Dutzende von leeren Flaschen lagen in den Ecken und klirrten aneinander wenn das Schiff rollte Auf dem Tisch lag eins von den medizinischen Büchern des Doktors aufgeschlagen Die Hälfte der Blätter waren herausgerissen Wahrscheinlich hatten sie als Fidibusse für die Pfeifen gedient Diese ganze Anordnung wurde von der qualmenden Lampe erleuchtet Ich ging in den Keller hinunter Die Fässer waren verschwunden und von den Flaschen war eine überraschend große Anzahl leer getrunken und weggeworfen worden Seit dem Beginn der Meuterei konnte kein einziger von den Piraten kaum einen Augenblick nüchtern gewesen sein Nach einigen Minuten fand ich eine Flasche in der noch etwas Brandwein war Diese bestimmte ich für Hans Für mich selber trieb ich einige Zwiebacke eingemachte Früchte eine große Traube Rosinen und ein Stück Käse auf Hiermit ging ich an Deck legte meine eigenen Essvorräte am Steuer Ruder nieder wo der Schaluppmeister sie nicht erreichen konnte ging dann an die Wassertonne und trank mich so richtig satt und erst dann gab ich zum Donner das hatte ich aber sehr nötig ich hatte mich inzwischen in meine eigene Ecke hingesetzt und zu essen begonnen schlimm verwundet fragte ich ihn er grunzte ich möchte beinahe sagen er bellte und sagte wenn der Doktor an Bord wäre hätte er mich im Hand umdrehen wieder zurecht aber ich hab nun mal gar kein Glück sie ist nun mal so mit mir der war schnappen da her oh ich bin an Bord gekommen um von dem Schiff Besitz zu ergreifen und sie werden bis auf weiteres so gut sein mich als ihren Käpt'n anzusehen er zog ein recht schiefes Gesicht sagte aber nichts seine Wangen waren wieder etwas rot geworden doch sah immer noch sehr krank aus und glitt auf dem Deck entlang so oft das Schiff einen neuen Stoß bekam übrigens was haben besser keine als diese ich kroch wieder unter den Geekbaum hindurch lief an die Flaggen leine holte ihre verfluchte schwarze Flagge herunter und warf sie über Bord dann schwenkte ich meine Mütze im Wind Gott erhalte den König und somit ist es aus mit Käpt'n Silver er sah mich von unten auf scharf an sein Kinn lag immer noch auf der Brust ich rechne sagte er nach einer Weile ich rechne Käpt'n Hawkins Sie werden jetzt wohl gern an Land wollen was meinen Sie dazu wenn wir mal drüber sprechen oh gewiss ja sagte ich von Herzen gern Herr Hans schießen Sie los und ich machte mich wieder über meine Mahlzeit her und aß mit gutem Appetit dieser Mann da begann er mit einer schwachen Kopfbewegung nach der Leiche hinüber O'Brien war sein Name ein richtiger frecher Irländer dieser Mann und ich brachten den Schoner unter Segel dachten wir wollen wieder zurückfahren da ist er tot mausetot und wer das Schiff segeln soll das weiß ich nicht wenn ich dir nicht einen wink gebe oder zwei so bist du nicht der Mann soweit ich sehen kann hör mal zu du gibst mir essen und trinken und einen alten Lappen oder ein Taschentuch um eine Wunde zu verbinden und ich will dir dafür sagen wie du steuern sollst und so ist es wohl recht und billig denke ich ich will ihnen bloß eins sagen sagte ich ich habe nicht die Absicht nach Captain Flints Ankergrund zurück zu segeln ich gedenke nach der nördlichen Bucht zu segeln und den Schoner da ruhig auf den Strand laufen zu lassen kann ich mir denken rief er ich bin noch kein gottverdammter schafskopf habe doch augen im kopf zu sehen nicht wahr habe versucht mir einen jux zu machen und es schief gegangen und du hast mir den wind abgelaufen Nordbucht na ihr habt ja keine Wahl ich würde dir helfen nach Execution Dock in London zu segeln zum Donner das tatsächlich nun was er sagte schien mir ganz vernünftig zu sein wir machten also sofort unseren Handel ab binnen drei minuten segelte die hispanola leicht vor dem winde längs der küste der schatzinsel und wir hatten gute hoffnung noch vor mittag um die nord spezerum zu kommen und vor der hohen flut an der nordbucht zu sein und da konnten wir den schoner sicher auf den strand laufen lassen und dann warten bis das wasser so weit abgelaufen war dass ich an land gehen konnte ich band das steuerruder fest und ging unterdeckt zu meiner kiste aus der ich ein weißes seidenes handtuch herausnahm das meine mutter mir gegeben hatte hiermit verbannt unter meinem beistande israel den tiefen klaffenden messerstich den er von dem irrländer in den oberschenkel bekommen hatte und nachdem er ein bisschen gegessen und noch ein paar Schluck Brandwein getrunken hatte begann er sich sichtlich zu erholen er saß straffer aufgerichtet sprach lauter und deutlicher und war in jeder Beziehung ein anderer Mensch die Brise kam uns vor trefflich zu statten wir flogen wie ein Vogel vor ihr her die Küste der Insel flitzte an uns vorbei und zeigte jede Minute ein neues Bild bald waren wir an den Bergen vorüber fuhren an einem niedrigen sandigen Landstrich herunter der spärlich mit verkrüppelten Fichten bestanden war und bald waren wir auch darüber wieder hinaus und um das felsige Vorgebirge herum das die Nordspitze der Insel bildete ich fühlte mich sehr stolz in meiner neuen Kapitänswürde und sehr behaglich in dem hellen sonnigen Wetter und freute mich über die wechselnden Landschaften der Küste ich hatte jetzt Überfluss an Wasser und guten Lebensmitteln und mein Gewissen das mich wegen meines Weglaufens gepeinigt hatte war jetzt beruhigt da ich eine so große Eroberung gemacht hatte es wäre mir nichts zu wünschen übrig geblieben wenn nicht der Schaluppmeister mich fortwährend mit höhnischen Blicken angesehen hätte und mit einem eigentümlichen Lächeln das alle Augenblicke auf seinem Gesicht erschien es war ein Lächeln worin etwas von Schmerz und Schwäche lag ein gerimmiges Lächeln eines alten Mannes außerdem aber lag eine Beimischung von Hohn und von Hinterlist in dem Ausdruck womit er mich an meiner Arbeit beobachtete und immerzu beobachtete 26. Kapitel Israel Hands Der Mündung der Nordbucht Nur hatten wir keine Leute um den Anker auszuwerfen und da wir den Schoner nicht auf den Strand setzen durften bis die Flut bedeutend höher gestiegen war so hatten wir überflüssige Zeit Der Schaluppmeister sagte mir wie ich den Schoner beilegen sollte was mir endlich nach manchem vergeblichen Versuch gelang Hierauf besorgte ich wieder etwas zu essen und wir saßen lange Zeit Kapitän sagte Israel schließlich mit seinem unangenehmen Lächeln da ist mein alter Schiffsmart O'Brien wie wär's wenn sie über Bord schmissen ich bin sonst nicht so heikel und mach mir auch nichts daraus dass ich ihm den Rest gegeben habe aber mir düngt er ist nicht gerade ornamental oder was meinen sie ich bin nicht stark genug und es passt mir nicht ihn an zu rühren meinetwegen bleibt er liegen wo er ist das ist ein unglückliches Schiff die Seespanola fuhr Israel fort und zwinkerte dabei mit den Augen da sind eine Masse Leute tot gemacht worden auf dieser Hispaniola eine Masse armer Seeleute tot und dahin seitdem wir zwei beide in Bristol zu Schiff gingen habe nie so ein dreckiges Glück gesehen wahr auf dich da war dieser O'Brien er ist es gerade heraus zu sagen was meinst du ist ein toter Mann richtig tot oder kommt er noch mal wieder sie können den Leib töten aber nicht den Geist das müssten sie doch schon wissen O'Brien ist da in einer anderen Welt und sieht vielleicht zu was wir hier treiben das ist schade sieht aus als als Zeitverschwendung wäre Leute tot zu schlagen in dessen dennoch Geister gelten nicht viel nach allem was ich gesehen habe ich will es auf die Geister ankommen lassen Jim aber danke für die Auskunft möchtest du nun so gut sein mal in die Kajüte hinunter zu gehen und mir einen ach Himmeldonner wetter ich kann nicht auf den Namen kommen einerlei hol mir eine Flasche Wein Jim einerlei wie der heißt dieser Brandwein hier ist zu stark für Geschichte war bloß ein Vorwand er wünschte dass ich vom Deck herunter ginge so viel war klar aber welchen Zweck er damit verfolgte das konnte ich mir durchaus nicht vorstellen seine Augen vermieden mich sie fuhren hin und her auf und ab bald mit einem Blick nach dem Himmel hinauf bald mit einem schnellen Seitenblick auf O'Brians Leiche dabei lächelte er fortwährend und leckte sich wo mein Vorteil lag einem so dummen Menschen gegenüber konnte ich meinen Verdacht leicht verbergen ein bisschen Wein sagte ich das ist doch viel besser wollen sie weißen oder roten haben nun ich denke das ist mir so ziemlich wurscht Schiffsmart wenn er nur stark ist und recht reichlich das andere ist einerlei schön ich will Ihnen Portwein bringen Herr Heinz aber ich werde danach suchen müssen hierauf polterte so laut ich konnte die Kajütztreppe hinunter streifte meine Schuhe ab lief leise den Verbindungsgang entlang stieg die Leiter des Vorderkastells hinauf und steckte meinen Kopf aus der Vorderluke heraus ich wusste dass er nicht erwarten würde mich dort zu sehen trotzdem benahm ich mich so vorsichtig wie möglich ich sah sofort dass mein schlimmster Verdacht nur zu berechtigt gewesen war der Schaluppmeister hatte sich herumgedreht und auf Hände und Knie aufgestützt obgleich sein Bein ihm offenbar sehr wehtat als er sich bewegte denn ich konnte ihn stöhnen hören so schleppte er sich doch recht schnell über das Deck in einer halben Minute hatte er das Backbord Speigart erreicht und aus einem Tauring ein langes Messer oder besser gesagt einen Dolch herausgeholt der bis ans Heft von Blut gerötet war er sah ihn einen Augenblick an wobei er die Kinnlade vorschob prüfte die Spitze auf seiner Hand verbarg ihn hastig in der Brust Tasche seiner Jacke und kroch wieder nach seinem alten Platz an der Schanz Brüstung zurück weiter brauchte ich nichts zu wissen Israel konnte sich bewegen er war jetzt bewaffnet und wenn er er sich so große Mühe gemacht hatte mich fortzuschicken so war es klar dass ich als Opfer fallen sollte was er später tun würde ob er versuchen würde von der Nordbucht quer über die Insel nach dem Lagerplatz der Piraten zu kriechen oder aber vielleicht den langen Neunpfünder abfeuern würde in der Erwartung dass seine Kameraden kommen würden um ihm zu helfen das war natürlich mehr als ich sagen konnte bei alledem war ich überzeugt dass in einer bestimmten Hinsicht ich trauen konnte weil darin unser beider Vorteil übereinstimmte und das war die Lenkung des Schoners wir hatten beide den Wunsch ihn an einer geschützten Stelle sicher auf den Strand zu lassen so dass er wenn die Zeit gekommen wäre mit möglichst geringer Mühe und Gefahr wieder flott gemacht werden konnte ich nahm deshalb an dass er sicherlich mein Leben schonen würde bis wir es soweit gebracht hätten während ich mir die Sache in meinem Kopf überlegte war mein Körper nicht müßig gewesen ich hatte mich nach der Kajüte zurückgeschlichen meine Schuhe wieder angezogen die erste beste Flasche Wein ergriffen und erschien nun mit dieser wieder auf Deck Hins lag ganz zu einem Bündel zusammengesunken genau in derselben Stellung wie ich ihn verlassen hatte mit geschlossenen Augen gliedern wie wenn er zu schwach wäre um das Licht vertragen zu können er blickte jedoch auf als ich kam schlug der Flasche ihren Hals ab und zwar mit der Geschicklichkeit eines Mannes der so etwas schon oft getan hatte und nahm einen tüchtigen Schluck nachdem er seinen Lieblingsspruch ausgebracht hatte auf gut Glück dann lag er eine kleine Weile ruhig und auf einmal holte und hätte ich eins so würde ich wohl kaum Kraft genug haben oh Jim Jim ich bin wohl böse ausgerutscht schneid mir ein Prämchen ab wird wohl das letzte sein denn ich bin auf dem Marsch in die Ewigkeit daran ist nicht zu zweifeln na ich will ihnen etwas Tabak abschneiden aber wenn ich an ihrer Stelle wäre und glaubte dass es schlecht mit mir stände dann würde ich mich ans gebet halten als ein rechter christen mensch so sag mir doch warum warum rief ich gerade in diesem augenblick haben sie nach dem toten gefragt sie haben die treue gebrochen sie haben in sünden und lügen und blut gelebt ein mensch den sie getötet haben liegt in diesem augenblick zu ihren füßen und sie fragen mich warum bei gottes gnaden er ins darum ich sprach etwas hinzig denn ich dachte an den blutigen dolch den er in seine tasche gesteckt hatte und mit dem der bösewicht mir den gar aus zu machen gedachte Israel nahm einen großen schluck wein und sagte dann mit ganz ungewöhnlicher feierlichkeit dreißig jahre lang habe ich die meere befahren habe Gutes und Böses gestochen worden und was nichts sonst noch alles nun ich sage dir das ich habe noch nie gesehen dass von Güte etwas Gutes kam wer zuerst zuschlägt das ist mein Mann und tote Hunde beißen nicht das ist meine Meinung Amen so sei es und nun hör mal fuhr er in einem ganz anderen Tone fort wir haben jetzt von diesem dummen Zeug genug gehabt das Wasser ist hoch genug sie brauchen bloß meine Befehle auszuführen Captain Horkins und wir singen glatt in die Bucht hinein und damit fertig wir hatten alles in allem kaum zwei Meilen zu segeln aber das Schiff zu steuern war nicht so einfach denn die Einfahrt zu diesem nördlichen Ankergrund war nicht nur schmal und seicht sondern lief außerdem in der Richtung von Osten nach Westen sodass der Schoner vorsichtig gesteuert werden musste um hinein zu gelangen ich glaube ich war ein guter aufmerksamer untergebener und ganz gewiss war Hans ein ausgezeichneter Lotse denn wir wendeten und streiften dabei an den Klippen vorüber mit einer Sicherheit und Genauigkeit dass es ein Vergnügen anzusehen war kaum waren wir zwischen den beiden Vorsprüngen der Landspitzen hindurch so waren wir dicht von Land eingeschlossen die Küsten der Nordbucht waren ebenso dicht bewaldet wie die des südlichen Ankerplatzes aber die Wasserfläche war länger und schmäler sie gleich einer Flussmündung was sie ja auch in Wirklichkeit war gerade vor uns am südlichen Ende sahen wir das Wrack eines Schiffes das sich im letzten Zustande des Verfalls befand es war ein großes Schiff mit drei Masten gewesen aber es war so lange aller Unbild des Wetters ausgesetzt gewesen das große Gewebe triefen den Seetanks rings herum hingen und auf dem Deck hatten Landpflanzen Wurzeln geschlagen und Blüten jetzt in reicher Farben gebracht das Schiff war traurig anzusehen aber es bot uns einen Beweis dass der Ankergrund geschützt war nun hör mal gut zu sagte Hans zu mir hier ist eine wunderschöne Stelle um ein Schiff auf den Strand zu setzen schöner flacher Sand keine Katzenpfote auf dem Wasser Bäume rund rum und auf dem alten Schiff da blühen die Blumen wie in einem Garten und wenn wir sie auf dem Strand haben fragte ich wie sollen wir sie dann wieder herunter kriegen oh das ist ganz einfach du gehst mit einer Leine an Land da ans Ufer wenn das Wasser niedrig ist du legst die Leine um eine von den großen Fichten kommst wieder mit ihr aufs Schiff legst sie um die Ankerwinde herum und wartest ganz einfach ab bis die Flut kommt kommt hohes Wasser so ziehen alle Mann an der Leine und los kommt das Schiff das ist und nun Junge wir sind dicht an der Stelle aber wir fahren ein bisschen zu schnell Steuerbord ein bisschen so gut so Steuerbord Backbord ein bisschen gut so 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 gab er seine Befehle aus die ich mit angehaltenem Atem verfolgte bis er plötzlich rief nun mein Herzchen Mann los ich legte mit aller Kraft das Steuerruder herum die Hispaniola schwang sich mit einem Ruck herum sauste auf die niedrige Waldküste zu in der Erregung dieser letzten Manöver hatte ich in der Aufmerksamkeit nachgelassen womit ich bisher den Schaluppmeister sehr scharf beobachtete ich erwartete mit solcher Spannung des Auflaufen des Schiffes auf den Sand dass ich die über meinem Haupte schwebende Gefahr ganz vergessen hatte ich sah mit langem Halse über die Steuerbord Schanzkleidung hinüber und auf die Wellen die der Bug des Schoners warf ich wäre vielleicht ohne jeden Schatten sich bewegen sehen vielleicht war es auch ein triebmäßiges Gefühl wie eine Katze es hat kurz und gut als ich mich umsah hatte Hans schon die Hälfte der Entfernung bis zu mir zurück gelegt kam mit dem Dolch in der rechten Hand auf mich los wir müssen beide laut aufgeschrien haben als ließ ich das Steuerruder los das mit einem scharfen Ruck liebwärts flog und ich glaube dies rettete mein Leben denn die Ruderpinne traf Hans gegen die Brust und warf ihn für einen Augenblick zurück bevor er sich wieder aufraffen konnte war ich aus der Ecke heraus in der er mich wie in einer Falle gehabt hatte und konnte mich jetzt auf dem ganzen Verdeck bewegen beim Hauptmast blieb ich stehen zog eine Pistole aus der Tasche zielte kaltblütig obgleich er sich bereits umgedreht hatte und wieder auf mich los kam und dann drückte ich ab der Hahn schlug auf es folgte weder Blitz noch Knall das Zündkraut war von dem Seewasser unbrauchbar gemacht worden ich verwünschte mich selber über meine Nachlässigkeit warum hatte ich nicht längst meine einzigen Waffen frisch geladen und mit neuem Zündkraut versehen dann hätte ich jetzt nicht wie ein Schaf vor seinem schlechter zu fliehen brauchen es war erstaunlich wie schnell er trotz seiner Wunde sich bewegen konnte sein graues haar hing ihm über das Gesicht herab und dieses Gesicht war feuerrot vor Aufregung und Wut ich hatte keine Zeit meine zweite Pistole zu versuchen übrigens mich soeben am Stern schon in der Klemme gehabt hatte sobald dies geschah würden neun oder zehn Zoll kaltes Eisen meine letzte Erfahrung diesseits der Ewigkeit gewesen sein ich legte meine Hände flach gegen den Hauptmast der recht dick war und wartete mit straff gespannten Nerven er merkte sofort meine Absicht und blieb ebenfalls stehen ein paar Augenblicke vergingen mit Finden von seiner Seite und mit aber ganz gewiss niemals mit einem so wild klopfenden Herzen wie diesmal indessen es war wie gesagt ein Knabenspiel und ich dachte ich könnte es darin wohl gegen einen ältlichen Seemann mit einem verwundeten Bein aufnehmen mein Mut war inzwischen so gewachsen dass ich mir sogar ein paar blitzschnelle Gedanken an den mutmaßlichen Ausgang erlaubte da sah ich allerdings dass ich dieses Ende noch länger hinaus ziehen könnte dass ich aber kaum eine Hoffnung hätte schließlich mit heiler Haut davon zu kommen während nun die Dinge so standen stieß plötzlich die Hispaniola auf den Strand sie bekam einen Ruck streifte einen Augenblick knirschend über den Sand und legte sich dann blitzschnell nach Backbord über bis das Deck einen Winkel von 45 Grad bildete eine gute Menge Wasser drang durch die Schanzkleidung wir verloren beide den Halt und rollten fast gleichzeitig in die Speigatten hinein hinter uns her der tote Pirat mit der roten Mütze wir waren einander so nah dass mein Kopf an den Fuß des Schaluppmeisters anschlug ich bekam einen Stoß dass meine Zähne klapperten trotz diesem Stoß war ich aber zuerst wieder auf den Beinen denn Hans musste sich erst von der Gedanke sprang ich in die Besavanten hinein klomm Hand über Hand hinauf ohne einen Atemzug zu tun bis ich auf der Rahe saß meine Schnelligkeit hatte mich gerettet denn während ich hinauf kletterte war Israels Dolch keinen halben Fuß unter mir vorbeigefahren und da stand nun Israel Hans mit offenem Munde und sah zu mir hinauf ein Bild der Überraschung und Enttäuschung hatte lud ich zur größten Sicherheit die andere ganz frisch nachdem ich die alte Ladung herausgezogen hatte Als Hans dies sah begann er zu merken dass das Blatt sich gewand hatte Nach einem kurzen Zögern kletterte er selber schwerfällig den Dolch zwischen den Zähnen die Wand hinauf Es ging langsam Er hatte offenbar viel Schmerzen Mit lautem Stöhnen zog er sein verwundetes Bein nach Ich hatte in aller Ruhe meine Pistolen geladen bevor er den dritten Teil der Strecke zurückgelegt hatte Dann nahm ich eine Pistole in jede Hand und rief ihm zu Noch einen Schritt näher Herr Hans und ich an seinem verdutzten Gesicht an dass er etwas sagen wollte Um sprechen zu können musste er den Dolch aus dem Mund nehmen sonst aber rührte er kein Glied endlich sagte er Jim ich rechne wir haben uns alle beide festgefahren du und ich und werden einen Vergleich schließen müssen ich hätte dich gekriegt wenn ich der Stoß gekommen wäre aber ich habe ja nun mal kein Glück und ich rechne ich werde die Flagge streichen müssen und das ist ein hartes Ding für einen alten see befahrenen Schaluppmeister einem Jüngelchen gegenüber wie du's bist Jim seine Worte waren für mich eine Wonne und ich lächelte und war so eitel wie ein Hahn auf einer Gartenmauer da warf er plötzlich seine rechte Hand über die Schulter etwas schwirrte wie ein Fall durch die Luft ich fühlte einen Schlag und einen scharfen Schmerz und siehe ich war mit der Schulter an den Mast gespießt in dem fürchterlichen Schmerz und in der Überraschung des Augenblicks ich kann kaum sagen dass ich es mit freiem Willen tat und sicherlich habe ich nicht gezielt gingen meine beiden Pistolen los und beide fielen mir aus den Händen sie fiel nicht allein mit einem erstickten Schrei ließ der Schaluppmeister die Wanden los und stürzte rücklinks ins Wasser Kapitel 27 Piaster Infolge der schrägen Lage des Schiffes hingen die Masten weit über das Wasser hinüber und deshalb saß ich auf meiner Rahe über dem Wasserspiegel Hans der sich tiefer befunden hatte war infolgedessen dem Schiff näher und stürzte zwischen mir und der Schanz Kleidung ab er kam noch einmal in einer Lache von Schaum und Blut nach oben und sank dann endgültig als das Wasser wieder ruhig wurde konnte ich seine gekrümmte Leiche auf dem reinen weißen Sand im Schatten der Schiffswand liegen sehen ein paar Fische schwammen um ihn herum ein paar Mal hat es den Anschein wie wenn er sich ein wenig bewegte und aufzustehen versuchte dies schien aber nur so infolge der Bewegung des Wassers er war tot genug denn er war erschossen und ertrunken und lag nun als Speise für die Fische an derselben Stelle an der er mich hatte ermorden wollen kaum war ich seines Todes gewiß so begann ich mich krank und elend zu fühlen heißes Blut lief mir über den Rücken und Brust der Dolch der meine Schulter an den Mast gespießt hatte schien wie glühendes Eisen zu brennen aber es waren nicht so sehr diese wirklichen Schmerzen die mich unglücklich machten denn diese so schien es mir hätte ich ohne einen Klagelaut ertragen können es war die Angst dass ich von meiner Rahe in das stille grüne Wasser hinabstürzen und dann neben der Leiche des Schaluppmeisters liegen würde ich klammerte mich mit beiden Händen fest bis mir die Nägel wehtaten und schloß meine Augen wie wenn ich die Gefahr mir selber verbergen könnte allmählich aber kam ich wieder zur Besinnung mein Pulsschlag wurde wieder ruhig und ich hatte meine Selbstbeherrschung zurückerlangt vor allen Dingen wollte ich den Dolch herausreißen aber entweder stak dieser zu fest oder ich verlor die Nerven jedenfalls ließ ich mit einem heftigen Schauder von meinem Beginnen ab merkwürdigerweise brachte gerade dieser Schauder mir was ich wollte das Messer hätte mich nämlich auf ein Haar überhaupt gefehlt es war unmittelbar unter der Haut durch das Fleisch hindurch gefahren und dieses Stück Haut zerriss als ich zusammen zuckte die Blutung wurde allerdings stärker aber ich war wieder mein eigener Herr und war nur noch mit Jacke und Hemd an den Mast gespießt meine Kleider riss ich mit einem starken Rock los und kletterte dann an den Steuerbord Wanden wieder auf das Deck herab um alles in der Welt hätte ich mit meinen zitternden Gliedern es nicht gewagt an den überhängenden Besahn Wanden herunter zu klettern von denen Israel Haines herab gestürzt war ich ging in die Kajüte hinunter und verband meine Wunde so gut ich konnte sie schmerzte mich stark und blutete immer noch heftig aber sie war weder tief noch gefährlich und behinderte mich nicht so sehr im Gebrauch meines Armes Er war wie ich gesagt habe gegen die Schanzkleidung geworfen worden und lag dort wie eine grässliche unheimliche Puppe wie eine Puppe in Lebensgröße aber ohne Lebensfarbe da er so dicht an der Schanzkleidung lag hatte ich es bequem mit ihm und da die Gewohnheit tragischer Abenteuer mich so ziemlich gegen alles Grausen vor dem Tode abgestumpft hatte so packte ich ihn um den Rumpf wie wenn er ein Sack voll Spreu wäre und warf ihn mit einem kräftigen Schwung über Bord Mit einem lauten Klatschen stug er auf das Wasser auf Die rote Mütze löste sich von seinem Kopf und schwamm auf der Oberfläche und sobald die Ringe sich im Wasser geglättet hatten konnte ich ihn und Israel Hens Seite an Seite liegen sehen beide in der zitternden Bewegung des Wassers zuckend O'Brien war zwar noch ein ganz junger Mann aber schon sehr kahlköpfig gewesen da lag er nun sein kahler Kopf zwischen den Knien des Mannes der ihn getötet hatte und die schnellen Fische erschossen über den beiden hin und her Ich war jetzt allein auf dem Schiff Es war gerade eben Hochflut gewesen und die Ebbe hatte wieder eingesetzt Die Sonne war so dicht am Untergehen dass bereits der Schatten der Fichten auf dem Westufer über den Anker Grund fiel und ihre Umrisse auf dem Verdeck abzeichnete Die Abendbrise hatte sich aufgemacht und obgleich der Berg mit den beiden Gipfeln von Osten her den Wind abhielt summte es im Tauwerk und die schlaff herabhängenden Segel knatterten leise Ich merkte dass das Schiff hatte der Geekbaum natürlich sich über Bord gedreht und seine Spitze und ein paar Fuß von dem Segel waren unter Wasser Mir schien dass dadurch die Gefahr noch größer würde aber das Segel war so straff gespannt dass ich mich nicht getraute daran zu rühren Schließlich zog ich mein Messer heraus und schnitt die Aufholer durch Die Spitze sank augenblicklich und eine große Fläche Leinwand wie ich selber auf Glück verlassen Mittlerweile lag der ganze Anker Grund im Schatten Die letzten Strahlen der Sonne fielen durch eine Waldlücke und lagen hell wie Juwelen auf dem Wrack mit seinen blühenden Büschen Es begann kühl zu werden Der Ebbstrom zog reißend schnell seewärts und der Schoner legte sich mehr und mehr auf die Seite Ich kroch an die Schanzkleidung heran und sah über Bord Das Wasser schien seicht genug zu sein Ich hielt mich zur Sicherheit mit beiden Händen an dem gekappten Ankertau fest und ließ mich sachte über Bord gleiten Das Wasser reichte mir kaum bis an die Brust Der Sand war fest und ich wartete guten Mutes an Land und ließ die Hispaniola auf ihrer Seite liegen Das Hauptsegel weit über die Wasserfläche dabei ausgebreitet Fast in dem selben Augenblick ging die Sonne unter und der Abendwind verfleiße durch die wiegenden Fichten in der Dämmerung Endlich endlich war ich wieder vom Wasser herunter und nicht mit leeren Händen kehrte ich zurück Da lag der Schoner endlich den Piraten entrissen und unsere eigenen Leute brauchten nur an Bord zu gehen und konnten wieder in See stechen Ich weidete mich an dem Gedanken zum Blockhaus zurückzukehren und meine Heldentaten zu verkünden Vielleicht konnte ich wegen meiner Waghalsigkeit einen kleinen Tadel bekommen Aber sogar Captain Smollett würde zugeben dass ich meine Zeit nicht verloren hatte Unter solchen Gedanken lenkte ich in vergnügter Stimmung meine Schritte dem Blockhaus und meinen Kameraden zu Ich erinnerte mich dass der östlichste von den Bächen die in den Captain Kitz Ankergrund münden auf dem zweigipfeligen Berg zu meiner linken entsprang Deshalb ging ich in diese Richtung um den Bach an einer schmalen Stelle überschreiten zu können Der Wald war ziemlich licht und indem ich mich an dem unteren Rande hielt hatte ich rasch den Berg umgangen und bald darauf konnte ich durch den Bach warten dessen Wasser mir nur bis an die Waden reichte Auf diese Weise kam ich in die Nähe der Stelle wo ich Ben Gun getroffen hatte Ich sah mich deshalb nach allen Seiten um als ich vorsichtig weiter ging Es war inzwischen tiefe Nacht geworden und als ich aus der Kluft zwischen den beiden Berggipfeln ins Freie trat bemerkte ich am Himmel eine wabernde Lohe Ich dachte mir Der Inselmann koche wahrscheinlich an einem hellen Feuer sein Abendessen Indessen wunderte ich mich im Geheimen über eine solche Sorglosigkeit Denn wenn ich diesen Feuerschein sehen konnte so musste wohl auch Silver ihn von dem Lager an der sumpfigen Wiese erblicken können Es wurde allmählich immer finsterer Es kostete mich große Mühe auch nur einigermaßen die Richtung einzuhalten Der Doppelberg hinter mir und das Fernrohr wurden immer undeutlicher in ihren Umrissen Nur wenige Sterne waren am Himmel und schimmerten mit schwachem Glanz Ich wanderte in einem tiefen Talgrunde und geriet fortwährend in Gebüsche Fernrohrs getroffen und bald darauf sah ich etwas breites silberglänzendes sich hinter den Bäumen bewegen Da wusste ich dass der Mond aufgegangen war Dies war für mich eine große Hilfe Stell legte ich jetzt den noch übrigen Teil meiner Wanderung zurück bald gehend bald laufend strebte ich ungeduldig dem Blockhaus zu Doch war ich als ich in den Wald unmittelbar vor dem Pfahlwerk kam Ende meines Abenteuers gewesen wenn meine Kameraden mich aus Versehen niedergeschossen hätten Der Mond kletterte immer höher und höher am Himmel empor sein Licht fiel hier und dort in breiten Streifen auf die Waldlichtungen Gerade vor mir aber erschien zwischen den Bäumen ein Licht von anderer Farbe Es war glühend rot und verdunkelte sich von Zeit zu Zeit ein wenig wie wenn es die glühenden Kohlen eines herunter gebrannten Holzfeuers wären So sehr ich mir den Kopf zerbrach konnte ich mir nicht vorstellen was dies sein möchte Endlich erreicht ich den Saum der Lichtung Das westliche Ende lag bereits im hellen Mondlicht Alles Übrige aber um das Blockhaus selbst im schwarzen Schatten in den nur einzelne silberweiße Streifen hineinfielen Auf der anderen Seite des Hauses war ein gewaltiges Feuer bis auf die Kohlen herabgebrannt diese verbreiteten einen roten Schein der seltsam gegen das bleiche Mondlicht abstach keine Seele regte sich und es war kein Ton zu hören außer dem Sausen der Nachtbrise voller Verwunderung im Herzen und vielleicht mit einem auch etwas ängstlichen Gefühl blieb ich stehen es war nicht unsere Gewohnheit gewesen große Holzfeuer anzuzünden im Gegenteil wir waren auf Befehl des Käptains eher etwas geizig mit unserem Brennholz umgegangen und ich begann zu befürchten dass während meiner Abwesenheit etwas schief gegangen sein könnte ich schlich mich nach der Ostseite herum in dem ich mich vorsichtig im Schatten hielt und als ich eine passende Stelle gefunden hatte wo die Finsternis am dicksten war kletterte ich über die Palisade um ganz sicher zu gehen kroch ich auf Händen und Füßen Händes Geräusch und ich habe zu anderer Zeit mich oft darüber geärgert aber in jenem Augenblick klang es mir wie die schönste Musik als ich meine Freunde alle miteinander so laut und friedlich schnarchen hörte der Ruf der Schiffswache auf See das schöne alles wohl war niemals beruhigender an mein Ohr geklungen Indessen stand eins außer allem Zweifel sie hielten niederträchtig schlecht Wache wenn jetzt Silber und seine Kerle an sie angekrochen wären wie ich es tat keine Menschenseele hätte das Morgenlicht gesehen das kommt davon so dachte ich bei mir selber wenn man einen verwundeten Kapitän hat und wieder machte ich mir bittere Vorwürfe sie in der Gefahr verlassen zu haben und dadurch so wenige nur auf Wache ziehen konnten mittlerweile hatte ich die Tür erreicht und ab und zu ein eigentümliches Geräusch das ich mir nicht erklären konnte eine Art von leisem flattern oder picken meine Pistolen vor mich hin haltend betrat ich festen Schrittes das Blockhaus mit einem leisen Kichern dachte ich bei mir selber ich wollte mich ohne ein Wort zu sagen auf meinen gewöhnlichen Platz zum schlafen legen und mich dann über ihre erstaunten Gesichter freuen wenn sie am anderen morgen mich plötzlich erblickten mein Fuß stieß gegen etwas Weiches das nachgab es war offenbar das Bein eines Schläfers er drehte sich um und grunzte aber ohne aufzuwachen und dann schrie ganz plötzlich eine schrille Stimme aus der Finsternis heraus Piasta 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 unaufhörlich immer dasselbe ohne Unterbrechung ohne Abwechslung wie das Klappern einer Kaffeemühle Silvers grüner Papagei Captain Flint ihn hatte ich an einem Stück Baumrinde knabbern und picken hören der Papagei hatte besser Wache gehalten als alle Menschen drinnen und meldete jetzt meine Ankunft mit seinem unermüdlichen Geschnatter mir wurde keine Zeit gelassen mich zu besinnen von dem scharfen gekreisch des Vogels erwachten alle Schläfer sie sprangen auf und mit einem mächtigen Fluch schrie Silvers wer halte von ihm ab und fiel einem zweiten in die Arme die sich sofort um mich schlossen und mich nicht wieder los ließen bring eine Fackel dick sagte Silvers als auf diese Weise meine Gefangenname gesichert war einer von den Leuten verließ das Blockhaus und kam gleich darauf mit einer Fackel wieder herein 28. Kapitel im feindlichen Lager Der rote Schein der Fackel die das Innere die Piraten waren im Besitz des Blockhauses und der Vorräte da stand wie vor meinem Fortgehen das Fass Kognak da waren die Speckseiten und die Zwieback Säcke aber und diese Beobachtung verzehnfachte mein Entsetzen keine Spur von einem Gefangenen ich konnte nur annehmen dass sie alle umgekommen waren und es gab mir einen scharfen Stich ins Herz dass ich nicht dabei gewesen war um mit ihnen unter zu gehen die Piraten waren alles in allem sechs Mann das waren alle die von ihnen noch am Leben waren fünf von ihnen waren auf den Beinen mit aufgedunsenen roten Gesichtern eben aus ihrem ersten trunkenen Schlaf aufgestört der sechste hatte sich nur aufgerichtet und sich auf seine Ellenbogen aufgestützt er war totenbleich und die blutige Binde zeigte an Ich erinnerte mich des Piraten der bei dem großen Angriff verwundet worden war und sich so schnell in den Wald geflüchtet hatte und ich bezweifelte nicht dass es dieser Mann gewesen war Der Papagei saß sein Gefieder aufblähnt auf Long Johns Schulter Dieser selber sah etwas bleicher und ernster aus als für gewöhnlich Er trug immer noch seinen schönen Tuchanzug den er damals als Parlament herangehabt hatte aber war arg abgetragen mit Lehm beschmiert und von den Dornen der Waldsträucher zerrissen So sagte er da ist ja Jim Hawkins hol mich der Kuckuck ein bisschen ins Fettnäpfchen getreten was sei mal nicht bange es freut mich und mit diesen Worten setzte er sich auf das Brandweinfass und begann sich eine Pfeife zu stopfen gib mir mal den Kien rüber Dick sagte er und als seine Pfeife ordentlich brannte fuhr er fort gut mein Junge steckt die Fackelmann in den Holzhaufen hinein und ihr meine Herren hört mal alle Mann zu ihr braucht vor Herrn Hawkins nicht aufzustehen das verlangt er gar nicht von euch könnt es mir glauben und so Jim dabei drückte er den Tabak herunter bist du also hier und ne angenehme Überraschung auf all dies gerede antwortete ich keine Silbe wie man sich wohl denken kann sie hatten mich inzwischen an die Wand gestellt und da stand ich nun und sah Silver ins Gesicht äußerlich wenigstens kühn genug so will ich hoffen aber mit schwarzer Verzweiflung im Herzen Silver tat sehr bedächtig ein paar Züge aus seiner Weife und fing dann wieder an na siehst du Jim da du nun doch einmal hier bist so will ich dir mal was sagen ich habe dich immer gern gehabt das habe ich als einen mutigen bengel und als das abbild von mir selber als ich noch ein junger und hübscher Kerl war ich hatte stets gewünscht du solltest zu uns kommen und deinen Anteil haben und als Gentleman sterben und nun mein Hähnchen wirst du das müssen Captain Smollett ist ein famoser Seemann das will ich bis zu meinem Ende jeden Tag beschwören aber er ist stramm mit den Disziplinen Pflicht ist Pflicht sagt er geh du mein lieber Captain Smollett aus dem Wege sogar der Doktor ist ganz und wild auf dich und dankbarer bengel war was er sagte und das kurze und das lange von der ganzen Geschichte ist ungefähr dies zu deinen eigenen Leuten kannst du nicht zurück denn sie wollen dich nicht haben und wenn du nicht ganz für dich allein eine dritte Schiffsmannschaft bilden willst was hier auf die Dauer wohl ein bisschen einsam werden würde wirst du wohl zu Captain Silver gehen müssen so weit war das ganz gut meine Freunde waren also noch am Leben und wenn ich auch zum Teil an Silvers Behauptung glaubte dass die Kriegspartei wegen meiner Dessertion mir grollte so fühlte ich mich doch durch die Worte die ich vernommen hatte noch mehr erleichtert als betrübt ich sagte nichts davon dass du in unserer Hand bist fuhr Silver fort indessen hier bist du nun mal und das ist sicher ich bin ganz und gar dafür dass man sich im guten ein habe nie gesehen dass aus Drohungen etwas Gutes kommt wenn dir der Dienst passt dann trittst du bei mir ein und wenn er dir nicht passt Jim dann steht's dir frei nein zu sagen ganz nach deinem Belieben diesmal und wenn irgendein Seemann auf Erden anständiger zu dir reden kann soll mich der Kuckuck holen muss ich also antworten fragte ich mein Junge sagte silver kein mensch zwingt dich mach es ganz wie du willst keiner von uns wird dich drängen mart die zeit verstreicht so angenehm in deiner gesellschaft verstehst du nun sagte ich und beim sprechen wurde ich ein bisschen kühner wenn ich wählen soll so habe ich ein recht zu wissen was los ist und warum ihr hier seid und wo meine freunde sind was los ist wiederholte einer von den piraten tief im bass oh wer das wüsste der könnte von glück sagen du hast vielleicht eine klappe erhalten bis du gefragt wirst mein freund rief silver drohend dem sprecher zu und dann antwortete er mir in seinem alten liebenswürdigen ton gestern morgen herr hawkins in der hunde wache kam dr liv sie zu uns runter mit einer weißen flagge und sagte captain silver sagte er ihr seid angeschmiert das schiff ist weg vielleicht hatten wir wohl ein gläschen genommen und ein liedchen dabei gesungen ich will dazu nicht nein sagen wir guckten aus und beim donner das alte schiff war weg habe nie in meinem leben einen haufen schafsköpfe solche dummen augen machen sehen das kannst mir und essen brandwein das block haus das brennholz das ihr so freundlich wart zurecht zu machen alles ist unser sozusagen das ganze schiff von der mast spitze bis zum kiel die anderen sind ausgezogen wo sie sind weiß ich nicht er sog eine weile ruhig an seiner pfeife dann sagte er und wenn du dir vielleicht einbilden solltest du seist in dem vertrag mit eingeschlossen hier ist das letzte wort das gesagt wurde wie viel seid ihr fragte ich die das block haus verlassen wollen vier sagte er vier und einer von uns ist verwundet wo der bengel ist das weiß ich nicht hol ihn der kuckuck sagte er und es ist mir wurscht wir haben ihn satt gekriegt dies war seine Antwort das ist alles ja es ist wenigstens alles was du zu wählen jetzt hast du zu wählen darauf kannst du dich verlassen sagte silver nun ich bin nicht so ein dummkopf dass ich nicht ziemlich genau wüsste was ich zu erwarten habe mag das schlimmste von nun kommen daraus mache ich und wenn ihr wissen wollt wer das getan hat ich hab's getan ich war in der apfeltonne in jener nacht als wir die insel sichteten und ich hörte euch john und euch dick johnson und hans der jetzt auf dem meeresgrunde liegt und bevor eine stunde rum war hatte ich jedes wort berichtet dass ihr gesprochen hattet und wenn ihr wissen wollt wie es mit dem schon nachher gegangen ist ich war es der das ankertau durchschnitt und ich war es der die leute tötete die ihr an bord gelassen hattet und ich war es der die hispanola an einen ort brachte wo ihr sie niemals wiedersehen werdet kein einziger von euch das lachen ist auf meiner Seite ich will ich euch retten so viel es mir möglich ist nun habt ihr zu wählen nehmt einen mitmenschen das leben wovon ihr gar keinen nutzen habt oder lasst mir das leben und bewahrt euch dadurch einen zeugen der euch vom galgen erretten kann ich schwieg denn ich war völlig außer Atem und zu meiner verwunderung rührte kein einziger von den Piraten sich sondern alle saßen da und ich glaube sie haben hier zu sagen und wenn es zum schlimmsten kommt so bin ich ihnen dankbar sie sagen es dem doktor wie ich mich benommen habe ich will daran denken sagte silver mit einer besonderbaren betonung dass ich mit dem besten willen nicht wusste ob er mich wegen meiner bitte verhöhnte oder ob mein Mut einen guten Eindruck auf ihn gemacht hatte ich will dazu bloß was sagen rief der alte matrose mit dem mahagonibraunen gesicht morgan hieß er der den ich in long john taverne an den karen in bristol gesehen hatte er war es der den schwarzen hund kannte schön und hört mal zu sagte der schiffskoch ich will noch was dazu sagen beim donner dieser selbe junge war es der billy bones die karte klaute kurz und gut wir haben mit jim hawkins ein hund zu rupfen händ mal los sagte morgan mit einem fluch und er sprang auf und zog sein messer so flink wie ein junger bursche von zwanzig weg da rief silver wer bist du tom morgan vielleicht dachtest du du wärst captain hier vielleicht beim doiker das will ich dir beibringen komm mir in die quere du gehst dahin wo mancher gute man vor dir hingegangen ist in diesen letzten dreißig jahren einige an die ran ocke hol dich der kuckuck und einige über die laufplanke und alle in die tiefe die fische zu füttern da war noch nie ein Mensch auf der Welt der mir zwischen die Augen gesehen hat und hinterher noch einen guten Tag sah Tom Morgan und darauf kannst du gift nehmen Morgan blieb stehen aber die anderen erhoben ein heiseres Murren Tom hat recht sagte einer ich habe mich lang genug schriegeln lassen rief ein anderer und ich will mich hängen lassen wenn ich mich von dir schriegeln lasse John Silver will einer von euch Herren was von mir wollte Silver indem er sich weit vorn über beugte die brennende Pfeife in der rechten Hand sagt gerade heraus was ihr wollt ihr seid ja nicht stumm denke ich wer was braucht kann es kriegen hab ich so viele Jahre gelebt und so ein Schafsgesicht soll mir zuletzt über den Weg laufen ihr wisst Bescheid ihr seid alle Glücks Gentlemen nun ich bin bereit wer den Mut hat soll einen Säbel in die Hand nehmen und ich will trotz Kröcke und allem die Farbe seiner Eingeweide sehen bevor ich fuhr er fort und steckte seine Pfeife wieder in den Mund na ihr seid eine nette Gesellschaft das muss ich sagen zum Fechten taugt ihr nicht viel aber vielleicht versteht ihr ein Wort wenn ich es deutlich ausspreche ich bin euer Käpt'n weil ihr mich erwählt habt ich bin hier Käpt'n weil ich bei weitem der beste Mann bin ihr wollt nicht fechten wie Glücks Gentlemen tun sollten dann beim Donner sollt ihr gehorchen und Ich habe nie einen besseren Jungen gesehen als Jim Hawkins hier er ist mehr Mann als ein paar von euch Ratten hier in diesem Hause und was ich sage ist dies den will ich sehen der ihn anrührt das sage ich euch und darauf könnt ihr Gift nehmen hierauf entstand eine lange Pause ich stand hoch aufgerichtet an der Wand mein Herz klopfte noch wie ein Schmiedehammer aber in meine Brust schien jetzt ein Hoffnungsstrahl Silver lehnte sich mit verschränkten Armen gegen die Wand zurück seine Pfeife in dem einen Mundwinkel so ruhig wie wenn er in der Kirche gewesen wäre aber ich bemerkte wohl wie seine Augen verstohlen in dem Raum herumwanderten und wie er seine unruhige Gefolgschaft beobachtete die anderen Piraten traten nach und nach am anderen Ende des Blockhauses zusammen und mein Ohr vernahm wie sie unablässig miteinander flüsterten einer nach dem anderen sah sich um und der rote Schein der Fackel fiel für eine Sekunde auf seine gespannten Gesichtszüge aber nicht auf mich kehrten sich ihre Blicke sondern auf Silver Ihr habt scheint's eine Masse zu sagen bemerkte Silver indem er in hohem Bogen ausspuckte Mann los lasst mich hören oder legt das Schiff bei Bitte um Verzeihung Herr antwortete einer von den Leuten Ihr geht ziemlich nach eurem Belieben mit einigen von den Regeln um vielleicht werdet ihr so gut sein die übrigen im Auge zu behalten diese Mannschaft ist nicht zufrieden diese Mannschaft will vom Anschnauzen nichts wissen diese Mannschaft hat ihre Rechte wie andere Mannschaften das wollte ich mir nur erlauben zu bemerken und nach euren eigenen Regeln bin ich der Meinung dass wir miteinander sprechen dürfen bitte euch um Verzeihung Herr indem dass ich euch als Käpt'n für die gegenwärtige Zeit anerkenne aber ich verlange mein Recht und ich gehe hinaus zu einer Beratung und mit einer kunstvollen Matrosenverbeugung samt Kratzfuß trat der Mann ein langer übel aussehender gelbäugiger Bursche von 35 Jahren an die Tür heran und verschwand aus dem Hause einer nach dem anderen folgten die übrigen seinem Beispiel jeder mit einer Matrosenverbeugung als er ins Silfer vorüberkam jeder mit einer Entschuldigung regelmäßig sagte einer von ihnen vor der Schiffsberatung sagte Morgan und so marschierten sie alle mit dieser oder jener Bemerkung hinaus und ließen Silber und mich mit der Fackel allein der Schiffskoch nahm sofort seine Pfeife aus dem Mund und sagte in einem Flüstertone der gerade noch eben hörbar war nun sieh mal her Jim Hawkins du bist einen halben Fuß breit vom Tode entfernt und was doch viel schlimmer ist von Folterung sie werden mich absetzen aber merke dir ich halte zu dir durch dick und dünn ich wollte das eigentlich nicht nein erst als du deine Rede hieltest da kam ich auf andere Gedanken ich war beinahe verzweifelt all das schöne Geld zu verlieren und obendrein noch an den Galgen zu kommen aber ich sag's du bist von der rechten Sorte ich sagte zu mir selber du stehst Hawkins bei John und Hawkins wird dir beistehen du bist sein letzter Trumpf und beim Donner John er ist deiner jetzt Rücken gegen Rücken sag ich rette du deinen Zeugen und er wird dir deinen Hals retten so sag ich dir mir stieg eine Ahnung auf und ich fragte ihr meint für euch ist alles verloren ja ja wohl beim Kuckuck das mein ich Schiff verloren Kragen verloren so steht die Sache als ich über die Bucht guckte Jim Hawkins und keinen Schoner mehr sah ja ich bin ein zäher Kerl aber da war's alle die Kerle da draußen mit ihrer Beratung glauben mir das sind lauter Schafsköpfe und Feiglinge ich will dich vor ihnen retten wenn es in meiner Macht steht aber hörst du Jim Wurst wie der Wurst du rettest dafür Long John dass er nicht an den Galgen kommt ich war ganz verdutzt was er von mir verlangte schien völlig aussichtslos zu sein er der alte Pirat der Rätelsführer bei dem ganzen Komplott aber ich sagte was ich tun kann will ich tun abgemacht rief Long John sprich nur frei von der Leber weg und beim Donner ich habe eine Aussicht er humpelte an die Fackel heran die in den Brennholzhaufen gesteckt war und zündete sich eine frische Pfeife an dann setzte er sich wieder auf das Brandweinfass und sagte versteh mich Jim ich habe doch einen Kopf zwischen den Schultern ich bin jetzt auf der Squires Seite ich weiß du hast das Schiff irgendwo hin in Sicherheit gebracht wie du das gemacht hast weiß ich nicht aber in Sicherheit ist es ich denke mir Hans und O'Brien sind umgefallen ich habe zu keinem von den beiden jemals viel Vertrauen gehabt nur hör auf mich ich stelle keine Fragen und lasse auch andere keine stellen ich weiß wenn eine Sache verspielt ist und wenn ich einen Jungen sehe wie dich so weiß ich auch dass er schneit hat ach du der du so jung bist du und ich was hätten wir beide miteinander nicht alles aufstellen können er zapfte etwas Brandwein aus dem Fass in ein Zinnkännchen und fragte mich willst du einen Schluck und als ich den Brandwein ablehnte sagte er ich will selber einen Kippen Jim ich muss mich etwas kalfatern denn es ist Trubel in Sicht und da wir von Trubel sprechen warum gab der Doktor mir die Karte Jim auf meinem Gesicht stand Verwunderung so deutlich geschrieben dass er sofort die Zwecklosigkeit weiterer Fragen erkannte und sagte tja er gab sie mir und da ist sicherlich irgendein Haken bei sicherlich hatte er damit was im Sinn Jim was Schlechtes oder was Gutes und er nahm noch einen Schluck von dem Brandwein und schüttelte seinen großen blonden Kopf wie einer der auf das Schlimmste gefasst ist Kapitel 29 noch einmal der schwarze Fleck die Beratung der Meuterer hatte eine ziemliche Zeit gedauert als einer von ihnen wieder in das Haus kam und mit einer Wiederholung desselben Kratzfußes der mir etwas höhnisches zu haben schien die Bitte aussprach ihm für einen Augenblick die Fackel zu leihen Silver sagte kurz ja und der Abgesandte entfernte sich wieder mit der Fackel so dass wir nun ganz im Finstern saßen Seht eine Brise auf Jim sagte Silver der jetzt sehr freundlich und vertraulich mit mir sprach ich trat an die nächste Schießscharte und blickte hinaus die Holzkohlen des großen Feuers waren beinahe ausgebrannt und glühten so dunkel und schwach dass ich wohl verstehen konnte warum die Verschwörer eine Fackel zu haben wünschten etwa auf dem halben Wege nach der Einzäunung hinunter standen sie in einer Gruppe beisammen einer hielt die Fackel ein anderer lag in ihrer Mitte auf den Knien und ich sah die Klinge eines offenen Messers in seiner Hand und sie funkelte in dem Mondschein und dem Fackellicht die übrigen beugten sich alle etwas vornüber wie wenn sie dem Knienden bei seinem Tun zusehen ich konnte gerade jeden erkennen dass er in der einen Hand das Messer und in der anderen Hand ein Buch hatte und ich wunderte mich darüber wie etwas so merkwürdiges wie ein Buch hatte in ihren Besitz kommen können da sprang der Kniende wieder auf und die ganze Gesellschaft ging auf das Blockhaus zu da kommen sie sagte ich und dann nahm ich meine frühere Stellung wieder ein denn es schien mir unter meiner Würde zu sein wenn sie fänden dass ich sie beobachtete nun lass sie mal kommen Jungs lass sie mal kommen sagte Silber fröhlich ich hab noch einen Schuss in meiner Flinte die Tür öffnete sich und die fünf Leute die dicht davor auf einem Klumpen standen schoben einen von ihnen vorwärts unter anderen Umständen wäre es ein komischer Anblick gewesen wie er langsam näher kam bei jedem neuen Schritt zögernd aber dabei die geschlossene rechte Hand immer vor sich hin streckte komm mal her mein Jung rief Silber ich werde dich nicht fressen gib es mal ein Heerschafskopf ich kenne die Regeln was meinst du denn ich werde doch einem Abgesandten nichts zu Leide tun durch diese Worte ermutigt trat der Pirat mit schnelleren Schritten näher drückte Silber irgendetwas in die Hand und eilte dann noch hürtiger wieder hinaus und zu seinen Kameraden zurück der Schiffskoch sah sich das Ding an das ihm überreicht worden war und bemerkte dann der schwarze Fleck ich dachte es mir wo habt ihr denn wohl das Papier hergekriegt ach so aber hört mal das bringt kein Glück ihr seid beigegangen und habt es aus einer Bibel rausgeschnitten wer ist denn so ein Narr und zerschneidet eine Bibel seht ihr rief Morgan haben wir es was sag ich nix Gutes wird danach kommen sagte ich ach was habt ihr dann untereinander auszumachen begann Silber wieder ihr werdet nun wohl alle baumeln rechne ich was für ein Schafskopf hattet denn eine Bibel es war der Dick sagte einer von ihnen also Dick war das dann soll Dick sich mal aufs Beten legen Glück würde nicht mehr haben der Dick darauf könnt ihr Gift nehmen und jetzt mischte der lange Mann mit den gelben Augen sich ein und sagte lass das geschwätzt John Silver diese Mannschaft hat dir den schwarzen Fleck geschickt wie in voller Versammlung nach Recht und Billigkeit beschlossen war dreh es um wie es Recht und Billig ist und sieh dir an was da geschrieben steht dann kannst du sprechen Dankeschön George antwortete Silver du warst immer fix in Geschäften und weißt die Regeln auswendig George wie ich mit Vergnügen bemerke was ist es denn ha abgesetzt also das ist es sehr hübsch geschrieben keine Frage gewiss und wahrhaftig wie gedruckt deine Handschrift George sieh mal an du wirst ja richtig der erste Mann bei der Mannschaft hier sollte mich gar nicht wundern wenn du nächstens Käpten würdest ach sei doch so gut und gib mir noch mal die Fackel meine Pfeife hat keine Luft hör mal lief George halt lieber die Mannschaft hier nicht zum Besten du bist ja ein großer Spaßvogel wie du selber glaubst aber mit dir ist jetzt aus und du wirst vielleicht so gut sein und von deinem Fass herunterkommen und mit abstimmen ich glaubte du sagtest dass du die Regeln kennst antwortete Silver verächtlich jedenfalls wenn du die Regeln nicht kennst so kenne ich sie und ich bleib hier sitzen und ich bin immer noch euer Käpt'n merkt euch das und warte bis ihr mit euren Beschwerden herauskommt und in der Zwischenzeit antworte ich euch dass euer schwarzer Fleck keinen Zwieback wert ist was dann weiterkommt werden wir sehen oh antwortete George macht dir nur keine Sorgen wir sind alle einig erstens hast du diese Kreuzfahrt verpfuscht und wirst nicht den Mut haben das zu leugnen zweitens ließest du den Feind für nichts und wieder nichts aus dieser Falle heraus in der er saß warum wollten sie heraus das weiß ich nicht aber es ist ziemlich klar dass sie heraus wollten drittens hast du uns versprochen sie auf dem Marsch zu überfallen wir sehen dich durch und durch John Silver du möchtest mit ihnen unter einer Decke spielen das ist es und dann viertens mit diesem Jungen hier ist das alles fragte Silver ruhig jawohl und wohl auch genug wir werden deinetwegen alle an den Galgen kommen und in der Sonne trocknen nun hört mich an ich will auf diese vier Punkte antworten auf eine nach dem anderen ich habe die Kreuzfahrt verpfuscht so nun ihr alle wusstet was ich verlangte und ihr alle wisst dass wir noch heute an Bord der Hispaniola wären wenn es so gemacht worden wäre wie ich es haben wollte und dass alle am Leben gewesen wären fidel und bunter und mit gutem Plump-Pudding im Leibe und im Schiffsraum hätten wir den Schatz gehabt beim Donner nun wer war mir in meinem Wege wer zwang mich der ich euer rechtmäßiger Käpt'n war das zu tun was ich nicht wollte wer schickte mir den schwarzen Fleck an dem Tage als wir landeten und begann diesen Tanz ein schöner Tanz ist es ich gebe dir recht es sieht verdammt danach aus dass es einen Hornpipe an einem Seilende im Execution Dock zu London der Stadt geben wird aber wer hat das gemacht das waren Anderson und Hans und du George Mary und du der du der letzte bist von diesem Kleeblatt du hast die Doikers Unverschämtheit hier aufzutreten und den Käpt'n spielen zu wollen du durch den die meisten von uns kaputt gegangen sind beim Donner noch mal das geht aber übers Bohnenlied Silver machte eine Pause und ich konnte seinen früheren Kameraden und auch George am Gesicht ansehen dass seine Worte nicht vergeblich gesprochen waren so viel hier Nummer eins rief der Angeklagte und wischte sich den Schweiß von der Stirn denn er hatte mit einer Heftigkeit gesprochen dass das ganze Blockhaus dröhnte oh ich gebe euch mein Wort es ist mir zum Ekel zu euch zu sprechen ihr habt keinen Verstand und kein Gedächtnis und ich möchte wissen was ihr für Mittel gehabt habt dass sie euch zur See gehen ließen zu See Glücks-Gentlemen Schneider seid ihr glaube ich mal weiter John sagte Morgan sage den anderen eine Meinung oh den anderen eine schöne Gesellschaft ihr sagt diese Kreuzfahrt ist verpfuscht oh wenn ihr begreifen könntet wie sie verpfuscht ist ihr würdet Augen machen wir sind die Begeiben so nah dass mir der Hals weh tut wenn ich bloß daran denke ihr habt sie vielleicht gesehen in Ketten hängend Vögel um sie rumfliegend und die Schiffer zeigen mit den Fingern nach ihnen wenn sie mit der Ebbe auslaufen wer ist das sagt einer das sei das ist John Selver ich habe ihn gut gekannt sagt ein anderer und ihr könnt die Kettenrasseln hören wenn ihr vorbeifahrt bis ihr zur nächsten Barke kommt ja so steht's mit uns mit jedem Muttersohn von uns dank ihm und Hans und Anderson und anderen von euch die uns kaputt gemacht haben und wenn ihr wissen wollt was ich euch zu Nummer 4 zu sagen habe und über den Jungen da he 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 Gott verdammt ist er nicht eine Geisel sollen wir vielleicht eine Geisel totschlagen so dumm sind wir doch nicht er kann vielleicht für uns das letzte Mittel zur Rettung sein sollte mich gar nicht wundern den Jungen totschlagen ich tu's gewiss nicht Kameraden und Nummer 3 oh da ist eine Masse zu sagen zu Nummer 3 vielleicht rechnet ihr das für nichts dass ein richtiger Doktor der auf Universitäten gelernt hat jeden Tag herkommt und nach euch sieht nach dir John mit einem Loch im Kopf oder nach dir George Mary den das Fieber geschüttet hat noch keine 6 Stunden ist es her und dessen Augen noch in dieser Minute so gelb sind wie die Zitronenschalen und vielleicht habt ihr auch nicht gewusst dass ein zweites Schiff kommt aber so ist es und gar nicht so lange wird's dauern und dann werden wir sehen wer froh sein wird dass wir eine Geisel haben wenn's soweit ist und Nummer 2 und warum ich mit ihnen einen Tausch gemacht habe na ihr lagt ja vor mir auf den Knien dass ich ihn machen sollte auf euren Knien kamt ihr zu mir herangerutscht solche Angst hattet ihr und verhungert werdet ihr außerdem wenn ich den Vergleich nicht gemacht hätte aber das sind bloß Nebensachen warum ich ihn machte darum und er warf ein Papier auf den Fußboden ein Papier das ich augenblicklich erkannte denn es war nichts Geringeres als die Karte mit dem gelben Papier mit den drei roten Kreuzen die Karte die ich in dem Wachstuchpaket ganz unten in des Käpt'ns Schifferkiste gefunden hatte warum der Doktor sie ihm gegeben hatte das war mehr als ich erraten konnte aber wenn es mir unerklärlich war auf die Meuterer hatte der Anblick dieser Karte eine ganz unglaubliche Wirkung sie sprangen auf sie zu wie Katzen auf einem Maus sie ging von Hand zu Hand und einer riss sie dem anderen weg nach den Flüchen und dem Geschrei und dem kindischen Gelächter womit sie die Untersuchung der Karte begleiteten hätte man glauben sollen sie hätten nicht nur den Goldschatz schon in ihren Fingern sondern wären sogar sicher damit auf See ja sagte einer die ist von Flint das ist sicher FF und ein Schnörkel drunter mit einem Schwanz dran so macht das immer wunderschön sagte George aber wie sollen wir den Schatz nach Hause bringen wir haben ja kein Schiff plötzlich sprang Silver auf und stützte sich mit der einen Hand gegen die Wand und rief jetzt warn ich dich George noch ein Wort von deinem Gequassel und ich fordere dich und du musst dich mit mir schlagen wie wir damit wegkommen sollen woher soll ich das wissen das hättest du mir sagen sollen du und die übrigen die mich um einen Schoner gebracht haben hättet ihr euch nicht eingemischt zum Kuckuck aber du du kannst mir das nicht sagen hast ja nicht so viel Erinnerungsgabe wie eine Küchenschabe aber höflich kannst du sprechen und das sollst du George Mary darauf kannst du Gift nehmen das ist mehr als recht und billig sagte der alte Matrose Tom Morgan recht und billig das will ich meinen sagte Silver ihr habt das Schiff verloren ich habe den Schatz gefunden wer ist nun der bessere Mann aber jetzt trete ich ab beim Donner wählt wen ihr wollt zu eurem Käpt'n ich hab's satt Silver riefen sie Barbecue auf ewig Barbecue bleibt unser Käpt'n da bläst der Wind auf einmal aus dem Loch rief Long John George ich rechne du wirst doch etwas warten müssen mein Freund und es ist ein Glück für dich dass ich nicht nachtragend bin aber das war nie meine Art und nun Chef Smart was ist mit diesem schwarzen Fleck er hat nun wohl keinen Zweck mehr Dick hat sich um sein Glück gebracht und hat seine Bibel ausgeschändet und weiter hat es keinen Zweck gehabt meine Bibel ist doch noch gut genug sie zu küssen was murrte Dick der sich offenbar unbehaglich fühlte wegen des Fluches den er über sich gebracht hatte eine Bibel wo was ausgeschnitten ist antwortete Silver höhnisch keine Spur die bindet nicht mehr als ein Liederbuch aber doch noch so viel also rief Dick mit einer gewissen Freude na ich denke das ist doch noch was wert hier Jim hier hast du ne Kuriosität sagte Silver und gab ihm das Papier es war ein rundes Stück Papier ungefähr von der Größe eines Kronentalers die eine Seite war weiß denn es war aus dem letzten Blatt herausgeschnitten auf der anderen Seite standen ein paar Verse aus der Offenbarung darunter diese Worte die mir unauslöschlich im Gedächtnis geblieben sind draußen sind Hunde und Mörder die gedruckte Seite war mit Holzkohle geschwärzt die schwarze Farbe begann bereits herunter zu gehen wie ich an meinen Fingern sah auf der weißen Seite stand ebenfalls mit Holzkohle geschrieben nur das eine Wort abgesetzt dieses kuriose Papier liegt in diesem Augenblick vor mir aber von der Schrift ist keine Spur mehr zu sehen außer einer einzigen Schramme wie wenn einer mit dem Daumennagel darüber hingefahren wäre dies war das Ende der nächtlichen Beratung jeder bekam ein Stück zu trinken und wir legten uns alle schlafen Silvers Rache bestand darin dass er George Mary draußen Posten stehen ließ und dass er ihm mit dem Tode drohte wenn er nicht seine Pflicht täte es dauerte lange bis ich ein Auge schließen konnte und der Himmel weiß ich hatte Gedanken genug die mich beschäftigten da war der Mann den ich am Nachmittag getötet hatte da war meine eigene gefährliche Lage und da war vor allen Dingen das merkwürdige Spiel das ich Silver in diesem Augenblick treiben sah mit der einen Hand die Meuterer zusammenhalten und mit der anderen nach jedem möglichen und unmöglichen Mittel zu greifen mit der Kajutspartei seinen Frieden zu machen und sein erbärmliches Leben zu retten Silver selbst schlief friedlich und schnarchte laut aber so schlecht der Mann war er tat mir doch im Herzen leid wenn ich an die düsteren Gefahren dachte die ihn umgaben und an das ehrlose Ende am Galgen das ihn erwartete 30. Kapitel Auf mein Ehrenwort Ich wurde geweckt oder vielmehr wir wurden alle geweckt denn ich konnte sogar die Schildwache sich aufraffen sehen die an den Türpfosten gelehnt eingeschlafen war durch eine helle laute Stimme die uns vom Waldsaum her anrief Knockhouse Ahoi hier ist der Doktor und richtig es war der Doktor obwohl ich froh war den Klang seiner Stimme zu hören so war meine Freude doch nicht ungemischt ich dachte mit Beschämung an meine ungehorsame Aufführung und mein heimliches Weglaufen und da ich sah wohin es mich gebracht hatte in welche Gefahren und in welche Gesellschaft da schämte ich mich ihm ins Gesicht zu sehen er musste bei dunkler Nacht aufgestanden sein denn der Tag war kaum angebrochen und als ich an meine Schießscharte lief und hinaus sah sah ich ihn bis an die Knie in dichtem Nebel stehen wie damals Silber Sieh Herr Doktor schönsten guten Morgen rief Silber der im Nu wach war und von bester Laune strahlte in aller Herrgottsfrühe aber der Vogel der früh aufwacht kriegt sein Futter wie das Sprichwort sagt George mach dich auf die Beine mein Sohn und hilf Dr. Livsie auf Deck mit ihren Patienten steht's gut Doktor alle wohl und bunter so schwatzte er die Krücke unter dem einen Arm und die andere Hand gegen die Wand des Blockhauses gestützt in Stimme Benehmen und Minen ganz der alte John wir haben auch eine richtige Überraschung für Sie Herr fuhr er fort wir haben einen kleinen Gast hier einen neuen Gast zum Schlafen und Essen Herr frisch und munter wie eine Fiedel hat geschlafen wie ein Supercargo dicht an der Seite vom alten John die ganze Nacht Dr. Livsie war inzwischen über die Palisaden geklettert und schon ziemlich dicht an Silver herangekommen und ich konnte die Unruhe in seiner Stimme bemerken als er fragte doch nicht Jim Jim wie er leibt und lebt rief Silver der Doktor blieb stehen doch sagte er kein Wort und es dauerte mehrere Sekunden bis er imstande zu sein schien weiterzugehen hm sagte er schließlich erst die Pflicht und dann das Vergnügen wie er selber vielleicht hätte sagen können Silver erst wollen wir uns mal eure Patienten ansehen einen Augenblick später war er in das Blockhaus eingetreten er nickte mir nur mit einem grimmigen Lächeln zu und machte sich an seine Arbeit bei den Kranken er schien keine Furcht zu haben obgleich er wissen musste dass unter diesen heimtückischen Teufeln sein Leben an einem Haar hing aber er plauderte mit seinen Kranken wie wenn er in seinem Beruf eine ruhige Familie in England besuchte ich vermute dass sein Benehmen auf die Leute wirkte denn sie betrugen sich wie wenn gar nichts vorgefallen wäre wie wenn er immer noch Schiffsdoktor wäre und sie pflichttreue Leute vor dem Mast und euch geht's gut und euch geht's gut Freund sagt er zu den Burschen mit dem verbundenen Kopf und wenn jemals einer Dichte dran war so seid ihr's gewesen euer Schädel muss so hart wie Eisen sein na George wie geht's ihr habt ja eine prächtige Farbe eure Leber hat sich ganz und gar umgekehrt Mann habt ihr die Medizin genommen hat er die Medizin eingenommen Leute jawohl Herr Doktor gewiss hat er die eingenommen antwortete Morgan nämlich seht mal da ich nun mal Rebellenarzt bin oder Gefängnisarzt wie ich es lieber nenne sagte Dr. Livesey in seiner gemütlichen Weise so ist es für mich eine Ehrensache keinen Mann für König George Gott erhalt ihn und den Galgen zu verlieren die Burschen sahen einander an schluckten aber die boshafte Bemerkung hinunter ohne ein Wort zu sagen Dick fühlt sich nicht gut Herr sagte einer nicht ja dann komm mal her und lasst mal eure Zunge sehen nein das würde mich allerdings wundern wenn er sich gut fühlte vor dem seiner Zunge könnten die Franzosen Angst kriegen noch ein Fieberfall na siehst du sagte Morgan das kommt davon wenn man Bibeln kaputt schneidet das kommt davon wie ihr das nennt dass ihr dumme Esel seid antwortete der Doktor und davon dass ihr nicht Vernunft genug habt anständige Luft von Gift zu unterscheiden und trockenes Land von einem elenden Pestmorast ich halte es für höchst wahrscheinlich obgleich das natürlich nur so eine Meinung von mir ist ihr werdet alle noch eine Teufelsgeschichte haben bis ihr die Malaria wieder aus euren Knochen loswerdet sich in einem Morast lagern Silver ich muss mich über euch wundern ihr seid doch nicht so ein Dummkopf wie die meisten aber ihr scheint mir auch keine Ahnung zu haben was für die Gesundheit nötig ist hierauf gab er jedem von den Leuten etwas Medizin zu schlucken und sie hörten seine Vorschrift mit einer wirklich komischen Gefügigkeit an mehr wie Weisenknaben als wie Blutschuld belastete Meuterer und Seeräuber als er damit fertig war sagte er nun für heute wäre alles erledigt und jetzt möchte ich wohl mal ein paar Worte mit dem Jungen sprechen wenn ich bitten darf und er nickte nachlässig nach der Richtung wo ich stand George Mary stand an der Tür und spuckte um den Geschmack von der Medizin loszuwerden aber kaum hatte der Doktor gesprochen so bekam er einen roten Kopf drehte sich um und schrie mit einem wilden Fluch Nein Silver schlug mit der flachen Hand auf das Brandweinfass und brüllte Ruhe und dabei sah er wirklich wie ein Löwe aus dann fuhr er in seinem gewöhnlichen Ton fort Herr Doktor ich dachte auch schon dran denn ich weiß ja dass Sie den Jungen gern hatten wir sind Ihnen alle untertänigst dankbar für Ihre Freundlichkeit und haben Vertrauen zu Ihnen wie Sie sehen und schlucken Ihre Medizin wie wenn es Gork wäre und ich denke ich habe was ausfindig gemacht was uns allen passen wird Hawkins wirst du mir dein Ehrenwort als ein junger Gentleman geben denn ein Gentleman bist du obgleich armer Leute Kind dein Ehrenwort dass du nicht das Ankertau kappen willst ich gab ohne Besinnen das verlangte Wort dann Herr Doktor sagte Silver stellen Sie sich man auf die andere Seite von den Palisaden dar und sobald Sie draußen sind will ich den Jungen nach der Innenseite herunterbringen und ich rechne Sie können durch die Sparren Ihr Garn mit ihm spinnen guten Tag Herr Doktor und unsere besten Empfehlungen an den Squire und Captain Smollett die Missbilligung die nur Silvers furchtbare Blicke lange unterdrückt hatten brach sofort los als der Doktor das Haus verlassen hatte Silver wurde rundheraus beschuldigt ein doppeltes Spiel zu treiben sie sagten er versuche einen Sonderfrieden für sich zu schließen und opfere die Interessen seiner Verbündeten und Opfer mit einem Wort sie warfen ihm ganz genau das vor was er wirklich tat dies schien mir so auf der Hand zu liegen dass ich mir gar nicht vorstellen konnte wie er auch diesmal wieder ihres Ärgers Herr werden könnte aber er war allen übrigen mehr als doppelt überlegen und sein Sieg in der letzten Nacht hatte ihm wieder ein großes Übergewicht gegeben er nannte sie Dummköpfe und Esel sagte es sei notwendig dass ich mit dem Doktor spreche fuchtelte ihnen mit der Karte vor dem Gesicht herum und fragte sie ob sie vielleicht den Vertrag an demselben Tage brechen wollten an dem sie auf die Schatzsuche ausgehen sollten Nein beim Donner rief er den Vertrag müssen wir brechen wenn die Zeit dazu da ist und bis dahin will ich den Doktor an der Nase herumführen und wenn ich seine Stiefel mit Brandwein ölen sollte hierauf befahl er ihnen das Feuer anzuzünden und humpelte auf seiner Krücke hinaus die andere Hand auf meine Schulter gelehnt die Mäuterer blieben ganz verdutzt zurück er hatte sie durch seine Zungenfertigkeit zum Schweigen gebracht obwohl eigentlich nicht überzeugt langsam junge langsam sagte er sie könnten im Handumdrehen über uns herfallen wenn sie sähen dass wir es eilig hätten so gingen wir denn ganz gemächlich über den Sand bis an die Stelle wo der Doktor auf der anderen Seite der Palisade auf uns wartete und sobald wir in bequemer Sprechweite waren blieb Silver stehen und sagte sie werden mir auch dies auf die gute Seite schreiben Doktor und der Junge wird ihnen erzählen wie ich sein Leben rettete und sogar deswegen abgesetzt wurde und darauf können sie Gift nehmen Herr Doktor wenn ein Mann so nah am Wind steuert wie ich sozusagen mit dem letzten bisschen Luft im Leibe um sein Leben spielt dann würden sie es vielleicht nicht für zu viel halten ihm ein einziges gutes Wort zu geben sie wollen bitte daran denken dass es jetzt nicht bloß um mein Leben geht sondern auch um das des Jungen obendrein und sie werden mir ein freundliches Wort sagen Doktor und mir um des Himmels und um Gottes Willen ein bisschen Hoffnung geben damit ich es aushalten kann Silver war ein ganz anderer Mann geworden so wie er dem Blockhaus und seinen Freunden den Rücken gewandt hatte seine Wangen schienen eingefallen zu sein seine Stimme zitterte er meinte es todernst Nanujon ihr habt doch keine Angst fragte Doktor Livsi Doktor ich bin kein Feigling ganz gewiss nicht nicht so viel und er schnipste mit den Fingern wenn es wäre so würde ich es nicht sagen aber ich gestehe ihnen offen mir klappern die Gebeine wenn ich an den Galgen denke sie sind ein guter Mensch und ein aufrichtiger ich habe niemals einen besseren Mann gesehen und sie werden nicht vergessen was ich Gutes getan habe ebenso wenig wie sie das Böse vergessen werden das weiß ich und ich gehe auf die Seite sehen sie hier und lasse sie mit Jim allein und auch das werden sie mir auf die gute Seite schreiben denn es ist eine lange Rechnung ja das ist es mit diesen Worten trat er ein Stückchen zur Seite bis er außer Hörweite war dann setzte er sich auf einen Baumstumpf und begann zu pfeifen indem er sich von Zeit zu Zeit auf seinem Sitz herumschob und bald mich und den Doktor im Auge zu behalten bald seine unbotmäßigen Schufte die auf dem Sande zwischen dem Feuer das sie wieder anzündeten und dem Hause hin und her gingen aus welchem sie Schweinefleisch und Brot herausbrachten um das Frühstück zu bereiten Sir Jim sagte der Doktor und machte ein trauriges Gesicht also da bist du was du dir eingebrockt hast musst du ausessen mein Junge weiß der Himmel ich kann es nicht übers Herz bringen dich zu tadeln aber so viel will ich dir sagen magst es freundlich oder unfreundlich aufnehmen als Captain Smollett gesund war da hättest du nicht an Land gehen dürfen aber als er krank war und dich nicht daran hindern konnte bei George da war es einfach eine Feigheit von dir ich will gestehen dass ich zu weinen anfing Doktor sagte ich Sie könnten mich wohl schonen ich habe mir selber schon genug Vorwürfe gemacht mein Leben ist auf alle Fälle verloren und ich wäre jetzt schon tot wenn Silver nicht für mich eingetreten wäre und Doktor glauben Sie mir dies ich kann sterben und ich muss sagen ich verdiene es wohl aber was ich fürchte ist Folterung wenn Sie mich foltern Jim rief der Doktor mit ganz veränderter Stimme Jim den Gedanken kann ich nicht ertragen komm rüber und wir wollen laufen so schnell wir können Doktor ich habe mein Wort gegeben ja ich weiß ich weiß rief er aber daran ist jetzt nichts zu ändern Jim ich nehme alles auf meinen Buckel Schimpf und Schande und alles mein Junge aber dich hier bleiben zu lassen das kann ich nicht springen ein Sprung und du bist hier draußen und wir wollen rennen wie die Antilopen nein antwortete ich sie wissen recht wohl dass sie so etwas in der größte Eile erzählte ich ihm ich will euch einen Rat und das ist zu viel würde ich es euch sagen mein zweites ist ein guter Rat wenn ich dein Leben gerettet habe besiegelten befehlen mich dem Feuer nähern konnte an der Art und Weise wie sie die Nahrung vergeudeten und wie sie als Schildwachen schliefen konnte ich deutlich genug sehen dass sie gänzlich unfähig waren auf einem längeren Feldzug durchzuhalten sogar Silver hatte kein Wort des Tadels für ihre Unvernunft er verzehrte ruhig sein Essen mit Käpt'n Flint auf seiner Schulter dies überraschte mich sehr denn mir dünkte er hätte sich nie so verschmitzt benommen wie in diesem Augenblick tja Marth sagte er es ist ein Glück für euch dass ihr Barbecue habt dessen Kopf für euch denkt ich habe erreicht was ich wollte freilich haben sie das Schiff wo sie es haben das weiß ich noch nicht aber wenn wir bloß erst den Schatz gefunden haben brauchen wir nur die Insel abzustreifen um das Schiff zu finden und dann Marth rechne ich so da wir die Boote haben so haben wir auch die Oberhand so redete er noch viel und kaute dabei mit beiden Backen den heißen Speck so richtete er ihre Hoffnung und Zuversicht wieder auf und dabei zu gleicher Zeit davon bin ich fest überzeugt auch seine eigene was nun unsere Geisel hier anbetrifft fuhr er fort so denke ich das war wohl das letzte Wort das er mit seinen Freunden gesprochen hat ich kriegte zu wissen was ich wissen wollte und ohne ihn wäre mir das nicht gelungen aber das ist nun aus wenn wir auf die Schatzsuche gehen werde ich ihn an eine Leine nehmen denn wir sollten auf ihn aufpassen wie wenn er von Gold wäre von wegen möglicher Zwischenfälle versteht ihr bis wir alles haben sobald wir Schatz und Schiff haben und wieder auf See sind als lustige Kameraden dann wollen wir mal über Herrn Hawkins sprechen und wollen ihm selbstverständlich seinen Anteil geben für all seine Freundlichkeit es war kein Wunder dass die Leute jetzt in guter Laune waren ich selber war furchtbar niedergeschlagen wenn der Plan den Silver eben entwickelt hatte sich als ausführbar erwies dann würde er sich keinen Augenblick bedenken danach zu handeln er war schon ein doppelter Verräter der einen Fuß in jedem der beiden Lager hatte und ohne Zweifel würde er Reichtum und Freiheit bei den Piraten der bloßen Rettung vor dem Galgen vorziehen die das höchste war was er im besten Fall von uns zu erhoffen hatte ja und selbst wenn es so kam dass er dem Doktor sein Wort halten musste welche Gefahr lag auch dann noch vor uns wie würde es hergehen wenn seine Leute ihren Verdacht bestätigt säen wenn er und ich um unser Liebesleben kämpfen müssten er ein Krüppel und ich ein Knabe gegen fünf starke und mutige Seeleute zu dieser doppelten Feucht kam noch das Geheimnis das über dem Verhalten meiner Freunde ruhte ihre unerklärliche Aufgabe des Pfahlwerks ihre noch unbegreiflichere Herausgabe der Karte und das allerunbegreiflichste des Doktors letztes Warnungswort an Silver macht euch auf Böen gefasst wenn ihr den Schatz findet man wird mir daher gerne glauben dass mir mein Frühstück nicht besonders gut schmeckte und dass ich mit einem unruhigen Herzen meinen Feinden die mich gefangen hatten auf ihrer Suche nach dem Schatz folgte wenn jemand da gewesen wäre der uns hätte sehen können so hätte er sich über unseren Anblick wohl gewundert alle in schmutzigen Seemannskleidern und alle außer mir bis an die Zähne bewaffnet Silver hatte sich zwei Musketen umgehängt eine vorn eine hinten außerdem trug er an seinem Gürtel noch den breiten Entersäbel und in jeder Tasche seines breiten Rockes eine Pistole um seine seltsame Erscheinung zu vervollständigen saß auf seiner Schulter Käpt'n Flint und plapperte allerlei Seemannsschnack ohne Sinn und Verstand an einer Leine die mir um den Leib gebunden war folgte ich gehorsam dem Schiffskoch der das andere Ende des Stricks bald in seiner freien Hand bald zwischen seinen mächtigen Zähnen hielt so führte er mich wie ein Tanzbären am Strick die anderen Leute waren in verschiedener Weise bepackt einige trugen Picken und Spaten dies waren die Gegenstände die sie als ganz besonders notwendig von der Hispaniole an Land gebracht hatten andere waren mit Pökelfleisch Brot und Brandwein für das Mittagessen beladen dieser ganze Mundvorrat stammte aus dem Blockhaus so konnte ich sehen dass Silver in der vorherigen Nacht vollkommen die Wahrheit gesagt hatte hätte er nicht mit dem Doktor den Vertrag abgeschlossen so hätten er und seine Meuterer da das Schiff ihnen davon gefahren war von klarem Wasser und den Ergebnissen ihrer Jagd leben müssen Wasser wäre nicht sehr nach ihrem Geschmack gewesen und Matrosen sind für gewöhnlich keine guten Schützen abgesehen davon dass sie wahrscheinlich nicht sehr reichlich mit Pulver versehen waren wenn sie schon an Lebensmitteln so knapp waren nun so ausgerüstet machten wir uns alle auf den Weg sogar der Pirat mit der Kopfwunde der gewiss lieber im Schatten hätte bleiben sollen und gingen im Gänsemarsch nach dem Strand hinunter wo die beiden Gigs lagen auch diese trugen Spuren des trunkenen Übermuts der Piraten in dem einen war eine Ruderbank zerbrochen beide waren schmutzig und voll von Wasser das nicht ausgeschöpft worden war der Sicherheit wegen sollten wir beide Boote mitnehmen so stiegen denn in jedes Gig drei Mann und wir fuhren los schon als wir über den Ankergrund ruderten entstanden Meinungsverschiedenheiten wegen der Karte das rote Kreuz war natürlich viel zu groß um den Ort des Platzes genau bezeichnen zu können und der Wortlaut der Bemerkung konnte auf verschiedene Weise ausgelegt werden so lautete wie der Leser sich vielleicht erinnern wird folgendermaßen großer Baum Staffel des Fernrohers Nord-Nord-Ost bei Nord Skelettinsel Ost-Südost bei Ost zehn Fuß ein großer Baum war also das Hauptkennzeichen nun war gerade vor uns der Untergrund von einer Hochebene eingefasst die zwei bis dreihundert Fuß über dem Meeresspiegel lag sie erstreckte sich nach Norden zu bis an den südlichen Abhang des Fernrohers und nach Süden zu bis zu dem schroffen Felsgipfel dem sogenannten Besahnmastberg die Hochebene war dicht mit Fichten von verschiedener Höhe bewachsen an vielen Stellen stieg ein Baum von anderer Art vierzig oder fünfzig Fuß hoch über seine Nachbarn empor und welcher von diesen Bäumen jener große Baum des Käptens Flint war das ließ sich nur an Ort und Stelle entscheiden indem man den Kompass zur Hilfe nahm Obgleich die Sache nun so lag hatte jeder in den beiden Booten sich einen besonderen Lieblingsbaum ausersehen bevor wir noch halb über den Ankergrund hinüber waren nur Long John zuckte die Achseln und sagte ihnen sie sollten den Mund halten bis wir da wären wir ruderten auf Silvers Befehl ganz gemächlich damit die Leute nicht frühzeitig müde würden und landeten nach einer ziemlich langen Überfahrt an der Mündung des zweiten Baches jenes der aus einer bewaldeten Schlucht am Fernrohr kam wir wandten uns nun nach links und begannen die Anhöhe zu ersteigen die zu der Hochebene hinaufführte im Anfang kamen wir in dem schweren Morastboden der mit Sumpfpflanzen wirr überzogen war nur langsam vorwärts allmählich aber begann der Abhang steiler zu werden und unsere Füße fanden auf steinigem Boden besseren Halt an die Stelle des Gestrüpps trat offener Wald wir näherten uns einem besonders schönen Teil der Insel stark duftende Kräuter und viele blühende Sträucher bedeckten den Boden anstatt des Grases aus dickichten von grünem Muskatnussbäumen erhoben sich hier und da die roten Säulen von Fichten mit ihrem schattigen Dach und die Luft war voll von dem gewürzigen Duft der einen und dem Harzgeruch der anderen die Luft wurde durch einen leisen Wind abgekühlt und erfrischte uns in wunderbarer Weise Die Schatzsuche bewegten sich fächerförmig ausgebreitet vorwärts indem sie sich dabei fortwährend zuriefen ungefähr in der Mitte und ein gutes Stück hinter den übrigen folgten Silver und ich ich an meine Leine angebunden er mit schwerem Keuchen sich den Abhang hinauf abarbeitend von Zeit zu Zeit musste ich ihm die Hand reichen sonst wäre er ausgerutscht und rücklings den Berg hinunter gefallen so waren wir ungefähr eine halbe Meile vorwärts gekommen und nährten uns dem Rande der Hochebene da begann plötzlich der Mann auf dem äußersten linken Flügel laut zu schreien wie in furchtbarer Angst er stieß einen Schrei nach dem anderen aus und die übrigen liefen zu ihm er kann doch den Schatz nicht gefunden haben schrie Morgan uns zu als er uns vorüber lief das ist ja rein unmöglich wir fanden allerdings als wir ebenfalls die Stelle erreichen etwas ganz Verschiedenes am Fuße einer gewaltigen Fichte lag in grünen Ranken die zum Teil sogar einige von den kleineren Knochen in die Höhe gehoben hatten ein menschliches Gerippe an welchem noch ein paar Kleidungsfetzen hingen ich glaube ein Gefühl von Kälte packte für einen Augenblick jedes Herz es war ein Seemann sagte George Mary der mutiger als die anderen dicht herangegangen war und die Kleidungsfetzen ah ja sagte Silver das ist wahrscheinlich genug du willst wohl kaum erwarten hier einen Bischof zu finden recht nicht aber wie liegen denn die Knochen das ist doch nicht natürlich allerdings schien es wenn man genauer hinsah unmöglich zu sein dass das Skelett von selber eine solche Stellung angenommen hätte abgesehen von einigen kleinen Anordnungen die vielleicht von den Vögeln verursacht waren welche sein Fleisch gefressen hatten oder von den grünen Ranken die lag der Mann vollkommen gerade ausgestreckt seine Füße wiesen nach der einen Richtung seine Hände die über seinen Kopf zusammengefügt waren wie die eines Tauchers zeigten genau in die entgegengesetzte Richtung ich habe einen Gedanken in meinem alten Schädel bemerkte Silver hier ist der Kompass und dies ist der Wegweiser der nach der Spitze von der Skelett Insel zeigt die wie ein Zahn vorspringt legt mal Das Skelett zeigte genau nach der Insel und auf dem Kompass lasen sie Ost Südost bei Ost Das dachte ich mir rief der Koch dies hier ist ein Wegweiser auf diesem Strich entlang kommen wir zu unserem Polarstern und den blanken Dollars aber beim Donner wenn es mir nicht ganz kalt im Leibe macht an Flint zu denken dies ist zu Recht einer von seinen Witzen Er und diese sechs waren hier allein er tötete sie bis auf den letzten Mann und diesen einen legte er hier nach dem Kompass als Wegweiser hin Gott verdamm mich es sind lange Knochen und das Haar ist gelb gewesen das wird wohl Alderside sein du erinnerst dich an Alderside Tom Morgan jawohl ob ich mich an ihn erinnere er war mir Geld schuldig und nahm außerdem mein Messer mit an Land da wir von Messern sprechen sagt ein anderer warum finden wir sein Messer nicht hier Flint war nicht der Mann dazu eine Matrosen die Tasche auszuräumen und die Vögel meine ich würden ein Messer wohl liegen lassen beim Deuker das ist wahr sagte Silver hier ist rein gar nichts zurückgeblieben sagte Mary der immer noch zwischen den Knochen herumtastete kein Kupfer und auch nicht nett heiliges Donnerwetter Messert wenn Flint noch am Leben wäre da wäre hier ein heißer Ort für euch und mich sechs waren sie und sechs sind wir und Knochen sind sie jetzt ich sah ihn tot da liegen sah ihn mit diesen meinen Augen die ich umgehen hallo liebe Zeit er hatte ein böses Ende der Flint jawohl das hatte er bemerkte ein anderer bald tobte er bald schrie er nach rum und bald sang er 15 Mann war sein einziges Lied Mart und ich sag euch ich mochte es eigentlich später nie wieder gerne hören es war mächtig heiß und das Fenster stand offen und ich hörte das alte Lied klar und deutlich und dabei hatte der Tod den Mann schon in seinen Klauen Nun sagte Silver lass das Geplapper er ist tot und er geht nicht um so viel weiß ich wenigstens kann er nicht bei Tage umgehen und darauf könnt ihr Gift nehmen Angst machte schon Katzen tot vorwärts Mart und lasst uns die Dublonen holen so gingen wir den weiter aber trotz dem hellen Sonnenschein gingen die Piraten nicht mehr einzeln und rufend durch den Wald sondern hielten sich dicht aneinander und sprachen im Flüsterton die Angst vor dem toten Seeräuber hatte sie gepackt 32. Kapitel Die Schatzsuche Die Stimme in den Bäumen Teils infolge der niederdrückenden Wirkung dieser Angst teils um Silver und die Kranken ausruhen zu lassen machte die ganze Gesellschaft Rast sobald wir den Rand der Hochebene erreicht hatten Da die Hochfläche etwas nach Westen vorsprang so hatten wir von dieser Stelle an der wir halt machten eine weite Aussicht nach allen Richtungen Vor uns jenseits der Baumwipfel sahen wir das Wald mit seiner weißen Brandung nach der entgegengesetzten Richtung überblickten wir nicht nur den Ankergrund und die Skelettinsel sondern sahen auch jenseits der östlichen Niederung eine große Fläche offener See gerade über uns stieg das Fernrohr empor mit schwarzen Schluchten an einzelnen Stellen und mit hohen Fichtenbäumen an anderen kein Laut war zu hören als das Brausen der Brandung in der Ferne und das Zirpen unzähliger Insekten in den Gebüschen kein Mensch zu sehen kein Segel auf der See die ungeheure Weite der Aussicht verstärkte das Gefühl der Einsamkeit Silver stellte von seinem Platz aus verschiedene Berechnungen mit dem Kompass an Hier sind drei große Bäume ungefähr in einer Linie von der Skelettinsel an unter Staffel des Fernrohrs versteht er den niedrigeren Vorsprung dort Es ist jetzt ein Kinderspiel das Zeug zu finden Ich hätte wohl Lust vorher noch Mittag zu essen Ich hab keine rechte Lust Morte Borgen in seinem tiefen Bass Muss gerne preisen dass er tot ist sagte Silver Er war ein gehässiger Teufel rief ein dritter Pirat mit einem Schauder und so blau im Gesicht Es kam vom Rum bemerkte Mary Blau ja das war ja ich will meinen das ist ein wahres Wort Seitdem sie das Gerippe gefunden hatten konnten sie von dem Gedanken nicht mehr abkommen Sie hatten immer leiser und leiser gesprochen und jetzt flüsterten sie beinahe so dass ihr Gespräch kaum das Schweigen des Waldes unterbrach plötzlich kam mitten aus den Bäumen vor uns eine dünne hohle tremulierende Stimme und sang die wohlbekannten Worte nach der alten Weise 15 Mann beides Totenkist joho und ne Buddelbuddel rum niemals habe ich Menschen so furchtbar erschrocken gesehen wie die Piraten die Farbe wich aus ihren sechs Gesichtern wie klammerten sich an ihren Nachbarn an Morgan warf sich platt auf den Leib es ist Flint beim schrie Mary das Lied hatte so plötzlich aufgehört wie es begonnen hatte es brach sozusagen mitten in einer Note ab wie wenn irgendjemand dem Sänger die Hand auf den Mund gelegt hätte Nun sagte Silver aber seine aschgrauen Lippen konnten kaum das Wort hervor bringen Nun so geht das nicht wir müssen den Wald absuchen es ist wohl eine merkwürdige Geschichte und ich kann die Stimme nicht nennen aber sicherlich macht einer sich einen Spaß irgendein Mensch von Fleisch und Blut und darauf könnt ihr Gift nehmen während er sprach hatte er selber wieder Mut gefasst und sein Gesicht war nicht mehr so bleich die anderen begannen schon auf sein Zureden zu hören und sich von ihrem Schrecken zu erholen da ertönte plötzlich wieder dieselbe Stimme aber diesmal sang sie nicht sondern es war ein fernes winselndes Klagen das ganz schwach von den Klüften am Fernrohr widerhallte Dabi Meckor winselte es dieses Wort bezeichnet am besten den Klang Dabi Meckor Dabi Meckor wieder und immer wieder und dann etwas lauter und höher und mit einem Fluch den ich auslasse die Piraten standen wie festgewurzelt die Augen traten ihnen aus dem Kopf als längst die Stimme verklungen war starrten sie immer noch in ängstlichem Schweigen vor sich hin nun ist es sicher kreuchte einer von ihnen las uns gehen das waren seine letzten Worte stöhnte morgen seine letzten Worte an Bord Dick hatte seine Bibel aus der Tasche genommen und betete er war gut erzogen worden der Dick bevor er auf See kam und in böse Gesellschaft geriet nur Silver ergab sich noch nicht ich konnte hören wie seine Zähne klapperten aber er gab seine Sache noch nicht auf kein Mensch auf dieser Erde hat jemals von Darby gehört murmelte er kein Mensch als wir sechs dann machte er eine große Anstrengung und rief Schiffsmart ich bin hier um das Zeug zu kriegen und ich lasse mich weder von Mensch noch vom Teufel schlagen ich habe vor Flint keine Angst gehabt als er noch lebte und beim Donner ich will es mit ihm aufnehmen nun er tot ist siebenhunderttausend Pfund liegen hier keine Viertelmeile von hier man hat hier ein Glücks Gentleman den Rücken gewandt wo so viele Dollars zu holen waren bloß aus Angst vor einem versoffenen alten Seemann mit einer blauen Schnauze noch dazu vor einem Toten aber bei seinen Leuten war nichts davon zu merken dass ihr Mut wieder aufwachte im Gegenteil eher ein Entsetzen vor seinen ruchlosen Worten Mann sagte John sagte Mary komm keinem Geist in den Weg und die übrigen waren so erschrocken dass sie überhaupt nichts sagen konnten sie wären auseinander gelaufen wenn sie es nur gewagt hätten aber die Furcht hielt sie beisammen und nahe bei John wie wenn sein Mut ihnen hätte helfen können der aber hatte unterdessen seine Schwäche vollständig überwunden Geist sagte er mag wohl sein bloß eins ist mir nicht klar da war ein Echo nun kein Mensch hat hier einen Geist mit einem Schatten gesehen und da möchte ich wohl wissen wie kommt ein Geist zu einem Echo das ist doch gewiss nicht natürlich diese Schlussfolgerung schien mir ziemlich schwach zu sein aber man kann niemals sagen was auf abergläubische Leute wirkt und zu meiner Verwunderung fühlte George Mary sich sehr erleichtert ja das ist richtig sagte er du hast einen Kopf zwischen deinen Schultern John daran ist nicht zu tippen nicht ganz genauso es lang mehr wie eines anderen Stimme mehr wie beim Deuker Ben Gunn rollte Silver jawohl das war's auch rief Morgan und sprang auf Ben Gunn war es es macht nicht so viel aus mein ich sagte Dick Ben Gunn ist doch ebenso wenig hier wie Flint aber die älteren wiesen diese Bemerkung verächtlich zurück pah kein Mensch macht sich was aus Ben Gunn rief Mary lebend oder tot aus dem macht sich kein Mensch was es war merkwürdig wie ihr Mut zurückgekehrt war und ihre Gesichter wieder die natürliche Farbe angenommen hatten bald sprachen sie wieder lustig miteinander wenn sie auch manchmal eine Pause machten um zu lauschen ob die Stimme nicht wieder käme als sie über nichts mehr hörten schulterten sie bald darauf wieder ihre Werkzeuge und gingen weiter George Mary voran mit Silvers Kompass um sie auf der richtigen Linie an der Skedett Insel zu halten er hatte die Wahrheit gesprochen ob tot oder lebendig aus Ben Gunn machte keiner von ihnen sich was nur Dick hatte noch seine Bibel in der Hand und warf im weitergehen furchtsame Blicke um sich aber er fand kein Mitgefühl und Silver verspottete ihn sogar wegen seiner Vorsichtsmaßregeln ich sagte dir ja sprach er zu ihm ich sagte dir ja du hast deine Bibel kaputt gemacht wenn man nicht mehr auf sie schwören kann bildest du dir dann ein ein Geist würde sich was aus ihr machen nicht so viel und er schnipste mit seinen großen Fingern indem er einen Augenblick stehen blieb und sich auf seine Krücke lehnte aber Dick war nicht zu trösten mir war bald klar dass der junge Mann wirklich krank wurde das von Dr. Livesee vorausgesagte Fieber hatte ihn offenbar schon gepackt die Hitze die Anstrengungen des Marsches und der letzte große Schreck hatten offenbar den Ausbruch beschleunigt hier auf der freien Hochebene war bequem zu gehen wir gingen jetzt etwas bergab denn wie ich vorhin sagte erhob die Hochfläche sich etwas nach Westen zu die Fichten große und kleine standen in weiten Zwischenräumen und auch zwischen den einzelnen Gruppen von Muskatnussbäumen und Azaleen lagen große offene Strecken im heißen Sonnenschein da wir ziemlich scharf in nordwestliche Richtung über die Insel gingen kamen wir einerseits dem Fernrohr immer näher und überblickten andererseits ein immer größeres Stück der Westbucht auf der ich vor einigen Tagen zitternd in meinem Korakel herumgeworfen worden war der erste von den großen Bäumen war erreicht und erwies sich nach der Feststellung mit dem Kompass als der falsche ebenso der zweite der dritte Baum erhob sich fast zweihundert Fuß hoch über einem Klumpen Unterholz in die Luft ein Riese unter den Bäumen mit einem roten runden Stamm von dem Umfang einer kleinen Hütte er bedeckte mit seinem Schatten eine Fläche auf der eine Kompanie hätte exerzieren können er musste von der See her aus Westen wie aus Osten weiter Entfernung zu sehen sein und hätte als Landmarke auf der Karte eingetragen sein können aber es war nicht seine gewaltige Größe was auf die Piraten Eindruck machte sondern die Gewissheit dass 700.000 Pfund Sterling in Gold irgendwo ihre Füße wurden leichter und schneller ihre ganze Seele ging in diesem Schatz auf in diesem Vermögen das jeder von ihnen erwartete und das ihm die Mittel gewähren musste bis an sein Lebensende mit vollen Händen Geld auszugeben und sich jeden Genuss zu leisten Silver humpelte fluchend an seiner Krücke seine Nüstern waren weit gebläht und zuckten er schimpfte wie ein Rasender wenn die Fliegen sich auf sein heißes von schweißglänzendes Gesicht setzten er zerrte wütend an der Leine die mich und ihn verband und sah sich von Zeit zu Zeit mit einem mörderischen Blick nach mir um er gab sich keine Mühe seine Gedanken zu verbergen und ich las auf seinem Gesicht so deutlich wie gedruckte Schrift In der unmittelbaren Nähe des Goldes war alles andere vergessen Sein Versprechen und des Doktors Warnung waren vergangene Dinge unzweifelhaft hoffte er den Schatz zu heben die Hispaniola zu finden und im Dunkel der Nacht zu besetzen allen ehrlichen Menschen auf der Insel die Kehle abzuschneiden und mit Verbrechen und Reichtümern beladen davon zu segeln wie es von Anfang an geplant war diese Gedanken beunruhigten mich so dass mir die Beine zitterten und dass ich den schnell laufenden Schatz kaum folgen konnte ab und zu strauchelte ich und zerrte Silber rücksichtslos an dem Strick und warf mir seine mörderischen Blicke zu Dick der noch hinter uns zurückgeblieben war sprach in seinem steigenden Fieber abwechselnd Gebete und Flüche vor sich hin auch dies trug dazu bei dass ich mich elend fühlte und um allem die Krone aufzusetzen verfolgte mich unablässig der Gedanke an die Tragödie die sich einstmals an diesem Ort abgespielt hatte als der teuflische Seeräuber Hauptmann mit dem blauen Gesicht der dann singend und nach Brandwein schreiend vor Savanna starb hier mit eigener Hand seine sechs Helfershelfer niedergemacht hatte dieser Wald der jetzt so friedlich still war musste damals von Geschrei wiedergehalt haben und es kam mir so vor als ob ich das Geschrei in diesem Augenblick hörte wir hatten jetzt den Saum des Dickichts erreicht da rief Mary hurra Mart alle Mann drauf und in großen Sprüngen lief er den anderen voran und plötzlich sie hatten keine zehn Schritte zurückgelegt sahen wir sie stillstehen ein gedämpfter Schrei klang zu uns herüber Silver verdoppelte seine Schritte indem er wie ein besessener seine Krücke vorwärts schwang und im nächsten Augenblick standen auch er und ich bei den übrigen vor uns war eine tiefe Grube sie war offenbar nicht in der allerletzten Zeit ausgehöhlt worden denn ihre Ränder waren eingesunken und auf dem Boden war Gras gewachsen in dieser Grube lagen der zerbrochene Schaft einer Picke und die Bretter von mehreren zerschlagenen Kisten herum auf einem dieser Bretter sah ich mit einem glühenden Eisen eingebrannt das Wort Walross so hieß Flints Schiff alles war klar das Versteck war aufgefunden und geplündert worden die siebenhunderttausend Pfund waren weg Kapitel 33 der Sturz eines Piraten Häuptlings jeder einzelne von den sechs Piraten war betäubt wie wenn einen Schlag vor den Kopf bekommen hätte es war allerdings eine Überraschung wie sie auf der Welt selten vorkommt aber Silver hatte sich beinahe augenblicklich von dem Schlage erholt jeder Gedanke seiner Seele hatte nur diesem Gelde gegolten und trotzdem in einer einzigen Sekunde wusste er was er zu tun hatte er behielt seinen Kopf oben hatte wieder frischen Mut und änderte seinen Plan bevor den anderen Piraten ihre Enttäuschung noch so richtig zu Bewusstsein gekommen war jim rüsterte er nimm dies und pass auf wenn's losgeht und erreichte mir eine doppelläufige Pistole gleichzeitig begann er langsam nach Norden zu gehen und mit wenigen Schritten hatte er die Grube zwischen uns zwei und die anderen fünf gebracht dann sah er mich an und nickte wie wenn er sagen wollte hier sitzen wir schön in der Patsche und das war allerdings auch meine Meinung er sah mich jetzt ganz freundlich an aber ich war so empört darüber dass er fortwährend die Partei wechselte da sie mich nicht enthalten konnte ihm zuzuflüstern also steht ihr wieder mal auf einer anderen Seite er hatte keine Zeit mehr darauf zu antworten die Meuterer sprangen mit Fluchen und Schreien einer nach dem anderen in die Grube hinunter warfen die Kisten Bretter heraus und wühlten mit den Händen in der Erde Morgan fand ein Goldstück er hielt es mit einem Schwall von Flüchen empor es war eine doppelte Ginny und ging eine Viertel Minute lang aus einer Hand in die andere Morgan schüttelte die Faust worin er das Goldstück hielt und brüllte es selber an zwei Ginny sind das deine 700.000 Pfund du bist ja wohl der Mann der sich aufs Tauschen versteht du bist der der niemals was verpfuscht hat du Schafskopf du grabt nur Jungs sagte Silver mit der kaltbütigsten Frechheit es sollte mich gar nicht wundern wenn er nicht ein paar Trüffel fändet Trüffeln wiederholte Mary kreischend hört ihr das Mart ich sag euch der Mann hat es längst gewusst seht ihm bloß ins Gesicht da steht geschrieben so Mary aber diesmal standen sie alle miteinander auf Marys Seite mit wütenden blicken kletterten sie aus der Grube heraus aber ich bemerkte dabei eins das für uns günstig war sie kletterten alle auf der anderen Seite heraus so standen wir also da zwei auf der einen Seite fünf auf der anderen zwischen uns die Grube aber keiner hatte den Mut den ersten Streich zu tun Silver stand unbeweglich hoch aufgerichtet auf seine Krücke gestützt er beobachtete sie und sah so kühl aus wie ich ihn nur je gesehen hatte tapfer war er daran gab es keinen Zweifel schließlich schien Mary zu denken dass es vielleicht gut sein könnte eine Ansprache an seine Leute zu halten warte rief er da stehen zwei der eine ist der alte Kröppel der uns hierher gebracht hat und alles verpfuscht hat der erhob arm und stimme und wollte offenbar zum angriff schreiten aber gerade in diesem augenblick ging es krack 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 drei musketenschüsse blitzten im Dickicht auf Mary fiel kopfüber in die Grube der Mann mit dem verbundenen Kopf drehte sich wie ein Kreisel um sich selber und fiel so lang er war auf die Seite er zuckte noch ein paar Mal aber er war tot die anderen drei Piraten machten kehrt und liefen davon so schnell sie konnten im Nu hatte Long John die beiden Läufe seines Pistols dem in der Grube noch wild um sich schlagenden Mary in den Leib abgefeuert Der Mann sah ihn im Todeskampf noch einmal mit rollenden Augen an John aber sagte George ich rechne dir hab ich's gegeben In dem selben Augenblick sprangen der Doktor rief der Doktor macht fix Jungens wir müssen sie von den Booten abschneiden und wir brachen in schnellstem Lauf durch die Büsche die uns zum Teil bis an die Brust reichten ich kann versichern dem Silver lag daran gleichen Schritt mit uns zu halten wie er sich an seiner Krücke vorwärts schwang dass die Muskeln seiner Brust beinah barsten das war eine Leistung die kaum ein Mensch mit gesunden Gliedern ihm nachgemacht hätte trotzdem war er um dreißig Schritt hinter uns anderen zurückgeblieben und einem Schlaganfall nahe als wir den Rand der Hochfläche erreichten da rief er Doktor sehen Sie doch wir brauchen uns nicht zu übereilen und richtig Eile war überflüssig wir konnten die drei noch am Leben gebliebenen Piraten sehen wie sie über eine Waldlichtung gerade auf den Besanmastberg zurannten also immer in dieselbe Richtung wir befanden uns bereits zwischen ihnen und den Boten und so setzten wir vier uns denn nieder um uns zu verschnaufen während John sich den Schweiß abwischend langsam zu uns herankam Dank Ihnen vielmals Herr Doktor sagte er Sie kamen denke ich gerade im allerletzten Augenblick für mich und Hawkins und so bist du das Ben Gun fuhr er fort Na du bist mir netter Kerl Ben Ben Gun gewiss stotterte der Mann der Insel und wand sich dabei wie ein Aal in seiner Verlegenheit und setzte er nach einer langen Pause hinzu wie geht es Ihnen Silver sehr gut sagen Sie na das freut mich danke Ben Ben ich denke dass du mich angeführt hast oh der Doktor schickte Grey fort um eine von den Hacken zu holen die die Mäuterer bei ihrer eiligen Flucht in der Grube liegen gelassen hatten und während wir dann gemächlich den Berg hinunter nach der Stelle gingen wo die Boote lagen erklärte er uns mit ein paar Worten was vorgegangen war es war eine Geschichte die Silver sehr zu Herzen ging und Ben Gunn war der Held der Geschichte von Anfang bis zum Ende Ben hatte auf seinen langen einsamen Wanderungen über die ganze Insel das Gerippe gefunden natürlich war er es der es ausgeplündert hatte dann hatte er den Schatz gefunden die zerbrochene Pickaxt die in der Grube lag gehörte ihm er hatte in vielen Tagereisen mit saurem Schweiß den ganzen Schatz auf seinem Rücken vom Fuß der Riesen Fichte nach einer Höhle geschleppt die er an dem zweigipfeligen Berg auf der Nordost Spitze der Insel bewohnte und dort hatte der Schatz sich seit zwei Monaten vor der Ankunft der Hispaniola in Sicherheit befunden Als der Doktor ihm am Nachmittag nach dem Angriff der Piraten dieses Geheimnis aus der Nase gezogen hatte und dann am nächsten Morgen den Ankergrund leer sah war er zur Selva gegangen hatte ihm die jetzt nutzlos gewordene Karte gegeben hatte ihm die Vorräte gegeben denn wenn ganz Höhle war reichlich mit Ziegenfleisch versehen dass dieser selbst eingepökelt hatte hat ihm alles und jedes gegeben nur um dadurch die Möglichkeit zu erlangen in Sicherheit von dem Blockhaus nach dem zweigipfeligen Berg zu ziehen wo sie keine Malaria zu befürchten hatten und den Schatz hüten konnten dass wir dich im Stich lassen mussten Jim sagte der Doktor als er nun am Morgen fand dass ich in die furchtbare Enttäuschung die der Meuterer Harte mit hineingeraten musste da hatte er den ganzen Weg nach Bens Höhle im Laufschritt zurückgelegt er hatte den Squire zur Pflege des Käptains dort gelassen und war mit Grey und Ben quer durch die Insel marschiert um zur rechten Zeit an der Riesen Fichte zu sein Er sah jedoch Schiffsmaht bei ihrem Aberglauben anzupacken und hatte denn auch damit soweit Erfolg gehabt dass Grey und der Doktor zur rechten Zeit ankamen und bereits im Hinterhalt lagen bevor die Schatzsuche eintrafen Ah rief Silver Es war ein Glück für mich dass ich Hawkins bei mir hatte Sie hätten den alten John in Fetzen schlagen lassen ohne sich einen Augenblick drum zu kümmern Herr Doktor Nicht einen Augenblick rief der Doktor lustig lachend Mittlerweile waren wir bei den Booten angekommen Der Doktor schlug mit der Pickaxt das eine in Stücke Dann bestiegen wir alle das andere und fuhren los um auf dem Seewege die Nordbucht zu erreichen Es war eine Fahrt von acht oder neun Meilen Silver musste wie die anderen alle ein Ruder nehmen obgleich er vor Müdigkeit halb tot war und bald flogen wir schnell über eine glatte See dahin Binnen Kurzem waren wir aus dem engen Sund heraus und um die Südost Spitze der Insel herum um die die Boote vor vier Tagen die Hispanioler am Tau geschleppt hatten Als wir an dem zweigipfeligen Berg vorüber fuhren konnten wir die schwarze Mündung von Ben Gans Höhle sehen und neben dieser eine menschliche anderen einstimmte Als wir drei Meilen weiter gerade in die Mündung der Nordbucht einfuhren wem begegneten wir da Der Hispanioler die auf eigene Hand sich auf die Fahrt begeben hatte Die letzte Flut hatte sie flott gemacht und wäre ein kräftiger Wind geweht oder wäre die Strömung so stark gewesen wie an dem südlichen Anker Grund so hätten wir das Schiff überhaupt nicht mehr oder jedenfalls als hoffnungslos gestrandetes Wrack gefunden so war der Schaden nicht groß abgesehen davon dass das Hauptsegel etwas gelitten hatte ein anderer Anker wurde fertig gemacht und in anderthalb Pfaden tiefem Wasser ausgeworfen dann ruderten wir wieder nach der Rumbucht zurück der nächsten Landungsstelle bei Ben Gans Schatzhaus und dann kehrte Grey allein mit dem Gig nach der Spaniola zurück auf der er die Nacht überwachen sollte eine sanfte Steigung führte vom Strande bis zum Eingang der Höhle hinauf oben trat der Squire uns entgegen zu mir war er herzlich und freundlich von meinem Durchbrennen sagte er kein Wort weder des Lobes noch des Tadels als Silver ihn höflich mit einer Verbeugung begrüßte wurde der Squire etwas rot und sagte John Silver ihr seid ein überlebensgroßer Schurke und Betrüger ein fürchterlicher Betrüger Herr mir ist gesagt worden ich soll euch nicht verfolgen gut ich tue es auch nicht aber die Toten Herr hängen an eurem Halse wie Mühlsteine danke ihnen freundlichst Herr antwortete Long John mit einer abermaligen Verbeugung verschont mich mit eurem Dank rief der Squire es ist eine schwere Pflicht Verletzung von mir dass ich euch begnadige abtreten hierauf betraten wir alle die Höhle es war ein großer luftiger Raum mit einer kleinen Quelle die ein von Gebüschen eingefasster Weiher gedeckt hatte der Boden bestand aus reinem Sand vor einem großen Feuer lag Captain Smollett und in einer entfernten Ecke die von der Glut des Feuers nur ab und zu erleuchtet wurde erblickte ich große Haufen von Münzen und würfelförmig aufgeschichtete Wie viele Menschenleben es gekostet hatte, ihn anzuhäufen, wie viel Blut und Tränen, wie viele gute Schiffe in das tiefe Meer versenkt waren, wie viel brave Menschen mit verbundenen Augen über die Planke geschickt worden waren, wie viele Kanonenschüsse abgefeuert, wie viel Schande und Lüge und Grausamkeit mit ihm verbunden war. Das konnte vielleicht kein lebender Mensch sagen. Doch waren noch drei auf dieser Insel, Silver und der alte Morgan und Ben Gunn, die jeder ihren Anteil an diesen Verbrechen hatten, wie auch jeder von ihnen vergeblich gehoffte hatte, einen Anteil von der Beute zu bekommen. »Komm her, Jim«, sagte der Käpt'n, »du bist ein guter Junge auf deine Art, Jim, aber ich glaube nicht, dass du und ich noch einmal miteinander zur See gehen werden. Du bist ein geborener Künstling und solche Leute kann ich nicht vertrauen.« »Seid ihr das, John Silver?« »Was wollt ihr hier, Mann?« »Melde mich wieder zu meinem Dienstherr,« antwortete Silver. »Ah«, sagte der Käpt'n, und das war alles, was er sagte. »Wie schmeckte mir das Abendessen heute, da alle meine Freunde um mich herum saßen, und was für eine köstliche Mahlzeit war das. Ben Gunns gepökeltes Ziegenfleisch und dazu einige Leckereien und ein paar Flaschen alten Weines von der Hispaniola. Niemals waren Menschen lustiger, davon bin ich überzeugt. Und Silver war auch dabei, er saß beinahe im Dunkeln, seitwärts von uns anderen. Aber er aß mit herzhaftestem Appetit immer dienstbereit aufspringen, wenn irgendetwas gewünscht wurde, und sogar ganz gemütlich in unser Gelächter einstimmend, derselbe höfliche, freundliche, diensteifrige Seemann wie auf der Ausreise. 34. Kapitel Schluss Am nächsten Morgen gingen wir in aller Frühe an die Arbeit, denn es war eine anstrengende Aufgabe für eine so kleine Zahl von Arbeitern, diese große Masse Gold beinahe eine Meile weit über Land an den Strand zu schaffen und von dort noch drei Meilen zu Wasser bis auf die Hispaniola. Um die drei Meuterer, die sich noch auf der Insel herumtrieben, kümmert wir uns nicht weiter. Eine einzige Schildwache auf der Staffel des Berges genügte, um uns gegen einen plötzlichen Überfall zu sichern. Außerdem waren wir der Meinung, sie hätten vom Fechten mehr als genug bekommen. So ging es also mit der Arbeit schnell voran. Gray und Ben Gunn kamen und gingen mit dem Boot, während die übrigen, in den Zwischenpausen, den Schatz am Strande aufstapelten. Zwei von den Goldbarren in ein Tau eingeschlungen waren eine gute Traglast für einen Erwachsenen, eine Last, mit der er gerne langsam ging. Da ich beim Tragen nicht viel helfen konnte, wurde ich den ganzen Tag in der Höhle beschäftigt, indem ich das gemünzte Geld in Zwiebackbeutel verpackte. Es war eine merkwürdige Sammlung, die an Verschiedenheit der Münzen Billy Bones schatzglich, aber sie war sehr viel größer und noch abwechslungsreicher so, dass ich glaubte, ich hatte in meinem Leben noch nie so viel Vergnügen gehabt, wie bei dem Aussuchen der einzelnen Stücke. Englische, französische, spanische, portugiesische Goldmünzen, mit den Bildnissen der Könige George und Louis, Dublonen und Doppelguini und Moidore und Zerchinen mit den Köpfen aller europäischen Könige, die in den letzten hundert Jahren geherrscht hatten. Seltsame, morgenländische Münzen mit Stempeln, wie wenn sie mit einem Spinngewebe überzogen wären, runde Münzen und viereckige Münzen und Münzen mit einem Loch in der Mitte, wie wenn sie um den Hals getragen werden sollten, wohl so ziemlich alle Arten von Münzen auf der Welt müssen, glaube ich, in dieser Sammlung vertreten gewesen sein. Und zahlreich waren sie gewiss, wie dürre Blätter im Herbst, sodass mir mein Rücken von der gekrümmten Haltung und meine Finger von dem Sortieren wehtaten. Tag auf Tag ging diese Arbeit fort. Jeden Abend war ein Vermögen an Bord verstaut worden, aber immer noch war ein Vermögen für den nächsten Tag vorhanden, und während dieser ganzen Zeit hörten wir nichts von den drei am Leben gebliebenen Meuterern. Ich glaube, es war am dritten Abend, da machten der Doktor und ich einen kleinen Spaziergang nach der Staffel des Berges, wo wir einen Ausblick über die tieferen Teile der Insel hatten. Da trug aus der dichten Finsternis unter uns der Wind einen Ton herüber. War es ein Schreien, war es ein Singen, nur ein einziger Laut schlug an unsere Ohren, und dann war alles wieder still wie zuvor. »Ergebe ihnen der Himmel!« sagte der Doktor. »Das sind die Meuterer!« »Alle betrunkenen Herr!« sagte Silvers Stimme hinter uns. Ich habe zu erwähnen vergessen, dass Silvers vollständig frei umherging. Obgleich er täglich zurückgewiesen wurde, schien er sich doch wieder als einen gern gesehenen Freund und Diener zu betrachten. Es war wirklich bemerkenswert, mit welcher guten Art er diese Zurückweisungen hinzunehmen wusste und mit welcher unermüdlichen Höflichkeit er immer wieder versuchte, sich allen angenehm zu machen. Trotzdem behandelten ihn alle, glaube ich, nicht viel besser als einen Hund, abgesehen von Ben Gunn, der immer noch eine fürchterliche Angst vor seinem alten Schiemann hatte, oder vielleicht auch von mir, der ihm wirklich in mancher Hinsicht dankbar sein musste. Allerdings hatte ich ja auch gewisse Gründe, schlechter von ihm zu denken als irgendeiner von den anderen, denn ich hatte gesehen, wie er auf der Hochebene auf neue Verräterei sahen. So antwortete der Doktor ihm ziemlich kurz angebunden. »Betrunken oder verrückt?« »Da haben Sie recht, Doktor«, antwortete Silvers. »Aber das macht wohl für Sie wie für mich verdammt wenig Unterschied aus.« »Ihr werdet von mir kaum erwarten, dass ich Euch für einen menschlich fühlenden Mann halte«, antwortete der Doktor mit einem ironischen Lächeln. »Darum werden meine Gefühle Euch vielleicht überraschen, Meister Silver. Aber wenn ich bestimmt wüsste, dass Sie wahnsinnig wären, wie ich innerlich überzeugt bin, dass wenigstens einer von Ihnen fieberkrank ist, so würde ich unser Lager verlassen und ohne Rücksicht auf die Gefahr für meinen eigenen Leib Ihnen die Hilfe meiner Kunst zuteil werden lassen.« »Bitte um Verzeihung, Herr, da hätten Sie sehr Unrecht«, sprach Silver. »Sie würden Ihr kostbares Leben verlieren, und darauf können Sie Gift nehmen. Ich stehe jetzt mit Herz und Hand auf Ihrer Seite, und ich möchte nicht gern, dass unsere Partei geschwächt würde, ganz abgesehen davon, dass ich doch weiß, was ich Ihnen zu verdanken habe. Aber diese Menschen da unten, die können ja gar nicht Ihr Wort halten, sie könnten es nicht, selbst angenommen. Sie möchten es. Und was noch mehr ist, Sie könnten gar nicht glauben, dass Sie es könnten.« »Nein«, sagte der Doktor, »Ihr seid der Mann, der sein Wort hält. Das wissen wir.« »Nun, das war so ziemlich das Letzte, was wir von den drei Piraten hörten. Nur einmal fiel in weiter Entfernung von uns ein Flintenschuss. Wir nahmen an, dass sie auf der Jagd wären. Es wurde eine Beratung abgehalten und darin beschlossen, dass wir sie auf der Insel zurücklassen müssten, zum großen Vergnügen Ben Gans, wie ich sagen muss, und mit der ausdrücklichen Zustimmung Grace.« »Wir hinterließen ihnen einen guten Vorrat Pulver und Blei, den Hauptteil des eingepögelten Ziegenfleisches, einige Arzneien und ein paar andere Notwendigkeiten, Werkzeuge, Kleider, ein Segel, das wir entbehren konnten, ein paar klafter Tau und auf den besonderen Wunsch des Doktors ein hübsches Geschenk an Tabak.« »Dies war ungefähr das Letzte, was wir auf der Insel taten. Wir hatten inzwischen den Schatz verstaut und genug Wasser sowie für den Notfall den Rest des Ziegenfleisches an Bord genommen. Und eines schönen Morgens lichteten wir den Anker, wozu unsere vereinigten Kräfte kaum ausreichten, und segelten aus der Nordbucht heraus. Vom Hauptmast wehte dieselbe Flagge, die der Käpt'n auf dem Blockhaus aufgezogen hatte und unter der wir gekämpft hatten.« »Die drei Rebellen müssen uns schärfer beobachtet haben, als wir geglaubt hatten. Hiervon sollten wir bald einen Beweis erhalten, denn als wir durch den engen Sund fuhren, mussten wir uns der Südspitze nähern. Und da sahen wir sie alle drei mit flehend ausgestreckten Armen auf einer sandigen Landzuge knien. Ich glaube, es ging uns allen zu Herzen, sie in so erbärmlichem Zustand zurückzulassen, aber wir konnten es auf eine neue Meuterei nicht ankommen lassen. Und sie in Ketten nach Hause zu bringen, um sie dem Galgen zu überliefern, das wäre eine grausame Güte gewesen.« Der Doktor rief ihnen zu, wo sie die Vorräte finden konnten, die wir für sie zurückgelassen hatten. Aber sie riefen uns trotzdem bei unseren Namen an und flehten, »Wir sollten um Gottes Willen barmherzig sein und sie nicht an einem solchen Ort umkommen lassen.« Als sie sahen, dass das Schiff weiter segelte und bald außer Rufweite kommen musste, sprang einer von ihnen, ich weiß nicht, wer es war, mit einem heiseren Ausruf auf, legte die Muskete an und feuerte. Die Kugel pfiff über Silvers Kopf hinweg und machte ein Loch in das Hauptsegel. Da gingen wir alle hinter der Schanzkleidung in Deckung, und als ich wieder hervorsah, waren sie von der Landzunge verschwunden, und die Landzunge selbst verschwand bereits in der Ferne. Dies war für uns das Ende der Piraten, und bevor es Mittag wurde, war zu meiner unaussprechlichen Freude der höchste Berggipfel der Schatzinsel hinter dem blauen Horizont des Meeres versunken. Wir waren so knapp an Mannschaft, dass jeder an Bord mit Hand anlegen musste, nur der Käpt'n lag auf einer Matratze im Stern und gab seine Befehle aus, denn obgleich er sich schon sehr erholt hatte, bedurfte er doch noch der Ruhe. Wir segelten nach dem nächsten Hafen von Spanisch-Amerika, denn wir konnten es nicht wagen, ohne frische Mannschaft nach der Heimat zu fahren. Widrige Winde und ein paar Stürme ermüdeten uns so, dass wir ganz erschöpft waren, als wir den Hafen erreichten. Die Sonne ging gerade unter, als wir in einem wunderschönen, von Bergen umschlossenen Golf unseren Anker auswarfen. Wir waren sofort von Hafenbooten voll von Schwarzen umringt, mexikanischen Indianern und Mulatten, die Obst und Gemüse zum Verkauf brachten und uns anboten, für kleine Geldstücke zu tauchen. Der Anblick so vieler lustiger Gesichter, besonders der Schwarzen, der Geschmack der Tropenfrüchte und vor allen Dingen der Anblick der Lichter von der Stadt her, das alles bildete einen zauberhaften Gegensatz zu unseren düsteren und blutigen Erlebnissen auf der Insel. Der Doktor und der Squire gingen an Land, um den Abend in der Stadt zu verbringen, und nahmen mich mit. Hier trafen sie den Käpt'n eines englischen Kriegsschiffes, kamen mit ihm ins Gespräch und gingen an Bord seines Schiffes, wo wir so freundlich bewirtet wurden, dass der Tag bereits angebrochen war, als wir wieder an der Hispaniola anlegten. Ben Gunn war allein auf Deck. Sobald wir an Bord kamen, begann er unter den wunderlichsten Verrenkungen seines Leibes ein Geständnis abzulegen. Silver war fort. Ben war ihm behilflich gewesen, ein paar Stunden vorher in einem Hafenboot zu entwischen, und er versicherte uns jetzt, er hätte das nur getan, um unsere Leben zu schützen, die sicherlich verwirkt gewesen wären, wenn der Mann mit dem einen Bein an Bord geblieben wäre. Aber das war noch nicht alles. Der Schiffskoch war nicht mit leeren Händen fortgegangen. Er hatte, ohne dass jemand es gemerkt hatte, eine Planke durchgesägt und einen von den Geldsäcken an sich genommen, um ein bisschen Reisegeld zu haben. Der Beutel enthielt vielleicht drei oder vierhundert Guini. Ich denke, wir waren alle froh, dass wir ihn so billig los wurden. Na, um eine lange Geschichte kurz zu beenden. Wir bekamen ein paar Mann an Bord, hatten eine gute Heimfahrt, und die Hispaniola traf in Bristol ein, als Herr Blandley gerade daran dachte, das zweite Schiff auszurüsten. Nur fünf Menschen von allen, die auf der Hispaniola ausgesegelt waren, kamen auf ihr nach Hause. Suff und der Teufel holten den Rest, das konnte man wohl sagen. Allerdings war es uns nicht ganz so schlimm gegangen wie jenem anderen Schiff, von dem es in dem Liede hieß. Nur ein einziger Mann, der am Leben blieb, von fünfundsiebzig an Bord. Jeder bekam einen reichlichen Anteil von dem Schatz und wandte ihn weise oder töricht an, je nach seiner Veranlagung. Captain Smollett hat sich jetzt vom Seeleben zurückgezogen. Grey legte nicht nur sein Geld auf die Kante, sondern er fing an, eifrig seinen Beruf zu studieren, da in ihm plötzlich der Wunsch erwachte, es weiterzubringen. Er ist jetzt Scheuermann und Mitbesitzer eines schönen Vollschiffs. Außerdem ist er verheiratet und Familienvater. Ben Gunn bekam tausend Pfund, die er in drei Wochen vergeudete, oder verlor, oder genauer gesagt in neunzehn Tagen, denn am zwanzigsten war er wieder da und bettelte uns an. Da bekam er einen Posten als Parktorwächter, genau so, wie er es auf der Insel vorausgesehen hatte. Er ist noch am Leben, ein großer Liebling aller Kinder, obgleich sie sich manchmal über ihn lustig machen, und ein hervorragender Kirchensänger an allen Sonn- und Feiertagen. Von Silver haben wir nichts mehr gehört. Der gefährliche Seemann mit dem einen Bein ist spurlos aus meinem Leben verschwunden, aber ich vermute, dass er seine alte Schwarze wieder getroffen hat. Vielleicht lebt er noch ganz behaglich mit ihr und seinem Papagei, Käpt'n Flint, zusammen. Man muss es wohl hoffen. Denn seine Aussichten auf Behaglichkeit in einer anderen Welt sind sehr gering. Die Silberbarren und die Waffen liegen, soviel ich weiß, noch an derselben Stelle, wo Flint sie vergraben hatte, und sicherlich sollen sie meinetwegen dort liegen bleiben. Ochsen- und Wagenseil könnten mich nicht mehr auf diese verfluchte Insel bringen, und meine schlimmsten Träume sind es, wenn ich die Brandung am Strande der Schatzinsel donnern höre, oder wenn ich im Bett auffahre und Käpt'n Flints gellende Stimme mir noch in den Ohren klingt. Piasta! 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 Piasta!